Ihr segnet, weil mein Schatz ist im Himmel, euer Schatz ist hier auf Erden. Jaja, ich bin krank, der Herr segne euch. Guckt euch die Kommentare an, wie die Dämonen am Toben sind. Du bist krank, nein, ihr seid verblendet, ihr folgt einen falschen Gott. Was bringt das denn, wenn ich Kopftuch trage? Was bringt das denn mit dem Mund? Segnet ihr die Menschen, aber mit den Herzen flucht ihr sie. Ihr seid scheinfrommige Menschen, ihr wollt äußerlich schein sein. Wenn ich mir die Frauen anschaue, zum Beispiel die Kopftuch tragen, mir ist es völlig egal, was du trägst. Aber diese Scheinfrommigkeit, diese Heuchlerei, reinigt eure Herzen in innerlichen und nicht eure äußerfrommigkeiten. Was bringt das denn, wenn ihr diese Scheinfrommigkeit vor den Menschen da draußen zeigt? Aber innerlich seid ihr tot. Reinigt erstmal euer Innerliches, bevor ihr äußerlich euch scheinfrommig gebt. Mit dem Mund segnet ihr die Menschen, aber mit den Herzen fluchtet ihr die Menschen. So seid ihr drauf. Eure Werke werden euch nicht retten. Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er Gnade. Er kommt eine Hure in das Himmelreich, als einer wie euch, der sich selbst erhöht. Weil wie geschrieben steht, Gott gibt den Gnade, der sich demütigt. Aber ihr denkt nur, weil ihr jetzt scheinfrommig seid und gute Werke tut, die Werke werden euch nicht retten. Es ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes. Und aus Gnade seid ihr errettet. Ihr folgt einen falschen Gott. Ich folge den lebendigen Gott. Und der Herr Jesus ist nicht für die Gerechten gekommen, für die Kranken. Denn er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Und ich fordere jetzt alle Muslime auf, geht auf eure Knie und frage Gott, wer bist du Gott? Frag doch Gott, wer bist du? An alle Atheisten, an allen, allen Namenschristen, frag Gott. Frag Gott, bist du Allah? Offenbare dich mir. Bist du der Herr Jesus Christus? Offenbare dich mir. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, er wird gerettet werden. Und wer mich sucht, der wird mich finden. Und wer klopft, dem wird aufgetan werden. Zerreißt nicht eure Kleider, zerreißt eure Herzen und lasst euch in eure Herzen beschneiden. Ihr habt euch euren eigenen Gott gebastelt. Und dafür werdet ihr eines Rechenschaft ablegen müssen, weil ihr seid Mörder im Herzen. Mörder seid ihr im Herzen. Ihr seid missgünstig. Und dafür werdet ihr eines Tages vor den Heiligen Gott stehen. Für eure ganzen Sünden, für eure ganzen bösen Taten. Weil ihr die Herrlichkeit Gottes verfehlt habt. Wir alle haben gegen diesen Heiligen Gott gesündigt. Da ist nicht einer, der gerecht ist. Und da ist nicht einer, der noch Gott fragt. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Einer, der noch Gott fragt. Freitags? Freitags gebet? Und dann in die Shisha-Bar gehen. Und dann werden Partys gemacht. Dann wird Alkohol getrunken. Gott will nicht deine Werke. Gott will nicht deine Frommigkeit. Er will dein Herz haben. Darum demütige dich vor diesen Heiligen Gott. Und jetzt lese ich weiter. Weil der Herr Jesus ist Gott. Der Herr Jesus ist der ewige Gott. Und ihr werdet ihn anbeten, Muslime. Und Mohammed wird ihn auch anbeten. Jeder wird ihn anbeten. Eure ganzen Gelehrten. Alle werden sich vor ihm niederbeugen. Und jetzt lese ich eine Prophezeiung vor, die sich erfüllt hat vor 2000 Jahren. Und diese Prophezeiung hat sich erfüllt. In Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Starker Gott. Ewiger Vater. Und der Herr Jesus ist ein starker Gott. Muslime kehrt um. Kehrt um von diesem Weg. Und tut Buße. Tut Buße und kehrt um. Sonst, wenn ihr nicht glaubt, wie der Herr Jesus Christus sagt. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. So werdet ihr in euren Sünden sterben. Mit dem Mund bekennen wir. Und mit dem Herzen glauben wir. So. Und da könnt ihr lachen, wie ihr wollt. Der Herr Jesus ist der ewige Gott. Er ist Richter, Herrscher. Und jetzt lese ich weiter vor. Jetzt lese ich weiter vor. Er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Und er möchte euch retten, weil er euch so unendlich liebt. Und ihr lacht darüber. Ihr werdet alle zugrunde gehen. Ihr werdet alle gerichtet werden. Ich sage es euch an diese Leute, die den Herrn Jesus mit Füßen treten. Euch wird ein schlimmes Gericht treffen. Auch an die ganzen Atheisten. Euch wird ein schlimmes Gericht treffen. Deswegen sage ich euch, Muslime. Demütigt euch vor Gott. Gehe auf deine Knie. Gehe und frage Gott, solange es heute heißt. Herr, erbarme dich über mich. Wie lange hast du denn noch Zeit? Und darüber lacht ihr, Muslime. Ihr lacht über eure eigene Verdorbenheit. Aber gut, wir lesen weiter. Wir lesen weiter, Muslime. Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Du bekommst ewiges Leben durch den Herrn Jesus Christus und alle Folgen und alle das Dus wegmachen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, der hat nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und das geht an euch, ihr Mörder und ihr Diebe. Ich sage es euch, das geht an euch, wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut. Denn Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erden. Das verspreche ich euch. Beneidet böse Menschen nicht und trachtet nicht, mit ihnen zusammen zu sein. Denn ihre Herzen trachten nach Zerstörung und ihre Lippen reden Unheil. So, und jetzt lesen wir. Daran aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbart werden, dass sie in Gott getan sind. So, Leute. Ich sage es hier und jetzt. Ohne den Herrn Jesus geht ihr in den Feuersee. Ohne den Herrn Jesus geht ihr alle mal verloren. Ihr werdet alle verloren gehen. Und ihr werdet alle gerichtet werden. Das verspreche ich euch. Eines Tages werdet ihr vor diesem lebendigen Gott stehen. Und da werden nicht alle euch richten. Da wird euch Mohammed nicht helfen. Sondern der Sohn Gottes, der Herr Jesus Christus, das Wort, was Fleisch geworden ist, werdet euch richten. Denn das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das werdet euch richten. Und ihr lacht darüber. Lacht. Lacht. Euch wird das Lachen vergehen. Und ich sage es euch. Und es steht auch geschrieben. Wir lesen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und wir lesen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. So, und dann lesen wir weiter. Denn es wird offenbart, Gottes Zorn von Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, an alle Menschen. Nimm deine Maske ab und erkenne, dass du arm und erbärmlich bist und demütige dich vor diesem heiligen Gott. Gott nimmt dich so an, wie du bist. Er liebt dich so, wie du bist. Aber du musst ihm sein Herz geben. Deswegen sage ich an alle Menschen, wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, werdet ihr laut Offenbarung 20, Vers 13 alle in den Feuersee landen. Es ist Gesetz, dass der Mensch einmal stirbt, danach aber das Gericht. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Er hat euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Gebt Gott also die Ehre und demütigt euch vor diesem heiligen Gott. Nochmal, denn es wird offen, wahrt Gottes Zorn von Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Kommt zu dem Herrn Jesus Christus und schließt Frieden mit dem Herrn Jesus Christus. Demütigt euch vor dem Herrn Jesus Christus. und ich lese jetzt weiter vor. So Leute, und da könnt ihr mich auslachen, wie ihr wollt. Lacht mich aus. Für euch muss man einfach nur beten und weinen. Und der Herr Jesus sagt selber auch in seinem Wort. Ich möchte einmal vorlesen. Warnung vor Leuten, die ein falsch, eine andere Botschaft bringen. Warnung. Aber selbst wenn wir oder ein Engel von Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, zu hören, der sei verflucht. Wie wir zuvor haben, so sage ich es auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Und jetzt zu hören. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zu? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Muslime, verlasst den Islam. Muslime, ihr müsst alle den Islam verlassen. Ich sage es euch. Ihr wisst nicht mal, ob ihr in den Himmel kommt. Wie traugig ist das. Ihr eifert für euren Gott. Ihr kämpft für euren Gott. Aber ihr folgt einen falschen Gott. Und darum sage ich euch, Muslime. Demütigt euch. Ihr müsst von neu geboren werden. Rettet eure Seelen. Rettet eure Seelen vor dem Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist über die ganze Welt gekommen. Und darum möchte ich auch einfach nochmal vorlesen. In Römer. Danke, dass ihr den Stream gemeldet habt. Danke, dass ihr den Stream gemeldet habt. Seht ihr das, wie die mich hindern? Seht ihr das, wie der Widersacher mich daran hindern will? Der Widersacher möchte nicht, dass ich das Evangelium verkündige. Seht ihr das? Jetzt auf einmal. Geh mal schlafen. Ich werde nicht schlafen gehen. Ich werde weiter das Evangelium verkündigen. Weil ich mich nicht für diese lebendige Botschaft schäme. Das Evangelium ist die Frohbotschaft, die rettende Botschaft und die lebendige Botschaft. Und es steht geschrieben. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinen Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wärst du gerettet. Denn mit den Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schande werden. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schande werden. Versöhne dich mit Gott. Islamhaster. Ich bin kein Islamhaster. Muslime, ich will eure Seelen retten. Muslime, ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Versteht ihr das nicht, Muslime? Ich liebe euch, Muslime. Weil ich habe Nächstenliebe. Ich hasse euch, Muslime, nicht. Und ich möchte, dass ihr zu dem wahrhaftigen Gott kommt, der euch unendlich liebt. Rette dich selber. Ich bin gerettet durch den Herrn Jesus Christus. Ich bin gerettet. Guckt mal, wie ihr den Stream eingeschränkt habt. Wir hatten hier über 1000 Zuschauer gehabt. Über 1000 Zuschauer hatten wir gehabt. Und ihr habt ihn gemeldet. Seht ihr das? Ihr gönnt mir das nicht. Der Satan gönnt das nicht, dass das Wort Gottes gepredigt wird. Aber es wird weiter gepredigt. Weil wir brennen für das Evangelium. Und wir nehmen auch kein Blatt vor den Mund. Wir verkündigen uns nicht selbst. Wir verkündigen den Herrn Jesus Christus. So weiter wird gemacht. So Leute. Johannes 3, Vers 3 ist ein sehr wichtiger Vers. Es ist die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist der wichtigste Schlüssel in den Himmel. Tschüss. Da antwortete der Herr Jesus Christus. Jesus antwortete und sprach zu ihm. Wahrlich, wahrlich. Ich sage dir. Wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und du wirst das Reich Gottes nicht sehen. Du musst dich entscheiden, dem Herrn Jesus zu folgen. Du wirst nicht als Christ geboren. Du bist nicht ein Christ, wenn du eine Kreuzkette trägst. Oder wenn du in die Kirche kriegst. Nein. Du musst dich für diesen heiligen und lebendigen Gott entscheiden. Darum kehre um von deinem Weg. Tu Buße. Demüte dich vor diesem heiligen Gott. Und empfange den heiligen Geist. Und er wird dir diese Gnade geben. Er gibt dir das ewige Leben. Weil er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er ist ein treuer Gott. Und er ist ein heiliger Gott. Ein vollkommener Gott. Alle, die ihn aufnahmen, den gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Du hast das Anrecht, heute ein Kind Gottes zu werden. Und ich möchte aus Jeremia was vorlesen. Es ist ein Versprechen von diesem Gott. Wir haben keinen Gott der Toten. Wir haben einen Gott der Lebendigen. Und dieser Gott sucht dich. Und dieser Gott liebt dich. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt, seit der Erschaffung der Welt. Nicht wir haben Gott gesucht. Er hat uns gesucht und möchte mit uns Gemeinschaft haben. So, danke, dass ihr den Stream gemeldet habt. Schade, da seht ihr das, wie ungerecht ihr seid. Ihr möchtet nicht, dass das Wort Gottes gepredigt wird. Kein Problem. Ich werde gleich wieder live kommen und weiter predigen. So, und jetzt lese ich einen Vers vor. Und es ist ein Versprechen. Ich verspreche es euch. Egal, was du in deinem Leben getan hast. Mörder, Vergewaltiger, Drogensüchtiger, Heroinsüchtiger, nicht die gesunden brauchenden Arzt, sondern die Kranken. Deswegen sagt ja auch der Herr Jesus Christus, er wird eine Hure, ein Mörder. Das reicht Gottes Erben, als einer wie euch, der sich scheinfrommig, so wie diese Muslime hier. Die denken mit ihren Werken, kommen sie in den Himmel. Nein, ihr werdet nicht damit in den Himmel kommen. Es gibt nur eine Tür. Und ich lese euch die Tür gleich vor. In Jeremiah 29, Vers 13, ein Versprechen vor den Heiligen Gott. Ihr werdet mich suchen und finden, Denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Es ist ein Versprechen. Frage nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht aller Zeit, solange es heute heißt. Und in Matthäus 7, 7, bittet, so werdet euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so werdet euch aufgetan werden. Was heißt, klopft an? Öffne dein Herz für diesen Heiligen Gott. Öffne dein Herz für diesen Heiligen Gott. Und demütige dich vor diesen Heiligen Gott. Weil dieser Heilige Gott liebt dich unendlich. Und dann möchte ich dir einmal sagen, hier steht geschrieben, Ein Moment. In Johannes 10, es gibt so viele Türen, aber er ist die einzigste Tür. Und er sagt selbst, ein Moment. So. In Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er ist die Tür. Deswegen klopfe an. Entschuldige dich bei Gott. Schäm dich. Schäm dich für deine Sünden. Bereue. Kehre um. Denn das Reich Gottes ist nah gekommen zu euch. Deswegen, wir wissen nicht, wann der Herr Jesus wiederkommt. Und ich sage euch, vor 2000 Jahren ist der heiligste Mensch in einen Stall geboren. Er hat sich selbst entäußert, nahm die Gestalt eines Knechtes an und ist für dich ans Kreuz gegangen. Wie wird er wiederkommen? Er wird wiederkommen als ein Herrscher. Er wird wiederkommen als ein König. Und ich sage es euch, er wird wiederkommen mit feuerflammenden Augen. Und glaubt es mir, er wird euch richten. Vor 2000 Jahren hat er sich von seiner eigenen Schöpfung sich ohrfeigen lassen, anspucken lassen. Er war am Kreuz und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. und er hat es vollbracht. Das war Gottes Plan, weil er euch liebt und er möchte, dass niemand verloren geht. Und deswegen, wenn er wiederkommt, ich verspreche es euch, er wird euch richten. Er wird euch alle richten. Und glaubt es mir, dann diese Leute, die gelacht haben, stellt euch mal vor, in einen Augenblick, jetzt kommt der Herr Jesus wieder mit seinen heiligen Engeln. Stellt euch vor, in diesem Moment kommt er wieder. Das Lachen wird euch vergehen. Wie viele Menschen waren im Flugzeug und haben Witze über Gott gemacht und auf einmal ist das Flugzeug abgestürzt. Wie viele jugendliche Menschen haben im Auto gespottet, sind mit dem Auto gefahren und haben auf einmal einen Unfall bekommen und haben diese Sekunden gesehen, jetzt ist es vorbei. Ich sag es euch, ehrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und ihr lacht darüber, ihr lacht darüber, aber ich liebe euch und ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Versteht ihr das denn nicht? Warum demütet ihr euch nicht einfach? Warum geht ihr nicht einfach mal auf eure Knie und fragt einfach mal, Gott liebst du mich? Warum seid ihr so stur im Kopf? Das ist einfach unfassbar traugig. Ihr lacht, sieht ihr das denn nicht, dass ihr verblendet seid? Und ich war selber nicht besser, ich habe selber darüber früher gelacht. Aber ich möchte weitermachen. Denn wenn wir Verfolgung erleiden, so erdulden wir. Wenn wir ausgelacht werden, so erdulden wir. Denn nichts kann uns scheiden von der Liebe Christus. Wieder Drang sei, Verfolgung, Schwert, Hunger. Nichts kann uns scheiden von diesem Heiligen Gott. Und ich nehme das gerne an, weil ich liebe meine Feinde und ich segne meine Feinde und ich erdulde das alles. Und ich liebe euch vom ganzen Herzen und ich bitte auch vom ganzen Herzen, dass ihr umkehrt, dass ihr euch darüber Gedanken macht, dass ihr auf eure Knie geht und zu diesem Heiligen Gott betet. So Leute, ich werde jetzt den Stream nochmal neu starten. Danke für die tausend Zuschauer. Deswegen der Herr segne euch und ich komme in den nächsten 20 Minuten wieder live. Werd dann weiter predigen. Guckt euch Ex-Muslime Klärin auf TV an. Geht da rein. Schaut euch seine Streams an. Unterstützt seine Streams. Alle Muslime, guckt euch das an. Guckt euch das an. Ex-Muslime Klärin auf TV. Geht nicht mit einem verstockten Herzen ran. Prüft diese Quellen. Hinterfragt das einfach mal. Redet mit ihnen ganz normal. Öffnet euer Herz. Geht in seine Streams rein und fragt ihn. Ich habe eine Frage an dich. Kannst du mir das und das erklären? Aber hört auf, mit einem verstockten Herzen ranzugehen. Dann ist es eure eigene Schuld. Geht rein und fragt ihn und prüft es selber noch Quellen und dann geht einfach mal ins Gebet und fragt Allah, wenn du wirklich Gott bist, offenbare dich mir. Oder wenn du wirklich Gott bist, der Herr Jesus Christus, zeig dich mir. Ich will dich kennenlernen. Ich will Gott dienen. Leute, guckt euch das mal an. Der schwarze Stein, der soll eure Sünden aufsaugen. Ich bitte euch, das ist purer Götzendienst. Guckt euch die Videos selber an im Mekka. Guckt euch das an, wie die Leute sich gegenseitig da schubsen. Die küssen den Stein, sie beten den Stein an. Und ihr macht euch darüber lustig, dass wir einen Menschen anbeten. Wir beten nicht einfach nur einen Menschen an. Wir beten den ewigen Gott an. Der Herr Jesus ist, der ewige Gott. So Leute, ich werde jetzt den Stream beenden. Gottes Segen euch und bis gleich. Gottes Tag ist für euch zu spät sein. Da gebe ich Hand und Siegel drauf. Und dann werdet ihr weinen. Ihr werdet weinen und sagen, was haben wir da getan? Wir haben einen falschen Propheten gefolgt. Der Islam ist ja gar nicht die Wahrheit. Hier gibt es ja gar keine 72 Frauen im Himmel. Der Herr Jesus wird euch dafür richten. Deswegen, Muslime, denkt darüber ganz genau nach. Weil es wird eins zu spät. Irgendwann gibt es eins zu spät. Da gebe ich Hand und Siegel drauf. Und deswegen sage ich euch, Muslime, macht euch darüber Gedanken. Demütigt euch, geht auf eure Knie und fragt einfach mal Gott, wer bist du? Bist du Allah? Offenbare dich mir. Oder bist du der Herr Jesus Christus? Und ich möchte euch ein Bibelferst vorlesen. Zuhören, Muslime. Ganz genau zuhören. Denn es steht geschrieben, denn die Zeit ist da. Entschuldigung. Ich hole dich auch nochmal rein. dass das Gericht ist, auch Gott ist. Bin aber zuerst bei uns. Wie wird das Änder derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben, Muslime? Was für ein schrecklicher Tat wird das sein. Was für eine schreckliche Zeit wird das sein, bis der Zorn Gottes über euch kommen wird. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und jeder Herr, segne euch für eure Beleidigung. Jeder, der beleidigt, der Herr segne euch. Ja. So. Bitte alle den Stream liken und teilen. Mach weiter, Bruder. Ich bin nebenbei kurz am Arbeiten, aber kann gleich ein paar Worte sagen. Muslime, wir machen diesen Stream, damit ihr gerettet werdet. Ihr seid alle auf der Anklagebank, Muslime. Ihr befindet euch alle auf der Anklagebank. Und ich sage es euch, ihr werdet dem Herrn Jesus Christus als Richter begegnen. Diesen Islam, den gibt es gar nicht. Das ist ein Fake. Der wurde erfunden. Der wurde erfunden. Der Herr Jesus Christus wird euer Richter sein. Entweder habt ihr den Herrn Jesus als Richter oder als Retter. Du entscheidest dich. Du entscheidest dich, wie du den Herrn Jesus eines Tages begegnen wirst. Und du wirst keine Ausrede haben. Du hast das Evangelium gehört, aber du hast das Evangelium nicht angenommen. Du hast es verworfen für eine falsche Religion. Und dafür wäre der Heilige Gott dich recht gut. Und du wirst gerichtet werden. Das verspreche ich euch, Muslime. Wenn ihr euch nicht demütigt vor diesem Heiligen Gott, werdet ihr den Zorn Gottes zu spüren bekommen. Bruder, denn ich habe die Nachbarn bohren schon, weil die das nicht hören wollen. Gut, die bohren schon. Das ganze Haus. Ich muss eigentlich mit Mikrofon predigen. So mit Mikrofon, so mit Boxenanlagen, Fensters aufmachen, dass alle das hier in meiner Umsiedlung hören. Alle müssen das hören. Heftig. Und wenn ich rauskomme, wo die Jesaja-Rolle repräsentiert wird. Wie bitte? Hast du das schon gesehen? Berichtet mal, dass die Muslime mit der Jesaja-Rolle? Ja, also wir wissen, ja, es wurde ja ein, guck mal, Mohammed hat ja die Kreuzigung geleugnet. Mohammed hat ja gesagt, der Jesus ist ja nicht Gott. Und dann findet ein Mohammed die Kurmuran rollen. Wir haben die originalen Schriften, wir haben die Manuskripte, wir haben Beweise, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Die Bibel hat mehrere tausende Prophezeiungen. Ich frage ein Moslem, kannst du mir bitte einmal zeigen im Koran eine Prophezeiung? Er kann er nicht zeigen. Mohammed Salaleh hat Mond gespeitert. So. Kannst du mir bitte Manuskripte im Koran zeigen? Original, alles original. Nein. Wo ist der originale Koran? Wo befindet sich der originale Koran? Im Herzen. Das ist immer die Antwort. Wir haben originale Schriften. Sag mal, geht mal nach Israel und sagt mal, die Tora wurde verfälscht. Sagt das mal den Juden, Muslime, geht mal nach Israel und sagt mal, die Tora ist verfälscht. Die würden euch auslachen. Die würden sagen, wie die Tora ist verfälscht. Wurde. Zeigt mal. Die kennen ihre Schriften. Die haben Quelle. Mein Imam sagt das aus Moschee. Ja, die heiße Quelle. Irgendein Imam aus Wedding oder aus Dingsda, aus Neukölln, der sagt, die Tora ist verfälscht. Die Juden kennen doch ihre Schriften in- und auswendig. Die kennen das doch. Die kennen doch die Gesetze. Die würden sehen hier, ey, hier wurde was hinzugefügt. Das ist verfälscht. Hört auf, das zu sagen, Muslime. Und deswegen sage ich euch, Muslime, der Herr Jesus, er liebt euch unendlich. Und er möchte, dass ihr gerettet werdet. Und wir machen das, damit ihr auch gerettet werdet, Muslime. Weil es gibt es auch irgendwann ein zu spät. Das sage ich euch. Wie lange hat man Zeit? Wie lange? Wie lange habe ich meine Zeit? Wie lange? Wie lange habe ich betet? Bin ich nach Mekka gegangen? Wo gehe ich hin, Muslime? Ich frage nochmal, Muslime, wo geht ihr nach dem Tod hin? Bitte schreit es rein. Was passiert, wenn heute ein Muslim sterbt? Wo gehe ich dann hin? Reicht die Gnade Allahs? Werde ich vielleicht gerettet durch die Gnade Allahs? Muslime, ich frage euch, ihr müsst beten, ihr müsst fasten, ihr müsst dies tun, ihr müsst jenes tun, aber ihr wisst nicht, ob ihr gerettet seid, Muslime. Es ist nicht traurig, ihr macht und tut, ihr eifert vor euren Gott, ihr glaubt an euren Gott, aber soll ich einfach sagen, ihr macht das auf eine falsche Art. Denn Allah ist nicht Gott. Allah ist nicht Gott. Der Herr Jesus, er ist Gott. Und der Herr Jesus wird die ganze Welt richten, Muslime. Er wird eines Tages kommen, um die ganze Welt zu richten, Muslime. Und darum empfehle ich euch, Muslime, kommt zu den Herrn Jesus Christus, bevor es mit euch zu spät ist, Muslime. Hört auf, immer die gleichen Fragen zu stellen. Wieso musste dein Gott aufs Toilette gehen? Wieso musste ein Gott essen? Warum musste er das tun? Ihr stellt eigentlich immer nur die gleichen Fragen. Wo sagt Jesus, ich bin Gott? Wie kann Gott Mensch werden? Wieso ist dies? Wieso ist das? Ihr lest gar nicht richtig die Bibel erstens. Also man sieht, dass ihr überhaupt null Ahnung habt. Dann werdet ihr dafür geschult, diese Fangfragen zu stellen. Das weise ich auch. Da gibt es Dava-Teams, die darauf trainieren, Muslime, diese Takir und diese Täuschungsfragen beizubringen, anstatt ihr einfach mal aufrichtig seid, die Bibel lest. Und dann seht ihr, ey, Jesaja 53, dass der Herr Jesus, der Herr Jesus, das ist ja wahr. Ja, das steht da drin. Aber nein, das ist eine Blockade. Ihr sucht nur Fehler. Ich schläge die Bibel auf und gucke, wo kann ich einen Fehler suchen. Ah, das hat mein Imam gesagt. In der Bibel gibt es keine Fehler. Also Muslime, wer ist denn Jesaja 53? Wer ist diese Person? Das ist der Herr Jesus. Er wurde doch von einer Jungfrau prophezeit, oder? Geboren. Also geboren, Entschuldigung. Ich lese es mal vor. Jesaja prophezeit. Entschuldigung. Ich komme schon aus der Verfassung. So, ich lese euch jetzt einmal vor. Eine Prophezeiung. Passt auf, passt auf, passt auf. So, Jesaja, hier, Jesaja 7, 14. Hier, er wird geboren von einer Jungfrau. Jesaja hat eine Prophezei, hat sich erfüllt. Matthäus 1, 23. Jesaja 9, 5. Hier auch, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn, ja, wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Das ist der Herr Jesus Christus. Und der Herr Jesus wurde angebetet. Er hat sich anbeten lassen. Die ganzen Wunder, die der Herr Jesus getan hat, keiner hat diese Wunder getan, wie der Herr Jesus. Ich kenne keinen. Er ist über das Wasser gegangen. Er hat Gewalten und Macht über das Wetter. Er konnte das Wetter kontrollieren. Einfach, einfach, mit einem Befehl, Wind sei still. Das müsst ihr euch mal geben. Welcher Prophet kann sowas? Tode lebendig hat er gemacht. So, alleine, was er getan hat, hat kein Prophet, kein Apostel getan. Allein diese ganzen Wunder, bitte Muslime, und seid aufrichtig, keiner hat das getan. Er ist Richter und Herrscher. Er ist gekommen, um dich zu retten. Und er wird auch wiederkommen, um dich zu richten. Also er ist gekommen, um dich zu retten und er wird kommen, um dich zu richten. Du entscheidest dich selber. Und, ja, Muslime, ihr könnt euch heute entscheiden, geht auf eure Knie, demütigt euch, bevor es zu spät ist, weil es wird auch eines Tages ein zu spät sein. Da gebe ich Hand und Siegel drauf, Muslime. Herr Buda Reza, du kannst, wenn du möchtest, wieder reinkommen. Guck mal, die Zuschauerzeit, die gehen immer hoch und immer runter. Das hat nichts mit Provokationen zu tun. Wir wollen die Muslime retten. Wir wollen die Muslime für das Evangelium retten. Herr Buda Reza, hier ist das auch passiert. Ich hatte gerade über 300 Zuschauer gehabt, 300 knapp 40 und dann in 31 Sekunden alle weg. Ja, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wie das passiert. da ist irgendwas, die machen da irgendwas. Und da mit dieser Überschrift, Israel gehört den Juden, da musst du natürlich auch sehr differenzieren, damit die Muslime das nicht falsch verstehen und denken, dass du jetzt der Volk für die bist, dass die Israelis, die Palästinenser da wegbomben. Nein, nein, nein. Ich möchte, dass auch die Hamas zu den Herrn Jesus kommen. Auch die Muslime, völlig egal. Ich bin für kein. Ich möchte, dass alle das Evangelium hören und dass sie alle zu diesem lebendigen Gott kommen. Ich bin politisch draußen. Ja. Ich meine, die Juden, die jetzt heutzutage da eingewandert sind, die haben natürlich, da haben ja Palästinenser gewohnt. Und die sind da einmarschiert beziehungsweise haben das genommen. Und natürlich kann man sagen, ja gut, aber bevor die Palästinenser da waren, da waren die Juden da. Ja, vor Jahrtausenden. Mose, Abraham, Isaac, Jakob. Ja, das ist halt die Geschichte der Juden in Israel. Und man kann dieses Konflikt halt mal nicht lösen, weil eben von Grund auf die Philister mit den Israeliten im Kampf standen. Und das lesen wir ja auch im Alten Testament, zum Beispiel im ersten Buch Samuel, dass die Philister, also die Palästinenser, die Palästinis, die Palästinenser gegen Israel ständig im Krieg standen. Und dieser Konflikt wird auch sich nochmal steigern und das Ganze wird noch eskalieren. Und wir wissen ja, dass Gott vorausgesagt hat, dass zwei Drittel von Israel getötet wird, durch die Muslime demnächst. Und der letzte Drittel wird übrig bleiben. Und dieser letzte Drittel wird von Gott ins Feuer gebracht. Das heißt, sie werden die schlimmste Phase ihres Lebens gehen, durch den muslimischen Angriff. Und die werden sich bekehren zum Herrn Jesus Christus. Die werden den Herrn Jesus anrufen, zu ihm schreien. Und dann kommt der Herr Jesus vom Himmel zurück auf die Erde, um das messianische tausendjährige Friedensreich aus Israel zu eröffnen. Bis dahin haben wir mit Israel Juden oder Israel gehört den Palästinensern nichts zu tun. Die werden sich die Köpfe einschlagen, Israel und die Muslime. Und da müssen wir uns raushalten, Gott will das so. Gott will sowohl die Israelis bestrafen, als auch die muslimischen Welt. Und da dürfen wir nicht dazwischen gehen, wenn Gott das tut. Wir haben nur den Auftrag, die Menschen zum Evangelium zu rufen, dass sie gerettet werden. Mehr nicht. Wir haben mit dieser Welt nichts zu tun. Da dürfen wir uns nicht irgendwie einmischen. Und es kann sein, dass jetzt Muslime, die das jetzt lesen, was da steht, was du da geschrieben hast, lieber Bruder, Israel gehört den Juden, dass sie das falsch verstehen und dann Hass kriegen. Wenn der Jesus zurückkommt und Israel einnimmt, für diesen israelischen Staat sind wir. Davor nicht. Dieser Staat, Israel, ist ein gottloser Staat von gottlosen Politikern. Hier kannst du auch erklären, einmal das Zeichen hier. Das ist das Stern des Renfans. Das ist das satanische Stern, der auch in Apostelgeschichte 7 von Stephanus erwähnt wird. Das ist ein hochokultes Symbol, was die Satanisten ja auch benutzen bei ihren Opferungsritualen. Wenn auch Menschen geopfert werden, das ist das Symbol dazu. Und es werden noch viele Menschen geopfert werden in Israel, bis der Herr Jesus zurückkommt. Wenn der Mensch aber sich bekehrt zum Herrn Jesus Christus, so ist er errettet. Es kann aber sein, wenn er sich nicht bekehrt, dass er in Israel umkommt. Nämlich, wenn die Palästinenser eben Raketen schießen auf Israel oder wenn die Israelis Raketen schießen auf Palästinenser. Wenn die Leute da umkommen, die sind verloren, weil sie eben nicht errettet waren durch den Herrn Jesus Christus, durch das Evangelium, weil sie es nicht angenommen haben. Genau. Du kannst ja auch einmal sagen, es ist ja so, dass die Al-Achsa-Moschee, die wollen ja unbedingt, also die Juden, die wollen unbedingt ja da den Dritten Tempel bauen. Und da muss ja was geschehen jetzt. Das ist ja, die warten ja nur drauf, dass der Dritten Tempel gebaut wird. Alle Geräte stehen schon fest. Da wurden ja auch schon die Priester ausgebildet. Und dass sie dann, dass das dann auch so kommen wird, dass dann auch der Antichrist sich dann offenbaren wird in Israel, also in Jerusalem, dass er sich dann in den Tempel reinsetzen wird. Ja, genau. 2. Thessalonischer 2 beschreibt eben diesen, also der Antichrist ist wirklich aufgrund des Satans, also aufgrund der Wirkung des Satans wird er ersündet. Und das ist das, was den Israelis noch bevorsteht. Die werden ja den Antichristen annehmen. Ja. Und das sagte der Herr Jesus ja auch in Johannes 5. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Das ist eine Prophezeiung auf Israel, die den Antichristen schließlich dann annehmen wird. Ja. und auf ihn heranfallen hereinfallen wird. Genau. Und das hat Israel noch vor sich als Züchtigung, als Strafe, weil sie den Herrn Jesus Christus verworfen haben und deswegen kriegen sie dann halt anstelle von Christus den Antichristus, den falschen Messias. Und der wird Israel so weit bringen, dass Gott Israel wieder zerstören muss, weil Israel eben diesen Antichristen anbeten wird. Und das hat Israel noch alles vor sich. Ja, also das Ganze wird sich doch so hoch schaukeln, dieser Krieg zwischen dem Israel und Palästinenser und den islamischen Nationen, dass das zu einem dritten Weltkrieg ausarten wird. Ja, das wird heftig werden. Das ist ja auch alles vor der Tür. Man sieht das ja auch, diese ganzen Wege, diese ganzen Unruhen in Europa, in England, was da abgeht, in Frankreich, was da abgeht. Man sieht diese ganzen Unruhen. Ja, genau. Jetzt lese ich nochmal 2. Thessalonische 2, Vers 4. Das spricht eben den Antichristen an, der sich in den dritten Tempel setzt, was du ja vorhin genannt hast. Dass der dritte Tempel in Israel aufgebaut wird. Ja. Da wird auch die Al-Aqsa-Moschee und so weiter weggetan werden. Und die islamische Welt wird natürlich in Aufruhr gesetzt und die werden dann sich zusammentun und Israel angreifen. Also 2. Thessalonische 2, Vers 4. Der sich wieder setzt, also der Sohn des Verderbens, der Antichrist und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Ja. Also der Antichrist wird sich dann in diesen dritten Tempel setzen, was bald gebaut wird in Israel und sich als Gott ausgeben. Und viele, viele Menschen werden ihn als eine Art Gottmenschen verehren. Also auch Israel. Ja, das sind alles Prophezeihungen. Vor allem der 2. Thessalonische 2 ist eben sehr prägnant, was den Antichristen betrifft. sein Kommen und auch sein Untergang. Ja. Und die, die die Bibel kennen, lieber Bruder, die, die die Bibel kennen, sind auf der sicheren Seite und alle anderen Menschen, inklusive die Muslime, werden alle, alle leider draufgehen, dem verloren gehen. Kommt einer rein, Bruder, ich hole mal jemanden dazu. Ja. Servus. Gottes Segen. Hast du eine Frage? Nein, ich würde mich nur was sagen. Hör mal zu. Ich sag mal so, all das, was gerade passiert, das ist alles schon, also schon vorgeschrieben, weißt du? Da werden wir, du und ich, alles nichts ändern können. Das heißt, alles wird oft so auftauchen müssen, also passieren, wie es die Prophezeiung war, halt damit es, wir wissen alle, wie das später enden wird, dass der, Messias, Jesus, wer auch immer, alles runterkommen wird. Und die zu das, weißt du, ich mache mir da gar keinen Kopf und das wird alles so passieren. können wir nichts ändern, egal wie lange wir demonstrieren. Ja, man soll ja auch nicht ändern. Nicht nur, dass wir mich nicht ändern können, sondern auch nicht, dass wir ändern dürfen. Wir müssen uns raushalten aus den Gottesplänen. man kann es nicht ändern. Man kann es nicht ändern. Ich sage ja, selbst wenn wir es ändern könnten, dürften wir es nicht, weil wir nicht in Gottespläne eingreifen dürfen. Ja, eben. Wir müssen uns ganz raushalten, wir sind neutral hier auf der Erde als Fremde, als Botschafter, für eine Botschaft nur, mehr nicht. So wie ein Botschafter zum Beispiel in einem fremden Land nichts zu sagen hat. Der ist nur Vertreter eines anderen Landes, einer anderen Botschaft und ist in einem grunden Land alleine gestellt und er hat da nichts zu sagen. Da ist eine Fremdling, wie ein Botschafter, in einem anderen Land eben ein Fremdling ist. So sind wir auf der Erde gestellt von Gott als Fremdling hier, damit wir eben das Evangelium verkünden zur Errettung der Menschen, damit die Menschen Errettung finden und mehr nicht und Gutes tun. Und den Herrn anzubeten, Gott anzubeten. Wir sind also Fremdbürger hier auf dieser Erde. Deswegen tun wir uns auch nicht beteiligen an den irdischen politischen Beschlüsse hier auf dieser Erde, sondern halten uns neutral und raus und lassen Gott seine Sachen machen und der Herr wird zum Ziel kommen mit allen Menschen. Ja, so sehe ich das genauso. So sehe ich das genauso. Na gut. Und wer hier anfängt, sich in die irdischen Dinge zu begeben und versuchen Gottes Pläne nach seinem Gutdünken und nach seinem verdorbenen Herzen, das verdorben ist seit dem Sündenfall, zu ändern, hier die Erde, die Welt, der spielt Gott, der will halt selber hier die Erde gestalten, nach seinem Wunsch. Das heißt, er ist nicht bewusst, dass er Gott spielt hier auf der Erde. Und so jemand ist nicht errettet. ist nicht errettet. Ja. Du hast da noch eine weitere Frage oder möchtest du noch was sagen, weil da wollte noch einer hoch, weil ich will nicht so... Alles gut. Okay. Gottes Segen, dir danke, dass du hier warst. So. Bruder Pablo, bist du noch da? Ich bin noch da, aber ich rede ernst ab 13 Uhr, dann habe ich Feierabend. Das kann ich sein. Das kann ich sein. Hallo Gottes Segen erst mal. Gottes Segen. Du hast eine Frage. Ja, aber leider ist Pavlos jetzt weggegangen. Du kannst gut sagen, ich bin noch da. Okay, ihr seid ja evangelikal, richtig? Also evangelikal-Protestantisch. Nachfolge des Herrn Jesus Christus, keine Protestanten. Keine Protestanten. Aber du sagst, okay, aber du hast ja... Warte ganz kurz. Keine Protestanten. Wir sind, wir haben mit Protestanten, mit Kirche nichts zu tun. Überhaupt nicht. Aber ihr vertretet ja schon so Dogmen wie Sola Scriptura. Ich meine, wenn hier Pavlos sich zum Beispiel... Heißt einfach nur allein die Schrift. Und allein die Schrift sollte für jeder ein Dogma automatisch sein, weil das Wort Gottes ist das einzig Wahre. Okay, Pavlos, da habe ich mal eine Frage und da bist du das letzte Mal immer ausgewichen. 13 Uhr kann ich richtig drauf antworten, aber stell ruhig deine Frage. Woher hast du ohne eine unfehlbare Kirche eine unfehlbare Autorität, um zu wissen, was zum Beispiel in die Bibel rein soll, welche Bücher zur Bibel gehören? Ich meine, es gibt ja zum Beispiel Codex Sinaticus, etc. Wo habt ihr ein objektives Kriterium, was in die Bibel reingehört und was nicht in die Bibel hineingehört? Weil der Bibelkanon ist ja... Also es gab ja kein Sola Scriptura, nur die Schrift gab es ja im Mittelalter, gab es das ja nie. Ich meine, die Leute konnten sich ja nicht mal eine Bibel oder so leisten. Es gibt auch keinen einzigen historischen Beweis für eine irgendwie kontinuierliche Kirche, die eure Dogmen vertritt, zum Beispiel im, keine Ahnung, 8. Jahrhundert oder so. Wenn ja, würde ich mich da sehr, sehr gerne über eine Quelle oder so mal freuen. Ich antworte dir 13 Uhr richtig, aber Bruder Resa kann kurz übernehmen, aber 13 Uhr kriegst du deine vollkommene Antwort. Warte noch, 8 Minuten. Bruder Resa? Bruder Resa? Ja. Achso, Bruder Resa hat gerade Abendessen. Ich meine, ohne unfehlbare Kirche kann ich ja keinen unfehlbaren Bibelkanon haben. Das ist ja... Nach 5 Minuten oder 8 Minuten, dann kann ich richtig darauf antworten. Ich antworte nur mit der Heiligen Schrift. Weil ich muss kurz meinen Haaren beenden. Gerne. Ich würde gerne wissen in der Bibel, wo was steht, was Heilige Schrift ist und was nicht, weil das gibt es nicht in der Bibel. Das kann ich nirgendwo lesen. Ich meine, im Gegenteil... Ich gehe jetzt von sagen, nur 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung und zur Rechtweise und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Aber Bruder Resa antwort in der Zeit bereits so antwort nicht richtig. Aber da hast du schon alles wohlbegenommen. Genau. Alles Schrift ist von Gott eingehaucht. Ja, aber was ist die Schrift? Wo ist euer objektives Kriterium? Wo ist euer objektives Kriterium zum Beispiel? Objektives Kriterium ist nicht ein pädophiler Priester, sondern Gott. Bitte was? Der über sein Wort war. Bitte was? Also das objektive Kriterium ist nicht ein pädophiler Priester, sondern Gott selbst. Okay, erstens, Reza, Reza, erstens, das was manche Menschen machen, das ist das freundlich und darüber muss man gar nicht diskutieren. Liebe Kriterium ist nicht ein behämmerter pädophiler Priester, sondern Gott alleine sei ruhig jetzt, sondern Gott alleine und ihr betet eben pädophile Priester an und ihr vertraut Pädophilie und wir, die wahren Kinder Gottes, vertrauen Gott. Und Gott hat seine Schrift bewahrt und nicht ein pädophiler Priester in Frauenklamotten. Okay, erster, in Fasching, in Fasching-Kostüm. Okay, erster kompletter Knockout. An der Stelle, du kannst mir immer noch kein unfehlbares Kriterium nennen. Zweitens, hast du wahrscheinlich kein Problem, wenn du einen pädophilen Priester anbetest und denen zuhörst. Nein, ich habe ja gesagt, dass wir dem Gott vertrauen und Gott wird nach Iremia 1 sein Wort bewahren. Er bewahrt sein Wort, nicht ein pädophiler Fasching-Kostüm-Priester. Okay, erstens, immer noch, du hast gar keinen Plan, wie katholische Theologie funktioniert. Du hast gerade mir vorgeworfen, wir würden Priester anbeten. Zeig mir jetzt, Resa, zeig mir jetzt, zeig mir ganz einfach, zeig mir jetzt ein Dogma, ein christliches Lehrbuch. Du kannst dir alles bedienen, wo steht, dass wir andere außer Gott anbeten können. Wenn du das kannst, dann geht der Punkt an dich, wirst du aber nicht können. Das sehe ich doch. Ich brauche keinen Schrift, ich sehe die Realität. Wenn ich durch in eine Kirche gehe, dann sehe ich einen Fasching-Typen in Kostümen, in ein Fasching-Kostüm von Karneval eingenommen. Und dann ich sehe dann auf einmal, dass die Katholiken eben diesen Priester eben anbeten und jubeln. Und das hat der Herr uns nicht zum Beispiel oder Riesa ja. Okay. Du kannst gar nicht sagen, du sagst irgendwas, was halt faktisch nicht ist. Zum Beispiel zum Beispiel ja auch da, du siehst ja auch in der katholischen Kirche, dass diese ganzen Pan-Gott verehren, Phönix aus der Asche, Jupiter. Was, was redest du da? Soll ich dir das beweisen? Ja Tom, beweis mal, wo steht, dass ich Jupiter anbeten dürfte. Komm, zeig mal. Okay, das zeige ich dir gleich. Dann werde ich dir das gleich zeigen. Und dann werden wir gleich sehen. Mach ich gleich. Ich mache gerade Essen und dann machen wir das. Machen wir. Zeige ich dir das. Okay, okay, eine andere Frage. Also ihr könnt mir immer noch, ihr habt gerade gesagt, alle Schrift ist von Gott angegeben. Ja, welche Schrift denn? Woher weiß ich, ob der Barnabasbrief woher weiß ich, dass der Barnabasbrief zum Beispiel nicht zum Bibelkanon gehört? Woher weiß ich das? Weil ich sehe, dass zum Beispiel in mehreren Übersetzungen der Heiligen Schrift, Beispiel Codex Sinaticus, sehe ich, dass der Barnabasbrief voll enthalten ist. Es gab keinen unfehlbaren Bibelkanon bis zum knappen vierten Jahrhundert und selbst danach war der noch, sag ich mal, in Teilen umstritten. Und ich habe kein objektives Kriterium. Ihr könnt mir nicht auf die ganz einfache Frage antworten, woher habe ich ein komplett objektives Kriterium, was in die Heilige Schrift gehört oder nicht? Die ganzen Briefe und so weiter waren ja damals zugänglich für alle Gemeinden. Ja, welche Briefe? Es gab danach sogar Briefe von dem Apostel Ignatius von Antiochien, der zum Beispiel gelehrt auch, dass man sein Heil verlieren kann. Funfact, Ignatius wurde von... Die sind ja nicht im Kanon drin, dass dieser heilige Ignatius von Pädophilien... Von Pädophilien? Oder der wurde von Simon Petrus wurde er zum Bischof gewählt und du sagst... Ja, natürlich, natürlich wurde er zum Bischof gewählt, von einem Pädophilien, mein Lieber, dann denke ich, die komplette katholische Finstelle ist auf. ...sexuell war und mit ihm zusammen Frauenkleider angezogen haben. Was redest du da? Er wurde von Petrus zum Bischof, zum dritten Bischof von Antiochien-Gewalt anzunehmen. Ja, vielleicht denke ich, ich habe eine Sorge war ein Pädophil-Homosexuellen Petrus, der hat zusammen eine Beziehung gehabt mit diesem Typen und ein Pädophilien... Du sagst, Petrus war homosexuell? Nein, euer Petrus. Dieser Typ, der den Antiochien-Typen eingesetzt hat in Fasching-Kostüm. Warte mal, das ist homosexuell gewesen. Nein, aber Apostel Petrus hat das nicht gemacht. Nein, 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 nein. Apostel Petrus zum Beispiel hat mit den ganzen Kindern Gottes ganz normal in ganz kleinen Häusern sich versammelt und Brot gebrochen. Du meinst den ja nicht. Du meinst einen Pädophil-Typen, der eben mit einem Ignatius zusammen homosexuelle Sachen gemacht hat. Reza, beweist mal, dass der Pädophil war. Komm. Das sieht man doch in eure ganze Tradition, Pädophilie. Das sieht man doch in jedem Tag ist das doch in der Zeitung, eure Tradition. Okay, erstens, es gibt keine Studie, kein Beweis, dass zum Beispiel... Studie, die Realität, die Realität ist die beste Studie vor deinen Augen. Okay. Dann geht es schon wieder auf die Studie. Es gibt keinen Beweis, dass zum Beispiel, wir haben solche Krankheiten, die wirst du immer finden, in allen Gesellschaftsschichten. Wenn du dir, selbst in euren total bibeltreuen Gemeinden, selbst in euren total bibeltreuen Gemeinden, Pfingstlergemeinden, im ETC hat man solche abscheulichen Dinge wie Kindermissbrauch. Was man da mit uns zu tun? Die glauben auch nur die Schrift allein, genauso wie ihr. Ja, aber die Pfingstler haben beispielsweise auch wieder beeindruckt. Die haben diese Technik zur Kinderschänderei von denen übernommen. Dass wir solche abscheulichen Dinge sehen, bei großen Menschenmengen, die zusammenkommen, da wirst du auch Leute finden, die bringen andere Leute um. Das ist abscheulich, das ist ekelhaft, darüber muss man keine Sekunde diskutieren. Jetzt sagst du, Petrus war homosexuell oder so? Nein, dieser Petrus, der Ignatius zusammenarbeitet hat. Beweiß mir das doch mal. Nee, du verwechselt der Apostel Petrus, mit diesem homosexuellen Petrus, der mit Ignatius rumgemacht hat. Nein, der auch nicht. Das sind zwei verschiedene Menschen. Reza, entweder bist du jetzt Handaufsatz, entweder bist du jetzt ehrlich und kannst du sagen, okay, ich hier beweise ich dir, der war homosexuell, der war pädophil, zeig mir, dass Petrus das war. Wegen meiner... Sieht doch, dass eure Priester alle homosexuellen und pädophilen sind. Das siehst du doch in den Nachrichten, Mensch, jeden Tag. Okay, erstens, die Nachrichten, die quatschen sehr, sehr viel, wenn der Tag lang ist. Deswegen hat euer größter Papst die Pädophilen immer versetzt, nachdem die immer aufgeflogen sind. Die stellen teilweise Sachen auch sehr verkürzt dar und man muss immer die Gesamtheit verteidigen, das ist sehr gut, das ist aus dem Heiligen Geist, du musst Kinderstände verteidigen und in ihrer Sachen gutheißen und immer die katholische Kehlte weiter stärken, dass sie immer noch an Kinder rangehen, anstatt eben mit der Wahrheit zu gehen, Buße tun und sagen, nein, warte ganz kurz, wir müssen einmal diese lustige Mütze, die einmal was dazu sagen. Ja, das ist ein Fasching-Verein, ein Karnevalsverein, die solche Fasching-Fostüme anziehen. Und da sieht man eben diesen Fischkopf, der eben Dagon darstellt, diese babylonischen Götzen. Ja, warte, der wollte doch Beweise haben, jetzt geben wir ihm Beweise. Jetzt, du wolltest das, jetzt geben wir das. Du wolltest das ja nicht anders, oder? Jetzt werden wir die Realität... Okay. Nein, wir werden dir das zeigen. Warte bitte, sei mal bitte ruhig. Wir werden dir jetzt die Realität zeigen und du gehst da jetzt drauf ein. Du wirst nicht ablenken. Du kommst jetzt nicht mit Schrift, dann komm nicht mit das an. Geh da drauf ein. Nein. Hör mal hin, nein. Geh da drauf ein, um uns auszutäuschen. Bitte nicht emotional werden. Leser, geh mal bitte drauf ein, ich muss ganz kurz schneiden. Nein. Das ist doch der Kost, das ist doch der Kost, der... Ja gut, wir haben ja sehr oft eben die Aufforderung in der Schrift, uns in einem Kasten, in einem Kasten, in einem Fasching-Kostüm aufzumachen, mit so einem... Mit so einem Kopfbedeckern, das aussieht wie ein Fischkopf, da hat der Herr uns sehr oft aufgerufen in der Schrift. Ich habe zwei Fragen gestellt, ihr konntet keine einzige Frage machen. Nein, nein, nein. Keine, du eine, bitte. Ich wette jetzt auf Hand vor. Ihr konntet... Ihr konntet... Hallo, ich möchte... Guck mal, warte. Nein, 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 du wartest jetzt bitte. Du hast mich... Nein, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, bitte. Ich will jetzt erst mal auf die Sache eingehen. Mit dem Kanon, was du ja gesagt hast, ne? Ich nehme an, du bist jetzt... Hallo, das gibt es doch gar nicht. Hallo, hörst du mich? Ja, fang an. Okay, dann, erstens, bist du erst mal römisch-katholisch oder bist du orthodox? Weil du hast einen orthodoxen Kreuz an. Okay, erstens, ist das ein orthodoxes Kreuz? Nein, es ist ein Kreuz, was sogar einen mehr biblischen Beziehung ist. Die orthodoxe Namen, das heißt einfach, bist du römisch-katholisch oder bist du orthodox? Was bist du? Es wurde damals im Konzil von Florenz... Ich gehöre zu den Dogmen der einen römisch-katholischen Kirche und es gibt... Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt geht mir eine Sekunde. Hab das kann ich auch... Was ist denn das? Nein, nein, das wollte ich nur wissen. Du brauchst keine Predigt darüber erzählen. Das geht gar nicht. Ich traue doch keine Predigt. Ich traue dir nur was. Ich muss drauf antworten. Guck mal hier, die ganzen Katholiten da oben, guck mal, was die da machen. Die beten und verehren alle die altbabylonischen Götter an. Schwachsinn. Schwachsinn, der will doch nicht auf den Bisschen. Ich traue dir auf den alten Katholischismus. Ich bring von Sachen zu Sachen. Nein, 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 nein. Du gehst jetzt darauf... Natürlich. Ihr könnt doch nicht... Wie gesagt, Pavlos, geh du erst mal auf die erste Frage an. Also, wie kann ich dich erst mal nennen? Wie heißt du erst mal? Ich möchte meinen Namen nicht sagen, weil ich Ex-Muslim bin. Ja, dann nenne ich dich, äh... Warte, Pavlos, 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 Pavlos. Reza, kannst du ganz kurz darauf eingehen oder soll ich drauf eingehen? Ich kenne die neue Audienz, Halle. Hallo, bitte. Guck mal, ihr könnt mich mal auf die einzelnen Frage. Ich zeig das. Bitte einmal, das kann... Du hast doch nicht Sappelwasser getrunken. Mein, das kann doch nicht wahr sein. Also, wir sehen hier in diesem Bild. Wie sieht dieses Bild aus für euch, Leute? Weiß nicht, ist das Spugs Bunny Corp? Was ist das? Wie sieht das aus? Das sieht aus wie ein Schlangenkopf, richtig? Wir sehen hier die Augen. Okay, ihr könnt nicht auf meine Frage antworten. Warte bitte, Antwort, hallo. Dann sehen wir hier die Tempelsäulen, zwei Stück, die aussehen wie die Zähne. Hier sehen wir den Teppich, der die Zunge ist und der Papst sitzt ganz genau hier drin. Und er redet aus dem Mund der Schlangen heraus. Das hier, was hier... Genau, der Papst ist der Mund des Satans. Genau. Und das, was ihr hier seht, ist ein Schlangentempel, ein okkulter Tempel. So, was auch die Mayas oder die anderen verwendet haben, diese okkulten Tempel. Warum sitzt der Papst denn hier drin und redet aus der Schlange aus dem Mund heraus? Wer ist denn die Schlange in der Bibel? Wer ist die Schlange, bitte? Wer ist die Schlange? Das ist der Satans Date. Wollen wir weitermachen? Komm, wir machen weiter. Komm, wir machen jetzt weiter. Ihr könnt... Was für weitermachen, ihr seid nicht mal auf die allererste Frage eingegangen und springt jetzt von Thema zu Thema, was ihr euch alles auch erklären könnt, gerne. Oder ich glaube, das meiste... Das ist ein Ex-Must-Nemal. Das ist ein Ex-Must-Nemal. Warte, warte. Guckt euch das hier an. Guckt euch das hier an, diese Mütze hier. Wischt ihr, wer hier abgebildet ist? Ihr, katholisch, wer hier ist, wer hier abgebildet ist? Das ist der Pan-Gott. Informiert euch mal. Was der Pan-Gott ist, mit Hufe und mit der Flöte. Das ist der Pan-Gott. Hier, die Katholiken verehren ihn. Es gibt auch Statuen, wo sie ihn verehren. So, sag mal bitte, warum ist der Pan-Gott da abgebildet? Warum sind diese ganzen Götter abgebildet da? Was machen diese Götter da auf dieser Mütze hier? Seht ihr das? Leute, seht ihr das? Hier ist der Pan-Gott abgebildet. Hier, selber gucken. Ihr könnt ihr selber screenshotten und selber nachforschen. Ich dachte, du wolltest doch gerade Beweise haben. Jetzt gebe ich dir Beweise. Nee, ich wollte, pass auf. Ich habe eine Frage gestellt. Und die zeigt, sei... Jetzt, Katholik, kann ich jetzt auf deine Frage eingehen? Katholik, wegen deinem Kanon. Was ist denn das? Ihr seid unten... Gerne, ich warte seit über 10 Minuten darauf. Du hast gesagt, hallo, hallo, lass mich jetzt reden. Du hast jetzt gesagt, wie können wir jetzt herausfinden, dass wir eine Bibel haben und so weiter. Wer hat das denn alles festgelegt? Erstens, müssen wir ein bisschen anschauen, dein Kanon ist nicht von der römisch-katholischen Kirche das erste Kanon, ja? Der erste Kanon ist der Tanach der Juden, das wissen wir, das komplette Alte Testament, was gegeben ist, ja? Ist der Tanach das komplette Alte Testament? Der Tanach ist der komplette Alte Testament, die 39 Bücher. Das ist Tanach und Tora mindestens. Du kennst dich ja gar nicht damit aus, ne? Tanach heißt, du weißt schon, dass das Tanach heißt, ne? Das ist hebräisch. Das heißt, um die Tora, die Zeilen und die... Ne, die Tora, die Propheten und die Schriften. Was ist mit dir los? Die Tora und der Tanach sind zwei verschiedene Dinge. Du kennst dich gar nicht mit der Tanach anscheinend aus. Danach ist komplett mit der Tore enthalten. So, jetzt hör genau zu. Also, wir wissen, dass die Juden schon den Tanach hatten, dass es älter als die römisch-katholische Kirche jemand sein wird. Und jemand den Kanon festgelegt hat. So, die römisch-katholische Kirche hat erstens das Neue Testament festgelegt, so wie wir es die ganze Zeit immer festgelegt haben, die 27 Bücher. Heißt, dein Wanderbasservangelium ist das schon mal erst mal Geschichte. Nein, ich frage aus, wo es sein wird. Nein, hör doch zu. Die römisch-katholische Kirche, hör doch zu. Das gibt's doch gar nicht. Du hast zwei Fehler jetzt schon gegangen. Erzähl keine Gelügen. Dein Kanon ist festgelegt im 5. Jahrhundert und da sind die 27 Bücher der Neuen Testament. Moment, der alte Testament haben die Bücher hinzugefügt. Das sind die Apokryphen. Jetzt habt bitte Geduld. Dein Wanderbasservangelium ist schon mal Geschichte. Ein Zotokryph hat nie Wanderbass geschrieben. Der war schon lange tot. So, dann gehen wir jetzt darauf ein, wie wir es festlegen können, in der Schrift allein. Erstmal würde ich hier repräsentieren, dass Sola Scriptura in der Schrift schon vorhanden ist. Wie? Erste Gründer 4, Vers 6. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euren Willen, damit ihr an uns lernt, in euren Denken, nicht über das hinaus zu gehen, was geschrieben steht. Damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Also, wir sollen nicht hinausgehen, was geschrieben steht. Das macht ihr sehr gerne. Ihr macht Menschengebote. Gehen wir weiter. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also, jede Schrift ist von Gott. Dann sehen wir, Johannes Evangelium 20, 30, 31. Noch viele andere zeichnet hat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also, der Herr hat nur das benutzt, was wir zum Wissen brauchen, weil es genügt. Man braucht nicht mehr Action hinzufügen. Warte, ich bin fast fertig. Okay, gerne. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15. Damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandern soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das ist die Schrift. Das Wort Gottes ist die Schrift. Wir sind die Gemeinde, also wir sind die Ekklesia, die Kirche. Kirche heißt Gemeinde und Kirche. Ekklesia, wenn du das kennen würdest. So, gehen wir weiter. Dann sehen wir, wir sind alle Priester. Es gibt keine VIP-Priester. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum und geistliche Opfer dazu bringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Erkennen wir, wir sind die Priester. Gehen wir weiter. Ich gebe dir jetzt die Tradition, beispielsweise, die Schrift, die Gemeinde und den Glaubensweg. Das ist allein ja nur die Schrift. So, dann gehen wir aber so die Kirche ein. Die hatten ja natürlich ihre Kirchenväter, ihre Kirchenpriester. Der Papst, römisch-katholische Kirche, Serikikos, Entschuldigung, Seritius. Na, der ist in 384, 399. Das ist euer erster Papst. Das ist nicht Petrus. Können wir gleich drauf eingehen. Und dann repräsentiere ich dir, dass der neue Testament von den alten Testamenten aber spricht. Aber komischerweise spricht es nie von euren Apokryphen. Wie kann es denn sein, dass eure Apokryphen von den alten Testamenten nie gegeben sind? Und lesen wir, denn der Jesus Christus hat den neuen Testament letztendlich eigentlich quasi gelegt, mit den Aposteln eigentlich, wie, indem er von den alten Schriften immer erzählt und sehen wir, dass das alles dann Richtigkeit hat. Beispiel Lukas 24, 44. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich euch geretet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was dem Gesetz Motes und den Propheten und den Zalmen von mir geschrieben steht. Weißt du, was das heißt? Der Tandach. Mose, die Tora. Propheten, die ganzen Propheten, Zalmen, die Schriften. Der Tandach hat der Jesus gesagt. Also sehen wir, da ist der Kanon älter als der römisch-katholische Kich jemand sein wird. Nur der Jesus. Lukas 24, 44. Dann lesen wir. Ich gebe dir jetzt ein paar Angangspunkte. Wo Jesus... Okay, ganz gut. Sag ich mal eine Frage. Nein. Wann auch mal antworten darauf noch? Nein. Du kannst dich drauf antworten, weil es kein Antwort gibt. Warte. Natürlich. Du hast schon zwei Fehlern in den ersten Sekunden gemacht. Was sehen wir? Alte Testament. Ich bin mal eine Antwort. Ich bin mal fraglich. Warte. Alte Testament. Gerade so im Predigermodus, du kannst da gar nicht drauf eingehen. Hab doch Geduld. Also, wir sehen, dass Jesus das alte Testament immer zitiert. Wie beispielsweise Jesaja. Offenbarung 22, 13. Sehen wir, ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Dieser Text bezieht sich auf Jesaja 44, 6. Wo Gott sich selbst als der Erste und der Letzte sich bezeichnet. Also sehen wir, Jesaja wird zitiert. Wir sehen, dass Jesaja weiterhin in Johannes 3, 16 zitiert wird. Wir sehen aber auch noch in Johannes 3, 16, dass auch Psalm 22 zitiert wird. Wir sehen aber auch, dass dann die anderen Schriften zitiert werden. Nicht nur die Zalmen. Wir haben ja auch noch die Mose, wie die Thora oder Malachi, der letzte Prophet zum Beispiel in den Alten Testament, der letzte Buch des Alten Testaments. Wir sehen, Erste Könige wird zitiert. Wir sehen dann noch weitere Schriften, die immer zitiert werden. Wir erkennen, dass der Deuteste Demenz immer die Alten Testaments zitiert. Aber nirgendswo wird eure Apokryphen zitiert. Nirgendswo. Okay, alles klar. Denny, ich habe mal eine Frage an dich. Denny. Warte, warte, warte. Der hat gerade, Entschuldigung, Bruder. Darf ich erst darauf angehen, weil er hat gerade gefühlt 15 Minuten gepredigt und ich würde mal gerne auf seine Sachen eingehen. Ich wollte nur ganz kurz eine Frage stellen an den Denny und dann bin ich weg. Ich schwöre es dir. Okay, mach. Aber der dreht sich, der hört mir ja gar nicht zu, der Denny. Dreh dich doch mal um. Ja, ich glaube, dann ist der weg. Ja. Okay, darf ich? Ich wollte diese Frage stellen, ich wollte ihn sagen, weil er steht ja so, also es hat nichts mit dem Thema zu tun. Ich wollte ihn nur fragen, weil er so bedingungslos hinter Israel steht. Wollte ich ihn fragen, was er davon hält, dass die Israeliten oder Reza, vielleicht kann Reza antworten, dass die zionistischen Israelis gestern die drittälteste Kirche der Welt bombardiert haben. Wollte ich ihn fragen, was er dazu sagt oder wie er das sieht. Sie sagen, die Kirchen sind alle von Satan, deswegen, sie sagen ja, das ist, glaube ich, jetzt nicht egal. Lass uns mal reden. Lieber Abu Majin, Israel, wenn die Menschen tötet, ist das genauso schlimm, wie wenn jetzt die Hamas Menschen tötet. Beide sind verlorene Seelen und die müssen sich zum Herrn Jesus bekehren und gerettet werden. Aber was sagt er dazu, dass sie auch eine Kirche angegriffen haben? Ja, Kirchen sind ja nicht von Gott. Kirchen sind ja nicht von Gott. Kirchen sind einfach menschengemachte Sachen, die zum Beispiel von Katholikien oder Orthodoxen aufgebaut sind. Die Gemeinde Jesu haben sich immer bescheiden in einem Raum getroffen damals, kam zusammen, haben das Brot. Das ist doch auch eine Art Gotteshaus oder nicht? Nee, völlig nicht, das ist alles derart. Warte doch mal kurz, du sprichst immer rein. Die Kirche, wenn du reingesst, lieber Abu Majin, mach du mal einfach mal einen Besuch an der Kirche, siehst du, dass es tausende Götzen da aufgestellt sind. Oh mein Gott. Und deswegen zerstört Gott eben diese Kirchen. Weil Gott hat keinen Platz zur Anbetung uns gegeben, damit wir eben Götzen aufstellen und noch schlimmer, diese Götzen anbeten und das machen eben die Katholiken und die Orthodoxen. Ja, alles gut, das dürfen wir ganz aber gut, dass wir so gut bescheiden. Darf ich jetzt mal mit, ob sie dann wieder in den Vortrag von Pablos sind. Weil einfach nur 15 Minuten Vortrag... Okay, Katholik, Katholik, kann ich dir jetzt eine Frage stellen? Warte ganz kurz, Bruder Pablos, Rieser, könnt ihr ganz kurz den Stream übernehmen? Ich gehe ganz kurz einkaufen. Kein Problem. Ja. Hier, Katholik, kann ich dir jetzt eine Frage stellen? Ich habe dir deine Fragen jetzt beantwortet. Du hast gefragt, wer hat in den Kanon festgelegt und so weiter. Du hast gefragt, ich habe geantwortet. Ich will dir jetzt eine Frage stellen, Katholik. Ist Petrus der Fels? Wenn du antwortest, nimm, dass du eigentlich keine Antwort gibst und deine Antwort total eigentlich... Was erzählst du? ...und nicht mal logisch kohärent ist, dann müssen wir eigentlich nicht weiter darauf eingehen. Komm, bitte, antwort auf meine Frage. Ist Petrus der Fels? Ja, Petrus ist der Fels. Jetzt weiß ich, was du wieder sagen willst. Nein, 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 ich nicht. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Nein, du hast selber jetzt gerade zugegeben, Petrus ist der Fels. Hallo, warte doch. Du sagst, Petrus ist der Fels. Nein, nein, du widersprichst der Bibel. Was steht denn in Psalm 18, Vers 32? Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Also nennst du gerade Petrus Gott? Junge, was ist das? Du hältst einen 15 Minuten Vortrag. Man kann nicht mal darauf eingehen. Und jetzt willst du mich auf eine Sache festlegen. Was habe ich dir gerade gefragt? Petrus der Fels, du sagst ein klares Ja. Ich antworte dir mit der Bibelzahme 18, Vers 32. Wer ist der Fels außer Gott? Also, was sagst du dazu? Ich kenne diesen Psalm. Ja, was sagst du dazu? Antworten, nicht ablenken, nicht schämen. Antworten. Ich schäme mich nicht dafür. Ja, dann antworte. Erstens, ich würde gerne auf deinen 15 Minuten Vortrag antworten. Das gibt es doch gar nicht. Du hast keine Antwort, ist okay. Dann antworte dir gerne darauf. Was ist denn das? Ich will gerne auf deine falschen Sachen, die du hier gerade gesagt hast, das will ich dir gerne antworten. Nein, ich habe die Bibelzettel. Nennst du die Bibelzettel, hör doch zu. Und du hast mich gefallen, ich habe geantwortet. Jetzt bitte antworte jetzt auf Zeit, Vers 32. Jetzt mal ohne Witz. Du hältst einen 15 Minuten Monolog, Pavlos. Ich will dir gerne darauf antworten. Ich habe dich 10 Minuten alleine komplett reden lassen, weil ich ganzheitlich konnte. Also, jetzt habe ich darauf geantwortet. Du hast ja eine Sache nach der anderen gestellt. Ich will dir gerne auf deinen 15 Minuten Vortrag antworten und danach gehe ich auch sehr, sehr gerne auf deine Frage ein. Geh doch jetzt bitte darauf ein. Nein, wir können erst deinen 15 Minuten Monolog eingehen, weil sonst, du hast 3000 Punkte in deinen 15 Minuten Monolog gehabt, die ich gerne alle einzeln durchführen würde. Ich habe 15 Minuten geredet, ich habe 5 Minuten geredet, wenn überhaupt. Du hast 10 Minuten geredet. Also erzähl jetzt keinen Fall. Ich habe 15 Minuten geredet. Junge, ich glaube, du brauchst mal eine Uhr, ohne Witz. Das ist nicht böse. 12 vor 50 kamst du hier hoch, hast angefangen, deinen Mist hier weiterzugeben. Und ich habe gesagt, ich komme ja gleich. Und dann hast du den ganzen Tag geredet, getan, gemacht. Und jetzt bin ich hier und habe geantwortet. Jetzt antworte ich auf meine Frage. Du hast gesagt, Petrus ist der Fels. Psalm 1832 widerspricht aber deine Aussage. Was ist los? Warum sprichst du in der Bibel? Warum spricht die katholische Kirche in der Bibel? Ganz ruhig. Meine Frage war, Pavlos, immer noch. Warum? Du hast kein unfehlbares Kriterium, was zum Beispiel ins Neue Testament kommt, ja oder nein. Deine Begründung dafür war gerade, dass die katholische Kirche das festgelegt hat. Das war literally deine Begründung. Und dann war deine Begründung, ja, bei den Katholiken ist ja der Barnabasbrief zum Beispiel auch nicht drin. Das war deine Begründung gerade, woher du weißt, du sagst, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Amen, stehen wir zu. Aber woher weißt du denn, was Schrift ist oder was nicht Schrift ist? Du hast kein objektives Maßstab. Du hast keinen objektiven Maßstab, woher du weißt, was in die Schrift gehört oder nicht. Und darauf, worauf du dich stützt, ist das, was die Katholiken zum Beispiel im Neuen Testament haben, weil das deine Reformatoren haben sie übernommen. Jetzt frage ich dich nochmal, nenn mir ein objektives Kriterium. ein objektives Kriterium. Deiner Ekklesia, deiner Kirche. Und ich frage dich wieder die gleiche Frage. Ja, jetzt muss ich antworten. Wenn ich darauf antworte, will ich, dass du meine Fragen beantworte. Ist das ein Deal? Okay. So. Also, ich antworte dir jetzt auch. Dann warte jetzt bitte und sei jetzt ruhig. So. Ich antworte jetzt auch. Da geht dir geschrieben. Prüft alles. Hör doch hier zu. Prüft alles und behaltet das gut. Er steht geschrieben. Also, wir sind verpflichtet zu prüfen. Bedeutet, wenn eine apostolische Überlieferung, eine mündliche Überlieferung, die gegeben ist, eine Tradition, die aber nicht einstimmig ist mit das Wort Gottes der Schrift, was hat das dann? Woher weißt du, was die Schrift ist? Dann hör doch zu. Guck mal, unterbrich mich doch nicht. Habe ich dich jetzt gerade unterbrochen? Du antwortest aber nicht auf die Frage. Warte. Also, was heißt das dann? Das bedeutet, mit anderen Worten, es ist dann nicht mehr das Wort Gottes. Weil, wenn eine Überlieferung nicht einstimmig mit der Schrift ist, geht es ja nicht. Das geht ja nicht. Wir können ja nicht zwei verschiedene Lehren haben. Wir haben ja nur eine Lehre, das Wort Gottes. Bedeutet, wir prüfen und wir sehen. Das Neue Testament hat die römisch-katholische Kirche ja festgelegt. Warum? Weil das Neue Testament schon ganz weit festgelegt war, weil die Korinther-Gemeinden, Epheser-Gemeinde und so weiter, also die ganze Gemeinde, die in Neue Testament ja auch stehen, die Briefe an die, die gesendet worden sind, die ja die Schrift bekommen haben. Diese Christen haben ja geprüft, haben ja gesehen, die haben das Mündliche bekommen und das Schriftliche. Aber das Mündliche war einstimmig mit das Schriftliche. Weil sonst widerspricht sich doch Gott. Ein Widerspruch darf es nicht sein. Beispiel, ein Widerspruch, Babytaufe. Das Babytaufe ist unbiblisch. Gibt es nicht, wird es auch nie geben. Voraussetzung der Taufe, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Hört zu, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Das ist die Voraussetzung. Man muss erst Buße tun, umkehren, Sündenabgabe. Das kann ein Baby nicht. Kein Baby steht auf und sagt, ich bezeuge, dass Jesus Christus Gott ist und ich meine Sünden abgebe. Er hat nie ein Baby gemacht. Also erzähl kein Quatsch. Und wir können gleich auf jeden einzelnen Widerspruch reingehen. Ist kein Problem für mich. Aber ich gebe dir jetzt nur ein, dass du siehst, ich prüfe. Und so haben die Christen auch geprüft. Und haben dann die römisch-katholische Kirche sowieso verworfen. Denn die römisch-katholische Kirche kam ja 500 Jahre später. Und hat da das ja festgelegt. Und dann beruht die sich noch auf die Aussage, dass Petrus der Fels ist. Jetzt bitte auf mich antworten. Du sagst, dass Petrus ist der Fels. Psalm 18, 23. Nein, jetzt antwortest du mir. Ich habe dir geantwortet. Psalm 18, 23. Das gibt es doch gar nicht. Psalm 18, 32. Pavlos, Pavlos, war gerade deine Antwort auf meine Frage, was der Kanon der Bibel ist, war deine Antwort darauf, da steht, behaltet das Gute. Und deswegen haben die Leute geprüft. Und deswegen wussten die, was in der Schrift steht. Nach dieser Argumentation von dir. Weil die geprüft haben. Weil die doch sehen, die hatten doch die ganzen Gemeinden, hatten doch die Schriften gehabt, das mögliche und das Schriftliche. Die konnten sofort unterscheiden, was richtig und falsch ist. Okay, aber warum habe ich denn ganz viele Kodexe zum Beispiel? Hast du ja Kovac-Programm mit dem, was ich Kodexe? Lass mich doch mal bitte ausreden. Nein, du erzähl doch kein Quatsch. Antwort jetzt auf meine Frage. Ich erzähle keinen Quatsch. Jeder kann einfach hier nachgoogeln. Kodex Sinaticus zum Beispiel. Da waren teilweise auch teilweise... Nein, der beruht sich auf eine einzige Sache. Ich habe über 300.000 Manuskripte. Der beruht sich auf eine Sache. Du hast kein... Nenn mir doch bitte einfach ein objektives Argument, woran du daraus festmachen kannst. Kannst du nicht. Das ist doch nicht normal. Was erzählst du da für ein Quatsch? Ich antworte dir. Die Antwort gefällt dir nicht. Wir sehen anhand der Schrift... Wenn es doch einen Widerspruch gibt, ist es nicht mal das Wort Gottes. Warum ist Babytaufe in der römisch-katholischen Kirche? Wieso widerspricht sich das der Bibel? Was ist da passiert? Pavlos, nach dieser Argumentation... Nach dieser Argumentation könnte ich zum Beispiel jetzt einen Brief schreiben. Könnte in der Bibel hinzufügen. Kann sagen, es ist ja kein Widerspruch zu der Schrift. Du hast gerade gesagt, das ist... Was erzählst du da für ein Quatsch? Komm, erzähl mal jetzt keine Lügen. Wo steht Babytaufe in der Bibel? Wo steht Babytaufe in der Bibel? Zum Beispiel. In meinem Bibelfers. Wir müssten erst mal... Geht mir ein Bibelfers. Ich muss erst mal... Geht mir ein Bibelfers. Nach der Argumentation kann ich auch ganz viele andere Sachen... Sag mir ein Bibelfers, wo nur steht... Daran merkt man, dass du keine Ahnung hast. Daran merkt man, dass deine Kirche auf nichts beruht ist. Was geht denn? Siehst du, wie du nicht antworten kannst? Siehst du, wie du direkt Mundtrupp bist? Wenn ich schon nach einem Bibelfers fragen, wo Babytaufe geht, schon ist das Schweigen da. Siehst du, daran erkennen wir was Richtiges und Falsches. Prüfen nennt sich das. Okay. Darf ich darauf antworten? Also können gerne jetzt... Weißt du, ganz ehrlich, meinst du, du willst mir antworten? Ich habe mir einen Kardinal geredet. Der ist trotzdem mal höher als du. Der ist eine Stufe vor Papst. Ich werde der der nächste Papst. Dann kannst du ihn anbeten. Dann sehen wir, er hat mir sogar geantwortet. Weißt du, was er sagte? Es gibt kein Bibelfers. Erstens. Wir können gerne das Thema Bibeltaufe durchgehen. Ja, antworten bitte. Das Problem ist... Bibelfers, ich höre. Lass. Erstens. Das ist schon der erste Fehler, lieber Markus. Ich höre. Das ist unmöglich, ehrlich. Ich höre. Ja, dann hören wir doch mal bitte zu und versuche das mal zu verstehen. Ich schlage auf. Gleich geht das. So. Erstens. Wo müssen... Woher können wir wissen? Woher wissen wir, dass alles in der Schrift steht? Wo ist der Bibelferser, Babytaufe? Antworten. Nicht ein Muslim sein. Antworten. Ich... Du... Pass auf, Pavlos. Du sagst gerade, ich soll nicht wie ein Muslim sein. Dabei bist du... Bitte antworten. Wie eine muslimische Theologie. Bibelfers, Babytaufe. Ich kann nicht mal einen Satz ausreden. Ehrlich. Ich kann nicht mal einen Satz ausreden. Was ist das? Ehrlich. Es ist unmöglich, mit euch irgendwie einen Dialog zu führen. Ich stelle dir eine Frage, du antwortest dich. Was ist da los? Ich gehe gerne auf dein Thema. Oder redet. Antwortet er mir? Ich versuche es jetzt ein letztes Mal. Wenn ich jetzt direkt wieder unterbrocken werde, verlasse ich den Stream. Okay, dann sage ich dir jetzt die Frage genauer. Gib mir bitte ein Bibelfers, wo drinne steht, wie sollen die Babys taufen. Gib mir jetzt diesen Bibelfers. Ich höre. Ich will jetzt aufschlagen. Ich will jetzt nur die Quelle. Okay. Fangen wir ganz vorne an und bauen wir das Thema Babytauf aus. Gerne gehe ich dann auch auf deine Frage ein. Wo steht ein Bibelfers? Du gehst doch jetzt auf einen. Junge. Guck mal, wie du merkst. Du hast keine Antwort. Merkst du das gar nicht? Doch, aber du, ich bin einen halben Satz unterbrochen. Du bist mein kleiner, so ein Süßer, ey. Du gibst mir doch gar keinen Bibelfers. Gib mir doch jetzt einen Vers, ich will doch die Quelle. Und dann bin ich ruhig. Was soll der denn geben? Der hat keinen Bibelfers. Lass mich doch mal bitte ausreden. Was ist denn da? Ich lasse mich doch ausreden. Aber du antwortest mir gar nicht. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Und erzähl wieder eine halbe Stunde Blödsinn. Ich kenne Hamdi, aber es ist halt ehrlich, richtig schwer mit euch einen Dialog zu finden. Nein, der Bruder hat mir einen Pferd verlangt. Mit der Babytaufel. Du gibst keinen Pferd. Ich gebe euch gerne auch einen Pferd. Ich will den Pferd jetzt hören, bitte. Ich höre mich irgendwie total doppelt bei dem. Keine Ahnung. Ich will den Pferd jetzt hören, bitte. Boah, ich höre unbedingt. Das reicht nicht. Boah, was ist das? Ich höre unbedingt. So, jetzt geht es einigermaßen. Okay, bitte eine Quelle. Ich warte. Ich höre die Bibel auch. Erst. Was ist das denn? Melena, kannst du kurz rum, bitte? Boah, es geht ab, wer hat da irgendwelche Kinder bei euch geschlachtet? Bei euren... Melena? Ich höre ehrlich. Danke. Was zum Teufel das auch immer war. Keine Ahnung. Das macht mir Angst. Okay, Pferd, ich warte. Wenn du ein Thema ansprichst, muss man das komplett analysieren. Auch mit der Bibel, auch mit der apostolischen Tradition, auch mit der Tradition. Kann mit der Bibel bezahlen. So, erstens. Wir haben in der Bibel... Also du sagst jetzt, Bibel-Taufe muss, das darf nicht sein. Warum haben es dann die ersten Christen gemacht? Das ist schon mal der erste Punkt. Zweiter Punkt. Oh, gib mir ein Bibel-Fers. Ich komme gleich auch zur Bibel. Nein, komm doch jetzt dazu. Lass mich bitte einfach ausreden, dann komme ich auch gerne zu deinem Ding. Das erste Teil, was wir sehen im Alten Testament, weil du sagst ja auch, die Taufe ist die Beschneidung des Herzens. Richtig? Die Taufe ist die... Nein. Dein Glaube ist die Beschneidung des Herzens. Okay, dann die Taufe ist die gleiche Widergeburt. Aber jetzt beantworte mir. Lenk nicht ab. Gib mir jetzt ein Bibel-Fers. Mach jetzt kein Quatsch hier. Junge, es ist unmöglich mit teilweise... Es ist unmöglich mit dir, sondern du antwortest gar nicht. Das ist doch Katastrophe. Doch, ich versuche dir zu antworten. Manche Themen sind nur etwas komplexer. Wenn du zum Beispiel sagst direkt... Wie komplexer? Gib mir doch ein Bibel-Fers. Sag es dem Menschen ins Gesicht. Es gibt kein Bibel-Fers. Wir machen so. Wenn du dem Menschen sagst, es gibt kein Bibel-Fers, wie die Baby-Taufe, dann kannst du reden. Was das Name des Neuen Testamentes ist. Also, ich könnte genauso sagen... Nein, nein, nein. Sag dem Menschen bitte, die ganzen Zuschauern, es gibt kein Bibel-Fers, wie die Baby-Taufe. Der Kardinal war ehrlich. Der hat mir ins Gesicht gesagt, es gibt kein Bibel-Fers. Sei du jetzt bitte auch ehrlich. Sag es, dann kannst du reden. Dann kannst du deine komischen Traditionen rüberbringen. Bitte sag aber den ganzen Zuschauern, es gibt kein Bibel-Fers, wo drin steht Baby-Taufe. Erstens, es gibt auch keinen Bibel-Fers, wo drin steht, die und die und die Bücher gehören zum Neuen Testament. Mann, ey. Beantworte doch, du bist ja wie ein Muschel im Wahnsinn. Beantworte doch, sag es jetzt den Menschen, es gibt kein Bibel-Fers für die Baby-Taufe. Sag es, entschämt dich nicht. Es gibt keinen Bibel-Fers, wo genau drin steht, Babys müssen getauft werden. Das sagt auch niemand, dass Babys getauft werden müssen. Das sagen wir auch nicht. Es ist ein Mysterium. Es ist eine geistliche Wiedergeburt. Die Taufe ist die Wiedergeburt. Selbst euer Reformator Luther, den ihr ja jetzt alle ablehnen werdet, und den werdet ihr sagen, damit haben wir nichts mit uns zu tun. Lass mich doch mal bitte aus... Was ist denn... Du kannst doch nicht Luther zitieren, wenn er nichts mit uns zu tun hat. Luther sagt aber genauso Sola Scriptura wie ihr. Und jetzt sehen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, ich meine, es war in der Apostelgeschichte, du müsstest jetzt nur mal in Ruhe rausschauen, finden wir zum Beispiel, dass ganze Familien auch getauft werden. Und damals war es vor allem so, dass... Da steht ein ganzes Familie, da steht ein ganzes Haus. Steht, heißt Haus, heißt Haus Babys oder heißt Haus, Leute, die das von Gottes angenommen haben. Apostel, nein, antworten. Apostelgeschichte 2, 38 steht drin, eine Voraussetzung der Taufe ist Bußetuung. Kann ein Baby Bußetun? Nein, kann es nicht. Also kannst du nicht mit dem Argument ankommen, ein Haus wurde getauft. Also jetzt ist dein Argument schon mal widerlegt. Antworten wir jetzt neu drauf. Okay. Erstens, dort in diesem einen Vers, den du zitierst, geht es darum, dass jemand zu den Menschen spricht und sagt, die, die glauben, lassen sich taufen. So. Und natürlich sagen wir, wenn ich mit Erwachsenen spreche und ich sage, ey, glaubst du, hast Katechesenunterricht gemacht, etc., dann lasse dich taufen. So was kannst du zu einem Baby per se nicht sagen, weil es noch nicht reden kann. So. Die Taufe ist ein Mysterium. Siehst du eine Woche der Geburt verhoben? Junge. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich kann nicht mal zwei... Entschuldigung. Es tut mir wirklich echt leid. Ich habe so oft versucht, jetzt hier ganz normal zu reden, aber ich werde immer wieder unterbrochen. Das ist ehrlich. Unmöglich. Du antwortest gar nicht für meine Fragen. Wo ist jetzt der Sinn? Wir haben jetzt kein Babyfest der Taufe. Also vom Babytaufe. Okay. Wo steht das alles in der Babytaufe? Nein, dann sag mir den Sinn dahinter. Kriegt man den Heiligen Geist durch die Taufe? Okay. Erstens. Wenn wir den Heiligen Geist nehmen nach euren Sola Scriptura, glaube, da müssten wir sogar die Hände auflegen. Nein. Nee? Steht das nicht in der Bibel? Nein. Nein, die Hände aufnehmen war eine... Hör doch zu. Du hast es gefragt. Ich antworte. Also, die Händeauflegung ist ein Zeichen dafür, dass es einer ist, den akzeptieren, den nehmen wir auf. Wie die Samaria zum Beispiel, die Samariter. Die Juden haben die Samariter gehasst. Und man musste damit einmal die Hand auflegen, damit die Menschen erkennen, das sind auch Menschen, die dürfen wir nicht ablehnen. Das ist ein Zeichen der Identifikationsscannung, nennt sich das quasi, dass wir sehen, der ist einer von uns. Er ist nicht, den man ablehnen soll. Jeder Mensch ist gleich wert. Ob Griech oder Jude, die Schrift kennst du ja. Macht ihr das auch so alle eigentlich dann in euren Evangelischen? Das ist ja nicht nötig, die Hand aufzudringen, weil erstens, wir sind nicht mehr in der Zeit, wo ein Mensch den anderen Menschen hasst, aufgrund seines Landes und so weiter. Und dann wegen des Wortes was ganz anderes ist. Das war die Zeit mehr mit den Samariter und den Juden. Da war es mehr in Nöten. Okay. Wenn du jetzt aber sagst, das ist so, und du hast ja gerade auch... Aber jetzt gibt es eine Frage abgewichen. Hier steht, du bist eine Frage abgewichen. Kriegt man durch die Taufe den Heiligen Geist? Bitte antworten. Boah, da bin ich jetzt gerade überfragt, was das angeht. Muss ich passen an der Stelle. Müssen ich jetzt nochmal recherchieren. Ja, warum tauft ihr an Babys? Weiß ich gerade. Entschuldigung, Pavlos, ich bin auch nicht allwissen. Warum gehst du dann ein Gespräch an, wenn du nicht mal Ahnung davon hast? Warum tauft ihr ein Baby? Weil die Taufe die geistliche Wiedergeburt ist. Immer noch. Also Wiedergeburt bedeutet Empfängnis den Heiligen Geistes. Also heißt das, ihr tauft, weil man durch die Taufe den Heiligen Geist bekommt. Ist das richtig oder sehe ich das gerade falsch? Es tut mir leid, in dem Punkt bin ich gerade nicht allwissen. Und ich will nichts Falsches sagen. Die römisch-katholische Kirche sagt ja selbst, dass man durch die Taufe den Heiligen Geist empfängt. Deswegen tauft ihr ja auch Babys. Aufgrund der Erbssünde, damit die Taufe ist, dann bereinigt die Sünde. Das ist die römisch-katholische Kirche. Da muss ich dich ja damit jetzt belehren, weil du es ja nicht weißt. Also Pavlos, Pavlos, warte mal. Nein, das ist der Hintergrund. Wenn mir Reza gerade sagt, dass Petrus Pädophil war und Ignatius... Mann, das ist doch nicht mehr... Lenk doch jetzt nicht ab. Nein, Bruder, Reza, warte mal. Lenk doch jetzt nicht ab. Lenk doch jetzt nicht auf Reza ab, bitte. Wachtturm. Die glauben an den Wachtturm. Die müssen an das tun, was der Wachtturm sagt. Erzähl kein Quatsch, du kennst dich gar nicht damit aus. Doch, ich habe zwei PDFs über Wiederlegung und mit Zeugen Jehovas geschrieben. Ja, schon, da weißt du, dass der Wachtturm eine große Bedeutung hat und über das Wort Gottes schon steht. Okay. Ja, jetzt weiter in den Text. Katholische Kirche. So, über was... Warte, warte, warte. Warte, nein, 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 nein. Was kennst du eigentlich von der römisch-katholische Kirche? Nein, nein, machen wir anders. Nein, 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 wir machen das anders. Du kennst dich nur mit der Taufe aus. Wir gehen von der Taufe weg. Du hast keine Ahnung von. Geh mir doch zu Fakten, die wir doch sehen. Was ist mit dem Papst? Wie nennt er sich? Ich bin Italiener. Du brauchst mir nicht Zweischützer erzählen. Warum gibt er sich den Ehrentitel Vater? Oder die ganzen Priester, die man sagt, Vater oder Padre. Warum? Okay. Es steht in der... Okay. Du hast jetzt zwei neue Themen aufgemacht. Nein, Taufe hast du keine Ahnung. Du hast es zugegeben. Neues Thema und da bleiben wir. Nein, du hast drei neue Themen jetzt aufgemacht. Bei Taufe habe ich gesagt... Pavlovs. Bei Taufe habe ich gesagt, muss ich mich mehr mit reinlesen. Ich will nichts Falsches sagen. So. Dann hast du das Thema Maria vorhin kurz schnell aufgegriffen. Ohne mich irgendwie dazu... Irgendwas... Du hast ganz schnell in zwei Sätzen abgehakt. Maria, können wir gleich spannen. Nehme doch lieber, was wir jetzt sehen, damit wir Fakten haben. Damit die Leute doch sehen. Das ist unnützlich. So, jetzt machst du das Thema Padre, ne? Vater. Willst du darauf eingehen, warum wir den Papst Vater nennen dürfen? Ja, bitte. Und die Priester. Und dann haben wir noch das Thema Zeugen Jehovas. Mann, Zeugen Jehovas sind keine... Das habe ich als Dings genommen bei du nicht. Ich kann nicht mal zwei Sätze sagen, Leute. Kannst du bitte bei einem Thema bleiben? Vater, antworten. Warum? Was? Welches Thema? Welches Thema von den... Warum nennt er sich Vater? Lenk mich ab. Ich lenke ab? Junge, du hast vier Themen. Ich möchte gerne auf jedes Einzelne. Bis auf Taufe, da habe ich gesagt, da muss ich mich mehr mit reinlesen. Ja, du hast keine Ahnung von Taufe. Jetzt ist der Thema Vater. Welches Thema davor? Darf ich noch davor das Thema mal... Nein, wir haben jetzt keine Ahnung. Wir haben Vater als Thema. Wachtturm, darf ich das... Okay. Was, Junge, jetzt ist schon Jehovas. Die habe ich dir nur als Beispiel genommen, weil du ja meintest, Protestanten kommen zur Kirche. Und was haben Protestanten mit uns zu tun? Da habe ich dir gesagt, Zeugen Jehovas kommen jetzt auch zu uns. Haben wir jetzt die katholische Kirche gelegt? Nein. Weil die nichts damit zu tun haben. Zeugen Jehovas... Das war ein Beispiel von deinem dummes Argument, den du gegeben hast. Dein Strohmann-Argument. Jetzt bitte antwortet, jetzt Vater. Es ist kein Strohmann-Argument, weil Zeugen Jehovas, wie zum Beispiel auch... Es hat keinen Sinn, mit denen zu reden. Das hat keinen Sinn. Ich könnte mit einer Wand einen Dialog führen. Das wäre, glaube ich, sinnvoller. Das ist ein Mensch, lieber Bruder, der eben dem Menschen mehr vertraut als Gott. Deswegen sagt er, ihr habt keinen objektiven Maßstab, nur die Schrift. Ihr habt keinen objektiven Maßstab, weil ihr nicht mal wisst, was in das Neue Testament fest reingehört. Verstehst du? Nicht Gott legt da sein Wort fest. Nach Jeremia 1, Vers 12. Gott wacht über sein Wort, steht ja da, aber das ist dem ja scheißegal, unserer Kirche. Sondern Menschen mit Kaftane und Fasching-Kostüme, die so nach professionellen Christen aussehen, mit ihren Kostümen, die müssen wir vertrauen, dass die die Wort Gottes bewahren und zusammenstellen. Nicht Gott selber. Sondern so irgendwelche Menschen mit Kaftane. Reza, haben damals zum Beispiel die ersten Christen, haben sie auch das Thomas Kind, äh, nicht Thomas Kind, haben die zum Beispiel auch das Thomas-Evangelium gelesen? Haben sie damals auch zum Beispiel das Thomas-Evangelium gelesen? Haben die ersten Christen damals das auch gelesen, Reza? Ja oder nein? Nein, weil es Thomas-Evangelium viel später gekommen ist. Die Schriftung sind von der katholischen Kirche übernommen worden, weil sie eben nicht den Heiligen Geist haben. Okay, also damals die ersten Christen, die haben nicht Banabas-Evangelium gelesen. Nein, nein. Das haben sie gar nicht gelesen? Nein, weil es gar nicht existiert. Es ist ein Pseudogryf. Wann ist Banabas gestorben? Wann ist Thomas gestorben? Dann guckst du, wann Thomas-Evangelium entstanden ist und wann guckst du, wann Dings entstanden ist. Wie nennt sich das? Banabas-Evangelium entstanden. Das sind Menschen unter falschen Namen. Ich habe nicht Banabas-Evangelium gesprochen. Ich habe nicht Banabas-Evangelium eingenommen. Erzähl mal jetzt kein Quatsch, bist du gegen deine eigene Kirche oder wie? Ich habe nicht mal über das Banabas-Evangelium gesprochen. Ich habe über den Banabas-Evangelium gesprochen. Hast du die noch anabas? Erzählst du da. Du hast doch gerade gesagt, Banabas-Evangelium. Ich kann uns mal einen Satz ausreden. Das ist doch unglaublich. Ehrlich. Ich habe nicht mal über das Banabas-Evangelium gesprochen. Ich habe über den Banabas-Brief gesprochen. Und ich habe gesagt, dass dieser Brief von den ersten Kirchen gelesen worden ist. In manchen Kodexen. Der Brief ist genauso eine Toilette, die ich da jeden Tag besuche. Es ist nicht das Wort Gottes. Woher willst du denn wissen? Woher willst du wissen, dass das Banabas-Brief das Wort Gottes ist? Es ist nicht mal in deinem Kanon drin. Also bist du gegen deine Kirche. Ja, okay. Nein, nein. Erstens, ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, warum es nicht in der Bibel ist. Ganz einfach, weil die Kirche es dogmatisch gesagt hat. Weil die Kirche ist nach 1. Timotheus 3, Vers 15, ist sie Säule und Fundament der Wahrheit. So, jetzt nenne dir bitte die Kirche. Die katholische Kirche. Die katholische Kirche. Die eine Kirche, die auf die Apostel zurückgeht. Wenn ich, wenn ich, Reza, wenn ich einer Kirche oder wenn ich einer Religion beitreten möchte, dann schaue ich, was haben die eine Sukzession, wo haben die eine Rückführung deren Lehren bis an die Apostel und deren Nachfolger. So. Und ich sehe, es tut mir leid, Reza, und das sehe ich auch bei euch, Pavlos. Welche Kirche? Zum Beispiel die Korinther, wo sie sich versammelt haben. Haben sie sich dann auch mit Papst Benedikt zusammengetan und haben dann diese Fasching-Kostüme getragen? Reza, du weißt doch, Hand aufs Herz, du weißt doch, dass Papst Benedikt nicht zu der Zeit der Gemeinde in Korinth gelegt hat. Das ist richtig. Welcher Papst war mit den Korinther Gemeinden zusammen? Welcher Papst und Katholik war mit den Korinthern zusammen in der Gemeinde? Was meinst du mit Kirche? Weißt du, wann eure Kirchen entstanden sind? Der Bruder Pavlos hat es schon gesagt, aber das geht ja nicht in deinen Schädel rein, weil du nie zuhörst. Doch, ich habe die ganze Zeit zugehört, er hat teilweise in 15 Minuten Vortrag oder 10 Minuten Vortrag. Und wann wurde die katholische Kirche, wann wurde die katholische Kirche sozusagen? Wollen wir sie entstanden? In welchem Jahr um das? 33 nach Christus. 33 nach Christus. Also wurde der Herr Jesus aufgestanden, aufgestanden ist, da ist die katholische Kirche entstanden. Amen. Mit dem Petersdom und mit dem Papst. Der Petersdom meint das ernst. Der meint das ernst. Frag mal Doktor Google, bitte. Dann hast du gesagt, fragt Doktor Google. Also die katholische Kirche war dann nach 33 in Rom aufgestellt. Also eine Kirche mit so Heiligtümer drin. Mit so Götzen. Okay, nein, definitiv nicht. Also Reza, ich weiß nicht, was diese Fragen sollen, weil du weißt selber, wann ist die römisch-katholische Kirche entstanden? Du sagst 33 nach Christus, ne? Ja. Richtig? Okay. Und warum reicht Doktor Google? Warum ist im 5. Jahrhundert entstanden? Was ist da passiert? Was für 5. Jahrhundert? Wovon redest du? 5. Jahrhundert nach Christus ist die römisch-katholische Kirche entstanden. 5. Jahrhundert? Da kannst du jeden Geschehen sogar fragen. 5. Jahrhundert? 5. Jahrhundert. 500. 500. 5. Jahrhundert. 5. Jahrhundert. 5. Jahrhundert. 5. Jahrhundert. 5. Jahrhundert. Wenn man es genauer nimmt. Jetzt hören wir mal gut zu. Gab es davor schon Christen, die sich auch katholisch genannt haben? Nein. Es gab Menschen, die sich universal... Hallo, hallo. Hör zu. Es gab Menschen, die nannten sich universal, aber die echten Christen sind Apostelgeschichte 2, die ersten Christen, wo der Heilige Geist gekommen ist und dann ausgegossen ist im Pfingsten. Da ist der die ersten Christen. Wie nannten die sich? Christen, nicht Katholiken. Genau, Paulus, richtig. Genau. Ich bin ja auch ein Christ. Das ist ja per se auch gar kein... Du bist Katholik. Du bist ein Römisch-Katholik. Du bist nicht Christ. Ich bin kein Christ. Ich folge aber Jesus Christus. Du bist römisch-Katholisch. Ich befolge aber Jesus Christus und ich würde sogar für den Heiland sterben, wenn man meinen... Warte, 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 warte. Pfingstler befolgen auch einfach den Herrn Jesus Christus. Orthodoxen auch den Herrn Jesus Christus. Heißt das nur, dass das jetzt die Wahrheit ist? Okay. Pfingstler glauben auch nur die Schrift. Protestanten glauben auch... Mann, das sind Charismatiker, die zappeln auf dem Boden und haben ein bisschen Schaum im Mund. Sowas kann man nicht ernst nehmen. Also... Römisch-Katholisch. Ja, der Name sagt er schon. Ja, okay. Okay, erstens, es heißt katholisch und römisch, der Zusatz bedeutet, das sehen wir auch, das sehen wir in den ersten Jahren auch, dass Irenaeus von Lyon sagt das schon und das ist 150 nach Christus, sagt er, dass, was wahre Tradition ist, in dem dritten Kapitel sagt er das, ist, dass die Kirchen mit der römischen Kirche übereinstimmen müssen, weil in ihr die apostolische Tradition und Sukzession gewahrt worden ist. Das sagt Irenaeus von Lyon schon 150 nach Christus. Und dass die Römer Jesus gekreuzigt haben auch. Was? Und dass die Römer Jesus gekreuzigt haben, sagen die auch. Was haben jetzt das einzelne Verhalten von einzelnen Menschen oder von damals Heiden, was haben die jetzt mit dem Glauben zu tun? Schau, ich kann dir immer was. Willst du gerade sagen, Heiden könnte ich jetzt mit dem Glauben zu tun haben? Wir sind doch die Heiden. Das habe ich doch gar nicht gesagt, Pavlos. Das legst du mir da gerade in den Mund. Okay, nein, nein. Da wollte ich ja nur nachfragen. Aber du beruhst dich doch gerne auf Thomas' Evangelium, richtig? Nein, ich habe dir immer noch... Ich glaube, du verstehst gar nicht den Punkt, den ich meine. Nein, du magst doch den Thomas' Evangelium oder nicht. Du akzeptierst den aber oder nicht. Nein, ich kann das lesen. Ich kann da manche Dinge, vielleicht auch Weisheit oder so rausziehen. Ich kann da Sachen... Okay, welche Weisheit sehe ich bei Lord John 114, der letzte Kapitel von Thomas' Evangelium, wo steht, Jesus sprach, seht, ich werde sie führen, um sie männlich zu machen, dass auch sie ein lebendiger Geist wird, der euch Männer gleicht. Denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Königreich des Himmels eingehen. Also da steht in der Thomas' Evangelium, steht eine Frau, eine Frau muss ein Mann werden und in den Paradies gehen. Hörst du mir überhaupt zu? Hörst du mir überhaupt zu? Wie kannst du... Ich frage doch gar nicht so einen Müll. Ich frage mich manchmal ehrlich, ob du mir überhaupt zuhörst. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, wenn man solche Apokryphen-Evangelien liest, muss man das mit einem Gehörigen... Bruder, ich will noch ganz kurz was sagen. Bruder, Leser, kannst du mal was dazu sagen? Ja, guck mal, das ist doch ehrlich, also... Nein, 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 hör auf jetzt. Ja, dann gehe ich runter, dann gehe ich runter. Das hat keine Sinn. Ja, dann musst du das... Nein, Bruder, guck mal, das Bild ist wahr. Siehst du das? Sieht ihr das? Sieht ihr das? Sag mal bitte was dazu, Bruder, was ist denn das? Was ist denn das hier? Das Bild... Darf ich dazu auch erst was sagen? Ja. Okay, das Bild unten... Die anderen Bilder... Ich kenne nicht alle Bilder, aber das Bild unten links zum Beispiel, das kenne ich. Erklär mal, Bruder, Leser. Erklär mal, worum geht's da? Ja, das sind halt zwei Satanisten, die eben den Satansgruß machen. Ist das der Satansgruß, Leser? Ich glaube, du hast dich noch nie damit so richtig auseinandergesetzt. Also ich... Ja gut, ja. Ich habe mich auf den Konzerten von so Heavy Metal... Heavy Metal Bands, Black Metal Bands, die den Satan anbieten. Da machen sie auch eben dieses Zeichen, um zu sagen, I love you. Okay. Das hat nichts mit Satan zu tun, du hast recht. So. Das Satanszeichen geht eigentlich... Das Satanszeichen geht eigentlich... Ich erliebte Katholiken machen immer dieses Zeichen auf den Konzerten, auf Black Metal Konzerten. Weil das I love you ist. Nein, es war kein Black Metal Konzert. Erklär mal, wo das Bild geschossen worden ist. Erklär mal, wo das Bild geschossen worden ist. Komm, fangen wir damit erst mal. Nein, das ist doch nichts für Sache. Irgendwo in Philippinien oder keiner in Asien entstanden und das sind zwei Satanisten-Oberhaupte, die eben Kinder missbrauchen. Okay, also erstens, das ist Verleugnung, dafür könnte man es eigentlich anzeigen, Reza. Nein, 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 nein. Das ist immer wieder eine Katholikin, wo ich keine Kinder missbrauche. Wieso? Die angezeigt werden müssen, sind die Katholiken nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Und die wurden auch angezeigt und die wurden auch schön. Benedikt hatte zugegeben. Kurz vor dem Sterben hat er selber gesagt, er hat Priester in Schutz genommen, woanders hingeschickt, obwohl die Pädophie waren und sich an Kinder vergriffen haben. Auch ein Papst kann in die Hölle gehen, das ist gar kein Problem. Auch ein Papst kann in die Hölle gehen. Aber dann kommen wir nicht an mit zu sagen, man kann dich anzahlen, wem verleugnen. Das sind Fakten. Nee, er hat gerade gesagt, beide und die bei der linken Person, die kenne ich nicht und ich finde es gerade sehr, sehr respektlos, dass über manche Leute, die wir beide nicht, die wir alle nicht persönlich kennen, dass hier so drüber gesprochen wird. Wenn ich etwas sage, dann muss ich das... Wenn ein Mensch in eine gehobene Position ist, wenn ein Mensch in eine gehobene Position ist, und diese Satanszeichen macht, dann muss man eben auch... Das muss man mal ausreden, was ist denn das? Reza, du hast schon gesagt, wenn jemand diese satanischen Gesten macht und Kinder missbraucht, dann muss man die als satanistischen Kindesmissbraucher auch hinstellen. Ja, dann wiederhol noch mal Petrus und Ignatius, dass man auch Kinder missbraucht hat, das vorhin ja gesagt. Ja, genau. Die haben ja nichts mit dem Apostel Petrus zu tun, ne? Diese eine Petrus war ein Homo. Nehmt das mal bitte auf, was er sagt. Nehmt das mal bitte auf. Ja, nehmt alles auf. Nichts mit dem Apostel Petrus zu tun. Nicht mit dem Apostel Petrus zu tun, ne? Genau. Nennen die diesen anderen Petrus Katholik oder so. Genau. Nee, diese Petrus da mit Ignatius, sie haben zusammen eine Beziehung gehabt, eine homosexuelle Beziehung, und dieser Petrus hat natürlich nichts mit dem Apostel Petrus zu tun, ne? Beweis das mal, dass sie eine homosexuelle Beziehung hatten, Reza. Ich warte auf deine Beweise. Ich habe das Briefe, aber die sind verschwunden. Die sind alle verschwunden. Ach, ist alles... Ja, ist alles verschwunden. Findet man das vielleicht... Das ist ja auch mündlich, das ist ja auch sehr wichtig. Die mündliche Überlieferung, du musst meiner mündlichen Überlieferung glauben. Ich habe das so mitbekommen und diese Briefe waren auch zum Teil da, aber die sind jetzt nicht mehr da. Du musst meiner mündlichen Überlieferung von diesen zwei homosexuellen Glauben. Also Quelle vertrauen, ihr Bruder. Ja, so wie du. Diese mündliche Überlieferung. Okay, können wir bitte auf das Bild weiter eingehen, weil ich finde das sehr, sehr krass. So, weil das sind zwei Satanisten, die durch diesen Satansfuß eben sich der Welt mitteilen, dass sie Satanisten sind. Und weil sie auch viel Kindesmissbrauch betreiben in der katholischen Kirche, kann man eins und eins zusammenziehen und sagen, das sind satanische Kindesmissbraucher und die werden auch in der Hörnischen... Herr Rindler, darf ich noch mal ganz kurz was dazu sagen? Entschuldigung Leute, dass ich heute unterbrechen wurde, ganz kurz, ich höre jetzt die ganze Zeit zu, seit über eine halbe Stunde. Alles hochinteressant, jeder hat seine eigene Meinung. Ich selber bin orthodox, ja? Das heißt, bei uns dürfen die Päpste heiraten, dürfen Kinder haben. Deswegen gibt es auch bei uns keine Kinderficker, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, ja? Das gibt es bei uns nicht. Weil bei uns darf jeder Priester, Kinder und Frau haben. Bei den Katholiken ist ja so, dass eben halt kein Papst auf der Welt, sag ich mal, eine Familie haben darf, doch jedoch auch ein Mensch ist und auch der Menschenbegehende nachgehen muss. Ja, egal wie heilig der ist und wie auch immer. Deswegen gibt es auch so viele Missbrauche in der katholischen Kirche. So, Punkt eins, das ist das Erste. Zweitens ist, es gibt sogar, es gibt sogar Belege, wo die Päpste private Orgien gemacht haben mit kleinen Kindern. Das gibt es auch. Könnt ihr auch lesen. Jetzt scheiß mal auf YouTube, jetzt gibt es andere Fernsehen, wo man das auch sehen kann, ja? Das ist das Zweite. Das Dritte ist, ja, dass, wieso, nur ein kleines Beispiel, warum hat jede katholische Kirche sogar bis zum Vatikan überall Satans Zeichen in der Kirche drinnen versteckt, integriert. Von Baphomet, direkt an der Tür hast du ein Baphomet drauf, dann hast du hier ein Zeichen, da ein Zeichen. So da. Jetzt sagt es mir nicht, weil die Freimaurer damals die Kirchen erbaut haben oder die, die finanziert haben, weil das macht keinen Sinn, ja? Du gehst zum Beispiel direkt im Vatikan, ich war da, am Eingang des Vatikans hast du links und rechts ungelogen, ja? Ungefähr 1,20 Meter, 1,50 Meter, riesengroße Skulpturen von Baphomet. So, dann frage ich mich, wenn du zum Gotteshaus gehst, ja? Wieso hast du denn da, bei den Katholiken, sag ich jetzt einfach mal, überall Teufelszeichen? Und nicht nur das, du siehst ja selber hier, der eine macht hier, der Papst macht hier diese Kuckucksaugen, ja? Dann hier machen die den Teufelszeichen links, rechts, der eine hält die Hände hier oben rechts, sag ich mal, wie die Luminaten. So, das sind alles Zeichen, dass die Katholiken, die glauben an Gott und die glauben auch am Teufel, Punkt, Ende. Wir Orthodoxen sind einer der besten richtige Christen. Katholiken sind keine Christen. Die Orthodoxie hat auch Katastrophen, Babytaufe, die Patriarchen, dann haben wir noch die Gebetsketten der Orthodoxen. Es kommt drauf an, was du orthodox bist, wenn du russisch-orthodox bist, dann ist so eine kleine Gebetskette, die heißt, ich hatte nachher kein gleiches Namen holen. Ich bin serbisch-orthodox, ich kann es doch russisch-orthodox sein. Die haben auch eine Gebetskette mit dieser 33 Perlen. Die verleugnest du ja nicht. Und durch diese Gebetsketten macht ihr doch immer Gebete. Dann macht ihr so Mantren. Also serbische orthodoxische Kirche. Dann macht ihr Mantren, stundenlang geht das ungefähr, bis sie an alle Perlen dann zusammengezählt, also gemacht sind, mit jedem Einzelnen. Mit einem Gebetskette. Genau, genau. Und da ist das stundenlang, ist halbe Stunde, stundenlang so heizt, bis das fertig ist. Dann macht man diese Gebete, aber das ist Tronsverfallung. Weil diese Tronsverfallung, sehen wir, weil die Bibel sagt, plappert, also wenn ihr betet, so plappert nicht wie die Heiden, denn die denken, die werden um ihre viele Worte im Willen gehört werden. Da sehen wir, viele Worte im Willen soll es ja nicht sein. Dann sehen wir wiederum, nicht in Trons sein. Es steht geschrieben, seid nüchtern in allen Dingen, steht geschrieben. Das sagt sogar Petrus. Nüchtern in allen Dingen. Und das bedeutet, wir sollen dann nicht in diesen langen Gebeten sein, weil du verfälzen eine quasi Hypnose wegen dieser Beruhigung. Du gehst in ein, wie nennt sich das, wie nennt sich das, Tronzustand. Wo kommt denn in einen Tronzustand? Es wird auch gesagt, wenn du in einen Tronzustand bringst, verleitet dich das, sage ich mal, weg vom Glauben zu kommen, beziehungsweise bist du nicht mehr auf dem Glauben konzentriert, weil du einfach vom Zustand her nicht mehr die Möglichkeit dafür hast. Okay. Darf ich auf zwei Dinge hier gerne antworten? Moment, Moment. Das stimmt nicht, dass die orthodoxe Kirche nicht wegen dem Kindesmissbrauch und so, also in Kindesmissbrauch verwickelt ist, doch, es sind viele etliche Fälle ans Tageslicht gekommen, wo zum Beispiel in der russischen orthodoxen Kirche immer wieder Priester verurteilt wurden. Ja, dann reden wir aber von Einzelfällen. Ja, dann reden wir vielleicht von drei Fällen, drei gegen 30.000 Fälle, weißt du, was ich meine? Das sind Einzelfälle. Es gibt überall kranke Leute, das kann man nicht verleugnen. Aber wenn du auf die Mehrzahl gehst, wenn du auf die Mehrzahl gehst, in den letzten Jahren, woher kamen die ganzen Kindesmissbräuche? Woher kamen die? Von der orthodoxischen Seite oder von der katholischen Seite? Mehr, 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 aber trotzdem sind auch die Orthodoxen auch mitbeteiligt. Sogar bei den Gehovas sind solche Fälle aufgetaucht und bei allen anderen Glaubengemeinschaften. Ich möchte nur eins sagen, die orthodoxische Kirche hat das nicht nötig, weil die dürfen alle heiraten und dürfen alle Kinder haben. Das stimmt aber auch nicht ganz, was du da sagst. Also erstens, das Zölibat wird sogar von Paulus empfohlen. Mann, warte, 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 wenn du Paulus zitierst, der ist kein Bischof. Paulus ist kein Bischof. Erzähl kein Quatsch. Der eine zeigt dir die ganze Zeit irgendwelche KI-Bilder teilweise, also bei manchen Bildern, wo es sind KI-Bilder. Er hat die Bilder gehabt, wo nicht mal KI existiert hat. Ja, wir haben natürlich den Verräter, der eben den Koran küßt, wo die Kreuzigung des Herrn Jesus geleugnet wird, seine Gottheit und dieser Verräter, dieser Verräter, dieses Teufelskind, dieses Satanskind, küsst dieses Buch leidenschaftlich. War das das Buch seines Meisters. Leidenschaftlich gemacht, aber alles gut. Und du würdest auf den Koran gucken. Aber du musst doch auch sehen, wie das heißt, es geht da die Schicht. Aber du bist doch auch orthodox. Nein, ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus und ich folge nur der Bibel. Die ersten Christen sind nur Nachfolger des Herrn Jesus. Wisst ihr, dass ihr zum Beispiel, zum Beispiel bei uns Orthodoxen, wenn jemand geboren worden ist, der nicht getauft worden ist und dann stirbt als ein nicht getaufter, dass kein, dass wirklich keiner von der Kirche kommt, ihm vorzulesen, wenn er stirbt. Wisst ihr das? Ja, aber du musst dann verstehen, du musst verstehen, die Taufe rettet dich nicht. Babytaufe zum Beispiel steht doch nichts von der Bibel. Taufe rettet dich? Taufe rettet dich, Pablo? Taufe rettet dich nicht. Apostelgeschichte 8, Vers 14, 17. Warte, der Verbrecher nimmt den Herrn Jesus Christus. Der ist doch im Paradies, den Herrn Jesus Christus. Ist er getauft worden? Ist er getauft worden? Hast du einen Beweis? Hast du einen Beweis? Nein, antworten. Ist er getauft worden? Ist er getauft worden? Doch, mit einer Wasserpistole hat ein katholischer Priester schnell auf diesen Verbrecher mit dem Wasser gespritzt. Das ist doch gar nicht das, worauf ich hinaus will. Lass ich hinaus, das ist einfach mal, dass ihr vielleicht euer Gehirn aus dem chinesischen Plastik-Ding ist er rettet worden. Es ist unmöglich, man kann ehrlich mit euch kaum reden. Katholik, antworte jetzt willkommen. Auf ernst. wenn so eine Wasserpistole getauft worden? Hallo, ich habe mir leider diese Meinung. Guck mal, wenn sich die Leute so bei den Heiligen 12 lustig machen, Entschuldigung, dann gehe ich runter. Bist du auch mit der Wasserpistole von China, chinesische Wasserpistole getauft, vereint, in der Kirche? Was für chinesische Wasserpistole, ich weiß nicht, was in deinem Kopf abgeht, vielleicht sollst du mal echt passendet bekommen in der Corona. Möge Gott euch segnen, möge Gott euch rechtheit. Möge Gott euch segnen und rechtleiten und euch mal gebeten. Bist du auch so getauft von Rettung mit chinesisch Taufe, chinesisch Wasserpistole? Da haben die geschossen so Möge, möge Gott euch rechtleiten. Möge Gott 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 wurde damals am Tempel Gottes, wurde da besprenkelt mit Blut? Nein, wir hatten damals ein, Roy, kannst du den alten und den neuen Testament nicht unterscheiden? Ich habe keine Ahnung von der Schrift. Antwortet doch einfach mal, ja oder nein? Wurde der Tempel Gottes im alten Testament... Warte, Bruder Reza, antwortet dir, wenn du mir mit ja und nein antwortest, ja, ist doch Fairplay oder nicht. Also, ist der Verbrecher neben dem Herrn Jesus Christus getauft worden, ja oder nein? Wissen wir nicht aus der Schrift. Nein, nein, nein. Antwortet drauf und Reza antwortet dir. Das ist Fairplay. Ja oder nein? Es steht darüber nichts in der Schrift, Pavlos. Steht darüber, was in der Schrift glaube ich. Weißt du, wer eigentlich am Kreuz geht? Weißt du eigentlich, wer am Kreuz geht? Richtige Verbrecher. Die richtig misset, also die haben Schanddaten gemacht, ne? Die sind unglaublich gewesen. Das sind richtig böse Genoven gewesen. Der hat sich letzte Sekunde bekehrt. Also, der ist nicht getauft gewesen. Das steht in der Bibel, er wurde nicht getauft, ja oder nein? Er wurde nicht getauft. Wo steht der Bibel, dass er getauft worden ist? Er wurde ja nur vom Kreuz genommen, wenn die gestorben sind. Was ist das jetzt für ein Schrott? Wir stehen, wir wissen in beiden Fällen nicht, ob es 100% wird, weil wir sind nicht in der Bibel. Wir wissen gar nicht, wir wissen gar nicht, wir wissen gar nicht. Wir wissen gar nicht. Wir sagen doch immer so, dass... Jetzt sage ich nur die Schrift und ich sage, es steht beides nicht in der Bibel. Das stimmt auch, was ich sage. Er hat die Beichte abgelegt beim Herrn. Wie, er hat die Beichte abgelegt? Er hat es beim Papst hingegangen, bei Benedikt, ne? Und Franziskus, bei beiden. Und dann hat er die Beichte abgegeben. Jetzt mal ehrlich, jetzt mal ehrlich, wir sind fast 200 Leute hier. Das ist echt peinlich, ohne Scheiß. Nein, eigentlich ist es eine Aussage, die ist ja katastrophal. Ihr redet von irgendwelchen Wasserpistolen, ihr redet von... Ja, weil die jetzt so tauft, du nix Raffer. Du musst nur deine katholische Kirche ein bisschen beobachten. Du nix Raffer. Es gibt immer einzelne Bischöfe, die sich falsch machen. Ja, die sind nicht einzelne Bischöfe. Auch in euren Evangelikalen-Reihen werdet ihr Leute haben, wo ihr die Sachen macht, wo ihr euch auch an den Kopf packen werdet. Natürlich, die Evangelikale-Szene ist ja auch am Zeugnis. Selbst in den ersten Gemeinden, selbst in den ersten Gemeinden ging es drunter und drüber. Deswegen wurden doch die Apostolischen... Warte, haben die Sünden begangen oder haben die die Ehre gemacht? Das sind Unterschiede, mein Lieber. Unterscheiden. Wurden die ermahnt? Wurden ermahnt. Haben die daraus gelernt? Ja, haben die daraus gelernt. Lesen wir anhand der Schrift. Jetzt frage ich dich, war der Verbrecher in den Herrn Jesus Christus getauft? Ja oder nein? Wir wissen es nicht aus der Heiligen Schrift. Es ist... Du weißt gar nicht. Ist das die beste Antwort? Wie Olaf Scholz, weiß ich nicht. Ist das die beste Antwort, die man immer haben kann? Havlos steht, er war nicht getauft. Steht das in der Bibel? Ein Verbrecher, der am Kreuz war, hat nichts mit Glauben nichts zu tun, gar nichts. Das ist doch nicht normal. Möge Gott euch alle Wahrheit und Erkenntnis schenken. Möge Gott euch vielleicht ein bisschen Ernsthaftigkeit und Respekt bei manchen Sachen. Nein, nein. Du musst Ernsthaftigkeit und zu antworten. Weil du antwortest gar nicht Ernsthaftigkeit. Null. Ich habe mal bei sich nicht keine Ahnung. Null. Aber wir sind eine Debatte führen. Ja, was ist das denn? Ich habe die ganze Zeit versucht, mit meinem Wissen bestmöglich zu antworten. Ich bin respektvoll. Ich habe hier eine Frage nach der anderen gestellt. Du kannst wirklich eine andere Sache beantworten. Leider könnt ihr das nicht. Ihr sagt die ganze Zeit irgendwer nicht normal. Jetzt gleich geht das zu seinen Kollegen. Ich habe die voll widerlegt. Voll mit meinen Antworten weiß ich nicht. Habe ich die alle widerlegt. Wahnsinn. Ich kann sagen, dass ihr es voll widerlegt habt. Ihr konntet auf manche Sachen einfach nicht antworten und seid sehr respektlos dabei gewesen. Bin ich du geworden? Ich habe dir jede Frage beantwortet. Und ich habe die Frage gestellt. Du konntest nichts beantworten. Nicht auf den Spiegel, die ihr machen. Also nicht deine Sünden auf mich reflektieren oder irgendwas. Das warst du. Du konntest dich antworten. Erstens, wir sind alle Sünder, Pavlos, und wir sollten uns erstmal alle Sünder machen. Wir sind alle Sünder, Amen. Ja, das stimmt. Jesus hat uns deswegen auch bereinigt. Da bin ich auch froh drum. Aber du verstehst das nicht. Du reflektierst gerade deine Sachen auf mich. Es ist unmöglich, mit euch zu reden. Möge Gott euch recht halten. Möge Gott euch weiche. Ich stelle dir eine Frage und dann sagst du immer, keine Ahnung, weiß ich. Komm, nehme doch eine Sache, die jeder weiß. Ist doch viel besser. Nehme doch eine Sache, die jeder weiß. Haben die Päpste was nicht auf dem Kopf? Haben die nicht so eine Bedeckung? Haben die Päpste nicht auch was auf dem Kopf? Haben die was auf dem Kopf, ja oder nein? Was sagst du, Tradition? Ja, es ist teilweise Tradition, ja. Okay, okay. Warum ist das aber gegen die Bibel? 1. Korinther, Kapitel 11. Ein Mann, der was auf den Haupt hat, schändet sein Haupt, wenn er betet oder weiß sagt. Also, was ist da los? Was ist passiert? In dem Punkt... Wer hat recht? Was? Wer hat recht? Gottes Wort, die Bibel oder deine Tradition? 1. Deine eigenen Auslegungen der Heiligen Schrift... Ach, du... Ey, komm. Bruder, nein, 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 nicht lügen. Bruder, Danny, Bruder, Danny, nein, lüge, nein, nicht lügen. Nicht lügen. Bruder, Danny, nein, du lügst. Sei ruhig, ich lüge, dann kann ich mich nicht anhören. Bruder, Danny, liest bitte 1. Drittel 11. Bruder, zeig das doch mal bitte. Ich kann 1. Drittel 11. 1. Drittel 11. Nein, 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 nicht lügen. Du hast jetzt vollkommen gelogen. Was für ein Lügen? Ich habe nur gesagt... Länge mal bitte die Quellen ein. Ja, bitte. Nein, 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 das sagt so meine Interpretation. Wir fragen jetzt die Bibel. Es ist unmöglich, mit euch zu reden. Nein, du lügst. Du lügst. Ich habe gesagt von deinen Auslegungen nehme ich gar nichts. Nein, es ist nicht mehr eine Auslegung. Hallo? Oder, Danny, bitte. Nein, 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 wir prüfen. Oder sind die die... Es ist unmöglich, mit euch zu reden. Möge Gott euch segnen und euch her... Nein, nein, nicht rausgehen. Nicht rausgehen. Paulus, Paulus, mach weiter an die Wahrheit. Paulus. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Aber warte doch mal, Gott, der wird das nicht beigern. Bleibt doch hier. Warte mal, warum geht der denn jetzt raus? Paulus, weißt du, was die älteste Sekte auf dieser Welt ist? Die katholische Kirche. Ja, da hast du doch was Wahres gesagt. Und ich sage dir auch, wieso, ja. Aber kann man jetzt... Aber kann man jetzt... Oder, Danny, kann es mal in Gefeind tun? Niemals der katholischen Kirche und keine Päpste. Das ist die größte Sekte, die Hetzerei gemacht hat, Kriege finanziert hat, ganze Programm, Kinderschänder, alles von vorn bis hinten. Die glauben auch an den Teufel. Die haben sogar ihre spezielle eigene Logen, wo die, sage ich mal, Montag bis Donnerstag an Gott glauben und dann übers Wochenende den Teufel anwandbließen. Ja, so, da vertaut nur an Gott, nur an Gott, nur an Gott, nur an Gott und Jesus müsste vertrauen. Also warte ganz kurz, habe ich das jetzt verstanden? Du sagst also, dass die Katholiken den Teufel anbeten. Ja, jetzt nicht ihr, die Katholiken, sondern die Oberhäupter von den Katholiken. Also die beten den Teufel den Safer an, ne? Wie bitte? Die beten also den Teufel an. Nicht die Katholiken, ihr selbst, sondern die Oberhäupter von den Katholiken. Der Papst und die ganzen... ich verstehe nicht, dass ihr Orthodoxen und Katholiken, ihr seid, der euch nicht mal einigt. Ich sehe ja auch zum Beispiel, die Orthodoxie ist doch die Abspaltung der Katholiken. Die sind 1052 nach Christus dann entstanden, orthodoxer, streng gläubig und die haben sich komplett abgespaltet von der Orthodoxie und haben dann den eigenen Ding gemacht. Aber Bruder, Danny, kannst du das bitte in Gefeind tun? Bitte 1. Korinther 11 lesen. Bitte tun wir den Gefeind, schlag das jetzt bitte auf und lies das einmal vor. Damit die Leute sehen, ich habe nichts hineininterpretiert, es steht genauso in die Bibel. Bitte lies mal vor. Ja, erst mal was? Damit jeder sieht, was man auf den Haupt hat, der schändet sein Haupt. Bitte, Bruder, Danny. Wir Serben nennen einen Priesterbock. Was laberst du? Wer bist du, Ihr Humperdon, Messi? Wir Serben nennen keinen Priesterbock. Was laberst du, Allah? Ich hatte gar nichts gesagt, ich rede jetzt 1. Korinther 11. Bitte, Bruder, Danny, lies. Ja, ich lese nur der eine hier. Na, 1. Korinther 11. Bitte. 1. Korinther 11 einmal lesen. Damit die Leute es sehen. Bruder, Rieser, stunde ich mal ganz kurz, bitte. Also, 1. Korinther 11 lesen, damit jeder sieht. Ich habe keine Interpretation. Ja, 1. Korinther 11, 4. Jeder Mann, der betet oder weiß, sagt, oder etwas auf dem Haupt hat, schädigt sein Haupt. Ja. Genau. Warum? Lies mal weiter. Warum? Lies mal weiter. Da ist direkt die Antwort. Einfach weiter. Jede Frau, aber die mit unbedeckten Haupt betet oder weiß, sagt, schädigt ihr Haupt. Weiter, einfach nur weiterlesen. Da kommt jetzt gleich die Antwort. Du musst einfach, ich sag dir schon Stopp. Ja, warte. Ein Handy? So, also, jede Frau, aber die mit unbedeckten Haupt betet oder weiß, sagt, schädigt ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, ne? Und ich meine, weiter, gleich. Okay, wenn sie gestorben wird. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schädlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes bitt, ne? Genau. Weil der Jesus Christus ist unser Haupt, steht da. Also, wir sehen, dass der Mann, wenn er betet oder weiß sagt und sein Haupt, also Kopf, bedeckt, der schändet sein Haupt. Weil wir sind Gottes Ebenbild. Also wir repräsentieren den Herrn Jesus Christus, weil er unser Haupt ist. Also was sehen wir? Wir sehen, dass natürlich die römisch-katholische Kirche und die Orthodoxie, die Patriarchen haben auch Hauptbedeckung, eine Katastrophe ist. Weil die tun genau das Gegenteil, was in der Bibel steht. Guck mal, der sagte, es ist Tradition. Ah, was ist das Mehrwert? Tradition oder Gottes Wort in der Bibel? 1. Sekunde 11 ist ganz scharf, wenn es um die Hauptbedeckung geht. Aber was sagt denn die Tradition? Die nimmt erst unter 11, schmeißt es weg und sagt, ja, ist mir egal. Ja, wo sind wir denn gelandet, meine Lieben? Habe ich jetzt etwas interpretiert oder steht es genau so? Ich habe noch nichts interpretiert. So ein Wahnsinn ist das. So ein Wahnsinn. Wie geht's? Gott sei Dank. Ich möchte nur was sagen. Hallo? Ja, bitte. Ja. Wie geht's? Wie geht's? Gottes Segen. Schau mal, ähm, dazu musst du auch die Geschichte wissen für früher, warum das früh gesagt worden ist. Die Zeitgeschichte, warum wurde das früh geschrieben? Aus welchem Grund? Wirst du mir jetzt sagen, nur an die Gründer war es gegeben? Dann raus mit dir. Dann hast du gar keine Ahnung von der Bibel. Nein, äh, warum soll ich denn rausgehen? Warum sagst du mir rausgehen, rausschmeißen? Wenn du mir jetzt erzählst, ich rede doch ganz normal mit dir, oder? Na, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Das hat sie ja gar keinen Sinn. Da steht so eine Bibel und dann sagt, nee, das ist aber nicht für uns. Du liest mal Matthäus 10, Vers 16. Weil ihr ja ständig die Schlange zeigt. Tumor Matthäus 10, 16 vorlesen. Kurze Frage, wer ist Jesus Christus? Für dich ist der Gott? Das haben wir schon draußen mal verantwortet. Und weiter, ist Jesus Gott? Und weiter, ja, ist doch weiter, was möchtest du denn jetzt? Aber warte mal ganz kurz. Du hast doch selber langes Haar. Das ist eine Unehre. Das darfst du gar nicht. Nein, das ist leider nicht. Das ist leider nicht. Doch, doch selber lange Haar. Ich doch mal lang. Es ist eine Unehre. Ja, eine Unehre ist das, was ich wahrscheinlich gemacht. Du bist nicht in der Liebe. Wartet mal. Du gehst auf das Äußere. Du gehst auf das Äußere. Ich verkeh nicht, ob du gehst. Du gehst auf das Äußere. Ja. ja, 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 kannst du antworten. Wir lesen. Such nicht auf eine Bibelstelle, sondern drehe nicht, was in der Bibelstelle ist, sondern lese komplett die Bibel und tu nicht auf, was hinzugrücken, was nicht wahr ist. Und tu nicht auf, was hinausgucken, was die Einwanderung ist. Das kann doch nicht wahr sein. Mein Gott, hast du dich da rausgeschmissen, oder was? 1. Korinther 11, 14. Lehrt euch die, lehrt euch nicht die Natur selbst, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt. Er kann sich nicht benehmen im Mainstream. Er schreit immer rum, ob der besoffen wäre, ob der hier auf Alkohol wäre. Immer wieder, ob der Alkohol trinkt, ob der hier so besoffen reinkommt. Nochmal, ich lese es jetzt nochmal vor. 1. Korinther 11, 14. Lehrt euch nicht die Natur selbst, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt. Und ich darf mir nicht aufregen, weil er nicht mehr geht. Einer schreibt, er hat selber sogar längere Haare oder den Nacken in längere Haare oder gehen die Besuche holt. Wo habe ich denn lange Haare? Was erzählen die da? Das ist doch wahnsinnig. Das ist doch heftig. Guck mal, Katholik, du hast das geschrieben. Warum bist du in den Kommentaren? Komm doch lieber hoch und antworte mir auf 1. Korinther 11. Warum? Was ist da passiert? Was ist da los? Wo hapert es? Deine Tradition ist das gegen die Bibel. Wo hapert es? Wo hapert es? Antworten. Hol den, lad den ein. Der will, ich will eine Antwort von den Namen. Ich stimme mich und diese Antwort bin ich gespannt. Ich stimme mich. Ich werde mich sogar fünf Minuten durchstummen. Ich bin auf diese Antwort gespannt. Wir sind nicht im Gesetz, aber wir haben dir es dir gerade gezeigt. Wir haben dir gerade die Verse gezeigt, dass es schändlich ist. Schändlich ist ein Mann, dass er lange Tat trägt. So, und du kannst dich nicht bedenken. Du scheißt immer rum. Du lässt einen auch nicht ausreden. Ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht, aber keine Ahnung. Und er hat ja schon, er ist ja glaube ich abgefallen, Hebräer 6, 4. Ich glaube nur niemals, dass er sagt, Jesus ist, also immer stimmt mit dir nicht. Bei mir stand sogar, er war blockiert von mir. Das heißt, er hat immer schlimmst gemacht. Ich glaube auch, dass er nicht mal glaubt, dass der Herr Jesus Gott ist. Ja, der immer stimmt mit den ganzen und gar nicht. Das hat ja keinen Sinn. Bei mir steht sogar, er ist blockiert. Also meine Mods blockieren nur jemanden, wenn die richtig beleidigen oder behaupten, Jesus sei nicht Gott und so weiter. Also, wenn die behaupten, ich lasse jeden hier in den Stream rein. Jeder kann seine Heilfeupte. hier Bruder Danny, er sagt nur, Jesus ist nur der Sohn Gott und mehr nicht. Ja, der ist nicht mit dem Tag. Der Leute, die Gott hätte, ist ja nicht Jesus raus. Das ist, mit so einem brauchen wir gar nicht reden. 2. Johannes 5, Kapitel 1. Ich will mit so einem nicht reden. Weil solche Leute, wenn die behaupten, die sind Christen und dann behaupten, Jesus sei nicht Gott, Also, die meisten Katholikinnen, die meisten Katholikinnen sagen, Jesus ist nicht Gott, er ist nur der Sohn. Das ist dasselbe, die meisten Katholikinnen sind nicht wieder geworden. Die meisten Katholiken, kein Katholik ist wieder geworden, sondern wenn er Buße tut und raus geht aus der katholischen Kirche, dann ja. Dann ja. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht zusammen mit ihnen verdammt werdet. Ja. Stütze in der Offenbarung. Die meisten Katholiken sagen, Jesus ist nur Gottes Sohn. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sagt das mal. Bei den Kirchen, die 200 Zuschauer, alle liken, teilen und bitte folgen. Bitte das Plus wegmachen. Dankeschön. Alle Leute, den Bruder Dennis, zerteilen, teilt ihn. Tippen, 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 tippen. Und liked dann, wenn ihr den geteilt habt. Tippen, 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 tippen. Wenn der geteilte ist, dann liked das bitte. Alle, jetzt aber. Alle. Schick mal einen Löwen rein hier für Bruder Dennis. Nein, keinen Löwen rein schicken. Keinen Löwen, keine Geschenke, Leute. Ich will dir keine Geschenke. Ihr kriegt alles zurück. Ihr kriegt alles zurück, Leute. Bruder Reza, Bruder Reza, hast du, hast du die Kaffenspuffe gestern gesehen? Ihr kriegt alles zurück, Leute. Ihr werdet alles zurückgekommen. Ich werde, ich werde euch alles wieder zurückgeben. So, hast du eine Frage? Ja. Und zwar, erst mal Gottes Segen. Gottes Segen. Ich bin, ja, ich habe eigentlich keine Frage, aber ich würde sagen, was ist dann eigentlich mit diesen Katholiken und Orthodoxen? Also, falls ich mal in so ein Gespräch komme mit Katholiken und Orthodoxen, wie kann ich dann differenzieren zwischen mir und dem? Weil, ich habe mit diesen Kirchen nichts zu tun. Also, ich bin ja auch ein Wiedergeborener und ich möchte nicht irgendwie mit diesen kirchlichen Regeln, die die da aufgestellt haben, so, mit der Heiligen Mutter Gottes und so anbeten, des Weiteren, könnt ihr mir bitte so diese Komponenten nennen? Also, die Differenzen sind, die haben Tradition, mündliche Überlieferung, die nennen das apostolische Überlieferung, die Schüler der Apostel nennen die das und diese Schüler, angeblich die Schüler, haben überliefert, was gegen die Bibel ist. Ja, wie soll das? Wie soll das gehen? Ja, ja. Hier, man hat den Katholiken gerade gefragt, Hauptbedecken, was der Papst und die Priester machen. Dann sagt er, das ist Tradition. Erst Gründer 11 sagt aber, wenn ein Mann Mildert oder Weiß sagt und sein Haupt bedeckt, er schlendet sein Haupt, weil der Jesus Christus unser Haupt ist. Das wird jetzt recht. Hat jetzt Gottes Wort die Bibel recht oder hat die Tradition recht? Ja, was würdest du denken? Ja, das ist ein Wort Gottes natürlich. Aber der Katholik sagt, das Wort Gottes ist mir egal. Meine Traditionen sind mir wichtiger. Menschengebote, wie die Pharisäer. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, Treffen hat Jesaja über euch geweiß, sagt, ihr habt Menschen ein Wort über Gottes Wort gestellt. Wie die Pharisäer. Genau die gleichen. Die Ganoven. Denselben unheiligen Geist haben die. Ich habe das auch immer gemerkt. Ich war ja auch die ganze Zeit im Livestream dabei mit diesem einen Katholik da. Ich habe auf seine Seite geguckt. Er sagt, der schreibt da so in seine Bio. Katholischer, evangelischer, äh, äh, verkündiger und sowas. Also er vermischt das Evangelium mit dem Katholizismus. Der Normalen, wegen der seine Tradition, und die Traditionen haben nichts mit der Bibel zu tun. Aber das ist ihm ja egal. Er liebt es, diese Verehrung der Götzen, die Statuenanbetung. Psalm 115 lesen. Da haben wir die Antwort über eure Statuen. Ich habe schon gemerkt, er wollte diesen Schrott, diesen Schrott in diesen heiligen, heiligen Schriften mit einbeziehen. Aber, da wir den heiligen Geist haben, haben wir, haben wir diese klaren Kontraste. Da sehen wir ja so, ey, da kommt jetzt gerade Schrott auf uns zu. Dann, dann, dann haben wir erst mal so diese Barriere. Hey, was willst du denn hier? Weißt du, was ich meine? Wir machen uns so erst mal... Man muss das Wort abgeben. Aber die wollen nicht hören, dann kann ich auch nichts machen. Dann gehe ich halt weiter und verschwende meine Zeit nicht. Wenn einer zuhört und wirklich prüft, weil ich fordere, jeden Menschen heraus, zu prüfen, damit die kontrollieren, was sagt die Bibel, was sagt die Tradition. Und die wollen ja nicht prüfen, das ist ihnen egal. Es geht nur um wenige, die wirklich prüfen wollen, und das sind die, die aber dann die Röschkatur schicke ich verlassen, weil die prüfen. Ich habe mit dem Kardinal geredet. Also das heißt, der ist eine Stufe vor Papst. Der hat mir ins Gesicht gebetätigt, ins Gesicht. Ja, es gibt kein, es gibt kein Bibelfest für Babytaufe, Firmung, Kommunion, Weihnachten, gibt es alles nicht. Gibt es nicht. Er sagt mir, ich sag's zu Ihnen, warum, da war der Papst Franziskus frisch Papst geworden. Ist so, warum nennen wir ihn Papst? Warum, das heißt Vater, warum sollen wir ihn Vater nennen? Wie Jesus sagt, wie soll niemanden Vater nennen? Dankeschön. Weil wenn du einen Vater haben, Gott im Himmel, Mutter, Vater ist das andere, weil Mutter, Vater soll mir ehren, aber wenn doch nicht jeden einen Vater Ehrentitel geben, sondern wenn ihn doch Franziskus. Ja, aber das hat doch nichts geändert. Ja, da sagt, guck mal, da sagt doch schon allgemein, unser gesunder Menschenverstand. Jesus hat gesagt, folgt mir nach, folgt nur mir nach. Das ist unser einziger Vater. Letztens auch so im Livestream, da hast du einer, der hat so lange Haare, lange Bart, da sagt so, ich bin Jesus. Er sagt so, der strickt sie sein, so vom Video, er strickt seine Hand so aus, folgt mir, mein Kind. Ich so, ach du, heil. Ich sag mir, das kann nicht wahr sein. Der assoziiert sich mit Jesus Christus. Ich so, das kann nicht wahr sein. Diese Leute verliehen ja komplett, ihr verstanden? Gibt es ja gar nicht. Und dann das härteste war ja noch hier, einer schreibt in den Kommentaren, ihr nennt andere Christen Schrott. Ich nenne nicht andere Christen Schrott. Ich nenne nur die Lehren dieser Kirchen, dieser fehlgeleiteten Kirchen, die sich selber Vater nennen, die heilige Mutter anbeten und Götzenanbetung betreiben und Statuen und das Weitere. Das nenne ich Schrott. Das ist Schrott. Ja, genau. Ja, und das ist Katastrophe. Die Katholiken, die brauchen den Herrn Jesus. Die verwerfen das Wort Gottes so extrem, das tut mir im Herzen weh. Das geht schon in Richtung, wo ich so denke, ich kriege richtig Panik. Also, da sind alle so richtig... Oder Pablo, jetzt hättest du aber hier. Ja, was ist so? Bruder, das geht nicht. Lass die Geschwister mal jetzt in Ruhe. Lass die Kälte jetzt in Ruhe. Sonst schmeiß ich dich raus. Na, ehrlich jetzt. Bruder Reza ist gut. Ich muss dem Bruder Reza auch ammern. Jetzt reicht's. Bruder Reza, bist du hier? Wir müssen dich ja mal... Guck mal, der will ich nicht hören. Der will ich nicht hören. Der ist gerade mit seiner chinesischen Pistole andere Menschen taufen, ne? Piu, 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 piu. Der macht dann so, piu, 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 piu. Das ist doch heftig, ey. Das ist doch richtig heftig. Ich würde gerne... Ja, bitte. Ja, bitte. Hallo, danke schön. Hallo zusammen erst mal. Ich wollte euch mal bitten, dass ihr, wenn ihr noch Zweifel habt an dem, was hier gerade besprochen wird unter euch, was gerade die ganze Zeit Thema ist, lest euch bitte die Dogmen der katholischen Kirche durch. Alle. Alle 242. Nein, nein. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Wichtig. Warte, warte. Nein, warte, mein Lieber, warte, warte. Ich habe ein Dogma. Der letzte Dogma auch noch. 1950, Maria Himmelfahrt. 15. August ist er festgelegt worden. 1950. Und wir immer 15. August haben einen Gottesdienst für Maria. Seit wann machen wir einen Gottesdienst an eine Schöpfung? Überhaupt nicht. Nein. 15. August ist ein Gottesdienst an Maria. Und wo steht in der Bibel, dass Maria in den Himmel aufgefahren ist? Das geht mir im Bibelfers. Furchtbar. Nee, aber da steht auch, dass Maria ohne Erbsünde empfangen ist. Und es steht auch drin, dass sie nach Jesu Geburt unendlich Jungfrau war. Weiterhin. Genau. Also da gibt es so viel Zeug drin, wo jeder Christ, jeder normale Mensch sich nur fragen kann, mal die Vermehrung der göttlichen Gnade steht drin. Dogma 111, dass man sich durch gute Taten die Vermehrung der Himmelsglorie selbst zufügen kann. Wenn das nicht teuflisch ist, dann weiß ich nicht, was wir noch brauchen an Beweisen. Dann tut mir das ein... Die Dogmen der Katholikern sind Katastrophen. Große Katastrophen. Das Ding ist halt, ich kriege so einen Hals von diesen Lehren dieser Kirchen, die diese Schrift hinzuzugefügt haben. Bruder Pavlos, du kennst bestimmt auch die Zeilen in der Bibel, wo Johannes Evangelium, die Offenbarung, Johannes Offenbarung, wo er gesagt hat, wer diesen Schriften etwas hinzufügt, und er herausnimmt, so wird er die Planen Gottes bekommen. Dankeschön. Und das machen die Katholiken. Wenn alle ihre Strafe bekommen. Alle. Also ich bin von denen, die solche Lehren hingesetzt haben. Richtig, richtig. Wie kann man das vollkommene Buch, vollkommene, perfekte Buch noch was hinzufügen? Aber man will nur sagen, die Katholiken haben noch eine Chance. Die sollen die Kirche verlassen. Genauso wie die Orthodoxen. Die sollen ihre Orthodoxie verlassen. Denn die müssen von Neuem gebogen sein. Und das können die nur, wenn die der Welt absterben und ein neues Leben beginnen. Oder denn, ich kann es mal T.C. hochholen, der schreibt hier, wo wollen die mich an? Ich will kurz dazu was sagen, und dann bin ich auch gleich wieder runter. Schau mal, das ganze Thema hier, das kann man ganz leicht auf den Endpunkt bringen. Und zwar, wir alle kennen ja den berühmtesten Vers von der ganzen Bibel, also Johannes 14,6. Und da sagt ja Jesus selbst, ich bin, also ich bin, er sagt es ja mehrfach. Das heißt, es dreht sich alles um Jesus und nicht um irgendwelche Maria oder irgendwelche Heiligen oder was auch immer. Weil die Heiligen oder die angeblichen Heiligen oder die Apostel, die haben ja selbst nur über Jesus berichtet. Und darauf lässt sich alles reduzieren. Auf Johannes 14,6. Er sagt ja selber, ohne mich seid ihr verloren. Danke schön, Bruder, für diese Worte. Ja. Bitte, bitte. Die Orthodoxen, die Katholiken brauchen den Herrn Jesus und die brauchen wirklich den echten Wort Gottes und nicht eine Verfälschung von Tradition, wie gegen die Bibel ist. Ihr habt es auch selber gesehen. Er hat gar nicht drauf geantwortet. Auf keine Frage. Das ist so traurig. Ja. Er kann nicht antworten. Was soll er antworten? Er kann das nicht beantworten, weil da gibt es keine Argumente dagegen. Das ist... Ich wollte mal fragen, Bruder Pablo, ob du mal Cephania 2,4 lesen kannst. Wie bitte? Ich wollte mal fragen, ob du mal Cephania 2,4 vorlesen kannst. Da geht es um Gaza. Ja, ich bin gerade am Essen. Bruder Danny. Kannst du es mal vorlesen? Ich bin noch ganz so, hast du das, Frau Dili? Das alte Testament. Cephania. Ich bin gerade bei Mose. Ich suche das jetzt gerade. Welche Seite ist das? Nicht so weit zurück. Da, wo Malachi in die Richtung ist. Cephania. Also, vormalachigen, ne? Dann kann ich irgendwie meine Kamera hier anmachen. Da musst du auf dich selbst drücken. Ja. Also, ich habe hier meine Bibel, ne? Schlachter 2000. Ja. Und, äh, wo kann ich das jetzt denn? Hier. Wie das Internet verzeichnet ist. Aber ich weiß jetzt nicht, wo das ist, ne? Ähm, geh mal bei Matthäus Evangelium. Ähm, Matthäus hier. Matthäus Evangelium. Jetzt geh zurück. Ist das jetzt? Zurück, komm direkt. Wenn du zurück gehst, kommt Malachi. Zurückblätter. Ja. Jetzt blätter so weit zurück, bis Cephania kommt. Boah, ich bin gerade richtig überfordert. Kein Problem. Einfach blätter. Wo findest du das? Hier ist Korinther, Thessalonischer, Hebräer, Psalmen. Ähm, du hast du neue Testament geblättert. Du musst andere Seiten blättern. Ja, hast recht. Psalm, Jesaja. Ähm, Leute, ich bin wieder unten, ne? Ja, ich lache gerade zu anderen. Gottes Segen, ja? Gottes Segen. Hey, Bruder, hast du nicht die Bibel vor dir liegen? Nein. Martin. So, ich hab jetzt die App geöffnet. Ähm, Cephania, Kapitel? 2, 4. Ja. Denn Gaza wird verlassen und Ascalon verödet werden. Aston soll am Hellend Mittag fortgetrieben und Ekron ausgerottet werden. Ja, da steht. Also noch ein bisschen weiter. Ach so. Wehe dem Bewohnern des Landstrichs am Meer. Dem Greta folgt das Wort des Herrn, er geht gegen dich. Kanan, du Verlisterland, ich will dich so zugrunde richten, dass niemand mehr da wohnen soll. Und der Landstrich am Meer soll es zu Weideland mit Hirtenwohnungen und Schafshürden werden. Und dieser Landstrich soll dem Überrest von Haus Judah als Erbteil zu fallen, dass sie drauf weiden und sich am Abend in den Häusern von Ascalon lagern sollen. Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihre annehmen und ihr Geschick wenden. Ja, und das ist für mich eine Prophetie, die jetzt kommen wird. Gaza wird jetzt wieder geräumt werden und dann werden die Juden sich da, das wird Weideland werden für die. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nee, warte. Oder wie würdest du das jetzt deuten? Nee, das ist das Gericht über die Nachbarländer. Nein, nein, das ist schon passiert. Es ist doch einiges passiert. Ja, ja, wenn ich jetzt nicht lügen sollte, ich muss das jetzt selber aber einmal kontrollieren. Ja, aber es ist eigentlich, weil ich weiß, sogar schon passiert. Na, das hat ja, warte, ich muss das kontrollieren. Warte, guck mal. Ja. Reza, meinst du das zufällig aus dem Kopf? Bruder, Reza, ja, Sapania, 2,4. Ja, genau, das sind die Verse, die eben da auf diese Situation momentan zutreffen. Also doch, also doch, auf die jetzt bezogen? Ja, weil man sieht ja, dass, weil man sieht ja eben, dass Israel jetzt langsam die Palästinenser da aus der Grasastreifen vertreibt. Okay, na gut. Ja, wir werden sehen, wenn sich das, genau, wenn sich das ereignet hat alles und mich gelegt hat, dann werden wir wissen, ob diese Prophezeiung jetzt genau dazu trifft, auf diese Situation oder eben nur ein Vorwurf ist von dieser, von dieser Prophezeiung, die eben später nochmal eintreffen wird, wenn Israel wirklich das umsetzt. Oder ist es nur eine Vorbote wahr? Das werden wir bald sehen, wenn es fertig ist. Also, wenn es überhaupt sowas gibt oder ob das Ganze noch eskaliert. Dann muss man uns noch ein bisschen gedulden. Aber, das ist schon sehr, sehr exakt, die Prophezeiung ist schon sehr exakt auf unsere Situation ist, was wir haben, gerade mit Israel und Gaza. Liebe Leute, ich habe auch noch eine Frage auf diese Situation. Wann würde ich sagen, wann könnt ihr dir sagen, wie weit das von der Entrückung entfernt ist? Es muss sehr nahe sein, weil eben alle Zeichen auf Sturm stehen. Alle Zeichen. Das heißt, also die Ereignisse, die schon viel, viel später in der Offenbarung geschehen sollten, wie es heißt, das Mahlzeichen des Tiers und so weiter, wir haben da schon die Anfänge. Oder eben Israel und die muslimischen Kriege, die kommen werden, also Israel und die islamische Welt. wenn sie sich die Köpfe einschlagen, das ist auch irgendwann weit in der Zukunft, in der Apokalypse und das steht auch vor der Tür. Also alle Zeichen, die in der Apokalypse später geschehen werden sollten, sind vor der Tür, die Vorzeichen. Das heißt also, die Entrückung ist sehr, sehr nah. Wahnsinn. Jede Sekunde kann der Herr kommen. Jede Sekunde. Genau. Der Letzte muss sich jetzt noch bekehren und dann ziehen wir hier ab. Ich weiß nur nicht, wer der Letzte ist oder die Letzte. Irgendwo in Bangladesch oder sogar in Gaza. Ein Palästinenser, der zum Herrn findet und wiedergeboren wird und dann zieht uns der Herr hier ab. Das war's. Der Letzte, der eingeht in die Gemeinde, Leib Christi, dann war's das mit der Leib Christi, mit der Gemeinde Jesu. Ich spüre auch die letzten Tage, ich spüre auch die letzten Tage extrem stark den Heiligen Geist, also so einen inneren Frieden, aber auch gleichzeitig auch eine Anfechtung von einem Widersacher. Also der greift mich ja extrem stark an, so nach dem Motto, er hat keine Zeit mehr und er versucht jetzt wirklich alle möglichen Mittel noch mich da so vom Herrn wegzunehmen, aber ihr wisst ja, keiner kann dir die Schafe des Herrn aus seiner Hand reißen. Nein, das ist was du meinst, dass er weiß, dass er wenig Zeit hat. Das ist Offenbarung, das kommt viel, viel später, wenn er vom Himmel verbannt wird. Er hat ja jetzt noch Zugang zum Himmel und kann die Brüder verklagen. Hier auf eins, da sehen wir eben, dass der Satan vor dem Thron Gottes erscheint, also er hat noch Zugang zu Gott, aber in Offenbarung Kapitel 12, da wird er gestürzt vom Himmel, da hat er auch keinen Zugang mehr und dann beginnt sein Zorn und dann weiß er, dass er wenig Zeit hat. Das ist die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche Daniels aus Daniel 9. Das ist die schlimmste Drangsalzeit, nämlich diese zweite Hälfte der 70. Jahrwoche Daniels. Das ist die wahrhaftige Apokalypse. Dann werden so viele Menschen sterben, Gottes Zorn entfaltet sich dann komplett auf die Erde und Israels Erlösung tritt dann auf den Plan und kommt dann sehr nahe. Das hat aber nichts mit unserer jetzigen Zeit zu tun, dass der Satan wenig Zeit hat. Das ist noch nicht der Fall. Das ist Offenbarung Kapitel 12. Da sind wir noch nicht drin. Wir werden bei Offenbarung Kapitel 3, wir sind auf Offenbarung Kapitel 4 ab Vers 1 schon entrückt und dann erleben wir nicht mehr die Offenbarungsgerichte ab Kapitel 6. Denn wir sind ja ab Kapitel 4 schon entrückt und im Himmel. Amen. Da brauchst du überhaupt keine Sorgen zu machen. Wir sind jetzt in der Ruhe des Herrn Jesus Christus die wiedergeborenen Kinder Gottes in Matthäus 11, 28. Kommt her, alle gemüse, die und beladen. Ich werde euch Ruhe schenken. wohin dagegen die ganze Welt in Aufruhe ist. Siehe Israel, Palästinenser, die sind am Schreien und leben in Angst und Agonie. Und das sind Menschen, die eben nicht die Ruhe des Herrn Jesus haben. Die sind nicht errettet und die müssen dann leider, leider Gottes, sich die Köpfe einschlagen. Die haben nicht den Frieden. Der Herr Jesus sagte, ich gebe euch meinen Frieden. Die haben ja nicht den Frieden des Herrn Jesus Christus. Deswegen schlagen sich die Köpfe ein. Ja, genau. Das meine ich. Also diesen Frieden. Ich verspüre so momentan so eine ganz richtige Leichtigkeit, so einen Frieden. Ja, genau. Wir dürfen wissen, wir sind errettet. Wir werden abgeholt zur rechten Zeit, bevor das Ganze hier drunter und drüber geht. Werden wir rechtzeitig von unserem Herrn abgeholt und in die Sicherheit gebracht. Evakuiert und in die Sicherheit gebracht. Dann erst beginnt der Zorn Gottes über die Menschen. Das heißt, in jeder Hinsicht sind wir auf der Siegerseite. Und deswegen können wir getrost einfach aus einer Vogelperspektive die Ereignisse dieser Welt betrachten und schön dabei Chips essen. Amen. Natürlich nicht mehr übertragen sie, wir sollen natürlich beten und so weiter. Aber ich meine damit, wir sind in so einer Ruhe im Herrn, dass wir uns zurücklehnen und wir sind in Sicherheit in jeglicher Hinsicht. Jemand steht eine Frage. Warte bitte. Muss ich beim Beten Kopfbedeckung anziehen oder nur in der Gemeinde? Er ist unter 11, wenn man betet oder weiss sagt. Ja, genau. Wenn du dir vornimmst als Frau, jetzt gehe ich ins Gebet bewusst und ich werde jetzt, was weiß ich, eine halbe Stunde nur ins Gebet gehen, dann bitte geht ein Haupt. Das hat dann auch schon nicht mehr mit der Gemeinde zu tun, sondern es geht darum, dass du bewusst ins Gebet gehst. Aber nicht, dass sie, wie jetzt zum Beispiel bei Amy, dass sie den ganzen Tag eben Kopftuch tragen, weil sie meinen, sie müssen sich die ganze Zeit bedecken. Das ist auch wieder falsch. Nee, nicht den ganzen Tag. Nee, das ist falsch. Den ganzen Tag bedecken. Ja, genau. Die Haare sind auch als Steier gegeben, aber eine Hauptbedeckung ist wieder was anderes. Nehmen wir die Unterschiede sehen. Wenn man betet oder weiß. Ja, normalerweise ist das dann diese Haarbedeckung nur in der Gemeinde. Wenn die Frau eben die Schwestern in der Gemeinde auch beten, dann muss das auch bedeckt sein. Das ist ein Zeichen eben der Unterwerfung, Unterordnung der Frau gegenüber dem Bräutigam, dem Herrn Jesus Christus. dass sie ihr heiligst. Die Haare für die Frau ist wirklich heilig. Und wenn man zum Beispiel eine Frau bestrafen wollte, dann hat man ihr die Haare abgeschnitten. Das war die größte Schande, die eine Frau bekommen konnte, ja, als Strafe. Ja, ihr Frau die Haare abgeschneiden war so, das Erniedrigendste, was sie tun konnte. Jetzt abgelehnt, also abseits von Vergewaltigung oder so, ich würde mal sagen. Aber so ganz noch halbwegs im grünen Bereich, wenn die Frau halt bestraft wurde, eben die Haare abgeschnitten als Zeichen von Erniedrigung. Und dann sehen wir eben diese Frau, die den Herrn Jesus mit ihren Tränen seine Füße benetzt und mit ihrem Haar oder halt ja, mit dem Haar abtrocknet. Das heißt also, die Frau zeigt damit dem Herrn Jesus ihr höchstes, ihre höchste Verehrung. Wenn eine Frau mit ihrem Heiligton, nämlich mit ihren Haaren, die Füße eines anderen Menschen also sauber macht. Das ist die höchste Wertschätzung, die es eine Frau geben kann. War das keine Prostituierte, Tick-Tock-Sportlich? Ja, genau. Ja, korrekt, ne? Guck mal, sogar so eine Sünderin, also so eine Sünderin halt so extrem, ne? Die weiß, ich hatte ja Jesus erkannt und so, weil sie brauchte ihn, ja, er hat sie für seine Füße gewaschen, so richtig symbolisch, schön. Natürlich, natürlich, diese Frau hat die größte Wertschätzung dem Herrn Jesus entgegengebracht, mit ihrer Haare. Das ist großartig, das ist großartig. Ja, also, wenn eine Schwester sich vornimmt, ja, ich gehe jetzt wirklich lange ins Gebet, auch zu Hause, wenn sie alleine ist oder so, oder verheiratet ist und sagt dem Ehemann, dass sie jetzt das Zimmer wechselt, in die Ruhe geht, in ein anderes Zimmer und ins Gebet gehen möchte, auch da sollte sich die Schwester die Haare bedecken vor dem Herrn. Aber sonst nicht, sonst ist sie frei. Richtig, richtig. Wir sind ja nicht wie diese radikalen Islamisten, die mit Burkas, Wo man nur das Auge sieht und so, ne? Das geht ja total in die falsche Richtung. Wir sind ja frei, wir sind ja vollkommen, ne? Im Namen Herrn Jesus Christus. Ja. So ist das. Natürlich sehen wir eben Überschneidungen, parallel, auch der Islam hat ja auch einiges übernommen, vom Judentum, vom Islam. Der Islam ist ja, wie gesagt, eine Kopie von verschiedenen Facetten der Bibel plus einige Sachen, die der Islam auch noch aus dem Heidentum, aus dem alt-arabischen Heidenkult übernommen hat und daraus eine Mixturreligion gemacht hat, also eine Mischung aus Religionen, aus Hinduismus, aus Christentum, also Judentum, aber durch die Götzenreligion und so weiter und darum. Mohn, Götzler, Osterbalka. Ja, genau. Aus dem Cocktailmix. Einfach ein Cocktailmix. werden sogar Gedichtsbücher übernommen. Wir haben sogar von einem, der ein bisschen die Geburt so über den Embryo eines Menschen hatte berichtet, das hat Mohammed übernommen und das war eine falsche Übernahme. Eine Katastrophe. Das war damalige medizinische Stand. Und wir wissen ja heute eben zum Beispiel, was diese Sura 86, Vers 6 bis 7 betrifft, mit den Samen des Mannes. Und da haben die Araber damals, besonders die Welt, gedacht, dass sie aus dem Nierenbereich kommen, aus dem Lenden-Nierenbereich, der Samen da rauskommt. Aber heute wissen wir eben, dass der Samen des Mannes in den Hoden produziert wird. Das sind eben medizinische Fehler, die damals halt Stand der Dinge waren, Allgemeinstandard. Und das hat auch eben dementsprechend der Koran übernommen oder die Schreiber des Korans. Diese Fehler, diese medizinischen Fehler, haben die einfach so übernommen. Nennst du alles. Daran sehen wir, meine Lieben, dass es Katastrophe ist. Wieder nicht das Wort Gottes. Daran erkennen wir es durch Prüfen. Einfaches Prüfen. Wie ich immer wieder sagte, immer wieder, die Schriftverfälschung kann man so leicht widerlegen, indem man eben jede Geschichte des Alten Testaments hernimmt und schaut und sieht, dass das eben ein symbolisches Bild ist auf den Herrn Jesus Christus. Ein Beispiel, wie ich schon sagte, Adam fällt in Schlaf und daraus entsteht dann seine Braut. Christus fällt in den Tod und nachdem er für seine Braut gestorben ist am Kreuz, entsteht die Brautgemeinde Jesu. Adam und Eva sind ein Sinnbild auf Christus und seine Brautgemeinde. Denn vorher musste Adam in Schlaf gelegt werden, damit seine Braut entsteht. Somit musste Christus erst sterben, damit seine Brautgemeinde entsteht. Amen. Schon von Anfang an sehen wir eben diese Parallelen zu Jesus Christus und deswegen ist immer, sage ich, Gottes Signatur, Unterschrift in jedem Bericht der Bibel, damit keiner kommen kann und diese Dinge stehlen kann und daraus eine neue Religion machen kann. Ohne, dass es aufliegt. Das ist so eine eingebaute Signatur. Tief versteckt. Wenn man es spielt, dass das Original immer wieder rauskommt, dass man sieht, oh, das ist eine Fälschung. So heißt es, oder Kain und Abel, direkt geht es ja weiter nach Adam und Eva, geht es weiter mit Kain und Abel. Die Kinder von Adam und Eva. Abel, der Schafshirte, der gute Hirte, Abel, bringt das bessere Opfer, wohingegen, was von Gott angenommen wird, das ist der Herr Jesus, der gute Hirte, der sein Leben zu Opfer gibt, das bessere Opfer bringt und Kain, eben ist ein Sinnbild auf Israel, das eben nicht das vernünftige Opfer gebracht hat für Gott und deswegen das Opfer nicht angenommen wurde. Und was macht das, was macht dann eben Kain mit Abel aus Neid, weil das bessere Opfer von Abel gebracht wurde, was macht Kain? Tötet Keine Hinsamritter zu machen. Genau. Tötet den Bruder, der eben, ja, die Tug sportlich, tötet den Bruder, der das bessere Opfer gebracht hat. Also, ja, die Opferdienste von Israel wurden nicht angenommen, wohingegen das Opfer des Herrn Jesus Christus wurde von Gott angenommen. Ja, das sind einfach nur jetzt zwei Beispiele, damit man sieht, jede Geschichte des Alten Testaments, da ist die Signatur des Herrn Jesus Christus da drin, damit keiner diese Dinge stehlen kann und daraus eine neue Religion basteln kann. Damit man sofort die Unterschrift des wahren Gottes Israels darin erkennen kann und den Herrn Jesus. Ja? Was ist mit Abraham? Es geht weiter zu Abraham und seinem Sohn Isaac. Der Vater Abraham war bereit, seinen geliebten Sohn, worauf er so lange Zeit gewartet hat, zu opfern. Und der Sohn war auch bereit, hat sich hingegeben und war bereit, sein Leben hinzugeben. Also Isaac war bereit, sein Leben zu opfern für den Vater. Woher kennen wir das? Woher kennen wir diese Geschichte von Abraham und Isaac? Das ist der Gott der Bibel, der Vater. Vater und Sohn. Der Vater war bereit, sein geliebten Sohn, sehr gut. Der Vater, der bereit war, seinen geliebten Sohn, Jesus Christus, zu opfern. Und Jesus Christus, Isaac hat sich da hingegeben. Weil wir wissen, Abraham war schon so alt und Isaac war ja sehr jung, der konnte da einfach davonlaufen. Und dieser alte Mann hätte nicht dahinter, also da hingegeben, die also hinterkommen können. Hätte nicht einholen können. Aber, aber, wie gesagt, vertrauter Abraham. Abraham hat sich hingegeben. Und das ist eben das Opfer des Herrn Jesus Christus wie ein Lamm, das sich hingibt zur Schlachtung. schon wieder die Geschichte von Gott dem Vater und Gott dem Sohn, Jesus Christus, der eben geopfert wurde. So sind diese Signatur Gottes in jeder Geschichte des Alten Testaments drin, damit eben die Menschen erkennen können, damit die Menschen erkennen können, dass der Gott der Bibel nicht einfach so gestohlen werden kann, die Geschichten und daraus eine neue Religion entstehen kann. Wie der Islam zum Beispiel. Oh, Darisa. Ja. Weißt du, dass das doch nicht war? Ja. Wir wissen ja gerade, ist ja Babygeräusche, Der ist ja bei dir. Aber, du weißt, was sehr kurios und richtig krass war? Ja. Die Marlene war hoch, ne? Ja. Und die hat sich immer entstummt, ne? Ja. Und da kam ein richtig lauter Babygeschrei. Und da haben wir gesagt, Marlene, dein Babyschrei, oder so, ne? Die so, ich bin ganz alleine, ich wohne, hier ist niemand. Und jeder, der hier war, keiner hatte ein Baby gehabt. Oder denn ich nicht. Und du warst nicht oben. Ja, ich war stumm, ja. Stimmt. Du warst stumm oder du warst sogar auch einmal weg. Ja. Das war, ich hab's gehört, ich hab's nie los gehört. Ja, ich hab's gehört, das war sehr unheimlich. Das war, das war, das war, sag ich dir offen und ehrlich, das war ein Dämon. Sag ich dir offen und ehrlich. Keiner hat ein wenig gehabt, auf einem kommt so ein Geschrei. Ja, die haben versucht, hier zu, zu verwirren oder zu spüren. Ja. Das hab ich auch mitbekommen, das war richtig creepy. Genau. Siehst du, und jeder kann's bezeugen. Einmal war Bruder Reza da, er war stumm. Und jeder kann bezeugen, einmal war Bruder Reza gar nicht oben und das Geschrei war da und Marlene hat bezeugt, ich wohne allein. Ich hab auf ihre Reaktion geachtet, wenn das Kind geschrien hat, weil ich dachte, vielleicht achtet die jetzt und macht sich kurz stumm oder so. Nein. Die hat gesagt, ich wohne alleine, hier ist niemand. Das kam aber aus ihrem Mikrofon, ne? Das kam aus ihrem Mikrofon. Aber sie kam aus ihrem Mikrofon. Das war das Heftigste. Ist auch aufgefallen, dass ihr auch gestern hier Video aufgemacht habt und sich so gezeigt hat. Ja, 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 da kamen Dämonen dann dadurch. Ja, die haben so, das ist heftig. Die hat so gezeigt, so, ja, ey, Leute, ich sehe euch gerade, ne? Ich weiß, wer ihr seid und so aus. Guck mal, einer schreibt, einer schreibt hier, ihr seid paranoid. Wann willst du mich veräppeln? Nein, wir haben das uns alle vorgestellt. Jeder Einzelne, wir haben uns alle vorgestellt. Wahnsinn. Die Leute haben das alle mitbekommen. Ich hab's ja auch mitbekommen. Das waren komische Kindergeschreie. Und sogar dieser Katholik, der drin war, der meinte, das hört sich nach geschlachteten Kinder an. Ja, 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 ne? Ja, das war sehr, guck mal, Raphael bezeugt das. Raphael sagt ja, einmal war Resa nicht, da und das weiß ich noch. Die haben's gesehen. Die haben's alle gehört. Ich dachte, wo der Katholik das gesagt hat, dachte ich, hä, was ist das hier so, Baby? Ich dachte, das kommt dann auch von denen, aber auch nicht von denen. Marlene bezeugt, die ist alleine und denke ich mir, boah, das ist heftig. Wenn sogar ein Katholik sogar es sagt, das hört sich an wie Kinder, die geschlachtet werden, das ist schon heftig. Ja, das war dann halt diese Dämon, diese dämonischen Aktivitäten und der Dämon hat auch dann durch diesen Katholiken gesprochen. Ne? Mit diesen geschlachterten Kindern und hat er so gelacht dabei. Ja, ja, der hat ja gelacht, Das ist auch noch heftig. Ja. Meine Lieben, ihr habt das mit euren eigenen Augen gesehen, jeder bezeugt, das war kein Baby hier. Jeder bezeugt das. Wo der Riese war einmal nicht mehr oben. Ihr habt das doch gehört. Wurde er denn jetzt das automatisch aufgenommen durch diese Aufnahmen. Der ist doch da. Er kann das zeigen. Das ist heftig. Das ist richtig unheimlich. Und da haben wir sogar geredet, alle. Hast du ein Baby? Nein. Du, nein. Der, nein. Das war heftig. Ein, guck mal, wie redet hat das auch gehört. Das war noch kein normalen Baby-Geräusche. Das war ja richtig schon unheimlich. Ja. Ja. Das war so wie so, wie sie Chucky die Mörderpuppe so. Oh ja. Ehrlich. Und da hat jetzt jeder gesehen. Jeder eins hat das gehört und gesehen. Also das ist heftig. Ja, wo kommt das denn? Das kann doch nicht einfach aus dem Nichts kommen. Jeder hat das gehört und bezeugt. Und die hat bezeugt. Die hat sogar rumgelaufen in der Wohnung. Der hat doch gesagt, hier ist niemand. Ja. Und wurde das aufgenommen. Ja, Bruder, Danny, das Stream nimmt sich automatisch auf. Der hat das dann drauf. Der Bruder, Danny, soll das mal runter in eine Gruppe schicken. Ja, bitte. Weil das ist heftig. Das ist wirklich gruselig gewesen. Jeder hat das mit eigenen Augen gesehen. Und guck mal, dann schreibt einer, ist er paranoid. Nein, wir haben es noch vorgestellt. Und auch hier im Hintergrund dieses Bildes, was der Bruder Dennis hat. Rechts ist er dieser bekannte Komiker, der überall auf Facebook und so ganz, ganz erfolgreich ist. Der gehört auch mit dazu. Der ist auch involviert. Das ist so ein Russe, der macht Comedy. Letztens war der auch mit Palina Rodzinski und sowas von unterwegs. Ah, ja, ja. Der ist auch involviert. Ja. Der Slavik heißt da. Slavik, ja, ja, ja. Der Russe, nein. Slavik. Ja. Und so haben wir eben so viele Beispiele im Alten Testament mit den ganzen Geschichten. Das sagt der Herr Johannes, der Herr Jesu, sag ich noch an, es fünft. Ihr sucht ja in der Schrift, das war Johannes 11, glaube ich. Ihr sucht ja in der Schrift, um das ewige Leben zu bekommen. Ihr forscht doch in den Schriften. Aber ihr, ihr forscht doch nach den Schriften nach mir. Ne, so war das. Ihr forscht doch in den Schriften. Aber wenn ihr wirklich forschen würdet, so würdet ihr erkennen, dass ich es bin. Wenn das die Schrift von mir spricht. Genau, die Schrift spricht von dem Herrn Jesus Christus. Das heißt also, die Geschichten und all diese Erkenntnisse aus dem Alten Testament sind immer Hinweise auf den Herrn Jesus Christus. Das meinte der Herr. Wenn ihr in der Schrift wirklich forscht, die zeugen von mir. Das heißt, ihr müsstet mich erkennen in jeder einzelnen Geschichte des Alten Testaments. Ich bin das. Also die verweisen auf mich. Daraufhin habe ich euch jetzt auch ein paar Beispiele gebracht, damit ihr eben seht, dass die Geschichten immer eine Geschichte auf den Herrn Jesus, ein Sinnbild auf den Herrn Jesus Christus sind. Hier ist jemand gerade, der fragt mich gerade ständig, wer Jesus für mich ist. Ich schreibe zu ihm, Jesus ist Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die drei sind eins. Und ich soll euch jetzt auch fragen, dieser eine hier, Punkt, Punkt, Punkt. Frag mal Pavlos und Reza, damit wir die das erklären. Ich weiß jetzt gar nicht. Wer Jesus ist? Warte mal, Bruder Pavlos, kannst du einen Stream starten, weil ich muss los? Achso. Ja, okay. Dann starte ich jetzt ans Team. Ja, weil dann geht mal alle... Bruder Danny, bevor du ausmachst, Bruder Danny. Warte, warte. Du hast doch auch dieses Baby-Geschrei gehört, ne? Nicht jetzt. Weißt du, wo ich dieses Mal Lena da war? Bruder Riesa war da nicht oben, ne? Ja. Ey, war da nicht groß. Ich download mal diesen Stream, damit du das noch hast einmal, damit wir es hören können selber. Ja, keine Ahnung. Weil ich sie geschrieben habe, war doch nicht nur Mike, weil kein Baby hier. Ja. Ja. Und der Herr segne auch eure Drohungen. Also was heißt Drohungen? Möge der Herr eure Augen öffnen und dass ihr damit aufhört und dass ihr, ja, zur Erkenntnis kommt und zu dem wahren Gott kommt und dass ihr euch demütigt und dass ihr einfach mal auf die Knie geht und einfach mal fragt, Gott, wer bist du? Einfach mal dir diese eine Frage stellt. Weil ohne die Wiedergeburt werdet ihr in das Reich Gottes nicht eingehen. Eure Religionen können nicht retten, nur der Herr Jesus kann retten und der Herr Jesus wird euch auch frei machen. Da gebe ich Hand und Siegel drauf, weil er liebt euch unendlich und er möchte, dass niemand verloren geht. Amen. Da mache ich jetzt den Stream weiter. Da mache ich jetzt andere. Ja, dann folgt alle mal Pablos. Folgt mal alle jetzt Pablos und ja, Pablos wird jetzt den Stream starten. Aber eins möchte ich euch noch sagen. Leute, ich bitte jeden Einzelnen noch mal, macht euch einfach mal auch darüber Gedanken, was wir jetzt auch gesagt haben und verhärtet auch nicht eure Herzen selber, sondern demütigt euch doch einfach mal und fragt einfach mal Gott, wer bist du? Stellt euch einfach mal, stellt ihr einfach mal diese Frage, wer bist du, Gott? Das ist eine berechtigte Frage. Amen. Jeder, der die Namen der Stern anruft, der wird gerettet werden und wer mich sucht, der wird mich finden und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Das ist ein Versprechen. Wunderschön. Dann mache ich jetzt einen Abend. Bruder Reza, der Bruder mit der Flagge kommt, dann alle rein. Ja, das wird es sich. Bis gleich. Ich hoffe, es geht alle bei Pablos rein. Bis dann. Damit in Berührung kam, dass Mohammed eben mit einer 6-Jährigen geheiratet hat und dann war er in der 6-Jährigen geheiratet. Ich meine, ja. Aber Reza, Reza, das kam doch auch nicht. Und dann muss auch kein Rakat geben. Mit Gottes Worten, Sujud kennen kein Rakat, das ist alles unnötig. Wenn ein Vorbild sowas macht, dann ist es vorbei für mich. Da braucht man doch kein Sujud, Rakat, Womengebet und so weiter. Das ist alles dann unnötig. Reza, du hast dich nicht mal mit dem Islam beschäftigt. Ich brauche es doch nicht mehr, wenn mein Vorbild ein Kind heiratet. Da brauche ich doch kein Islam. Weißt du, Reza? 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 Weißt du, was ein Etweta-Ilai ist? Was interessiert das denn? Wenn jetzt Mohammed eine 6-Jährige heiratet, Ey, sag rein, du verkaufst Jetzt alle beide ruhig. So, was ist die Weisheit dahinter, dass Mohammed eine 6-Jährige geheiratet hat und mit 90 Spätser gehabt hat? Er hat nicht eine 6-Jährige geheiratet, Digga. In der Nabi steht, in der Nabi steht, in der Nabi steht, Oh nein, Antwort du dir jetzt mit deinem Islam beschäftigt. Nein, 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 nein. Der Pubertät fang ab. Okay, du willst nicht reden. Mokro, wir reden mit dir. Also, Mohammed eine 6-Jährige geheiratet und eine 9-Jährige Geschäftsherkehr gehabt. Das ist immer so ein Thema, das man gerne anwenden tut, aber ihr vergesst eine Sache. Ihr wartest im Christentum nicht tagtäglich. Nein, war es nicht. Jetzt bitte nicht. Nein, bei der Bibel war das nicht so. Durftet hier keine 3-Jährigen heiraten? Nein, das stimmt gar nicht. Das haben die erfunden, die Muslime hier mit den Juden. Das stimmt überhaupt nicht. Das steht doch in der Bibel irgendwo. Ich weiß jetzt nicht wo, aber das steht doch irgendwo. Nirgendwo steht das in der Bibel. Das ist islamische Propaganda. Wie bitte? Das steht nirgendwo in der Bibel. Das ist islamische Propaganda, was du da aufgesaugt hast. Das ist irgendwo im Internet. Bist du dir wirklich sicher, sicher, sicher? Tausendprozentig. Ich kann nicht darüber reden, weil ich habe jetzt die Bibel nicht gelesen, weil ich bin ehrlich. Nein, du hast eine islamische Propaganda gelesen, keine Bibel. Okay. Lass euch hier jetzt schon, es geht kein Bibelfest. Guck mal, aber da steht einer, der sagt, die Bibel ist der Bibel. Wir müssen jetzt wieder auf, nein, 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 das ist jetzt Ablenkung. Bitte jetzt auf Aisha. Sechs Jahre, geheiratet, neun Jahre Geschlechtserkehr. Wie stehst du dazu? Sagst du, sagst du, das ist okay? Oder sagst du, verwerf ich? Ich mache es einfach kurz und knappisch. Ich weiß, dass Leute irgendwas raushören wollen, aber ich sage dir was, alles, alles, wenn es so ist, wie es geschrieben ist, jeder Punkt, jeder Komma, glaube ich daran. Wenn es so sein soll, dann ist es so. Das ist so. Da steht in Sai al-Bukhari, da steht in 6130, da steht in Sunan, an Nassai, 3378. Moment, Moment, steht es im Koran? Ja, Surah 65, Vers 4. Du kannst es mit uns vorlesen? Ja, bitte, ich zeig dir das. Hier, hier, hier ist die Koranstelle. Lies selber. Bitte schön. Warte, hier. Bitte schön. Was steht da? Surah 65, Vers 4. Lies mal vor. Es geht um die Scheidung, also, die sind schon verheiratet. Jetzt geht es nur um Scheidung. Lies. Welche Frauen sind gemeint? Welche Kategorien? Ich sehe drei Kategorien Frauen. Was siehst du? Lies mal bitte laut vor. Mir bitte? Lies mal bitte vor. Dann erwähne das, was du jetzt so verstanden hast. Nein, lies du. Lies mal bitte. Lies doch mal du bitte. Na, weißt du was? Ich lese lieber in Ibn Abbas und Tafsir. Meine Aussage ist egal. Weißt du warum? Nein, lese es doch. Nein, wir lesen direkt Ibn Abbas, der Cousin von Mohamed da steht da. Lies mal vor. Ja, guck mal, du bist mit auf Lies mal, Lies mal. Lies mal bitte den Tafsir. Ist das nicht eine schienzische Seite? Nein, Lies mal vor. ist Tafsir. Ibn Abbas ist Sundar, nicht Jihir. Ibn Abbas ist der Cousin von Mohamed, das ist Sundar. Okay, okay, ist ja alles cool. Dann lese es. Komm, haut mal raus. Ja, bitte, liest du. Du hast es noch vor dir, damit du Bescheid weißt. Ich bin nicht so gut im Lesen, deswegen, ne, ich mach ja ich hab Halsschmerzen. bitte Lies. Dreda, lese du mal bitte vor. Das gibst du gar nicht. Moko, schämst du dich? Was für ein Problem hat mit Lesen? Ja, ich hab ein Problem mit Lesen, deswegen versteh ich nicht, warum ich nicht so lehne. Also bist du wie Mohamed, ein Anaphabet oder wie? Ich bin kein Anaphabet, ich kann nicht so gut lesen. Ganz langsam lehnen, Moko, die an der Menschen zweifeln, wegen des Alters. Wenn ihr Zweifel habt an ihrer Wartezeit, ihre Wartezeit soll drei Monate betragen. Woraufhin ein anderer Mann fragte, oh Gesandte Allahs, wie steht es mit der Wartezeit derjenigen aus, die keine Menstruation haben, weil sie zu jung sind. Also Kinder, die noch keine Pubertät erreicht haben. Lies sogar weiter, oder lies nochmal weiter, lies nochmal weiter. Ja, weil sie zu jung sind. Und diejenigen, die das nicht haben, aufgrund ihres jungen Alters, beträgt ihre Wartezeit auch drei Monate. Genau, fertig. Also, junges Alters, keine Menstruation, das heißt Kinder. Sie sind verheiratet schon. 65 Vers 4. Genau. Diese sind schon verheiratet und jetzt geht es um die Scheidung von solchen kleinen Kindern, die keine Menstruation hatten und schon verheiratet wurden. Und auch deren Wartezeit beträgt drei Monate. Hier geht es um verheiratet und Scheidung von kleinen Kindern, die noch nicht ihre Menstruation hatten. Lieber Mokro. Ich sage dir ganz ehrlich, das ist mir jetzt neu, ich sage dir ehrlich, wie es ist. Siehst du? Aber wenn du jetzt beispielsweise sagst, die verklickern dir nur eine Walt Disney Version von Islam, die der Wahrheit nicht entspricht. Nein, wartet, wartet, aber ich bin noch nicht zählend. Es ist mir neu, aber wenn es so sein sollte, stehe ich dahinter. Du stehst hinter Kinderheirat. Du kannst keine Menstruation halten. Noch einmal, guck mal, noch einmal. Noch einmal vor euch alle. Habt ihr das alle gehört? An alle Tats, Leute, habt ihr das gehört? Nein, hört mal zu, ihr versteht eine Sache nicht. Ich verstehe das nicht. Guck mal, wenn es so sein sollte, auch wenn es auch für uns zuwider ist, und sagt, ah, das kann nicht so sein, aber wenn es so, es kann ja auch sein, dass es ja auch nicht stimmt. Es kann ja auch sein, Wenn das so ist, was machst du dann? Dann ist es so. Du stehst, da ist es so. ein fünfjähriges Kind heiratet und nicht hier ist. denkst du, guck mal, in dieser heutigen Gesellschaft ist es sowieso nicht mehr möglich. Schon mal ganz klar. Schon mal ganz klar. Und ihr müsst auch wissen, dass auch wenn man in Marokko geht oder in anderen Ländern, also die Mädchen, die 12, 13 sind, viel reifer sind als die Frauen hier in Europa. Das ist auch ganz klar. Das weiß auch jeder. Aber nichtdestotrotz, es geht mir gerade nur darum, wenn es so sein sollte, würde ich jetzt nicht sagen, oh nein, ich werde jetzt den Islam verlassen. Auf gar keinen Fall. Aber du hast kein Problem damit, kein moralisches Problem, dass ein sechsjähriges Kind... was zu tun. Guck mal, ihr haut ja ganz halt islamische Sachen raus. Es gibt bestimmt, 100% auch in der Bibel, irgendwelche Sachen, die euch zu widersen. Guck mal, du bist unern. Nein. Alles Eierfreude, das geht nicht. Nein. Ja, genau. Müsst du noch mal das Nein hören? Alles, was da steht, was der Herr Jesus sagt, vollkommen, sogar so vollkommen, so gut, dass wir sogar zu schlecht sind dafür. Aber hier haben wir eine Sache bei Islam, die so schlecht ist, dass man es nicht überwinden kann, es zu tun, weil es total gegen das eigene Gewissen geht und gegen die Menschlichkeit. Guck mal, ich sage ehrlich, ich habe jetzt kein Wissen darunter, ich rede gerade aus Emotionen, aber ich sage euch nur was. Ich weiß, dass 100% in vielen Videos und viele gute gelehrte oder nicht gelehrte Prediger es schon tausendmal widerlegt haben, dass auch in Bibeltum irgendwelche Sachen in diese Richtung gehen. Nein. Da muss ich euch schon ehrlich sein. Ich glaube, Risa, du hast auch viel damit debattiert. Ich glaube, du hast auch sehr viel mit Leuten, die ein bisschen mehr Wissen haben, auch mit denen schon darüber geredet. Ja, die einen stehen dazu und sagen, ja, wenn das unser Prophet gemacht hat, da stehen wir dazu, so wie du. Und die anderen sagen, nein, nein, sowas steht nicht im Islam und verleugnen sogar ihre eigenen islamischen Quellen. Wir haben diese zwei Parteien. Hallo Pavlo, hallo Risa, hallo, hallo, grüßt euch. Sag mal, ganz ehrlich, jetzt, wir sind ja keine Kinder, wir sind alle erwachsene Männer, erwachsene Menschen. Wir werden irgendwann mal diese Erde verlassen, egal was ist, wenn ich jetzt hier mit Bibelzitate komme, wo drauf steht, alle Mädchen, alle Frauen, die keine Jungfrauen mehr sind, sollen getötet werden. Oder die ist so nicht mehr normal. Moment, lass mich mal bitte ausreden. Lass mich mal bitte ausreden. Lass mich mal bitte ausreden. Es ist okay, es ist okay. Man kennt den, hör mal zu Pavlo. Nein, nein, nein. Lass mich mal aufreden. Nein. Mit Zijiat, bleib doch erstmal bei Koran-Thema. Wir machen ein Häkchen und dann können wir zur Bibel wieder gehen. Nein, nicht immer bei Koran. Wir machen das fair play. Ich möchte fair play haben. Fair play bedeutet erst Kur- Nein, nein, erst Koran, dann gehen wir wieder auf People und danach Bibeln, wieder Koran. Jeder wird die Erde verlassen. Jeder ist für sich selbstverantwortlich. Jeder wird unter die Erde gehen, jeder wird unter die Erde gehen und es wird gefragt, was hast du getan, was hast du gesprochen auf die Erde. Jeder sollte Respekt haben vor eine andere Religion, vor alle Propheten, vor alle Religionen. Sollte Respekt haben. Keiner soll reden, Mörder, Vergewaltiger, Rissa ist ein Arsch, Jihad ist ein Arsch oder sonst was. Jeder sollte Respekt haben. Diese Menschen sind nicht unter uns mehr. Die können sich nicht wehren, sie können sich nicht verteidigen. Das einzige, was ihr macht, ist nur Unruhe stiften. Nein, 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 die islamischen Quellen haben wir ja. Egal, ob Jude, es ist nicht unbedingt lebendig sein, Mohammed. Die haben ja seine Schrift. es ist egal, Rissa, hab einfach Respekt. Ich habe Respekt, aber die müssen doch die islamischen Quellen aufschlagen. Da muss nicht immer jemand lebendig sein. Das muss nicht Abu Bakr lebendig sein oder so. Also hör auf, ich dumm zu stellen, ich gehe von alleine raus. Ich gehe von alleine raus. Nein, lass mich einfach rausreden, dann gehe ich raus. Ich bin nicht hier. Also wenn du ein Gespräch stimmst, nicht einfach irgendwas sagen und dann gehen raus. Entweder bist du hier, um ein Gespräch zu führen oder gar nicht. Ja. Mein Lieber, es muss nicht immer jemand lebendig sein vor tausend Jahren. Wenn etwas über ihn geschrieben steht, danach gehen wir. Wir schlagen es auf und prüfen das. Und wir haben die islamischen Quellen und die besagen, dass Mohammed mit 54 Jahren ein sechsjähriges Kind ja heiraten. Guck mal, komm, Rizal, Rizal, das will ich nicht mehr hören, weil das ist Lüge. Das ist Lüge. Das stimmt einfach nicht. Da steht die Zeit. Pablo braucht mich nicht immer auf stumm zu machen. Ich will einfach nur sagen, ich will da ein Zeichen zu machen. Jetzt zeige ich mal. Ich lasse mal Quenze. Noch über Moses, noch über Mohammed, noch über Rizal, noch über Pablo. Ich sollte Respekt haben voreinander. Das bringt einfach nicht. Das ist Unruhe. Ich habe doch Respekt vor dir, Dschihad. Lies mal, Jihad oder Reza. Wir haben doch Respekt vor dir, aber wir reden jetzt über die Sunda. Um Taler zu verdienen, auf Diktok. Guck mal, Zayel Bukhadi, mein Lieber. Nein, Dschihad, bitte mal. Nein, komm, wir machen mit ruhige Stimme. Zayel Bukhadi, warte doch, Dschihad, bitte. Nein, lass mich nicht schreien. So, Zayel Bukhadi, 6,1. Ich will das nicht hören. Das gibt es auch gar nicht. Ich will das nicht hören. Ich will das nicht hören. Ein Beispiel von einem Muslim, der das nicht hören will, weil ihm das zuwider ist. Diese islamischen Sachen gefallen ihm nicht. Da hast du zum Beispiel einmal, wie ich gesagt habe, es gibt zwei Arten von Muslimen. Eine, die diese Quellen nicht hören wollen, weil es ihnen zuwider ist und die anderen, die sagen, ja, wir stehen dazu. Und das war jetzt gerade ein Beispiel von einem Menschen, der eben den Islam nicht so haben will, wie es ist, sondern der Islam sich gebacken hat, wie es ihm gefällt. Reza, aber lass ihn doch. Guck mal, ich sage dir nur eine Sache. Ich mache doch nichts. Ich will nur sagen, womit wir es zu tun haben hier auf der Erde. Ja, das ist halt so. Das ist halt so Leben. Aber egal. Guck mal, auf jeden Fall, das Thema, ich habe da kein Wissen. Und du weißt ja, du warst ja auch Ex-Muslim. Du weißt ja, warum soll ich über was reden? Ich bringe mich in eine Ecke, wo ich dann aus Emotionen rede, wo ich aber kein Wissen habe. Das ist auch für mich Blamage. Ich sage aber nur so dazu, ich kann nur das so sagen, wenn es so sein sollte, Reza, das ist mir sehr wichtig, das ist wirklich wichtig für alle hier. Wenn es so sein sollte, dann bin ich der Letzte, der würde sagen, nein. Das ist ja Schwachsinn. Dann würde ich ja nicht zu meiner Religion stehen. Verstehst du? Aber du sagst ja noch, du bist ja ehrlich wenigstens, bist du ehrlich und stehst zu denen. Aber ich will ja, dass du nicht zu dem Schlechten stehst. Du sollst ja das verlassen, was schlecht ist. Wer schlecht ist und so, das können wir als Menschen nicht behaupten. Sagst du dir, wie ist es? Wenn du jetzt eine 5-jährige Tochter hättest und da kommt ein 55-Jähriger und sagst, nach Propheten Mohammed will ich deine Tochter 5-Jähriger. Würdest du das machen? Nein, Reza, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du mir jetzt im Vergleich geben willst und darauf ich antworten soll. Wie gesagt, ich würde jetzt emotional darauf antworten. Aber ich weiß, dass es in anderen Ländern ganz anders ist. Das weißt du ja auch. Wenn du herausfindest, dass das wirklich so ist, heiraten von Kleinkindern ist erlaubt, die keine Menstruation hatten und auch die wieder scheiden lassen. Du findest heraus, dass das alles stimmt, so wie ich dir das jetzt gerade gezeigt habe. Aber warte, guck mal, das Problem ist, wir will jetzt emotional reden und ich habe kein Wissen davon. Am Ende ist es gar nicht so. Du findest Wissen darüber und du findest heraus, dass das so ist. Würdest du dann immer noch dazu stehen? Guck mal, guck mal. Oder sagen, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Ich weiß, was du meinst. Natürlich, du redest jetzt von dem Moralischen und so, aber ich sage dir doch, ich habe kein Wissen davon. Ich habe echt kein Wissen. Ich weiß, aber wenn du es selber geredet hast und wenn du Wissen hast, dann lass es das, dann guck mal, dann dräng mich nicht in eine Dingsdienst, dann lass mich doch dann selbst entscheiden, was dann für mich richtig oder falsch ist. Ja, natürlich wirst du selber entscheiden. Ich kann dich doch nicht zwingen. Du wirst selber entscheiden, aber ich frage nur, was mit der Entscheidung das sein soll, was du dann treffen mit Kinder heiraten. Genau, das muss ich dann mit mir selber vereinbaren. Okay, alles klar. Nächstes Gespräch, aber dann, wie du mir wenigstens aneignest. Nicht, dass du hier rausgehst und sagst, boah, das Thema ist mir zu heftig, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Nein, 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 du hast ja, wenn du mich jetzt schon so kennengelernt hast, du machst einen ehrlichen Eindruck. Nein, ich sage dir ganz ehrlich, das ist ein sehr krasses Thema, auf jeden Fall. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich muss auch, dass ich auch dann auch reden kann, weißt du, weil ich habe kein Wissen davon. Und das ist dann, ja, das ist dann scheiße, weil ich rede jetzt emotional und das ist doch nichts. Ich bin jetzt vor kurzem zugekommen, in welches Thema geht es genau? Um Kinder heiraten im Islam. Man muss erst mal so bedenken, dass Kinder zu dieser Zeit ein bisschen anders, also dass das ein bisschen anders gedacht war. Beispielsweise auch im 18. Jahrhundert durfte man in Amerika mit sieben heiraten und in Großbritannien war das, ich weiß nicht, welches Jahr das war. Mir ist sogar in Afrika ein, mit ein Jahr heiraten, mir so egal. Was sagt die Bibel? Also es geht jetzt um Religionen, ne? Und da haben wir den Islam und der befürwortet das. Stehst du dahinter? Einscheid mit deiner Argumentation. Ja, es kommt, ich sag jetzt nicht, dass ich dahinter stehe. Also es kommt, ne, 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 du musst erst mal sagen, ob du dahinter stehst. Man muss auch die Zeit bedenken, man muss auch die Zeit bedenken. Nein, 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 das ist auch nur die jetzige Zeit. Ja, 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 die jetzige Zeit, in der jetzigen Zeit sieht man das alles anders. In der jetzigen Zeit sieht man das alles anders. So muss man das sehen. Weil die jetzige Zeit anders ist, als wir es vor 1450 Jahren haben. Hallo, Euro 65 Vers 4 der Koranstelle ist nicht abgeschafft. Das ist noch heute Geld. Ich hab mein, ich hab mein Koran hier bei mir. Warte, gib mir einen Moment. Ja, bitteschön, ich hab sogar den Tafsir bei mir. Ja. Ich kann mir doch den Tafsir sogar dabei lesen. Ist das nicht schön? Nein, gib mir kurz einen Moment. Okay, bitteschön, den Tafsir, du kennst ja Ibn Abbas, der Cousin von Mohammed. Und er ist nicht der einzige, ne? Ibn Qatir, Al-Jelalain, Al-Qutubi, alle Tafsirer erzählen das Gleiche. Gib mir, gib mir kurz einen Moment. So, du sagst 65 Vers 4. Lass mich dir den anderen vorlesen. Wenn ihr Zweifel hegt über jene, eure Frauen und keine Menstruation mehr erhoffen, dann wisst das, ja, warte mal, leid, ich bin nicht so gut lesen, ihre Frist drei Monate beträgt und das Gleiche gilt für diejenigen, die noch keine Menstruation gehabt haben. Und für Schwangere sollen die Frist so lange dauern, bis die zur Welt bringen. Ananasik, äh, tu nicht. Eieieiei. Was hast du gesagt? Ich hasse die deutsche Sprache. Guck dir, dass er was dir gesagt hat, er so, ananasik. Ich hasse die deutsche Sprache, das tut mir leid. Er lief Koran und sagt solche Wörter. Eieiei. Hat dir das gesehen? Er hat das erkannt. Er hat erkannt, dass ein Kind der Gemeinde, der hat nur den Koran gelesen, nicht mehr den Tarsier, der noch ananas ist. Soll ich dir sagen, warum ich gerade geflucht habe? Einfach aus dem Grund, dass ich die deutsche Sprache hasse und die deutsche Sprache nicht so gut mehr herrsche. Ja, sei ruhig. Sei ruhig. Pablos, der liest gerade aus seinem Wort Gottes von seinem Gott und sagt solche Sachen dabei innerhalb von einer Sekunde. wäre mir der Sportbote. Aber Reza, Reza, verurteile ich mich deswegen. Vielleicht weiß er es auch nicht. Aber, aber, nein, Mokro, er hat nur den Dings gelesen, nur den Koran hat er gelesen, ne? Nicht mehr den Tarsier. Und er hat das durch Koran lesen jetzt sogar verstanden. Was redet ihr, Digga? Was war die krass ist? Du hast es so gedacht, dass er geflucht hat, weil es ihn jetzt nur wieder wäre. Aber war nicht so. Nein, das ist nicht so. Ich hab nicht geflucht, weil es nicht so wieder ist. Nein, nein, warte, Dennis. Man flucht einfach. Wenn man Koran liest, danach flucht man. Ist okay. Nein, Pablos, ich sag dir doch, er weiß es nur nicht besser. Ey, der Reza kann dir da richtig krasse Themen sein. In unserer Jugend heute, die ganzen Türken, die ganzen Marrocks. Du wolltest mich jetzt bei Appenier kommen. Dennis, warum hast du geflucht? Ich kann dir ganz einfach sagen, warum ich geflucht habe, und zwar, weil ich die deutsche Sprache schon lesen hasse. Warum? Was hast du bei der deutschen Sprache erkannt? Junge, ich hasse das Lesen ganz einfach. Was hast du bei der deutschen Sprache erkannt? Hast du erkannt, dass Kinder gemeint sind? Ich bin nicht mal so gut, ich bin nicht mal so gut. Hast du mit der deutschen Sprache erkannt, dass Kinder gemeint sind? Erklär mir ganz kurz, was Menstruation heißt. Ganz kurz. Das gibt es doch gar nicht. Ich bin nicht so gut, in Deutsch habe ich doch gerade gesagt. Menstruation. Du bist schon für ein kleiner Hetzer. Im Ernst. Nein. Ihr wollt mich doch weiter veräppeln, ne? Ihr wollt mich doch weiter auf den Arn nehmen hier. Ne, warum denn? Bruder, Reza, komm, erklär mal, was Menstruation ist. Ne, ne, warte. So mit den Damen hoch, dann erklärt die, was Menstruation ist. Ich muss natürlich den Vers auslegen, darf er aber nicht als Muslim. Ich darf nicht einfach jetzt den Vers nach seinem Gutdünken auslegen. Der muss zu den Mufassirin gehen, zu den Gelehrten, die eben alles aus einer Überlieferungskette von Mohammed selber bekommen haben, die Auslegung der Koranvers. Und du hast ja schon eine Tafsir von Ibn Abbas schon da, kannst du dem zeigen, dem Dennis. Ja. Da weißt du genau, welche Frauen das sind, die noch keine Menstruation hatten. Bitte schön. Dennis, willst du lesen einmal laut? Ich lese in meinem Kopf, alles gut. Nein, 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 laut. Nein, ich lese nicht laut, alles gut. Nein, 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 komm, komm. Okay. Reza und Paulus, ich bedanke mich, mein Akku geht gleich leer, aber... Ich habe gerade Zendung gelesen. Ich gehe raus, Chris, aber danke nochmal für das Thema. Und wie gesagt, wie ich euch schon da stehe, ich muss mich mit diesem Thema auf jeden Fall befassen. Und wie gesagt, ich stehe aber trotzdem zu allem, solange ich noch kein Wissen habe, egal was der Islam sagt, stehe ich dahinter. Bis ich natürlich auch mein eigenes Wissen Du wirst es sehen, du wirst es erkennen und dann hoffentlich wirst du auch die richtige Entscheidung treffen, ne? Jesus liebt dich, Jesus ist die Wahrheit, mein Mitlieber. Lies und prüfe, das empfehle ich dir. Gottes Leben. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag, vielleicht hört man sich mal wieder. Okay, Leute, macht's gut, gell? Macht's gut, ciao, 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 ciao. Was braucht ihr jetzt? Ich habe das jetzt gelesen. Was hast du da gelesen? Was hast du da gelesen? Erklär mal, hat dein Wort. Ich habe gelesen, ganz einfach. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Menstruation ist. Monatsblutung der Damen. Bitte jetzt mal kurz für den lieben Mokro ins Gebet gehen, weil ich glaube, dass der Vater ihn sehr stark zieht. Das ist so mein Gefühl, glaube ich. Bitte kurz ins Gebet gehen für ihn. Dann warte, ich warte, Dennis, gib mir zwei, gib mir ein paar Sekunden, ja? Ein kurzes Gebet soll schon gemacht werden, man soll nicht drauf warten. Ja. Okay. Wenn du bereit bist, Bruderese, sag Bescheid. Ja, ich bin durch. Ich habe schon jetzt gerade Gebet entfählt. Also, Dennis, was hast du rausgelesen? Gib es mit deinen eigenen Worten wieder. Mein Deutsch ist dafür, glaube ich, ein bisschen zu eingeschränkt. Was ist junge Mädchen? Also hier steht, O Gesandter Allahs. Wie sieht es mit der Wartezeit diejenigen aus, die keine Menstruation haben, weil sie so jung sind? Sind das Kinder gemeint? Ja, damit sind natürlich die Kinder gemeint, ja. Was ist denn Sura 65? Wie heißt die Sura? Wie heißt die Sura 65? Wie heißt die Sura 65? Wie heißt die Sura 65? Scheidung. Scheidung. Also geht es um Scheidung. Und dann geht es bei den Kategorien der Frauen, es gibt drei Stück, eine die Ü50, die keine Menstruation mehr bekommen können, weil die so alt sind, einmal die Kinder, weil die noch nie haben, und einmal die Schwangeren. Durch Schwangerschaft kriegen die keine Menstruation. Heißt, bei den drei Kategorien gibt es gewisse Wartezeiten und Fristen, bevor man sich scheiden lässt und so weiter. Also sehen wir, Kinder sind verheiratet mit muslimischen Ehemännern. Also erkennen wir, dass es eine Katastrophe ist. Was sagst du dazu? Also ich bin, warte mal, in den Kopf kommt gerade nicht, warte einen Moment, ganz kurz. Ich habe gerade ein bisschen zu viel gedacht. So, ähm, was ich sagen wollte, war gerade irgendwie, ich bin noch im Halbschlaf, tut mir leid. Ähm, bitte wiederhol noch einmal, was du gesagt hast. Das ist bekannt. Oder Risa, kannst du es mit deinen Worten geben? Vielleicht habe ich schon schlecht geredet. Es gibt eine Umscheidung eben von drei Kategorien von Frauen. Also die erste Kategorie sind die Frauen, die schon zu alt sind und deswegen keine Menstruation bekommen. Die zweite Kategorie sind aber Kinder, weil sie zu jung sind, noch nicht ihre Menstruation hatten. Und eben die dritte Kategorie, eben die sind die Schwangeren, die keine Menstruation haben. Und eben diese zweite Kategorie, weil die zu jung sind. Es sind also Kinder, die noch keine Menstruation hatten, weil sie noch zu jung sind. Und die hat man schon geheiratet und jetzt geht es um ihre Scheidung. Okay. Wie findest du das, dass man Kinder heiraten sollte, die noch nicht mal in die Pubertät kamen? So fünf-, sechsjährige. Also, es ist halt, guck mal, wir leben halt jetzt in einer Zeit, da ist das anders als damals. Damals war man schon erwachsen, als man in die Pubertät kam. Okay, das ist jetzt, ihr sagt gerade, die, die keine Menstruation haben, sind kleine Kinder. Habt ihr recht. Das ist jetzt so, mir wäre das relativ, jedoch ist es halt, wenn das jetzt ein ganz erwachsener Mann ist, der ein Kind heiratet, was noch nicht die Menstruation, also was noch nicht die Menstruation hatte, ist das jetzt in dieser Zeit ein bisschen bedenklich. Bisschen bedenklich. Ach so, in dieser Zeit nur ein bisschen bedenklich, oder? Ja, sehr bedenklich. Also nicht komplett wahnsinnig böse, sondern nur ein bisschen bedenklich. Aber in anderen Zeiten, darf man so Kinder missbrauchen. Das ist eine andere Zeit, da kann man nicht, ich kann, ich habe mich in dieser Zeit gelegt, ich kann nicht, es geht nur nicht um andere Zeit, es geht um eine moralische Handlung. Moralische Handlung. Okay, gut, dass ich gerade weiß, was das heißt. Ja. Du kannst du nicht sagen, wenn du jetzt da stehen würdest, das geht auch für die Frauen, die gerade geboren sind, drei Tage alt sind, ihr müsst da zwei Tage warten, wenn ihr sie erscheiden ist. Dann kommst du und sagst, ja, im Altertum war das normal, dass man mit Babys verkehrt. Guck mal, aber es gibt ja auch quasi, okay, das ist jetzt normal, dass man Menschen isst. Das heißt, dass wir das Menschen essen, nur mal das normal ist, in einer bestimmten Zeitepoche. Nein. Gottes Wort ist immer zeitlos, gültig und immer über alles. Ja, das hat mich schon recht, jedoch, was ich gerade sagen will, ist hier, wie heißt das, dass zu den anderen Zeiten andere Regeln geherrscht haben, weißt du, was ich meine? Nein, stimmt nicht. Das stimmt doch nicht. Die Bibel war 40 Jahre alt. Warte mal kurz, Toni. Die erste Frau von Mohammed, die Khadija, die war 40 Jahre alt. Es war nicht normal, Kinder zu heiraten. Das ist eine Lüge, dass das nicht einfach so als Dinges gehört. Das ist das Wart mal, aber ein Kind, das war nicht normal. Ein Kind ist ja eigentlich erst so, ich weiß nicht, wie viel das damals war, aber ich habe jetzt so ein paar Dinges gehört, dass das jetzt in verschiedenen Teilen war, war man erwachsen, sobald man in die Pubertät kam. Ja, aber Aisha war ja noch nicht mal in ihrer Pubertät. Aber nicht mit neun. Ja. Nicht mit neun. Und die Bibel sagt, in Korinther 1, 36, Entschuldigung, in Korinther steht, dass man warten soll, bis sie über die Reife kommt. Wenn sie über die Reife ist, was heißt über die Reife? Wenn sie 18, 19, 16, 20, das ist über die Reife. Und nicht mit einem 50-jährigen Mann, sondern mit einem Gleichältrigen. Guck mal, ich bin Roma, ich bin Zigeuner, ja, und wir heiraten auch Jungs. Aber wir heiraten nicht an älteren Männer, unsere Töchter, sondern gleichaltrige Jungs, auch die 16, 15 sind. Es ist niemals erlaubt gewesen, dass man Pädophilie war niemals erlaubt. Und ich bin Zigeuner, ich bin Roma, ja, und wir heiraten sehr jung, mit 15, 16 heiraten wir. Aber nicht mit Pädophilen. So war niemals erlaubt. Und wie lange gibt es schon Zigeuner? Über Tausende von Jahren. Wir sind eigentlich... Über Tausende von Jahren stimmt nicht. Doch, doch, doch. Nein, ihr stammt aus Indien ab. Von wo kommen wir denn? Von wo kommen wir... Aus Indien. Aus Indien. Es sind ja keine Menschen oder was. Aus Indien? Nein, stimmt nicht. Nein, stimmt nicht. Nein, stimmt nicht. Das ist eine Aussage. Also keine Wurzeln sind in den jüdischen, rüdischen, christlichen Wurzeln, aber nicht indischen. Nur weil wir nach Indien vielleicht da gewandert sind, das hat gar nichts zu bedeuten. Alles klar, gut. Du kennst dich in deiner Kirche besser aus als ich, aber spielt ja keine Rolle. Ich bin Roma, ich bin Roma. Wir haben nichts mit Indien zu tun. Wir haben da, wir haben da mal vielleicht gechillt oder keine Ahnung. Gechillt? Wir haben kein Land gehabt. Ja, guck mal, Rumänien, also Roma, Zigeuner sind ein ziehender Volk. Wir sind immer rumgezogen von Land. Wir haben kein Land. Die ganze Welt gehört uns. Zigeuner, wir haben die ganze Welt, wir haben kein Land, aber die ganze Welt gehört uns. Ihr seid doch von Indien, aber ich kann mich, ich kann mich erinnern, dass ihr aus Indien geflüchtet seid, weil ihr verfolgt worden seid. Ja, wohnen wir auch mit den Juden zusammen. Meine Lieben, meine Lieben, lass nicht darüber reden, lass nicht darüber reden, über Nationalität. Nein, 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 ich will nicht über die Nationalität, das ist vollkommen egal. Ich will nicht darauf eingehen. Ich wollte nur, weil er das so verkauft hat, als wäre seine Vorfragen. Nein, ist egal, ist egal. Ich will nicht über die Nationalität, ich möchte jetzt über die Stelle noch eingehen. Bruder Reza, du, der Koran gilt ja für alle Muslime, alle Zeit, und Mohammed ist das perfekte Vorbild für alle Muslime, und seine Taten sind bindend für alle Zeiten. Alles, was er getan hat, ist perfekt und nachahmbar, nachahmenswert für alle Muslime. Das heißt, Dennis muss auch jetzt versuchen, eine 5-Jährige zu heiraten, demnächst noch. Okay, weil unser Prophet, weil unser Prophet mit 5,6 gestorben ist, muss ich jetzt auch mit 5,6 sterben? Nein, seine Tat, ich habe nicht, in sein Schicksal geredet. Erzähl kein Blödsinn, das auf einmal. du sagst, das ist doch deine Behauptung gerade. Ich habe nicht gesagt, seinen Tod nachmachen. Ich habe gesagt, seine Tat. Wir müssen im ersten Mal das sind ja, oder ist er kein Vorbild von dir? Wie bedeutet doch, natürlich, nachmachen, diskutieren. Zu 100 Prozent. Ja. So, heißt es dann, dass ich, heißt es dann, weil er, weil er jetzt, äh, 11 Frauen heiraten, darf ich jetzt auch 11 Frauen heiraten? Nein, das ist schon wieder geregelt im Islam. Du darfst, aber warum ist Frauen heiraten? Aber du sagst, mehr heiraten, das ist deine Behauptung. Du schmeißt keine Behauptung mit den Frauen. Aber nicht, wenn es nicht explizit verboten erklärt wurde. Und diese Sache mit Kindern ist nicht explizit für Mohammed. Ich mache noch eine Brotale Behauptung. Du siehst doch, das steht in Suche, 65, falls wir für alle Muslime mit den Kindern. Warte, das darf ich ganz kurz reden. Und zwar, der Prophet hat sie, hat sie ja mit 6, wurde eben sehr versprochen, wie sich hat sie hat mit 6 geheiratet, aber er hat ja nicht mit 6 sofort die Dinge ins Genossen. Diese Zahl 6 benutzt man immer einfach nur ums als krank darzustellen. Ja, die ist ja schon. Und wenn man dann neu, wenn man von Anfang an 9 gesagt hätte, ist es ja für sie immer noch krank, aber mit 6 macht man die Sache noch viel schlimmer. Verstehst du, was ich meine? Ja, ist das nicht schlimm. Ist das nicht schlimm, wenn ein 53-Jähriger Lust hat auf ein 6-jähriges Kind? Okay, Reza, Wo steht das denn? Hallo, 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 meine Lieben, meine Lieben, wartet, meine Lieben, bitte. Wie kann ein 53-Jähriger Mann eine romantische, sexuelle Lust entwickeln, wenn er ein 5-, 6-jähriges Kind sieht? Okay, lass mal bitte, Pablo. Warte, warte, meine Lieben. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Warte, tut mir einen Gefallen, meine Lieben. Was steht da oben? Sunan Nassai 3378, was steht da? Kann das einer lesen? Ich weiß nicht, weil der alle so zugeballert ist mit den ganzen. Es wurde überliefert, dass Aisha sagte, der Gesandter Allahs heiratete mich, als ich 6 war und vollzog die Ehe mit mir, als ich 9 war und pflegte mit Puppen zu spielen. Und ich pflegte mit Puppen zu spielen, ja. Ja, jetzt bitte diesmal, und das ist alles Sahih, ne? Jetzt bitte Sahih al-Bukhadi 6130 lesen, bitte diesmal. Ja, gib mir einen Moment. Gegenwart des Propheten. Also in der Gegenwart des Propheten, mit Puppen gespielt. Ne, warte, äh, da ging mir das Propheten und Puppen gespielt und meine Mädchenfreunde haben auch mit mir gespielt. Wenn der Prophet hereinkam, verstecken sie sich, aber der Prophet rief sie, um mit mir zu spielen. Dann spielen mit Puppen und ähnlichen Bildern ist verboten, äh, aber es wurde Aisha zu jener Zeit gestattet, dass sie noch ein kleines, da sie noch ein kleines Mädchen war und noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hatte. so einfach ist die Sache. Sie hat ja die Pubertät erst später ja erreicht, ne? Mit 16. Nein, das war so ein Krieg, da hat sie erst die Pubertät erst mal erreicht. Also wir sehen ganz klar, neun Jahre Geschenkserker gehabt. Möge es sogar mit Pubertät sein, aber hier steht ohne, aber ich sage sogar mit, neun ist neun, meine Lieben. Neun ist neun, gehen wir noch mal auf den Hattich gehört. Ich glaube, ich glaube, ich muss das immer wieder wiederholen, weil hier Leute einfach, die, das, das, das Zeitalter, ja, egal ob es ein Moslem war, ein Christ oder ein Jude oder ein Hindu oder sonst irgendwas, die Lebenserwartung eines Menschen zu diesen, zu diesen Jahreszeiten, ja, in diesen Jahrhunderten lag bei 30 Jahren, die Leute sind gestorben mit 30, 40 Jahren, ja, wann sollten die Leute dann heiraten, wann sollten die Kinder bekommen, wann sollten die Erwachsenen, Jesus ist doch, Jesus ist doch vor Mohammed. Und dann denke ich noch besser, wenn man direkt das Baby heiratet. Das Baby noch mehr vom Leben, oder? Reza, noch früher, noch besser, mit Baby, dementsprechend an deinem Argument. Reza, Reza, guck mal, es ist ja, es beruht ja auf Respekt, oder? Ich sage mich, soll man dann mit Babys heiraten, weil das Baby noch mehr Zeit zum Leben hat, oder was ist das ein Argument, was du da gibst? Weil mir ein, wenn wir doch einen Dialog führen und ich respektiere dich und ich höre dir dabei zu, wenn du redest, dann machst du mich, mich und genauso erwartst du das von dir, oder Reza? Ja, bitte. Dankeschön. Also, wir erwarten, selbst bei euren Vorfall, bei euren Vorfall in euren Familien, gab es solche Standards, ja, laut den vierten Gesetzen, es wurde sogar kirchlich geregelt, dass man sich sogar, es gab ein Gesetz, ein kirchliches Gesetz im Mittelalter, dass man sich mit sieben Jahren verduben konnte, ein kirchliches Gesetz, jetzt gehen wir mal davon aus, dass ihr nichts mit der Kirche zu tun habt, sondern ihr folgt einfach nur den Weg Jesus, ja, es war Standard, früher jung zu heiraten, und zwar sehr jung, sehr, sehr jung, und ihr vergleicht das mit der heutigen Zeit, wo heute jemand bis zu 100 Jahre alt wird, Ja, und was hast du, was hat das jetzt mit Baby-Klein-Kinder heiratet zu tun, ich verstehe das nicht. Was hast du jetzt noch nicht verstanden? Die Sterben, wenn eine Kirche zum Beispiel, Kinder heiratet, und irgendwelche Maria-Statuen aufstellt, da in den Kirchen, was haben wir und die Bibel damit zu tun, wenn die Kirche solche Währungen und Währungen geht, solche Währungen? Ich versuche das nur zu verdeutlichen, dass es normal war, das ist normal. Hat das der Herr Jesus gemacht, unser Vorbild, was interessiert uns, was eine Dreckskirche da veranstaltet? Hat das unser Vorbild gemacht, unser Herr Jesus? Sie ist doch nach dem Vorbild Jesus Christus gegangen, diese Kirche, oder nicht? Nein, die Kirchen haben das Gegenteil getan, was die Bibel sagt. Das Gegenteil getan? Ja. Das heißt, du sagst, die Kirche hat ihre eigene Religion? Ja. Und sie folgt nicht Jesus Christus? Nein, die Kirchen beten Maria an, beten, zu heiligen, toten Heiligen und so weiter. Das ist alles unbiblische... Ich bin gerade wiedergekommen, aber was wurde jetzt gerade besprochen? Warte, Dennis, kurz. Ich rede gerade mit Fashion. Verstehst du, mein lieber Fashion? Die Kirche hat sich verselbstständigt, entgegen der Lehre Jesu Christi und entgegen der Lehre der Bibel. Und wenn so eine Kirche, die abgeirrt ist, und dann mit Kinder heiraten auch noch kommt, was interessiert uns das? Wir gehen nach der Bibel und nach unserem Herrn Jesus Christus. Aber als Christ muss sich das noch interessieren? Sorry, ich bin schon unterbrochen, sorry. Nein, kein Problem. Wenn der Herr Jesus sowas macht, dann kannst du kommen und sagen, hier, zum Beispiel, Matthäus 4, Kapitel 4, Jesus hat gesagt, fasst Kinder an mit Gelüsten. Und dann kannst du, und dann würde ich sofort den Herrn Jesus verlassen. Sofort. Aber bei euch ist das euer Vorbild. Nicht irgendeine Moschee, die das erlaubt hat im 13. Jahrhundert. Sondern euer Vorbild selber hat das gemacht. Und das kannst du dann nicht mehr ausreden. Normal war, wenn man Frauen heiratete, die in die Pubertät gekommen sind, dass man die heiraten konnte. Das war standhaft in dieser Zeit. Hier gibt es so Eichler, die nicht ihre Pubertät hatte. Egal, ob die neun, zehn, elf oder zwölf war. Guck mal, was spielt das, warte mal ganz kurz, was spielt das für eine Rolle, ob die neun war oder zwölf Jahre alt. Macht das diese drei Jahre aus? Wie, natürlich, ab in die Grenze hat, hast du es mit Kindern zu tun? Nein, nein, warte, 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 warte. Du sagst immer, sie war neun. Wann wäre denn für dich in der damaligen Zeit ein Alter, wenn du es akzeptiert hättest? Erste Korinther steht, dass das über die Reife von Mädchen zu Mädchen. Man muss gucken, die Eltern müssen gucken, okay, unser Kind ist reif, auch wenn die jetzt 14 ist, schon eine Heirat. Aber nicht 8, 9, 6, das ist das Kleinstkinder. Aber die wäre doch wahrscheinlich noch nicht mal drei Jahre alt geworden. Ja und? Was ist das für ein Argument, deswegen habe ich ein Gegenargument gebracht, weil sie ja eben 30 Jahre alt werden, dann lass uns lieber mit Babys machen, damit die Babys eben 30 Jahre haben, weil 5-Jährige haben nur 25 Jahre alt. Okay, was ist denn besser? Aber gehen wir mal von einer anderen Sache aus, ja? Hat unser Professioneller das in den Kindern mit Eicher gehabt? China mit Eicher, nein, soweit ich weiß nicht. Okay. Gab es damals irgendwie so Kondomisch? Nein, das wurde es im 16. Jahrhundert davon, um sich gegen Schwangerschaft zu schützen. Ja, was ist denn damit? Das heißt doch, jede Frau, jede Frau mit der Geschlechtsverkehr gab, wurde zu... Felschönen, Felschönen. Eicher hat sich keine Menstruation gesichert. Wenn man keine Menstruation hat, kann man keine Kinder bekommen. Aber selbst wenn das weiß, was hat das jetzt mit dem Kinderheirat zu tun, dass sie noch nicht ihre Menstruation hatte, die Eicher, ein kleines Kind ohne Menstruation und trotzdem hat sie Geschlechtsverkehr gehabt mit Mohamed. Was ist das? Felschönen. Felschönen, bist du nicht mit einer Christin zusammen? Ich? Ja, warst du nicht der, der mit einer Christin zusammen ist? Ne, ich bin Single, Bruder. Ah, und da habe ich dich vertauscht. Da habe ich dich vertauscht. Aber falls es mir eine hübsche Frau gibt, ja. Genau, an alle hässlichen Frauen, die er hässlich sagt. Er will nur eine hübsche. Also alle hässlichen Frauen bitte weg. Weil es eine hier ist. Weil er so überhaben ist, erhaben ist. Und der ist also so hübsch. Der will nur hübsch werden. Der will nicht auch, wenn er nicht hier ist, ne? Die machen das anders. Alle hässlichen Frauen hier sind, bitte anstreben und ihm Heiratsantrag machen, damit sie zufrieden sind. Ja. Bei mir gibt es nur Heirat auf Heirat-Basis, ja. Also 6, 9 ist Helal. Oder? Was hast du gesagt, Dennis? Nein, nein, ich bin sein Pablo. Ist 6, 9er Helal? 6, 9? Ja. Ist noch Helal oder nicht? Du meinst die, die, die... Alter, Alter, 6 Jahre alt, 9 Jahre ist doch Helal. Ach so, das hast du gemeint. Ja, ist doch Helal oder nicht? Das ist, dass es sich selbst überlassen ist. Ich mach sowas nicht. Naja, ist das Helal aber nicht an dich, nicht an dich bezogen. Aber auch die Islam bezogen? Es gibt keine Sura, wo das dir im Islam erlaubt, dass du mit 6 oder 9 Jahren jemanden heiratest. Das geht, das geht um die Reifung. Kannst du mir diesen Vers zeigen? Sura 65 Vers 4. Was steht da? Du hast du gerade nicht dabei? Du, leider in, aber das ist das, dass der Prophet es so gemacht hat, ja? Nein, 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 ich meine, was du nicht... Ach so, du warst nicht dabei. Ich wäre so 65 Vers 4. Nein. Der Dennis war dabei. Der Dennis war dabei. Der Dennis war dabei. Und wurde dem Tapsiert gezahlt, dass der nicht authentisch war? Es gibt sogar... Welche Taps ist für dich authentisch? Dacht mir den und ich hol den raus. Den, äh... Warte mal, warte mal ganz kurz. Iben Katir. Guck mal, der nennt... Iben Abas einfach unauthentisch. Der Konzent für den Moment, der kommt mir um mich drauf. Nein, das kann er doch gar nicht sagen. Iben Abas ist unauthentisch. Das ist Quatsch. Das Kindergarten. Iben Abas ist einer der größten Mufasserien des Islams, Mensch. Dieser Hadith ist nicht authentisch. Das ist Tapsir, nicht Hadith. Das ist eine Koranalyse. Iben Abas ist Tapsir. Dieser Tapsir, den du aufgezeigt hast eben, mit diesem riesigen Text, der ist nicht authentisch. Bitte, mich jetzt fälpeln? Wirklich. Was ist, wenn du herausfindest, dass das authentisch ist? Was dann? Hä? Dann ist der nicht authentisch. Das Kindergarten, dass dieser nicht authentisch ist. Und wenn du das herausfindest, dass das alles islamisch, äh, also richtig ist, korrekt ist, diese Tapsir, wirst du dann den Islam verlassen, wegen Kinderheirat? Wie bitte? Wirst du dann den Islam verlassen, weil das Kinderheirat legitimiert? In diesem Text legitimiert er das. Aber, es heißt von vielen Gelehrten, der ist nicht authentisch. Das heißt, nicht wahr. Ihr habt es als euer Vorbild, das schon, diese Situation, nämlich Mohammed und Eincher. Was soll daran nicht authentisch sein? Okay, ein Mann in Berlin möchte einen Kindergarten aufmachen, für Pädophile, ja? Soll ich damit sagen, dass alle deutschen Pädophil sind? Nein, das hat ein Mann geschrieben, das ist ein Mann, ist ein Vorbild für 1,8 Milliarden Menschen, der in Berlin. Warte, wir sagen, dieser Tapsir ist nicht authentisch. Das ist schon nicht normal, ne? Ich als Moslem sage dir, nicht als Moslem sage dir, der ist nicht authentisch. Okay, woher weißt du was? Bruder, kannst du denn irgendein Tapsir von was weiß ich von Jalalai? Ja, ich gebe dir jetzt alle Tapsire, ich gebe dir jetzt alle Wahrzeichen. Oder was? Die sagen alles selber, das ist klar, die widersprechen sich nicht. Ey, Jungs, ich muss jetzt für den KVD-Handler. Oder Ibn Kassir ist egal, das sind halt die Tapsire. Ich glaube nicht, dass sie sich widersprechen, das ist Quatsch. Och, doch, doch. Widersprechen, nein, 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 ich mache jetzt, warte. Der Amir hatte so eine ganze Liste von allen Tapsirien, Ibn Kassir, alle zu diesem Thema, so 65, Vers 4. Ja, aber dieser Tapsir, den er aufgezeigt hat mit diesem riesigen Text, der ist nicht authentisch. Ja. Nein, für den Fers gibt es auf jeden Fall einen Tapsir, aber... Ich habe den noch nicht mal gelesen, ihr Tapsir, ich habe jetzt einfach gescreenshottet, das gibt es doch gar nicht. Das ist doch viel zu nah. Ja, genau. War das der hier? Ja, ja, genau. Das ist ein Jelle Line, aber warte, das ist viel zu nah, ich kann da nichts sehen. Ah ja, das ist ein Jelle Line. Aber warte, und für diejenigen, die keine Menstruation hatten, wegen ihres junges Alters beträgt ihre Frist ebenfalls drin, wohl, steht auch hier. Ja, natürlich, das ist immer dasselbe. Tester, guck mal, wir sehen, ich habe alle Tapsiri hier, warte, ich habe alle Tapsiri, ich muss hier nur Skinschotten, aber, diese zwei Reichen schon, das Quatsch. Der Fächte, ich bin Abbas, Al-Qutubi, Ibekatir, welche soll ich noch sagen, ich habe wirklich alle hier. Nein, die zwei Reichen schon, ach, der Fächten muss jetzt den Islam verlassen. Das würde dir so passen, ne? Räser. Komm zum Herrn Jesus Christus, lass deine Seele retten, da kommst du zur Ruhe. Wir glauben auch, wir glauben auch an Jesus. Nein, nicht an Jesus Christus, dass der Gott Israel hat, der im Höchsten Himmel sitzt, der am Tag des höchsten Gerichtes, und am Tag des höchsten Gerichtes den Antichristen, der schon den Kopf abschlägt, komm zu uns, Bruder. Komm zum Islam. Also willst du diese Kinder heiraten, bitte vor dem Herrn Jesus, Kinder, Kinder, willst du dich vor dem Herrn Jesus, wenn er dich richtet, willst du mit ihm ins Gericht gehen, ja, und sagen, ja, ich dachte, das ist gut. Guck mal, ich habe sogar die Quenzoch sogar gezeigt, Amir hat auch die gleichen Quellen, ne? Und Amir, nur der Unterschied ist, Amir hat die alle einfach nur im Kopf, ne? Der kennt die alle auswendig. Ne? Aber ich habe die doch hier, ich habe die doch gerade gezeigt. Fashion, warum nimmst du eben Abbas unauthentisch? Warum Angel Align unauthentisch? Nein, dieser Tab-Service ist wirklich nicht authentisch, wirklich. Angel Align? Paul, ich habe mir den Stream angeschaut, ich habe nachrecherchiert, der ist nicht authentisch. Angel Align. Du kannst, du kannst das später dir selber angucken, und, äh, Oh, unauthentisch, das gibt es doch gar nicht. Warte mal, warte mal, das ist doch nicht normal, unauthentisch. Ich habe sogar die Textzeile auf Englisch rauskopiert, warte. Eben, warte hier, oh ne, warte. Guck mal, Amir ist sogar hier, wenn er Zeit und Lust hat, keine Einladung schicken. Unauthentisch nennt er das. Steh hier. Das ist doch ehrlich, nicht normal, unauthentisch. Du bist doch der englischen Sprache, du bist doch der englischen Sprache. In der englischen Sprache bin ich nicht so mächtig, nein. So, ehrlich. Es wurde am jahrlich in englischer Sprache besser tätig. Many scholars have clarified that this work is not authentically attributed to... Wer sagt das? Wer ist das? Hä? Wer sagt das? Oh, ich muss doch mal die Quelle raussuchen. Ja, siehst du, was ist das denn? Gibt's eine Quelle davon? Den habe ich dir eben, nein, den habe ich dir eben reinkopiert, wo du das aufgezeigt hast. Ich finde sie dir raus, noch mal. Kein Punkt. Wie kann man Ibn Abbas, Angela Lein, Al-Kotobi Ipengati unauthentisch nennen? Ja, ich kenne das so verwirft. Dann ist er gar kein... Herr Schoen, hast du kein Tafsi zu Hause? Du willst nur nicht erzählen, dass du ein Muslim bist und kein Tafsi hast. Wenn ich ehrlich bin, nein. Wenn ich ehrlich bin, das ist ein Bukharisch, ich habe den Koran hier, von Al-Karim. Shia al-Bukhari, okay. Und wir sehen durch Shia al-Bukhari, dass Mohammed eine Sechsjährige hat, so ein Neunjähriger. Also heißt das sogar ein Lebzeichen, was repräsentiert das richtig ist. Habe ich nie verneint. Ja, also siehst du, dass es sogar authentisch doch irgendwie ist. Hat doch irgendwie einen Zusammenhang. Mohammed, der beste Vorbild der Welt, heiratet Kinder, Koran steht, heiratet Kinder. Er heiratet, in seinen Augen hat er eine Frau geheiratet. Oh Mann, er lenkt einfach ab. Möhrchen, komm. Denk jetzt, denk jetzt ein bisschen nach. Mohammed hat ein Kind geheiratet. Warum soll es nicht im Koran stehen? Ich bitte? Mohammed hat ein Kind geheiratet. Warum soll das nicht im Koran stehen? Ja, so 65 Versier. Und da ist die Erklärung von Al-Jadalai. Alle Atapsiere, die ich hier zeige, sagt genau das Gleiche. Wir haben doch jetzt nur über den einen Atapsiergerät, dass er nicht authentisch ist. Es gibt nur den nur... Al-Jadalai, was mit dem jetzt? Ich habe Al-Jadalai gezeigt. Einmal von Ibn Abbas, dem Cousin von Mohammed und dann das zweite Mal war von Al-Jadalai. Noch ein größerer Mufasserin des Islams. Solche Al-Qutubi, solche Ibn Kathir noch zeigen. Das kannst du selber jetzt googeln. Zeig, was du jetzt? Nein, sure 65 Vers 4, Ibn Kathir. Trägt der erste Link. Zeig, was du willst, zeig. Ja, der muss jetzt... Aber wenn ich Skinshop mache, kommt das so nah. Ich muss das so bearbeiten, dass ich einen Weiten Skinshop mache. Dann macht er den Stress nicht. Macht er den Stress nicht. Genau, ich mache mir den Warte. Ja, Reza. Ja. Wann nimmst du die Scherhärte an? Ich gehe doch nicht wieder zurück in die Welt. Der Islam, Katholizismus, Buddhismus, ist alles Welt. Ah, du bist auch ex-Mustel. Ich bin der Welt abgestorben. Sie wachsen ja wie aus Bäumen. Ich kann doch nicht wieder zur Welt zurückgehen. Ich bin doch abgestorben der Welt. Ich bin wiedergeboren. Du bist noch in der Welt. Du musst noch der Welt absterben. Warum? Weil du noch in der Welt bist mit deinem Geist. Warum bist du so gewalttäglich als Christ? Warum wünschst du mir den Tod? Warum wünschst du mir den Tod gerade? Was habe ich dir für Gewalt angetan? Ja? Was habe ich denn für dir für Gewalt angetan? Du hast mir gerade den Tod gewünscht. Ich habe gesagt, ich bin der Welt und alles Weltliche, was in der Welt ist, abgestorben, nachdem ich zum Herrn Jesus Christus gekommen bin, als ich wiedergeboren wurde. Du hast das noch vor dir. Du musst auch der Welt absterben. Du musst die Welt hinter dich lassen und zum Herrn Jesus kommen und wiedergeboren werden. Und dann bist du errettet. Sonst wirst du mit allen anderen religiösen Menschen auf dieser Erde, die nicht von ihm geboren werden. Erklär mir das mal mit der Wiedergeburt. Wenn ich dann wieder irgendwie so zum Embryo... Ja. Jeder Mensch, der geboren wird in dieser Welt, in irgendeiner Religion oder in Atheismus, weil dann seine Eltern eben Atheisten, Buddhisten oder Moslems sind. Diese erste Geburt, die zählt nicht vor Gott, sondern die wahre Wiedergeburt im Geist Gottes, im Heiligen Geist, die zählt. Du musst wiedergeboren werden, nicht einmal geboren sein und zufällig in die Wahrheit. Nein. Sowas gibt es bei Gott nicht. Sondern du musst wiedergeboren werden und zwar geistig. Im Geiste Gottes, im Heiligen Geist. Indem du vor dem lebendigen Gott Jesus Christus kommst, trittst im Gebet und sagst ihm, all das, was du Falsches getan hast in deinem Leben, all die schändlichen Taten, die du begangen hast, belogen, gedroht, betrogen, geschlagen, gelästert, also all das, was du getan hast, alle Sünden, die musst du vor dem Herrn Jesus Christus bringen und sagen, Herr, vergib mir, ich war ein Sünder, vergib mir alle meine Sünden, ich kehre um und ich komme zu dir und ich verlasse jetzt die Welt. Aber seitdem ich bei euch hier unterwegs bin, und ich mag das ja mit euch mal so zu diskutieren, habe ich jetzt viele Bibelfersen gefunden, wo wirklich auch das Christentum auch ein bisschen gewalttätig ist, ja? Das Christentum gewalttätig? Ja? Nee, Ibekathia. Da steht denn da. Von Ibekathia. Ich weiß nicht, was du für ein Handy hast, Bruder. Ja, also ich muss das, ne TikTok mach dazu. Da steht jetzt, basiert das Gleiche gilt für die Jungen, die, die Jungen, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben. Ihre Ida dauert auch drei Monate. Ja, das ist von Ibekathia, ich gerne. Das ist Ibekathia. Dann siehst du jetzt auch hier die Quelle. Ich hab dir jetzt Aljala Line gezeigt, ich hab dir Ibekathia gezeigt, ich hab dir jetzt Ibekathia gezeigt. Soll ich noch weitere zeigen? Verstehst du es jetzt? Ja, kannst du auch mal dein anderes mitmachen, sonst kann man die Kommentare nicht mehr lesen, deswegen. Willst du den sehen? Von Ibekathia Line. Ich lese mir das alles noch mal genauer durch. Schön mit, weißt du, ich hab da so einen Textmarker. Wir haben so einen Textmarker. Textmarker, alle schöne Sachen rauspicken und dann schön durchlesen und dann kann man dann darüber diskutieren. Ich drück mir auch solche Sachen immer aus, weißt du was? Ja, mach. Also mich interessiert sowas immer sehr gerne, wirklich, und ich vermire mich auch gerne immer über sowas. Aber Fälschern, du siehst, Mohammed hat dort da mitgelebt, Mohammed ist der beste Vorbild. Warum sollte Koran was anderes sprechen? Bestehst du es jetzt? Ja. Ja. Heute ist ein guter Tag, vielleicht in der Welt abzusterben und zum Herrn Jesus zu kommen. Ich hab ja gesagt, ich kann nicht, weil ich hab jetzt gemerkt, jetzt zum Beispiel Matthäus 10, 34, Psalm 137, 39 und Psalm 139, 19. Ja. Das ist schon krass alles. Ja, du musst einzeln die Sache mitzeigen, dann erkläre ich sie dir. Du hast mit Matthäus 10 angefangen. Fangen an, meinst du, meinst du jetzt, wo jetzt drinnen steht, der Herr soll die jetzt erst zerschlagen und so weiter, wo es ein Zeichen David war und David geredet hat? Nein, nein, mit dem Schwert war das. Das habe ich auch letztens erklärt, mit dem Schwert, wo der Jesus Christus war und doch mit dem Schwert kam, warum? Hast du ihn zugehend? Er sagt, er sagt, er selber, er geht in den Kampf. Ja, was ist das? Ja, Mann, ich hab mir feststellen, komm, ich hab es dir doch erklärt, hast du die Erklärung vergessen, oder wie? Nein, ich hab die Erklärung nicht vergessen, aber du hast das, dann erklär mal, was ich, dann sag bitte, dann geht man bitte wieder, was ich erklärt habe. Du hast das so viel, du hast das so von dir aus, raus philosophiert, dass er dann, nein, 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 warte, warte, dass er damit die Zunge meint, mit der Trennung, dass sich dann Leute auf seine Seite schlagen werden, okay, okay, machen wir, wir machen jetzt anders, Bruder Rieser weiß gar nichts, von der hat nicht mal zugehört, Bruder, gib mal Bruder Rieser, dass die Bibelstelle, und dann wird Bruder Rieser genau das gleiche Erklärung geben, ich vertraue drauf, dass du sogar das gleiche, Bruder Rieser, lest bitte die Bibelstelle komplett vor, liest das Bruder Rieser, liest es einfach nur vor, und dann gibt die Erklärung, 34, diese Klassiker, mit, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, ja, na, komm, bitte, feststellen, wie heißt man, der Matthäus, Matthäus 10, 34, 10, 34, bitte, lieber Bruder Rieser, Matthäus 10, 34, ihr sollt nicht meinen, ich, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater, und die Tochter, mit ihrer Mutter, und die Schwiegertochter, mit ihrer Schwiegermutter, und die Feinde des Menschen, werden seine eigenen Hausgenossen sein, so, das ist damit gemeint, nicht weiter, liest sogar weiter, liest sogar weiter, soll ich noch weiter lesen, ja, wer Vater oder Mutter mehr liebt, als mich, der ist meiner nicht wert, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt, als mich, der ist meiner nicht wert, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert, wer sein Leben findet, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert, um meinet Willen, der wird es finden. Bruder Reza, was ist damit gemeint, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu stiften, sondern mit der Schwert, was ist denn das Schwert? Ja, das ist doch schon, alles schon im Kontext gesagt, das heißt also, wenn der Herr Jesus kommt, und dich trennen will, von deiner Mutter, von deinem Vater, und die Leute wollen dich nicht gehen lassen, und du dann den Frieden bewahren willst, in der Familie, und nicht zum Herrn Jesus kommst, weil du denkst, ich verliere meine Familie, wenn ich zu Jesus Christus komme, dann bist du seiner nicht wert, sagt der Herr Jesus, denn dieser Schwert, das Schwert ist das Wort Gottes, der Herr Jesus, der gekommen ist zu trennen, Mutter von Sohn, Vater von Tochter. Siehst du, voll schön, er gibt dir gerade die gleiche Erklärung ab, wie ich dir geklärt habe, und ich habe gar nicht mit dem abgesprochen, nichts. Er hat, er hat in diesem Bibelfest wurde gefordert, ja, weil er kommt nicht in Frieden, er kommt mit dem Schwert. Was ist denn das Schwert gemeint? Warte mal ganz kurz, wenn er den Begriff Zunge gemeint hätte, hätte er das auch gesagt oder geschrieben. Okay, wo ist der Bibelfest, wo ist der Bibelfest, wo ist der Bibelfest, wo drin steht, wo ist der Bibelfest, wo drin steht, das Wort Gottes geschärft als ein zweischneidiges Schwert. Wo ist er mit der Bibelfest? Er sagt dem Wort Frieden ab. Vers 12, glaube ich, ist das. Er sagt, ich hole das mal aus, Moment, der holt das raus, Fischen, du kannst weiterziehen. Er sagt, er sagt das Wort Frieden ab, er sagt, ich möchte keinen Frieden, ich komme mit dem Schwert. Hast du Frieden mit deinem Mutter und mit deinem Vater, wenn du jetzt hingehst? Hast du Frieden mit deinem Mutter und mit deinem Vater, wenn du denen sagst, ich bin kein Muslim mehr, ich bin jetzt ein Nachfolger Jesus Christus? Irgendwann werden die das akzeptieren müssen. Aber das heißt nicht, in dem Moment, in dem Moment, wir reden von dem Moment. Hast du Frieden mit denen? Bestimmt wird es ein paar Diskussionen geben, aber das war's. Ja, aber gibt es nicht muslimische Eltern, die dein Leben und sogar, also sogar, das heißt, dich umbringen? Weiß ich nicht, also ich glaube nicht in Deutschland. Ja, nicht in Deutschland, aber in islamischen Ländern. Kann sein, also wir haben auch, wir haben auch, gibt es sogar nicht die Todesstrafe, wenn man den Islam verlässt? Wir haben doch, wir haben doch auch, gibt es die Todesstrafe, wenn man den Islam verlässt? Gibt es nicht, wenn man den Islam verlässt, erst mal eine Wartezeit, wo man sogar mit einem Großgelehrten reden darf und der Großgelehrte dir alle Fragen beantwortet und du danach noch immer nicht akzeptierst mit seinen ganzen Antworten und sagst, ich will noch immer den Islam verlassen, gibt es da nicht die Todesstrafe? In welchen Ländern? In welchen Ländern? Da, wo die Scharia herrscht. Wo herrscht die Scharia? Und guck mal, wir sind 56. In Arabien, Afghanistan, Iran, äh, warte, mir fällt noch ein paar ein, warte, äh, Ägypten? Ägypten bin ich jetzt nicht sicher, bei Ägypten. Ägypten bin ich nicht sicher, ob da ein Schiff. Ich hab jetzt nicht alle in den Kopf. Warum lacht der so? Was ist das mit den? Ja, ich muss überlafen, weil du sagst, wir bringen uns um in der Religionverlassung. Oder Lies mal vor, mit den zweisteinigen Schweren, mit das Wort Gottes. Ich komm sofort. Ach so, das ist Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4, Vers 12. Sekunde. Hebräer Brief, Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mag als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das heißt also, das Schwert, was hier gemeint ist, ist ein symbolisches Schwert. Das ist ein geistiges Schwert, das Wort Gottes. Ja, auch das mit dem Schwert habe ich ja verstanden. Reza, du riecht dich nicht mit deinem unterbelichteten. Ja, ich habe das schon verstanden, was der Hintergedanke dahinter steckt. was der Hintergedanke dahinter steckt. Aber, bei Matthäus 10, 34, ja, sagt er explizit, ich will keinen Frieden. Ja, natürlich, weil die Menschen, die rechnen das aus. Oh, wenn ich jetzt zu Jesus Christus gehe, die Muslime, wenn ich jetzt zu Jesus Christus gehe, verliere ich meine Familie. Ach nein, ich will lieber die Familie, Frieden in der Familie bewahren. Und der Jesus sagt, nein, du, ich bin gekommen, um dich zu schneiden von deinen Eltern, wegzuschneiden, trennen mit dem Schwert Gottes, mit dem Wort der Wahrheit. Das sind die Menschen, die sagen, nein, ich will lieber Jesus Christus nicht, ich will lieber die Frieden in der Familie haben, weil ich weiß, wenn ich zu Jesus Christus komme, auf einmal entsteht Krieg in der Familie. Auf einmal können die mich umbringen oder mich verwandeln oder rausschmeißen. Das heißt, du gibst geradezu, dass Jesus damit leben konnte, mit diesem Satz, dass ich Menschen gegenseitig umbringe, wegen Religion. Das ist der Typ, der Herr Jesus sagt, du musst bereit sein, zu sterben. Dankeschön, Resa. Dankeschön. Nein, innerhalb der Familie, wenn du zum Herrn Jesus Christus kommst und deine Familie meint, dich umzubringen, deswegen, du siehst auch in den islamischen Ländern, die Muslime, die Muslime zum Herrn Jesus kommt, die werden zum Teil von ihren Familienmitgliedern ermordet. Und der Herr Jesus sagt, du musst bereit sein, für mich zu sterben. Aber friedlich. Resa, ganz kurz, hier ist einer drin, der schreibt Sachen über mich rein. Basi aus dem Ghetto. Erstmal, ich bin kein Antisemit und ich habe auch kein Problem gegen jüdische Menschen hier, weder in Deutschland noch auf dem Rest der Welt. Also hör auf, so eine Scheiße zu schreiben, bitte. Also wenn du in irgendeinem Stream warst, wo ich mich für die Palästinenser eingesetzt habe, die gerade einen Genozid durchleben, dann tut es mir leid, wenn ich der gerade nicht in meiner Form passe, aber ich lasse mich nicht als Antisemit bezeichnet oder als Weltfassschwörer oder sowas in der Art. Lass es bitte sein. Also nochmal, Epheser, Kapitel 6, Vers 17, er erklärt der Apostel Paulus, was dieses Schwert ist. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Hier sehen wir, dass das Schwert nicht ein Schwert, der aus Stahl gemeint ist, sondern das Schwert ist ein symbolischer Begriff für das Wort Gottes. Aber egal, wie du es sagst, ob man es dann so sieht, dass er wirklich das Schwert meint und den Frieden absagt oder so wie du es meinst, dass das Schwert die Zunge ist mit dem Risiko, dass sie sich am Ende zerstrecken, die Familie oder bekriegen oder sogar einen töten. Es ist beides falsch. Nein, es ist nicht falsch. Du musst, wenn du zu Gott kommst, musst du bereit sein, von allem loszulassen, auch von deiner Familie. Du musst bereit sein, sogar von deiner eigenen Familie getötet zu werden, wenn du zum Herrn Jesus kommst. Das sagt der Herr. Der Herr Jesus sagt, du musst bereit sein, für mich zu sterben, selbst wenn deine Familie dich töten will. Als Märtyrer sozusagen. Als Märtyrer, genau. Aber friedlicher Märtyrer. Okay. Nicht den islamischen Märtyrer mit töten und getötet werden. Nein. Du musst bereit sein, dich töten zu lassen. Ja, ja. Das ist ja, deswegen heißt es in der Märtyrer. Ja, aber es gibt zwei Arten von Märtyrern. Einmal der islamische, der aktiv tötet und dabei getötet wird. Surah 9, Vers 111. Und den christlichen Märtyrer, der sich töten lässt und keinem anderen Haar krümmt. Das sind zwei verschiedene Märtyrer. Der eine ist gewaltsam, der andere ist selbstlos. Also ein fanatischer Christ läuft ins Messer rein. Anstatt andere Menschen zu verletzen. Was erzählst du? Hast du den? Du hast gerade in dem Vergleich mit dem Islam gemacht. Ich habe dir das versucht zu... Ich habe gerade gefragt. Ein Märtyrer im Christentum lässt sich töten und krümmt kein Haar einem anderen Menschen. Der islamische Märtyrer hingegen ist einer, der in Krieg sieht, tötet und dabei Märtyrer tot erlebt. Aber der ist im aktiven Gewalt verwickelt. Surah 9, Vers 111. Weißt du, wie viel es fanatische Christen auf der Welt gibt? Die, die andere Menschen, die Andersgläubige umbringen? Wir müssen noch keine Christen. Christen sind Leute, die dem Herrn Jesus nachfolgen. Die bezeichnen sich als Christen, ja, im Namen Gottes und die Andersgläubige. Ja gut, Schiitin und Alevite bezeichnen sie auch als Muslime. Warum sind sie die Muslime? Machen das auch, das habe ich gar nicht abgesagt, aber du sagst ja die ganze Zeit ab. Du sagst, es stimmt nicht. Ja, natürlich, weil diejenigen, die sich Christen nennen, müssen Christus nachfolgen, was er gesagt hat. Und ich als Moslem sage, derjenige, der sich Moslem nennt, sollte Moslem sein und sollte er einen Menschen töten, ist das so, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Nein, das ist für die Kinder Israel. Das ist für die Juden der Vers. Wenn du warte, da muss er einfach mal ein bisschen weiterlesen. Da muss er nur ein Vers weiterlesen. Wenn er einen Menschen tötet, so ist das so, als wird er die ganze Menschheit getötet. Okay, diesmal ein Weiß. Die Sure, wo ist die Sure-Fashion? Diesmal ein Vers weiterlesen. Diesmal ein Vers 32. Genau, jetzt diesmal Sure 5 Vers 33. Ich will jetzt bitte, dass da Sure 5 Vers 33 liest. Alle ruhig bleiben. Paulus, ich glaube dir, lese sie mir vor. Ich höre dir gerne zu. Okay, dann glaub mir. Dann gucke ich, warte, ich hole jetzt raus. Oder warte, mein Handy ist so heiß, ne? Ich gucke mal. Tatsächlich, ich kann das sogar noch öffnen. Dieses doppelte Window-Dings. Dann öffne ich jetzt mal islam.de. Das ist der Koran, ne? Ja. Hat mir immer ein Muslim empfohlen. So, Sure 5 Vers 33. So, ich bin jetzt mit dir und ich schließe jetzt erstmal 32. Aus diesem Grund haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Unsere Gesandten sind bereits mit klaren Beweisen zu ihm gekommen. Danach aber sind viele von ihm ihm wahrlich maßlos auf der Erde geblieben. Jetzt denkt man sich, boah, richtig schön, ne? Gucken wir jetzt. Vers 33. Der Lohn denjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seine Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist dessen der, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehakt, ne, kann ich auch sprechen, du weißt, werden oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. Also, du hast ja gerne diesen schönen Vers zitiert, ne? Aber einen Vers weiter ist direkt, warte, warte, guck mal, weißt du, was die mit mir machen? Wenn ich mir... Nein, 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 verstehe, hör mir bitte, nein, 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 nicht schön. Lies doch mal die ersten, lies doch mal die ersten Zeilen von diesem Vers. lass mich kurz erklären, verstehe. Weißt du, wer gegen Krieg gegen die gesamten Allahs führt? Wer? Bruder Reza, ich und Bruder Amir. Wir sind die, die gerade Krieg gegen Allahs führt, weil wir gerade die ganzen Suchen aufdenken. Das heißt, Krieg gegen Allah. Wir sind, wir werden alle geköpft. Ja. Das sind feine. Hallo? Aber weißt du, ein Muslim war bei mir oben, weißt du, was er gemacht hat? Ich hab das Video noch. Er hat seine Kamera angemacht und hat gesagt, das wird mit dir passieren, Pavlos. Er hat dann einen Menschen, einen echten Menschen, da war kein Film oder so, der seinen Kopf weggemacht wird, mit einem Messer. Ganze Dings ist, ich sag jetzt Ketchup, ist überall rumgespritzt. Ja. Na? Da hat er gesagt, das wird mit mir passieren. Ich hab mit einem Imam, mit einem Imam, weißt du wer? Das ist der, der mit Arafat immer live geht oder mit, mit diesen Ivan Peci immer live geht. Das ist ein ganz großer Imam. Der Albaner, ja. Ja, ja. Der ist ganz großer, der hat Hadithwissenschaft studiert. Ich hab mit ihm geschrieben. Ich kann noch mit ihm weiterschreiben. Weißt du, was er mir gesagt hat? Der geht mit keinen Christen live, außer nur mit Ivan Peci, weil er eh nicht als Christ annimmt. Und weißt du, was er gesagt hat? Der hat gesagt, äh, ähm, laut islamischem Recht würde Ivan Peci, das war auch gegen den Islam, ne? Und wir alle, wir würden alle den Kopf wegbekommen. Alle. Der hat gesagt, ja, laut islamischem Recht hättet ihr jetzt alle die Todesstrafe. Weil ihr Blasphemie gemacht habt. Wo, wo, wo herrscht, wo herrscht islamisches Recht in den Arabischen? Wenn die Faria herrscht, dann ist es islamisches Recht. Und da wird ein Bruder Reza, ich, Amir und die anderen, alle Köpfe weg. Alle. Paulus, bitte beantwortet mir bitte die Frage jetzt alle ehrlich und langsam, ja? Ich bin doch, ich bin doch Moslem für dich und ich komme aus einem islamischen Land, ja? Ja. So, wie viele islamische Länder gibt's? Ich kann, ich weiß nicht, es ist eigentlich keine Ahnung, 70, 60, 56, glaube ich mal. Ich bin nicht ganz, ich glaube 56. In jedem islamischen Land, wo du hingehst, ja? Wird dich keiner köpfen? Nein, so komplette Unterdrückung, ne? Du kannst, wenn, wenn, ich kann Saudi-Arabien, darf ich nicht besuchen, weißt du das? Wenn ich Saudi-Arabien besuche, bekomme ich sofort die Todesstrafe. genau. Das ist enthauptungen vor der großen Moschee. Wenn du Saudi-Arabien besucht, kriegst du die Todesstrafe? Wenn ich Saudi-Arabien besuche, aber nicht dabei. wenn Saudi-Arabien gibt es Todesstrafe nach Sharia, zum Beispiel für Muslime, die den Islam verlassen haben oder die Muslime zum Beispiel, die jemanden umgebracht haben oder Muslime, die Mohammed beleidigt haben und, und, und. Und schon wieder, und schon wieder, nenne ich mir nur die drei Länder, Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien. Okay, machen wir es mal anders. Nein, nein, nein. Warte, wir machen das besser. Wir machen das besser. Was ist mit Tunesien? Was ist mit EGIP? Nein, nein, was ist mit Tunesien? Wir machen das doch besser. Du willst doch immer mit deinen eigenen Augen sehen. Hä? Das ist mit deinem eigenen Scharia haben. Ich rede durcheinander gerade. Ich habe das nicht verstanden. Ganz ihr Bruder. Tunesien, Marokko und all diese Länder sind keine islamischen Länder, richtig, weil sie nicht die Scharia haben. Das sind säkulare Staaten. Ja, aber, aber ihr habt doch Angst vor dem Islam. Ich komme doch aus dem Islam. Ich komme doch aus diesem säkulären Staat. Ich habe doch Angst vor Islam. Ich habe keine Angst vor Islam. Ich habe keine Angst vor Islam. wie so, ich oder Bruder Pablos Angst vor Islam. Ich habe doch keine Angst vor der Religion. Aber ihr schüttet ja Hetze und Angst vor Leuten. Wir machen keine Hetze und wir haben keine Angst. Wir legen nur das auf, was geschrieben steht. Also wir legen das alles auf. Du hast doch gerade gesagt, du wirst geköpft. Ja, weil es die schabische Türen hererhebte. Ich werde angeklappt wegen Blaschemie. Und weil ich dann angeklappt bin wegen Blaschemie, weil ich gesagt habe, Mohammed ist zum Beispiel von Teufel besessen. Beispiel, weil er verhext worden ist. Das heißt, er wurde mit schwarzer Magie oder generell eine Magie verzaubert gewesen. Und das widerspricht zu Ure 15, Vers 42. Weil da steht, da hat Allah mit den Jaitan gesprochen, über meine Gesandten, also über meine Diener hast du keine Macht, außer nur die, die von den Verirrten, die dir folgen. Also ist Mohammed kein Muslim oder Allah ist ein Lügner. Und wegen dieser Aussage sofort mein Kopf weg. Ich bin nicht mal raus. In Iran lebst oder Afghanistan lebst oder in Saudi-Arabien und du bringst so eine Aussage, dann musst dein Kopf rollen. Ja, Bruder, ich würde doch freiwillig nicht mal in Afghanistan oder Iran oder Saudi-Arabien leben als Muslim. Ja, was bist du kein Muslim, der gegen Sharia ist? Was bist du kein Muslim? Das hat gar nichts damit zu tun. Das hat gar nichts damit zu tun. Du bist gegen Allahs Gesetze, du wirst auch mit uns zusammenkommen. Nein, 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 nein. Du bist gegen Allahs Gesetze. Erstmal erst mal Fake News, Fake News, gegen Allahs Gesetze. Erstmal gibt es bei uns im Islam normalerweise keine Nationalität und kein Nationalstolz. Eigentlich ist die Erde Gottes so wie sie ist. Aber ich sage zu dir, ich möchte freiwillig nicht im Iran oder weil erst mal Iran sind Schiiten, ja? Von mir. Du hast gerade gesagt, sind Muslime, die Schiiten. Sind Muslime, das ist ein Schiiten. Ich kann nicht mit Schiiten zusammenleben, Bruder, weil ich bin so Niete. Das geht wieder. Das ist kein Problem. Die haben ganz andere Traditionen. Ihr Kulturkreis ist komplett anders gegenüber. Schiiten gehen nach Koran und ihren Schriften. Ja, wie ihr sagt, den Schriften geht und nach dem Koran. Mein lieber Thomas, mein Lieber ist gegen Allahs Gesetze. Mein Lieber ist gegen Allahs Gesetze. Allahs Gesetze. Du bist auch so ein Shisha-Muslim, kann das sein, ja? Ja, richtig. Du hast mich voll erwischt gerade. Deswegen lass es doch sein. Diese Religion ist doch nichts für dich. Wie bitte? Diese Religion ist nichts für dich. Das ist für Leute, die wirklich den islamischen Staat haben wollen, die Allahs Gesetze haben wollen, die das verstehen wollen. Die Scharia haben wollen. Weißt du, was sogar steht im Koran? Den Koran feststellen. Wusstest du, dass im Koran steht, wenn die Muslime die Mehrheit sind, das Land, die Aruba müssen, die müssen den Dschihad aufrufen. Und das ist wie der Hetze, weil, es gibt nur in Deutschland, wir sind Leben ab, warte, das ist doch nicht normal. Jetzt lasst du mich ausreden. Guck mal, dass es gibt 80 Millionen Menschen hier in Deutschland. Davon sind 4 Millionen Muslime, die hier leben in Deutschland. Das heißt, die Prozentanzahl liegt bei 5% Muslime, die in Deutschland leben. Ja, das hat die 51%, dann geht es ab. Also wenn ich in die Stadt gehe, dann sehe ich, dass die Prozent voll gelogen sind. Das ist also 80% Muslime in Deutschland. Ich sehe überhaupt keinen Deutschen mehr. Man merkt, das ist richtig. Da sieht man eben, dass diese ganzen Medien richtig die Deutschen anlügen. Habt ihr gerade gehört? Ich bin überhaupt kein Deutscher mehr. Es sind nur noch, also nur noch Nordafrikaner und so weiter. Muslime aus allen Herrenländern, Marokko, also Libanon, Afghanistan, Syrien. Die ganzen Städte sind voll. Es ist, glaube ich, mehr als 50% Muslime hier. Du denkst, wenn du das Christentum angenommen hast, dass du dann hier safe bist oder was? Du bist auch so ein Ölaugeweg, oder nicht? Was für Christentum. Ich bin wiedergeboren. Ich gehe mit dem Herrn Jesus Christus. Jetzt mal ganz im Ernst. Du denkst auch, du bist jetzt hier safe, weil du dich jetzt als Christ ausgibst, dass du dann hier den Schutzstatus erhältst? Mann, Fächer, wir sind nicht in diese Gedanken. Du weißt schon, wir sind der Wetterhelfthoran. Ja, aber es läuft gerade drauf hinaus. Die E-Sagten. Nein, Fächer, du verstehst, du verstehst, das ist vollkommen falsch. Warte, warte, warte. Darf ich dir den Koran vorlesen? Ich erkeite doch noch eine Sache, Paulus, wir leben doch in einer Demokratie. Richtig? Ja, aber was, was ich, warte, wir leben in einer Demokratie. Jetzt gehen wir davon aus, dass, gehen wir von einer Zweidrittelmehrheit aus, wenn wir demokratisch sind, eine Zweidrittelmehrheit reißt, über 60% richtig? Beispielsweise demokratisch, die wählen sogar demokratisch, dass die islamische Schari alles ausfällt. Ist ja okay, ne? Aber es gibt Menschen, die würden das nie akzeptieren, die würden sofort sagen, nein. Guck mal, eine Mehrheit, eine demokratische Mehrheit ist eine Zweidrittelmehrheit. Eine Demokratische Mehrheit. Aber wenn, wenn jetzt die, guck mal, ich will, guck mal, ich will dir jetzt so vorlesen. Sura 47 Vers 35, ja? So werdet nicht schwach und ruft nicht zum Frieden, wo ihr doch die Oberhand haben werdet, denn Allah ist mit euch und er wird euch nicht um eure Werke bringen. Ihr sollt nicht nach Frieden rufen, ihr sollt sofort die Scharia rufen. Wenn jemand sagt, ich akzeptiere es, okay, dann habt ihr leichtes Spiel. Na, zack, fertig, wie Afghanistan. Kein Krieg mehr, zack, übernommen, Scharia. Aber, wenn es dann Gegenwehr gibt und gewisse Deutsche sagen, nein, akzeptiere ich nicht, ich will kein Scharia Land. Und die wehren sich, die Deutschen. Und dann heißt es sofort Krieg. Das ist der Dschihad. Der kleine Dschihad. Dann herrscht es über 5 Vers 33. Wer gegen Allahs Gesetze Krieg führt, der muss gekreuzigt werden und seine, also Hände und Füße wechselseitig abgeschlagen werden. Warte mal, erst mal, erst mal, erst mal, wenn die Muslime, die Mehrheit hier sind in Deutschland und es gibt zum Beispiel eine muslimische Partei und die gewinnt, die gewinnt dann diese Wahl, weil da 60% der Muslime in Deutschland sind, da muss, 60% der Menschen, die hier leben, sind da Muslime, und dann sind die demokratisch gewählt worden, jetzt zum Beispiel, wie die AfD jetzt vielleicht gewählt werden sollte, eine rechtliche Partei, ganz kurz, dann wird die demokratisch gewählt und wenn dann hier was passiert, ist alles auf demokratischer Bas gelaufen, wenn Leute abgeschoben werden oder sonst irgendwas, ist alles auf demokratischer Bas abgelaufen, weil die von der Mehrheit gewählt wurden, das Richtige, wenn eine islamische Partei an die Macht kommt und 60% der Menschen, die in Deutschland leben, Muslime sind, dann haben die doch auch das Recht, Gesetz zu ändern, genauso wie andere Parteien, oder nicht? Meine Lieben, meine Lieben, ich muss kurz ins Wien wenden, ich wurde wieder gemeldet, ich beende und starte wieder sofort, ja? Kommt bitte wieder rein. So, wie ist es? Ja, ja. Und ich bin mit Rajel Kabir, und ich bin mit Saghira. Moment, Moment, und wo weißt du, dass du und deine Kollegen und alle mich hier hören, es ist Haram. Wer weiß, es ist Haram? Wir reden auf, Verlässt du den Islam, Verlässt du den Islam, wenn du... Reden mal aus, der eine, ich fick alle Internet, ich fick alle... Mann, er guckt, wer schön, was ist das? Ja, weil, guck mal, wenn du, wenn du, wenn du im Islam den Propheten beleidigst, ja? Und das ist ja eine... Ja, komm, nee, ich hab' ihr nicht beleidigt, nein, hör' auf, jetzt find' schön, du verstehst das nicht, lass mich doch ausreden, damit ich dir das erklären kann, damit du, damit du dich auch nicht beleidigt fühlst, ja? Wenn du unseren Propheten beleidigst, jeder Muslim ist in der Pflicht, den Propheten zu verteidigen, egal in welcher Hinsicht, ja? Und dann musst du, warte ganz kurz, und dann musst du mit sowas klarkommen. Du willst doch, du willst doch mit Muslimen reden, über solche Themen, ja? Also gibst du zu, dass Muslime nur beleidigen, also gibst du zu, dass Muslime gewalttätig sind, also Muslime dann auch noch beleidigen, also ich hab' ich nie gesagt, ich hab' gesagt, Beleidigung ist nicht, ich hab' ich gesagt, wir haben's grad gesehen, die Praxis und, und du bestätigst das auch noch. Hab' ich dich, hab' ich dich bisher beleidigt, ich bin doch die ganze Zeit drin. Du hast mich nicht beleidigt, aber ich bin Muslim. Du sagst, du gehst an über einen Kamm und das ist Hätze wieder. Nein, 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 nein. Warum sagst du nicht, warum sagst du dich, Tarek, sag mal ruhig, warum wird die Liebe, wie redest du, warum redest du nicht? Ich kenne das nicht. Warte, 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 wenn Bruder Rieser auf einmal dich so beleidigen würde, weißt du, wie ich Bruder Rieser anmerken würde? Aber ich hab' ihn doch unterbrochen, hab' ihn das auf Arabisch erklärt und das ist nicht Tarek, der rät, das ist ein Kollege von dem. Ich kenn den nicht mal. Was ist dein Phänomen unter den Muslimen mit dieser Ich-F-Deine-Mutter, ich-F-Dich. Was ist das? Warum ist das unter den Muslimen? Der arrogante Pater hat das auch gezeigt. Der kann ja nur beleidigen, der arrogante Pater. Er hat mir doch gesagt, ich kenne mich aus mit dem. Ich sag, muss der? Er kennt sich doch aus. Ich hab Fragen. Nimm mal dieses Bild raus. Nimm mal dieses Bild raus. Mach nur dieses Bild weg. Nein, nein, nein. Ihr beleidigt mich. Solange ihr mich beleidigt, so lasse ich dieses Bild. Habt ihr mich 10 Minuten lang nicht beleidigt, so tue ich dieses Bild weg. So, bitte, komm mal, Tumy, das ist der Play. Tumy, eingefallen, du machst dieses Bild weg, bitte. Da musst du mir versprechen, nicht eine Beleidigung zu machen. Ich hab dich auch immer beleidigt, deswegen passt das nicht. Also, der andere. Der andere gibt, der andere ist ganz schwer da. Okay, Tarek. Ja. Ihr könnt doch jetzt die ganze Zeit machen. Guck mal, ich sag dir, ich sag dir jetzt im ganz Netten, ob du dieses Bild drinnen lässt oder rausnimmst oder daran glaubst, dass euch Palästin gehört, ne, am Ende, jeder kriegt seinen Hack, was der verdient und am Ende, wie du gesagt hast, was im Koran geschrieben steht, passiert und die Palästinenser kriegen ihr Land und Boden wieder zurück. Punkt, Ende. Da kannst du singen, reden, erzählen, Truppen aufmachen auf TikTok, das wird dir nicht helfen. Okay? Nicht nur das, es wird noch schlimmer werden. Ja, Bruder Rieser. Ja, die Bibel sagt eben, dass Gott, also Gott der Bibel, sein eigenes Volk Israel ins Feuer bringen wird und den Muslimen geben wird, sodass die Muslime eben zwei Drittel von Israel töten werden. Gott will das so, dass zwei Drittel von Israel sterben wird demnächst in einem Riesenkrieg. Und der letzte Drittel wird übrig bleiben und diese letzte Drittel, die wird feiern zum Herrn Jesus Christus vor den muslimischen Angreifern und dann kommt der Herr Jesus zurück, um dieses letzte Drittel zu retten. Wenn die Juden nicht so schlechte Menschen wären, wie die sind und sogar Hitler damals gemerkt hatte, dass die, dass die Macht wollen und hier Deutschland sogar übernehmen wollten, hätte er nicht das gemacht, was der machen wollte. Punkt. Da habe ich sogar mit Hitler zusammengearbeitet. Hitler hatte nichts mit Muslime zu tun. Nein, bist du dir sicher? Ich bin mir millionenprozentig, vielleicht später mal. Ja, da habe ich dir mit dem Palästiner-Präsidenten zusammengearbeitet. Nein, das sagt du. Ja, doch, die hatten eine Hanja-Division, Hanja, eine SS-Division hatten die Muslime mit den Nazis zusammengehabt. Ich habe eine Frage an die Schreser. Ich habe eine Frage an dich. Ja, bitte. Okay, ein Jude, ja? Wenn er beten geht, würde er in die Kirche gebeten gehen oder in die Moschee, wenn er die Kirche beten hat? Nein, nein, nein. Die Juden haben mit den Christen nichts zu tun. Der würde in einer Moschee beten, der würde niemals in eine Kirche reingehen. Das würde dir niemals einfallen. Warte ganz kurz. Am jüngsten Tag bei den Juden, ja? Ja. Wenn der Messias kommt, werden die alle Christen versklaven, ja? Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wenn zu viele Juden als gegenüber den Christen gemacht wird, ja? Warum traut sich hier keiner was gegen das Judentum zu sagen? Weil ihr genau wisst, ihr werdet mit ja zerstört hier. Mit ja seid ihr am Ende. Das stimmt nicht. Es gibt nur, guck mal, diese Streams. Welche Juden? Lass uns die Juden ausreden. Lass uns die Juden in Jerusalem oder meinst du die Rothschild? Lass uns die ausreden. Lass uns die ausreden. Nein, nein. Es gibt orthodoxe Juden, die die Christen komplett schlecht behandeln. Also meinst du Zionisten? Kirschen verbrennen, Kirschen verbrennen, Kirschen anspucken, warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Und ich warte. Und wenn ihr über Juden reden würdet, über das Judentum hier und würde das Judentum so schlecht darstellen, wie der Islam in der schlecht darstellt, ja? Ihr würdet eine, boah, ihr würdet eine Ohrfeige Medial bekommen. Ihr traut euch das nur beim Islam zu machen. Weil es ist, es ist bekannt. Ich habe auch schon mal hart gegen die Juden gesprochen. Ich gehe auch so hart mit den Juden. Weil dadurch zieht ihr die rechte Szene hier mit Ruch, sobald es über den Islam geht. Ihr zieht Islamhasser rein, ihr zieht alle Leute hier rein. Islamhasser rein, das ist alles zusammengewählt. Ich gehe auch mit den Juden hart ins Gericht. Wirst du fair sein, Paulus? Wirst du fair sein? Mach einmal so, genauso wie du gegen die Muslime stehst, wo du versuchst, Zitate, Koranverse rauszuholen, mit Tafsir, und drumher dran. Mach genau dasselbe mit dem Judentum, bitte. Ja, mach das doch. Gehen doch, zwei Drittel von Israel geht doch verloren. Trau dich, ich sag dir eine Sache, wenn nicht dein Account komplett gesperrt wird, trau dich, dass zwei Drittel von Israel durch die Muslime ums Leben kommen werden. Und Gott will das so. Gott will das? Das haben damals auch die Kreuzritter gesagt. Gott will das. Nein, die Kreuzritter haben nichts mit der Bibel beschrieben. Diese Kreuzritter sind von Katholiken. Gott will das. mit seinem eigenen Volk Israel hart ins Gericht demnächst. Gott wird zwei Drittel von Israel den Muslimen preisgeben, sodass die Muslime sie töten dürfen. Also Gott geht mit allen hart ins Gericht. Nicht nur mit seinem eigenen Volk Israel, sondern auch mit den Muslimen, mit den Atheisten, mit allen Menschen auf der Erde gibt es bald Gericht. Gott geht ins Krieg mit den Menschen. Laut dem Christentum, ja. Aber wir glauben ja an den Islam. Deswegen denken wir, dass er hart mit euch umgehen wird in lauter Religion. Ja, weil eine Religion ist ja richtig. Also eine Religion, sage ich ja. Ein Gott ist ja der wahre Gott. Es gibt nur einen Gott. Ja. Oder habt ihr Götter? Ja, aber wenn du sagst, unser Gott und unsere Prophezeiungen sind anders als eure Prophezeiungen, ja, dann haben wir zwei verschiedene Götter. Weil es kann nicht derselbe Gott zwei verschiedene Prophezeiungen geben. Warum haben wir zwei verschiedene Götter? Jesus war doch Aramea. Jüdische Aramea, oder? Was Aramea, was erziehst du denn da? Was? Jesus? Jesus, der Herr Jesus kommt aus dem Stamme ein Jude und ist ein Jude. Und er war Aramea. Er ist ein Jude, er ist eine kleine Jude. er ist eine kleine Jude, er ist eine kleine Jude. Ein davon ist Jude. Warte, ein Jude, der die arameische Sprache gesprochen hat, richtig? Ja, er kann Aramäisch und Hebräisch. So, okay. Was heißt auf Aramäisch Gott? Bitte Übersetzung. Eli, Eli. Wie? Eli. Alohi, elehi. Es gibt drei, vier Begriffe dafür. Aloha, schreibt jemand. Warte ganz kurz. Drei Begriffe gibt es dafür. Ich kenne einen Aramäer, Elohim. Ja genau, Elohim. Warte ganz kurz. Jesus hat damals Aloha angebetet, ja? Wir sagen Allah. Das heißt, warum, warum? Hä? Willst du mit den Namen schocken, was hat's? Hitz da, fängt was? Was hat's denn für eine Philosophie? Was hat denn? Mal feststellen, komm, sei ruhig. Nein, das ist Katastrophe. Nein, 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 es geht um die Götter. Es geht nur, weil er sagt, es gibt von jenen Götter. Nein, 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 feststellen. Du hast jetzt, nein, 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 feststellen. Nein, du hast jetzt wie ein Jahi geantwortet. Das war aber sehr, sehr krass. Warum das aber wirklich krass? Warum meinst du mich ein Jahi geantwortet? Wie ein Unwissender, das heißt Unwissender, wie ein Unwissen hast du gerade geredet. Aber du hast mir doch gerade zugestimmt, dass Jesus Aloha gesagt, Allai oder Elohim. Nein, jemand schreibt gerade Aloha. Ich bin kein Alam. Sprater verwendet, heißt das doch nicht, dass er jetzt auf einmal Allah sagt. Was ist das für eine Logische Geschichte? Er meint damit Gott, und das heißt zum Beispiel Liebe. Liebe und Diebe. Es ist nur ein kleiner Buchstabe anders, aber ist es dasselbe, nur weil es sich ähnlich anhört. Okay, aber der Unterschied ist zwischen Gott, ja, als Gott zu bezeichnen. Du bist ja Araberfisch hin, oder? Du bist ja Araber, ne? Ja. Was heißt Löwe auf Arabisch? Sala. Und wenn man doch jetzt, bestimmt gibt es ein arabisches Wort, was so richtig ähnlich ist, ist es dann das Gleiche? Kann man nicht dieses Wort, arabische Wort Löwe, in 100, beziehungsweise in verschiedenen Übersetzungen auf Deutsch übersetzen lassen? Weil arabisches Wort ist ja, wir reden doch gerade über die Religion, und dass er sagt, nein, 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 dass du erkennst, dass die Sprache, auch wenn die sich ein und dasselbe ist, nur wenn die sich ein bisschen ähnelt. Ist das ein und dasselbe? Das ist einfach nur ein Oberbegriff für Herr oder Gott. Ja, für Gott. Und das heißt somit, haben wir denselben Gott wie ihr. Guck mal, unser Gott ist Mensch geworden. Euer Gott ist nicht Mensch geworden. Bei uns gibt es sowas nicht. Siehst du, das sind zwei verschiedene Götter, die wir haben. Du hast einen Gott, der nicht Mensch wurde. Wir haben einen Gott, der Mensch wurde. Hört mal zu jetzt. Ich sage euch ein paar Sachen, und dann gehe ich raus. Egal welche Religion, egal welche Ameise ihr glaubt, oder weiß ich nicht, was ihr auch immer da anglaubt, glaubt eure Sache, wir respektieren das. Ihr respektiert uns und haltet den Rand, redet nicht mehr über unsere Religion. Fertig. Na, was heißt du, ey, 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 ey. Ist das so schwer? Du befehlst gar nichts, Tarek, ja? Und das, was passiert, steht geschrieben und soll passieren. Tarek, Tarek, sag mal kurz ruhig. Du befehlst gar nichts, du heizt den Rand, du bist hier, wer bist du, du hast du so redest. das zweite ist, deine ganze Sitschaft hält den Rand, ja, war wieder klar, dass du so redest. Also, Tarek, jetzt hör mal genau so. Der Rand lässt uns nicht in Ruhe, ja? Sura 9, Vers 29, Sura 9, Vers 5, Sura 5, Vers 33, dass man die Ungläubige schlachten soll, dass man sogar einen Juden schlachten soll, Saja al-Bukhari 29, 26, dass man den letzten Juden finden soll und den wegmachen soll. Das steht in euren Schriften und in euren Schriften steht auch, dass Mohammed, es wird, nein, Tarek, erst mal ruhig bleiben, du hast Stummpaket. Denn es steht geschrieben bei Saja al-Bukhari, dass Aisha ein Kind ist. Ich wollte zählen, Karten zählen, Amen. Sei ruhig. Ich bin raus, Salamu al-Aleykoum, die Leute, hat mich gefreut, ich bin raus. Aisha, muss das erledigen. Aisha ist mit Mohammed zusammen gewesen und sie war ein Kind. Und wir sehen, was passiert. Ciao. Guck mal, wenn man mit die Wahl konfliziert, sofort so, sofort so, die können nur beleidigen oder direkt rausgehen. Guck mal, das ist schön, wie du den Islam wieder rezitierst. Ich habe das gesehen. Du musst ihn segnen. Das sind verlorene Leute, die halt total in der Finsternis wandeln und deswegen benutzen die auch solche Schimpfwörter die ganze Zeit. Der Herr Jesus sagt ja eben, nicht das, was in euren Mund reinkommt, macht euch schmutzig, sondern das, was in eurem Mund rauskommt, denn es kommt direkt aus dem Herzen. Die verstehen es nicht, dass sie halt, wenn die solche schlimme Wörter benutzen, dass sie sich verdrecken, verunreinigen vor Gott, solche Wörter, und dass das Sünde ist und die verstehen das nicht, was Sünde ist, was es bedeutet, mit einem heiligen Gott zusammen zu wandeln und sich nicht zu verdrecken, wenn du mit dem heiligen Gott wandelst. Aber weil sie nicht mit dem heiligen Gott wandeln, ist das für sie überhaupt kein Problem, solche Wörter die ganze Zeit aus dem Mund rauskommen zu lassen. Das verstehen. Das ist wie dreckiges Wasser und sauberes Wasser. Und sauberes Wasser und dreckiges Wasser haben keine Gemeinschaft. Und die haben nur dreckiges Wasser im Mund. Wegen den Beleidigungen. Und diese Leute brauchen eigentlich den Herrn Jesus Christus, damit die ihr Leben verändern und dann eigentlich geistlich und wirklich wandern, wie es sein soll, wie Gottes Wohl gefallen ist. Aber die wandeln nicht nach Gottes Willen, die wandeln nach ihrer eigenen Willen. So wie die wollen. So wie es gerade den Kopf eingeflüstert ist. Da merkt man richtig, dass die voll unter dämonischem Einfluss sind. Ja, das ist die Sache. Die denken, die wandeln mit dem wahren Gott, aber dann haben die dann halt solche Schimpfwörter die ganze Zeit im Mund und verstehen das nicht, weil sie ja den heiligen Geist nicht haben, dass eben solche Wörter zu benutzen verunreinigt sie. Und dass das Sünde ist und dass diese Sünde irgendwann mal vor Gericht, wenn der Herr Jesus mit ihnen ins Gericht gehen wird, wird er die Frage, warum hast du solche Schimpfwörter aus deinem Mund kommen lassen? Ich habe doch gesagt, das was aus deinem Mund rauskommt, macht dich schmutzig. Und dann werden die kein Wort mehr sprechen können, dann wird ihre Knie zittern. Der Herr wird im Gericht alles mit ihnen durchgehen, alles. Jeden Schimpfwort, jede schmutzige Gedanke, jede Tat, die sie getan haben, das wird ja im Gericht einzeln minutiös und genau mit jedem einzelnen Menschen durchgehen. Und dann zittern die Knie und die Panik bricht aus dann in dem Moment. Ja, das wird es kommen. Da merkt man, die Liebe von den Christen und den Hass der Moslems. Das ist heftig. wir müssen sie segnen, Gott segne sie und ihre Familie, sodass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die dürfen uns beleidigen, weil sie eben noch nicht wiedergeboren sind, sie sind noch nicht mit dem Heiligen Gott. Genau. Und deswegen dürfen die halt sündigen, wir nicht. Wir wandeln mit dem Heiligen Gott und wir dürfen nicht sündigen, wir dürfen uns nicht warum heinig. Genau. Aber das müssen die verstehen, dass Gott der Bibel eben alles in seinen Händen hält und auch, dass am Ende der Zeit Gott sein Volk wieder zurück in das Land Israel bringt. Die Juden waren ja überall auf der Erde in jedem Land verteilt worden, also zerstreut worden und Gott sagt, am Ende der Zeit werde ich euch sammeln aus allen Ländern, euch Juden und wieder in das Land Israel zurückbringen. Hesekiel 11, das ist prophezeit worden, fast 700 Jahre vor Christus. Hesekiel 11, Vers 17. Deshalb, ich zitiere, Hesekiel 11, Vers 17, darum spricht, so sagt der Herr, Herr, ich will euch sammeln aus den Völkern und ich will euch sammeln aus den Ländern und euch zusammenbringen aus den Ländern, in die ihr zerstreut wurdet und will euch das Land Israel wiedergeben, verleihen. Ich will euch in euer Land wieder zurückbringen. Hesekiel 11, Vers 17. Und daran sieht man, dass der Gott der Bibel auf dem Plan ist, kein anderer Gott. Er sagt, was er später machen wird und es wird auch so kommen. Und man sieht eben, dass die Juden aus allen Herren Ländern gesammelt wurden. 1948 dann halt der Staat Israel gegründet wurde. Also jetzt der Staat Israel, das ist ja wieder vom Satan, ja unter der Führung des Satans, aber die Juden wurden gesammelt und in ihr Land Israel zurückgebracht. Das heißt also, Gott der Bibel ist der wahrhaftige Gott. Er sagt, was er zu tun, also was er tun will, Jahrtausende später und er macht das auch Jahrtausende später. Und keiner kann was dagegen sagen, weil Gott der Bibel das so macht. Und wenn die Muslime sagen, ja, unser Gott wird dann siegen, dann sagen wir, wo? Zeig mir die Prophezeiungen. Dann können wir gucken, welcher Gott der wahrhaftige Gott ist. Da ist keine Prophezeiung mit, dass die gesamten Juden aus allen Herrenländern gesammelt werden und in Israel zurückkehren werden. Das haben die nicht. Das ist nur in der Bibel. Hesekiel 1, Vers 17. Noch eine Stelle haben wir in Jeremia. Sekunde. Da ist auch noch eine Prophezeiung. Jeremia. Jeremia 32, Vers 37. Jeremia, Kapitel 32, Vers 37. Siehe, ich will sie aus allen Ländern, wohin ich sie in meinem Grimm und mit meinem heftigem Groll verstoßen habe, sammeln und an diesen Ort zurückbringen und da selbst in Sicherheit wohnen lassen. Gott sagt, dass er in Tausenden Jahren die Juden, die er in allen Ländern zerstreut hat, wieder zusammenbringen wird und wieder zurückbringen wird nach Israel. Welcher Gott ist hier auf dem Plan? Es ist der Gott der Bibel, der alles in seiner Hand hat. Kein anderer Gott. Und da kann sich die ganze Welt dagegenstellen. Der Herr wird alle seine Prophezeiungen, was er in der Bibel vorausgesagt hat. Alles einlösen. Alles. Eine nach dem anderen. Und da kann sich die ganze Welt dagegenstellen. Der Herr wird zum Ziel kommen. Mit seinem Volk Israel und mit allen anderen Menschen auch. Amen. Dann sehen wir es. Bruder Reza, was ist mit Gaza? Sephenia, Kapitel 2. Sephania 2, ich glaube, das ist Sephania 2, Vers 37. Genau, die ist das nochmal vor. Auch wichtig. Ein Gaza. Ja. Ich will jetzt sehen, was mit Gaza passieren wird in Zukunft. Sephania 2, Vers 4 war das, glaube ich. Und den Gaza wird verlassen und Aschalon verödet werden. Astor soll am hellen Mittag fortgetrieben und Elkron ausgerottet werden. Und das sehen wir eben vor unseren Augen, dass solche Prophezeiungen eben eintreffen. also das ganze Gaza-Streifen gerade entleert wird fast. Das sind die Beginner, diese Prophezeiungen hier. Genau. Man sieht eben, dass der Gott der Bibel auf dem Plan ist. Der hat das Sagen hier und kein anderer Gott. Da ist kein Buddha und kein anderer Gott, der hier Prophezeiungen von sich gibt und das mit der Welt macht. Nein, das ist der Gott der Bibel. Er sagt es und er beweist es. Vor unseren Augen. Und da kann die ganze Welt dagegen sein. Aber es ist ja nicht so, die Muslime sollen ja nicht denken, dass Gott jetzt Israel schont und die Muslime irgendwie nur wegmachen will. Nein, nein, nein. Der Gott der Bibel ist gerecht. Er geht gerecht mit allen um. Er lässt auch sein eigenes Volk demnächst durchs Feuer gehen. Ich lese Saharier 13, Vers 8. Damit die Muslime sehen, dass der Gott Israel auch zum Großteil vernichten wird. Sein eigenes Volk zum Großteil vernichten wird. Dann schauen wir mal in Saharier, Kapitel 13, Vers 8. Und so soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen. Ein Drittel aber soll darin übrig bleiben. Das ist der letzte Drittel. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Also Israel wird sich in der schlimmsten Phase, wenn die Muslime angreifen und zwei Drittel von Israel töten werden demnächst. Das wird so kommen. Ob Israel sich dagegen wehren will oder nicht. Das wird so kommen. Die islamischen Länder werden sich zusammentun, Israel angreifen, zwei Drittel werden die töten von Israel. Ein Drittel wird bleiben, ja. Guck mal, ich sehe ja die ganze Zeit schon extrem heftige Straßenschlachten, wo die Muslime jetzt anfangen, was du ja schon damals vor sechs Jahren mit Arme gesagt hast, dass es so kommen wird. Und ich sehe zum Beispiel in Hamburg, also die sind komplett, also die sind skupellos, die sind komplett. Natürlich, das ist doch noch gar nichts, das wird noch schlimmer werden. Da warten wir noch ab, bis die Wirtschaft ein bisschen kollabiert. Dann geht die Schlachterei richtig los. Ja, ja. Guck mal, jetzt ist es ja noch so, es ist jetzt schon heftig, dass die Polizei schon so mit Schutzschildern und mit Wasserwerfern und mit alles Möglichen kommen muss und die sind überfordert. Die sind überfordert. Das musst du dir mal geben. Ja. Genau. Der Satan reizt dann die Muslime mit solchen Sachen wie in Israel, diese Kriege. Und dann reizt er die Muslime und die hat ja vorher hier stationiert in Europa. Er hat ja fünf, was weiß ich, hundert Millionen von Muslime hier importiert in Europa und dann stichelt er jetzt die Muslime durch solche Sachen mit Israel. Stichelt er die Muslime, damit die in Europa losschlagen. Damit die Muslime diese abgefallenen Passchristen bearbeiten werden demnächst. Ja, weil ich sehe das, Herr Jesus. Und Bruder Reza weiß, was ich so heftig finde. Die Juden werden verfolgt. Das zeigen gar nicht die Medien. Die Juden werden hier echt verfolgt. Die Juden dürfen hier nicht mit Kippa rumlaufen oder mit Fahne. Die werden sofort dann abgestockt. Abgestockt. Wie bitte? Herr Reza, wie kann man sich retten? Du kannst dich nur retten lassen vom Herrn Jesus Christus. Du musst zu ihm kommen, heute noch, dein altes, sündiges Leben vor ihm bereuen. All die Schandtaten, Schandgedanken, Schandworte, die du getan hast in deinem Leben. Aber Reza, wie raffiniert der Herr ist. Er züchtigt die, er benutzt die Muslime für die Europäer. Aber gleichzeitig bestraft er auch die Muslime, indem sie in die Diktatur reinkommen. Natürlich. Das wäre heftig. Die Muslime denken ja jetzt, die Muslime, das ist ja, wie soll ich dir das erzählen, die freuen sich ja drauf, weil die sagen ja die ganze Zeit, wir übernehmen, wir übernehmen. Aber die wissen ja gar nicht, Moment mal, was ist denn hier passiert? Die werden ja gar nicht übernehmen. Die werden auch nur benutzt und das raffen die gar nicht. Ja, weil sie die Bibel nicht kennen, die Prophezeiungen nicht kennen. Deswegen gehen sie aufs offene Messer drauf. Und jetzt, wenn ein schlauer Muslim das hier alles hört, wenn ich ihm diese Prophezeiungen aus der Bibel vorlese und dass die Leute sehen, dass diese Prophezeiungen auch wirklich eingehen, dass das der Gott der Bibel ist, der was sagt und es auch so kommt, Jahrtausende später. Kein Trist, exakt. Dass die dann eben verstehen, oh, es ist der Gott der Bibel, das ist der wahre Gott und ich muss mich bekehren zum Herrn Jesus Christus, das ist der Gott der Bibel, der Herr, Jesus. Aber die Masse der Muslime sind jetzt schon leider verloren. So wie die Masse der Christdarsteller, die Massen der Juden. Sag doch das Wort schon, zwei Drittel, sagt der Herr, wird ausgerottet. Zwei Drittel von Israel. Ja, ja. Wird ausgerottet werden, sagt der Herr. Ja. Ein guter Denny. Ja. Weißt du, wer hier war? Hier war dieser arrogante Pate, dieser Kürtibo. Und keine Ahnung, ob man den kennt, diesen King O, war hier, ne? Ja. Dieser arrogante Pate ist aber schon wichtiger, weil, eigentlich Kürtibo auch, der ist ja immer mit diesem Borello, Arafat und so weiter. Weil diese arrogante Pate ist ja mit Bushido richtig gut, ne? Richtig, richtig gut. Und mit Massiv. Der hat ja mit Massiv zusammen ein Video gemacht. Ich mach hoch und ich mach dich runter und so weiter. Ja. Massiv hat einfach eine Dreieck, ein Augekäste gemacht in dem Musikvideo. Ja, der Massiv ist drin, natürlich. Ja, und arrogante Pate mit ihm zusammen. Der war hier. Ich hab ihn da direkt gesagt, so, der so, warum denkst du jetzt hier ab? warum schiedst du direkt da rauf? So, hat er direkt so gemacht, der wusste sofort, boah, verdammt, jetzt haben die mich. Schade, dass du nicht hier was brüder, der Idiot ist immer wieder. gestern war einer hier bei uns im Stream, der hatte 1,6 Millionen Linkster voll ab Abonnenten gehabt, ne? Ja. Und ja, da war er halt drin und dann hat er so geschmeichelt, er hat das bei Arnie geschmeichelt, hat er so bei uns ein bisschen geschmeichelt. Ich hatte leider keine Bilder, aber 1,6 Millionen. Und der ist dann so privat mit so einem, hat er auch gesagt, der ist dann mit so einem Chef-Koch, mit so einem Promi-Koch privat unterwegs und dachte ich mir auch, das kann nicht wahr sein, wie kommst du an solche Promis ran? Und dann noch fast 2 Millionen, noch 1,5 Millionen Abonnenten. Aber alles, wo zusammen wurde, Danny, seine Videozeit mal angeschaut, der hat nicht einmal sich selbst gezeigt, der zeigt so irgendwelche Schauspieler oder so nur Zitate und macht Musik rein. Dieses, was die Menschheit, so weltliche Sachen und die Menschheit so nehmen. Millionen Abonnenten kriegst du nicht. Kannst du Bruder hinterfragen, das ist unmöglich. Unmöglich. Aber er selbst zeigt sich ja nie. Das ist egal. Das ist egal. Der Bruder, Bruder, Bruder Dings hat schon nach ihm geforscht, der soll bekannt sein, der Typ. Ach so. Okay. Der soll richtig bekannt sein in England und so. Ja, der will Bruder Army pushen und mich hat er gesagt, dich auch. Der wird niemals Army und dich pushen. Der wird doch keine wiedergeborenen Christen pushen, außer der Herr lässt es zu. Außer der Herr öffnet da eine Tür und dass er diesen Typen da benutzt. Dann ja. Ja. Mal schauen, was so alles passieren wird. Ob der es ernst meint. Bin ich gespannt. Da ist ja Katholik hat er mir erzählt. Da wollte er mehr darüber hören. Aber es ist echt extrem heftig. Diese ganzen Unruhen und so. Das ist so heftig. Es kann jederzeit echt knallen. Ehrlich. Wenn die Wirtschaft zusammenbricht, dann ist Armageddon. Dann ist es richtig Armageddon. Dann ist es vorbei. Du meinst in Berlin da alles, ne? Ja, ja. Wenn die Wirtschaft zusammenbricht, dann werden die ihre Waffen nach Hamburg auch, ne? Ja, ja. Ja. Wie ich auch überall in Europa in allen Großstädten und so weiter sind die ja überall vertreten. Weißt du, was die in Berlin gesagt haben? In Neukölln gehört Gaza. Ja. Wie gesagt, Neukölln ist jetzt Gaza, haben die gesagt. Ja. Die haben jetzt einen kompletten Krieg eigentlich den Staat erklärt damit. Ja, der Herr lässt es ja auch noch zu. Der Herr hat noch seine Schützen eine Hand darüber und dann nimmt er sie weg und dann werden die alle auf die Europäer losgehen. Und dann wird der Herr, dann sehen die mal, ihr habt mich verlassen, ich werde euch verlassen. Wer mich verlässt, es steht ja geschrieben, weil ihr mich verlassen habt, so werde ich euch verlassen. Ja, genau. Wir lesen eben in Offenbarung Kapitel 6, was passieren wird mit Europa, dass die Muslimen eben alles in Stutt und Asche legen werden, also für große Bürgerkriege sorgen sollen. Offenbarung Kapitel 6, Vers 2, beziehungsweise Vers 3. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm, und sie. Und es sog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und dem, der da drauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Also der erste apokalyptische Reiter, der rausgehen wird demnächst, wenn wir alle entrückt sind, wenn der Herr Jesus seine Gemeinde heimholt. Der erste apokalyptische Reiter ist der Antichrist. Vers 1. Der zweite apokalyptische Reiter bringt eben diese riesigen Bürgerkriege in Europa zwischen den Muslimen und den Europäern. Und dann gibt es Teuerungen, Wirtschaftskollaps und so weiter. Ja, das ist der nächste. Und es als das vierte Siegel, der vierte apokalyptische Reiter hörte ich den Stimmel des vierten lebendigen Swegen sagen, komm und sie. Und ich sah, und sie ein fahles Pferd und der da drauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgte ihm nach und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Also ein Viertelteil der Weltbevölkerung wird sterben in kurzer Zeit und das sind jetzt etwa zwei Milliarden Menschen werden draufgehen in einer kurzen Zeit und das ist sogar noch der Anfang der apokalyptischen Gerichte. Da werden noch schlimmere Sachen kommen. Weißt du, wie ich das auch glaube, wie das sein wird, Bruder? Das wird dann, ich glaube, das Mars wird überlaufen, dann können die sich nicht mehr kontrollieren, wenn die Al-Aqsa-Moschee weg ist. Ich glaube, dann ist es vorbei, dann können die sich nicht mehr kontrollieren. Ja. Dann ist es vorbei, dann geht es los, dann werden auch auf einmal die Christen, die Juden, das wird dann richtig abgehen hier. Da können die Polizei auch nichts mehr machen, das ist zu viel. Genau. Also der Sator wird dann durch Israel und Israels Vorgehen eben die Muslime so reizen, dass sie dann irgendwann mal losschlafen hier in Europa und alles kurz und klein schlagen. Und dieser Chaos in Europa wird dann der kommende Diktator aus dem wiederauferstandenen römischen Reich, der in Europa wiederauferstehen wird, dieser Chaos wird von ihm benutzt, von diesem Diktator, um seine neue Weltordnung zu errichten, dieser Diktator. Bruder Reza, ich wollte da mal was sagen noch dazu, ja? Das sehe ich auch bei diesem Film, bei den letzten Filmen The Purge, da ist es ja auch komplett aus den Rudern getroffen, also da ist es komplett und dann auf einmal siehst du auch, wie die dann auf einmal mit Panzer kommen und auf einmal alles einballern. Die haben dann so mit, siehst du auf einmal, wie die mit Helikopter in die Stadt reinfliegen und dann die ganze Masse reinballern und dann löst sich die, dann löst sich das auf einmal auf und dann gehen die auch alle wieder normal. Also die müssen da schon reinballern, ne? Tiktok sportlich. Ja, aber Bruder Danny, guck mal, der Staat ist so, wenn die sehen, dass Deutschland jetzt langsam richtig so übernommen wird, kannst du nicht die Hühnenschaft schießen? Die würden direkt schießen. Ja, das ist ja lang so die ganze Zeit, deswegen The Purge, guckt euch The Purge an. Das ist ja nicht so, die würden direkt schießen, die würden doch keine Gnade mehr zeigen, die würden sagen, alles klar, die Lage ist so aus dem Router, dann macht man die beim Massaker, man nimmt lieber einen Schuldigen, der vor Gericht dann geht, weil er diesen Massaker dann gemacht hat, ne? Der würde eh so alles machen können, aber dafür haben die die Lage beruhigt. Verstehst du, was ich meine? Ich sag dir, guckt euch The Purge an, guckt euch den letzten Teil an oder guckt euch allgemein The Purge an, alle Teil, dann seht ihr, dass die Elite immer was damit zu tun hat, mit diesen Purge-Stürmen, dass die Elite abgeschottet ist und die sind so abgeschottet und die anderen, die Soldaten gehen dann auf die Jagd. Bei dem zweiten, dritten, vierten Teil sieht man das, wie die Armee dann rausgeht und dann auf einmal Jagd macht auf die Zivilisten, TikTok-sportlich, daran sieht man das. Ja genau, die Purge, die Filmreihe ist ein Vorausschau auf das, was auch die Menschen demnächst hier in Europa, USA, Australien, also die westlichen Nationen zukommen wird und es ist natürlich viel zu weich, die Filme sind noch viel zu weich, es wird noch schlimmer werden. Es wird eine Schlachterei geben, die noch nie so da war als Bürgerkrieg und zwar in ganz Europa. Die Muslime in Schweden werden die Schweden bearbeiten, in Belgien werden die halt auf die Belgier losgehen und die Belgier auf die Muslime, also in Deutschland genauso, Frankreich ist sowieso schon überflutet halt und ja, aber diese Muslime hatten die Möglichkeit hier in Europa gerettet zu werden, zum Herrn Jesus zu kommen, der Herr hat ihnen ja die Möglichkeit gegeben, in Freiheit, in Frieden zum Herrn Jesus zu kommen und sich retten zu lassen, aber nein, die wollten lieber nicht sich retten lassen, sondern auch gewalttätig werden. Aber daran hat auch der Herr gedacht, daran hat aber auch der Herr gedacht, dass er sich noch Europa holt, damit sie nochmal das Evangelium hören von den ein oder den anderen Evangelisten, aber nein, sie haben es nicht angenommen und somit wird auch der Herr die Abgefeinden, zum Beispiel, man sieht ja auch die ganzen Deutschen, die sind alle abgefeindet, die sind alle atheistisch geworden, guck dir doch die Deutschen alle an, das ist unfassbar, geh mal raus und rede mal mit denen, die glauben alle nicht mehr an Gott. Vor 100 Jahren war Deutschland noch christlich, Ende des 18. Jahrhunderts, das war noch eine riesige Bewegung. Bruder, wann war noch mal die Brüderbewegung? Wann war noch mal die Brüderbewegung? 18. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, ja, 1800, noch was, ja. Da war eine richtige Bewegung noch und guck mal jetzt an, geh mal raus, guckt euch die Deutschen an, die wollen von Gott nichts mehr hören, das ist, das Bier schmeckt einfach zu gut, das kann ich verstehen. Dass die Kneipen sind, ja, ist so, die Kneipen sind schön. Das Bier schmeckt. Ja, ist so, Urlaub, Ballermann, dass die da in ihre Eimer reinpinkeln und dann wie die Brüder da raus trinken, ich seh das doch, ist die Wahrheit, geh, geh, guck dir das an, die pinkeln da rein und sind so besoffen und trinken auch noch daraus. Die kotzen vom Balkon raus, die werfen Scheiße gegen die Wände auf Mallorca. Guck doch mal an, wie die sich da benehmen und haben so eine fette Kreuzkette. Ja, ja, ne, ist ja so, ne, das ist ja so, als die Hamas losgeschlagen haben, was hat der Herr erlaubt, welche Leute sollten von Hamas direkt als erstes herangenommen werden? Erinnert ihr euch? Nicht direkt, da war doch ein Festival mit Technomusik und sich besaufen. Ja, war da nicht sowas? Ja, den Festival haben die dann angesprochen. Warum Gott das erlaubt, dass das gerade solche Partyleute als erstes drankommen? Ich habe davon gar nichts mitbekommen, aber jetzt muss ich sagen, ich habe das mitbekommen. Eine deutsche ist sogar halbdeutsche, halbisraelitin war das, glaube ich. Die war in Israel, hat er gelebt, hat er gefeiert, Eko und so weiter. Die haben das Video gehabt. Ein Video kamen auf einmal Hamas Soldaten von Himmel, von Himmel mit Fallschirm, sind gelandet und die haben sofort erst mal die Touristen und das ist nicht aber in einem Festival gemacht. Warum hat der Herr das so erlaubt, in einem Festival? Warum nicht einfach in so eine Eikowsstraße? Warum? Er ist ja mal bei den größten Sündern. Hat er angefangen. Der Herr hält Gericht. Sehst du, das ist das Problem. Die Leute verstehen das nicht, wenn der Herr eben ins Gericht geht und wir, die wieder den Heiligen Geist haben, wir wissen sofort, ah okay, alles klar, das Gericht ist über diese Sünder gekommen. Und ich habe gesehen, wie rumgelaufen sind die Frauen da auf dem Festival. Die sind ja halt nackt rumgelaufen. Nackt, da war wirklich nackt. Aber Bruder, das nackt rumgelaufen mit besoffen und dann kam, hat der Herr das erlaubt, dass die Hammers kamen. Heftig, ne? Ja. Ich wollte nochmal was sagen. Es wird ja auch dann so sein in Europa, dass denn in Europa die Gemeinden, so zum Beispiel die ganzen Freikirchler, Kirchen, orthodoxische Kirchen, katholische Kirchen, die werden ja alle denn kaputt geschlagen, ne? Wenn die Bürgerkriege losgeht? Ja, natürlich, klar, da wird keine Gnade gehalten. Der Herr geht richtig hart ins Gericht mit seinem abgefallenen Christenvolk, die hier in Europa eben von morgens bis abends sündigen, die Sex vor der Ehe haben, alle Hurerei betreiben, dann die entstandenen Kinder abtreiben. Der Herr guckt sich das nicht lange an. Der Herr Jesus lässt den Menschen eine Zeit lang Gnade zur Umkehr. Aber wenn das Volk nicht umkehrt, kommt irgendwann mal das Gericht vom Herrn und das Gericht steht vor der Tür. Es sind die ersten, die ersten Einschläge. Einschläge sind schon da, die ersten. Aber das ist noch nichts. Es wird bald richtig losgehen, wenn da seine Zorn reinläuft. Aber eigentlich, die Deutschen, die so intelligent sind, müssen doch eigentlich sagen, Moment mal, was passiert hier gerade? Das kann doch nicht wahr sein und die müssen sich doch darüber Gedanken machen und einfach mal auch fragen, wenn man wirklich ein Intelligenter, dann würde ich auch sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Diese Welt wird vom Bösen regiert. Diese Welt wird ist ungerecht. Gibt es einen Gott? Gibt es einen Teufel? Gott gibt es dich. Aber ja, das ist diese Verdorbenheit. Wenn du eben nicht verstehst, dass hinter den Sachen, die auf der Erde passieren, eben eine Macht steht, die nicht der physischen Welt zugeordnet ist, sondern aus einer nicht-physischen, geistigen Welt operiert, dann kannst du die Dinge hier auf der Erde nicht verstehen. Du verstehst nur Bahnhof. Ja. Du denkst, das ist alles Zufall. Ja. Aber du musst eben hinter diesen Kulissen schauen. Du Hurensohn, fick deine Mutter, du Hurensohn, du Hurensohn, fick deine Mutter, fick deine Mutter, du Hurensohn, du Hurensohn. Das ist der Islam, Leute. Das war Islam, habt ihr das gesehen? Das war Islam. Da zeige ich euch mal was. Hier, Muslime machen, Beleidigung, Werbung mit Islam. Das ist das. Der macht Werbung für seinen Islam, weil der... 1 zu 1 Islam. Da habt ihr Berlin gerade gesehen, Neukölln. Das ist der erste, der auf so Flaschen werft und so sieht ihr ja. Der kommt rein. Da habt ihr jetzt Neukölln gesehen. Ja, aber der Herr hat, der braucht die demnächst, ne? Und der braucht diese Muslime mit demnächst hier. damit ihr euch seht. Servus, ich grüße euch alle. Hallo, Feru. Ja, nichts ist ein Vernünftiger. Ich bin auf jeden Fall nicht hochgekommen, um irgendwie zu beleidigen oder zu stressen. Sowas gehört sich nicht. Man muss Anstand und Respekt vor jedem Menschen auf dieser Erde haben. Ich glaube, das ist mein erster Satz zu diesem Gespräch. Egal, welchen Glauben jeder hat, man muss das akzeptieren. Darf ich einfach mal anfangen, was ich loszuwerden, also was ich gerne loswerden möchte. Ja. Okay, also, als erstes, ich habe heute ein bisschen mitbekommen, Thema Christen, Islam und so. Also bei uns sagt man, die Christen sind unsere nächsten Brüder und Schwestern. Ich akzeptiere jede Glaube. nur, ihr seid auch auf dem richtigen Weg. Also, ihr habt auch die zehn Gebote, so wie bei uns, bei uns Muslime. Ich bin, Alhamdulillah, Muslim. Und ich finde das auch sehr, sehr, sehr schade, dass viele Muslime unseren Namen kaputt machen, wie dieser Junge, der gerade hochkam und einfach beleidigt hat. Das ist für mich kein richtiger Moslem. Okay. Ich selber finde auch nicht, dass ich ein guter Moslem bin. Das ist sehr traurig. Nur, was ich auf jeden Fall widerlege, was ihr sagt. Und bitte tut mir nur einen Gefallen, wenn ich das jetzt sage, lasst mich auch so, wie ihr mich jetzt aussprechen lässt. Ich muss aussprechen. Ihr sagt ja alle, also ihr sagt, wie ich das verstanden habe, Jesus ist Gott, ja? Ja, genau. Amen. Okay. Dann habe ich einfach, lasst uns einfach am besten so, Frage, Antwort, Antwort, Frage, einfach auf eine vernünftige Ebene. Wir sind ja alle Menschen. Einfach vernünftig miteinander talken hier auf TikTok. Erstens, wenn Jesus, guck mal, was ist für euch Gott? Was hat Gott für eine Macht? Frage ich mal andersrum, bevor ich direkt, was für eine Macht hat denn euer Leben Gott? Also, welche Macht hat Gott? Eure Meinung nach. Er ist allmächtig. Er ist allmächtig. Also, er kann alles auf dieser Erde bestimmen. Ja. Okay, dann habe ich eine Frage, wie kann ein Gott müde sein? Wie kann ein Gott hungrig sein? Wie kann ein Gott einfach so irgendwelchen Räubern am Kreuz gehangen werden? Oder es wird jetzt, ich weiß, ihr sagt jetzt, Jesus hat sich geopfert. Nun, lass mich bitte zu Ende reden, dann höre ich euch, solange ihr wollt zu. Meiner Meinung nach, ein Gott ist einzig und allein ohne irgendjemanden. Ein Gott ist nicht schwach. Ein Gott ist nicht müde. Ein Gott ist nicht hungrig. So, wie wollt ihr mir erklären, dass Jesus, Gott ist, der Herrscher dieser Welt? Und wie kann der dann einfach an einem Kreuz gehangen worden sein, wenn er der Allmächtigste auf dieser Welt ist? Und wie kann das sein, dass er geschlafen hat, dass er müde ist? Denn der liebe Gott schläft nie. Gott bewacht diese Erde 24, 7, täglich, Sekunde für Sekunde. Gott schläft nicht. Jesus, nee, ich schreie nicht, sorry, ich habe mein, ich habe mein, ich weiß, ich weiß. Alles, tut mir nur bitte einen Gefallen. Guck mal, ich respektiere eure Glaube, dann respektiere auch mein Glaube. Ich bin nicht hier hochgekommen, habe dein Glauben verleugnet, ich habe nicht dein Glauben. Guck mal, jetzt zählt immer von Respekt, ne? Und wenn ich nur einmal sage, Mohammed ist kein Prophet, ne? Und dann sagt er direkt so, ich beleidige Mohammed und so weiter, ne? Aber komm, ich antworte dir. Ich antworte dir. Ich antworte deine Fragen. Das ist kein Problem. Ja? Erstens, ich beantworte deine Frage und dann habe ich eine Frage, ja? Gerne. Okay. Gott ist, also Allah ist ein mächtig, richtig? Richtig. Richtig. Ist Allah irgendwas im Wege? Also heißt das, kann Allah Mensch werden, wenn er will? Nur wenn er will. Ob Allah ein Mensch werden kann? Wenn er will, kann er oder kann er nicht? Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Ich höre dich niemals, niemals in meinem ganzen Leben den Gott, den Allnächtigsten, dieser Welt und dieser Erde und diesem Planeten zu einem Menschen verwandeln, weil ein Mensch ist schwach. Kann Allah es oder kann es? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Kann Allah es oder nicht? Nicht, ich habe gesagt, er macht es. Ich sage, ich kann. Ich bin nur ehrlich zu dir. Ich beantworte dir das, was ich weiß. Das, was ich nicht weiß. Ich halte meinen Mund. Aber ich kann euch eine Geschichte jetzt erzählen. Mit euch diese Sache. Nein, nein, nein. Du musst mir keine Geschichte erzählen. Nein, nein. Wir sind hier nicht bei Geschichte erzählen. Ihr könnt glauben, dass du wollen. Nein, nein, nein. Aber du hast mir eine Frage nicht beantwortet. Nein, wir sind hier nicht bei Geschichte erzählen. Warum Gott müde wurde, warum er schwach wurde. Ich werde jetzt auch antworten. Philippa 2 kannst du mir erklären. Genau. Philippa 2, Vers 6 bis 8 steht geschrieben, dass Gott Mensch wurde. Er als Mensch erfunden. Das heißt, der Mensch hielt es nicht wie ein Raubfest, Gott gleich zu sein. Er wollte ein Mensch sein. Warum? Weil er das alte Testament erfüllen wollte. Die ganzen Prophezeiungen, damit er das Gesetz erfüllt, die 613 G-Umverbote. Und damit er dann sterben kann, weil nur ein Mensch kann sterben, nicht Gott. Und damit dann sich alles sicher fühlt und wir den neuen Bund bekommen, wie es prophezeit worden ist. Und so haben wir den neuen Bund. Der ist gestorben und der ist auferstanden. Denn es war der Mensch, der müde, hungrig und so weiter, vielleicht auch krank, ich weiß nicht, alles Mögliche. war der Mensch. Das ist alles Mögliche. Aber nicht, hör mir zu, hör mir zu, aber nicht Gottwesen selbst. 100% Mensch, 100% Gott. Diese Begrifflichkeit kennst du eigentlich nicht. Da musst du sehr intelligent sein, um sowas zu kennen. Das ist das, was du sagst. Ich akzeptiere deine Meinung. Ich werde hier niemanden... Es ist die Bibel. Okay, das ist die Bibel. Aber jetzt kannst du mir was erklären. Warum ist Allah ein Schienbein? Was? Ja, warum hat Allah ein Schienbein? Was ist da passiert? Astagfirullah, Aaudu Bila, Astagfirullah. Guck mal, ich kann euch nur noch das... Guck mal, ich merke schon, ihr seid auf Provokationen. Wollt ihr mich veräppeln? Hallo, 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 ist... Warum hat Allah ein Schienbein? Das ist so eine einfache... Darf ich ja nicht fragen? Ein Gott auf dieser Welt ist der Allmächtigste. Ein Gott ist nicht hinweg, ein Gott ist nicht durdlich, ein Gott ist nicht müde, ein Gott ist der einzige und unendlich... Ja, aber dann Allah ein Schienbein, warte, ist das denn? Und ihr... So, das ist gleich, das ist der Allmächtigste. Welche Sura? Sura 68, Vers 42. es ist ins Feuer fallen, weil ihr sowas redet. Der Schreit nicht so viel, der Schreit nicht so viel. Aber warte, ich habe den Hadith, aber warte. Schade, habe ich die Kornstelle nicht? ... ... ... ... Habe ich hier nicht. Mache ich ein anderes Bild. Okay, ich muss die, ich muss die Suche suchen, warte. Ohne, dass man ihm zuhört, ey, man schreibt einfach. Ich höre den ganzen Jungen, was er erzählt, weil er sieht man doch, er erzählt nur Müll. Warte, er muss den Stumme, boah, ich kann den nicht hören. Das hat meine Ohren schon weh. So gucke ich jetzt. Hol mir mal Allahschiembein raus. Wir repräsentieren Allahschiembein. Ich mache nicht mein Business. Es geht weiter. Merkt euch das. Schrei doch nicht, boah, mein Ohr leck. Bruder Reza, welche Suche? 68? Sei mal, warte, sei mal ruhig. 68? Wo lachst du? Sag doch nicht so. Nein, weil der Ehren drauflos ist. Wann auch so lachen? Wie so, der eine schneidet seine Fugstämie, der andere, die sind so alle ruhig und der ist am Schreien. Die 300 Zuschauer, seht ihr, wie die rumgeladen, seht ihr, wie die rumgeladen, weil sie die Wahrheit gehört haben. Ein Gott ist nicht gewach. Ein Gott, ein Gott ist allwichtig. Ein Gott ist auf. Ich wollte ernst bleiben. Schaut euch die Leute an, Leute, die reden über uns Muslime, dabei lachen sie. Ich muss nächstes Mal ein Bild machen mit Allahschiembein. Das ist doch kein Gespräch. Du redest ja, du schreist ja nur 10 Minuten. Keiner hört dir zu, erst mal, weil das so laut ist. Weil du verstehst dich nicht, weil du nur schreist. Heute, ich konnte euch was mitgeben fürs Leben, ihr meine Brüder. Ihr seid auch mit Menschen. Auch wenn ihr den falschen Glauben habt, möge Allah euch recht leiten. Möge Allah euch auf den richtigen Weg bringen. Ein Schienbein kann mich nicht recht leiten. Ein Schienbein kann mich nicht recht leiten. Jesus ist ein Prophet. Ein Schienbein kann mich nicht recht leiten. Bruder Riesa, sag mal die Suche nochmal, dann öffne ich die jetzt. 68, Vers 42. 60, Vers 42, okay. Jesus hat zu Allah gebetet. Ja, sag ich. 68, achso. Wie wir Muslime. Ja, ich bin nicht. Das ist mein Junge. Jesus ist das, Allah, Allah, was ist das? Wie ein Marktschreier. Ich habe die besten Äpfel. Komm, meine Bilder. Boah, wo ist der? Sei mal ruhig, ey. Heute 50 Prozent haben. Sei mal ruhig. Wie ein Marktschreier. In Damaskus. So, der Gurken verkauft und Salat. Meine Herren, das gibt's schon. Ja, Ferro, hör mal zu. Ja, wie ein Gruppchen. Sei mal ruhig, Ferro. Also, Ferro, suche 68. Jetzt weiß ich, warum ich halt Schmerzen habe. Ferro, was steht denn, suche 68, Vers 42. Alter, mein Schenkel entblößt. Sei ruhig. Boah, das finde ich mal normal. So, ein Schenkel entblößt wird und sie aufgerissen werden, sich am Rete niederzuwerfen. Aber da werden sie es nicht können. Ein Schenkel, einfach ein Bein. Alter, das ist einfach ein Bein. Ist jetzt, ist jetzt Allah. Warte, warte, warte. Nein, nein, nein. So, schon besser. Ist Allahs Bein rasiert oder unrasiert? Das ist eine gute Seite. Davor habt ihr Angst. Ihr wisst, dass das Weltende kommt. Und hier werden... Alle Bein reinschreiben, damit er sieht, dass Allah anscheinend ein Bein hat. Das muss ich erklären. Warum ist Allah ein Bein? Anscheinend wurde er doch, Mensch, dass er ein Bein hat. auf dem Koran anscheinend. Das ist eine gute Frage. Oh, 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 oh. Schöne, das ist eine gute Leser. Schöne, das ist eine gute Idee. Komm, dass ihr aufhört, so zu albern. Schaut euch doch mal an. Komm, Bruder Leser, lasst dir mal zuhören. Lasst dir mal zuhören. Lasst dir einfach zuhören. Was meinst du, Bruder Leser? Was wird das gleich ausmachen? Ihr redet über den Christentum und lacht und beleidigt andere Glauben, so wie den Islam. Vor mir ist... Da kam eigentlich voll den Schild rein, ne? Mit Respekt, alles. Und dann ging er einfach ab, einfach so. Jesus, dann weht der so, Gott wurde nicht mehr. Der wurde richtig aggressiv. Der wurde der letzte gesangte Propheten Allahs. Und ihr wisst das, deswegen habt ihr so... Der ist heftig. Der ist heftig. Kannst du ein Gespräch führen oder kannst du schreien? Okay, okay. Dann habe ich eine Frage. Warum sind... Nein, 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 nein. Nein, mein Freund. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Warum hat Allah ein Schienbein? Nein, nein. Ganz ruhig. Warum hat Allah ein Schienbein? Warum? Warum hat er ein Bein? Was ist da passiert? Guck mal, das ist rausgegangen. Wahnsinn. Meine Herren, da bin ich froh, wenn ich beim Herrn bin, in der Ruhe endlich. In der Ruhe Gottes eingehen. Aber die sind diesen Wahnsinn hier auf dieser Erde. Dieser Wahnsinn. Nein, übernäß dich. Ja, wäre ich froh mit dem Nächsten. Ich freue mich auf diese Ruhe, die ich beim Herrn habe endlich. Oh, Mann. Der Vetter hat seine Mutter, der hat mir... Mann, der Viteris haben. Das ist so krank, das ist peinlich. Dieses Verhalten von dem ist auch sehr krank und sehr peinlich. Das ist traurig, ne? Ja, wirklich traurig. Die haben Hass. Die haben... Guck mal, die beten ein Schienbein an. Die schreien rum, beleidigen. Habt ihr mich vermisst? Ja, ich hab dich vermisst. Ich hab dein Geschrei wirklich vermisst. Das muss man zugeben. Bero, also, warum hat Allah jetzt ein Schienbein? Staghfirullah, Möge Allah eure Herzen Frieden geben. Möge Allah euch recht leiten. Möge Allah euch beschützen. Möge Allah euch... Komm, lass uns sachlich handeln. Du wolltest doch sachlich reden. Ich bin sachlich. Ich bin sachlich. Warum ist er da da? Guck mal, nimm den Koran. Sura 68, Vers 42. Warum steht da, der ist ein Schienbein? Ein Schenkel? Es tut mir leid. Bevor ich in den Chat kam, hab ich zu dir gesagt, ich bin selber enttäuscht von mir, dass ich nicht meinem Glauben... Warum? Du hast gesagt, Allah kann kein Mensch werden, aber er kann ein Bein werden. Ich weiß, mein Lieber. Kann Allah ein Bein werden? Auch wenn ihr mich hier versucht zu provozieren, ihr schafft es nicht. Willst du antworten oder nicht? Warum ihr mich nicht schafft zu provozieren, weil Allah auf meiner Seite ist und mein Herz reinigt. Schlag doch bitte Sura 68 auf, Fero. Ich wünsche euch nur das Recht in euer Licht. Schlag bitte Sura 68 in den Koran auf. Schlag doch Sura 68 auf, Fero. Der ist so heftig, ey. Man muss seine Batterie... Es tut mir wirklich nicht, ihr wurde falsch gezogen. Aber jetzt, Bruder Riesa, es meint doch das Herz, ne? Dieser arrogante Part, Kürtübo, dieser King O, oder wie die alle heißen, die sind ja genauso. Nur am Beleidigen, nur am Machen. Aber kennt sich null mit dem Islam aus. Null. Die können nur Allah-Akbar schreien, Hamdallah schreien, Schlosser mussten schreien, aber... Und wenn man normal nach Suchen fragt, wenn man nachschaut, wenn man nachschaut, was richtig falsch ist, die antworten gar nicht. Hör mal ruhig. Die antworten gar nicht. Ich frage jetzt nach Suche 68 für 42. Und der holt seinen Koran nicht und sagt, guck mal, nein, da steht nichts vor. Nein, der will einfach nur schreien und sein Ding durchziehen. Jesus hat einen Vollbart, wie wir Muslime. Er wird am jüngsten Tag, am Jungen der Kiyama, wird Jesus mit. Bruder Riesa, Amir hat auch einen Vollbart, der ist jetzt Muslim, ne? Amir hat einen richtig prachtvollen Vollbart, der ist jetzt Muslim. Ja, nach seiner Philosophie, nach seiner... La ilaha illallah, und Mohammed rasulallah, Jesus sagt... Jesus soll ein Gott sein. Ein Gott ist allmöglich. Ein Gott kann man nicht richten. Ein Gott kann man nicht erhängen. Ein Gott hat Kraft. Ein Gott behärts. Ein Bein werden. Ein Allah ist ein unrasiertes Bein, oder wie? Auzubillah, mein Saitan, ich habe die ganze Zeit gesagt, möge Allah dir für diese Worte unmittelbar... Das gibt es doch gar nicht. Bruder Riesa, kann man überhaupt mal dir gucken mit dem Film? Da war so ein Schatz, ich war so lieb, ey. Der will auch nicht nachschlagen. Er kennt das erstmal nicht und der will auch nicht nachschlagen. La ilaha illallah, und Mohammed rasulallah. Was bringt denn das? Was bringt denn das? Ein Gott ist allmächtig. Ein Gott kann nicht müde sein. Aber ein Gott kann... Aber dein Allah kann ein Bein sein. Der schwebt da so rum. Ein Gott kann nicht müde sein. Ein Gott ist nicht... Warte, warte. Dein Allah kommt mit einem guten Anzug, mit ockigen Wagen auf und lächelt. Meine verehrten Gäste und Gäste, wir wollen euch... Bruder Arme denken, wieder dabei gelächelt, gelacht. Sie sind nicht schämen. Sie wollen noch mehr Menschen schlecht wie sich machen. Aber hört an, den Fehler zu begehen. Hier in Deutschland wird Schweinefleisch verkauft, obwohl das im Christentum auch verboten ist, was auch in der Bibel steht. Aber das verleugnet ihr, weil ihr alles verleugnet wie die Luden. Jerusalem gehört den Muslimen. Al-Aqsa-Moschee ist die dritteiligste Moschee. Deswegen wollt ihr das. Aber ihr schafft das. Israel ist das stärkste, reichste Land. Alles... Mutter redet er. Was meinst du? Lange hält er durch. Nein, ich will da zwischendurch so ein bisschen zu, was er erzählt. Das ist lustig. Lass mal zuhören. Lass mal zuhören. Ich bin jetzt... Das ist wie eine kleine Serie. Wenn euch Israel gekommen ist, das ist der liebe Gott. Und am jüngsten Tag werden wir uns beide noch sehen. Paulus. Erzähl weiter, Ferdinand. Sollen wir ihm eine Chance geben, wenn wir vor Allah stehen. Und ich werde zu dir gucken und sagen, oh Allah, auch wenn er dein Erregter vergibt diese Menschen. Okay, weil ich bin nicht so schlecht wie ihr. Ich bin nichts Schlechtes für euch. Aber geht den richtigen Weg. Seit wann ist ein Gott schwach? Seit wann ist Allah ein Bein? Seit wann ist Allah ein Bein? Er ist der Allmächtigste, wie ihr das schon sagt. Seit wann ist Allah ein Bein? 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 Guck mal. Und deswegen... Seit wann ist Allah ein Bein? Einerseits, einerseits redet ihr über Gott und einerseits... Redet ihr mit einem PC oder wie? Was ist das? Seid einfach paar kleine Kissen. Die ein paar Zuschauer haben wollen. Ja, ist okay. Tschüss. Und Bruna Reza, das ist doch heftig. Du musst mal entscheiden, wie viel Leid du auf dich nehmen möchtest. Ich habe mir zu viel Leid auf mich gehört. Das war ein bisschen zu viel. Aber man hat auch gemerkt, das ist total... Der ist ja auch gehängt gewaschen. Hast ja gemerkt, Reza, ne? Ja, 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 ja. Aber glaubst du aber auch, dass da schon so Dämonen dahinter stecken? Das kann sein, dass er dämonisch beeinflusst ist. Man, wir wissen es nicht. Aber eben... Das sind solche Menschen, die gar nicht mehr zuhören können. Die sind ja sowas von indoktriniert. Ich glaube, das ist dämonisch besessen. Da kann ich nicht mehr in die Sprache reingehen und die Argumentation der Gegenseite mal so ein bisschen zuhören und schauen, was der andere zu sagen hat. Das können die gar nicht. Habt ihr gesehen, wie der halbe Stunde redet? Das ist dem auch egal, ob das unhöflich ist. Halbe Stunde sagt er immer das, was wir jeden Tag 200.000 Mal hören. Und das halbe Stunde wiederholte das jetzt. Geschrei. Das ist doch kein Mensch, der einfach auf Augenhöhe sich mit jemandem unterhält. Der will das einfach, dass er sagt. Das ist eine Blockade. Da ist eine richtige Blockade. Natürlich. Natürlich. Der ist schon bestimmt, bestimmt schon längst verhärtet im Herzen. Das ist auch nicht normal. Die ganze Zeit spricht er da die Schahada aus und nennt, anstatt er mal prüft. Ja, okay. Ich höre mir das an. Ich lese das. Ich bin mir sicher, Reza, da sind Dämonen. 100%. Das kann sein. Ja, das kann sein. Weil immer wenn du dann sagst, Jesus ist Gott, auf einmal drehen die durch. Warum? Wer dreht denn in dem so durch? Wer ist denn das denn? Wer ist denn in dem? Ja, das kann sein. Ja, wo der auf Jesus gegangen ist, ne? Der hat das so normal geredet. Dann ist er ja irgendwann auf Jesus gegangen, mit müde, schwach und so weiter. Dann hat er doch angefangen zu schreien. Ja. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Das ist alles sehr, sehr traurig, ne? Also, auf jeden Fall beten für die Muslime in der Masse, dass der eine oder andere vielleicht die Wahrheit erkennt, ne? Ja, aber... Was ja auch so sein wird. Der eine oder der andere, ne? Ich dachte, guck mal, ich hatte Hoffnung bei Fashion, ne? Weil der Fashion, der hat eigentlich jemand, also da war gestern, hat man gut geredet, der hat gesagt, nein, ich meine ehrlich, ich will das wirklich lernen und so weiter. Heute hat er mir schon bewiesen, dass er gar nichts davon mitgenommen. Der hat wieder die gleichen Fragen gestellt. Nichts. Alles, was ich erklärt und gesagt habe, hat er einfach weggelassen. So, vergessen. Ja. Das war schon heftig. Aber auch die Bedrohungen die ganze Zeit. Wer ist denn in denen, der so Drohungen ausspricht? Wer ist denn das? Da muss doch auch einer am Werken sein, der das so beeinflusst. Wer beeinflusst denn? Also, ob sie komplett besessen sind, da würde ich jetzt nicht so sagen direkt. Nee, nee, die beeinflusst auf jeden Fall. Beeinflusst auf jeden Fall. Das meine ich ja auch. Ja, ich bin mit deiner Meinung komplett. Das ist so traurig. Die Muslime gehen einfach, guck mal, du musst verstehen, die ganzen Muslime, wenn die ein Beispiel, Gott bewahre, aber die gehen morgen, leben die nicht mehr. Als Beispiel, Gott hat jetzt ihre Seele dann weggenommen. Die gehen alle in die Hölle. Jeder einzelne von denen. Jeder einzelne. Weißt du, eine Sekunde vorstellen, dass die leiden. Das ist solche schmerzhafte Vorstellung. Wie heißt der von Speakers Corner? Dieser ganz bekannte muslimische Apologet. Ali Dawa. Ali Dawa, Ali Dawa. Wie hast du es geschafft, eine Million Abonnenten zu bekommen, Ali Dawa? Wie hast du es geschafft? Ist er hier? Nein, 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 nein. Ich habe das gesehen und der hat eine Million Abonnenten, der Ali Dawa. Ja. Wie hat er das denn geschafft, mit einer Million? Und dann hat er auch die Ein-Auge-Geste, ne? In seinem Instagram hat er da die Ein-Auge-Geste. Ah, okay. Das musst du mir mal zeigen. Ja, das muss ich nochmal raussuchen. Mit der Kapuze macht er so das Ein-Auge. Also so macht er das Ein-Auge, ne? Ja. Also nochmal zurück auf dieses eine Thema. Ja, es ist sehr, sehr schmerzhaft daran zu denken, was du gesagt hast, Bruder, dass sie nur eine Sekunde im Höllenfeuer sind. Das ist so traurig. So traurig ist das. Der Herr Jesus hat Ihnen genug Zeit gegeben. Ja, natürlich, Sam. Auf jeden Fall. Jeder hat die Chance bekommen, ist ja klar. Ganz besonders diejenigen, die halt hier wohnen. Genau. Das ist trotzdem sehr, sehr traurig. Da kommen Muslime für ewig in die Hölle. Wenn die nicht den Herrn Jesus Christus annehmen und ohne den Herrn Jesus Christus sterben, werden die ewiglich brennen. Wenn sie ganz normal als Muslime sterben, dann sind die in der ewigen Hölle, ja. Ja. La Kroj oder La Rokki. La Rokki. Gottes Segen. Also ich möchte die Frage beantworten, den Schienbein. Also ich glaube, es sind die eigenen Beine gemeint. Weil beim Beten kniesst du dich ja auch hin. Und beim jüngsten Tag, wenn du kein Moslem warst, lässt sich Allah nicht mehr hinknien. Weil so als Strafe, wisst du, was ich meine? Also wahrscheinlich sind die eigenen, die eigenen Beine gemeint von Menschen? Nein, nein, nein. Das sind die Beine von Allah, der... Es gibt ein Hadith, der das erklärt. Ja, ich habe den Hadith. Warze. Das ist Sayy al-Bukhari. Ich muss den einmal kontrollieren. Bei Sayy al-Bukhari 7, 4, 3, 9. Dann steht da, das ist Allah-Schienbein. Wenn du den Hadith gefunden hast, kannst du dann übertragen auf den Hintergrund. Ich kann das kurz Alexa machen, weil das Problem ist, wenn ich Skinshop mache und das zeige, kann man das nicht mehr richtig erkennen. Ich muss das so bearbeiten, damit man bei TikTok so... Das ist Sayy al-Bukhari 7, also 7, 4, 3, 9. Ich schreibe einmal. Also, ich bin selber Moslem, aber ich verstehe selber nicht so genau die Suche, aber ich sage, was ich glaube. Also, ich glaube, er meint auf jeden Fall die eigenen Beine von Menschen, dass sie bald, also irgendwann, nicht mehr, also nicht mehr hinknien können. So, wisst ihr, was ich meine? So, ja, möchte ich das erklären? Nein, das ist Allah-Schienbein. Sayy al-Bukhari 7, 4, 3, 9. Wir können das jetzt prüfen und lesen. Erstens in Sura 68, Vers 47 steht das drinnen. Das ist der Schenke von Allah und jeder will sich ja niederwerfen. 42, genau. Und dann lesen wir mit Sayy al-Bukhari 7, 4, 3, 9, was das Allah-Schienbein ist. Da steht es drin. Bruder Resa, ist Alexa schon dabei? Das kurz zur Suche und zu Skinschauen. 12 Sekunden. Also, 7, 4, 3, 9. Sayy al-Bukhari. Ja, sie, 4, 3, 9. Bruder Denny, ne? Du hast wirklich was verpasst. Schade, dass du wirklich nicht hier warst. Und eine arrogante Party war, ehrlich. Ja, schade. Das fand ich richtig schade. So kurz wird das nächste Mal passieren. Schade. Ja. Weißt du, aber auch hier, das hat mich richtig erschrocken. Kürt Ibo. Da stand ja nur Kürt Ibo mit 1000 Followern, ne? Ist so 1000% Fake, ne? Das war einfach der Echte. Anhand seiner Stimme habe ich das erkannt. Welcher dann? Wer dann? Der Kürt Ibo, das ist der, der immer mit Barello live ist, ne? Und mit Arafat Abou-Chaka richtig Gutes. Wie heißt der, Barilo? Kürt Ibo. Der war bei mir. Und ich denke mir, hä? Ich denke mir, das ist doch ein Fake. Ist so, du bist gar nicht der Kürt Ibo. Der so, doch, ich bin der Kürt Ibo. Ist so, erzähl doch keinen Quatsch, ne? Du Lügner. Ist so, bist du Muslim? Der so, Alhamdulillah. Ist so, glaubst du an Diyadis? Der so, ich glaube an Diyadis. Und bin so neat, ne? Ist so. Das stimmt nicht. Kürt Ibo glaubt gar nicht daran. Und dann ist seine Stimme weggegangen, weil der hat so eine... Ich glaube, seine Stimme ist, glaube ich, kaputt gegangen, oder so gesundheitliche Gründe halt. Na? Ja. Da habe ich sofort, das ist wirklich Kürt Ibo. Dann kam arrogante Pate, dieser komische Oho, wie der heißt. Dann kamen die alle aus dem Nichts geschossen. Schade, dass sie nicht hier warst. Du hättest wirklich gut aufgedeckt. Ja, schade. Schade, weil du hättest sofort dem Massivbild geholt, ne? Und hättest gesagt, arrogante Pate, was ist das? Was soll das? Ich habe auch wieder eine Sperre drin, Bruder, äh, Reza, ne? Oh, ich hatte... Ah, hast du eine Sperre? Bei welchen Account? Nein, also so ein Shadow Bun. Ich war live und dann hatte ich nur 30 Zuschauer eben gehabt. Ich habe ja gepredigt, ne? Hatte ich 30 Stück gehabt. Die ganze Zeit nur durchgehend. Na, ist dann nächster bestimmt was. Aber, aber, Bruder, Danny. Nächstes Mal vielleicht. So Gott will. So Gott will. Ja. Wirst du dann dabei sein? Ja. Ich halte mir nicht, wenn diese Bilder jetzt selber auch parat. Von arrogante will ich Bilder haben. Da will ich mir noch holen. Da haben wir was. Der hat sofort abgelenkt, ne? Sofort, wo ich drauf geantwortet habe. Der hat sofort gesagt, warum gehst du jetzt da rauf? Aber wie ist... Der ist ja auch... Das Komische ist... Der ist ja auch mit den ganzen Promis so, ne? Der ist ja auch so... Ja klar, mit Bushido ist der. Hä? Der ist mit Bushido richtig. Und mit massiv. Oder, Reza, was sagst du dazu? Warte mal, Bruder. Ich schicke den halt jetzt von mir. Ich schicke dir das jetzt, ja? Auf dein WhatsApp. Ja, schick mir. Also, ich würde mich, glaube ich, jetzt verabschieden. Warte, warte, warte. Wir zeigen dir jetzt Sayyel Bukhari. Okay, ich wollte aber noch was sagen. Die Leute, die bei sowas austicken, wie vorhin der Junge, keine Ahnung, wie der nochmal hieß, ohne Wiss, das sind keine Menschen. Das sind wirklich Dämonen. Auch wenn es, auch wenn so ein Christ komplett austickt, nur wegen so Kleinigkeiten. Ich bin ja Moslem. Ich antworte ja normal. Ich schreie ja nicht. Ich habe meine Meinung gesagt zu diesem Schienbein. Ich glaube, das ist so gemeint. Aber viele sagen alles. Nur Allah weiß, was er damit ausschreit und sagen wollte. Aber es gibt viele Menschen, die Religionen anders interpretieren. Mit Gewalt oder mit vielen anderen Sachen. Und wie geht es euch jetzt so? Hallo? Ja. So, mein Bruder, ich habe sie jetzt geschickt. Das Wichtigste, der wichtigste Part ist mit Blau angesprochen. Aber du musst ein paar Verse vorher. Du hast Englisch gemacht, ja. Genau, das ist der wichtigste Sinne, wo man weiß, dass das Allah sein Schienbein ist, der das zeigt. Sechien. Sechien heißt Erschien. Sechien heißt Erschienbein. Ja, aber jetzt ist das Problem, es ist zu nah. Das meinte ich ja mit dem Screenshot. Was meinst du zu nah? Nee, man liest alles gut, das ist gut. Lass es so. Okay. So, lieber Larotti, da hast du es. Wir lesen ein paar Verse vorher. Ein paar Verse, ein paar Zeilen vorher. Ich bin euer Herr, wird Allah sagen, ich bin euer Herr. Und sie werden sagen, du bist nicht unser Herr. Und niemand wird ihm sprechen, aber die Prophets. Und dann wird es ihnen gesagt, wissen Sie, ob Sie ihn kennen, von dem Sie ihn erkennen können? Kennt ihr das Zeichen, wie ihr Allah erkennen werdet? Und dann werden sie sagen, das Schienbein. Und warte mal, das ist jetzt hinter diesem Bild. Und Allah will then uncover his shin. Allah wird dann seinen Schienbein entblößen. Er wird sein Schienbein zeigen, Schienbein zeigen. Whereupon every believer will prostrate before him. Und alle Gläubigen werden sich niederwerfen, anbetend niederwerfen vor seinem Schienbein. And there will be remained those who used to prostrate before him, just for showing off and for gaining good reputation. Und dann wird es auch Leute geben, die für gute Reputation das auch tun. Und dann geht es weiter. These people will try to prostrate, but their backs will be rigid, like one piece of a hood. Und es gibt Gläubige, die wollen sich auch niederwerfen vor Allahs Schienbein, aber die können es nicht. Da wird ihr ganzer Hals und so weiter, ihr ganzer Körper wird so steif sein, dass sie sich nicht niederwerfen können. Und so weiter und so fort. Also Allah wird am Tag, am Ende der Tage sein Schienbein zeigen und dann werden sich die Gläubigen niederwerfen vor seinem Schienbein. Interessant. Das ist Sai Bukhari, ne? Du kennst ja die Sala Rock. Also mit jetzt, ja okay, zum Schienbein kann ich jetzt nicht mehr viel sagen. Guck mal, mein Bester, ich empfehle dir wirklich, verlass den Islam, wenn du im Paradies sein möchtest. Verlass ihn wirklich. Der Islam ist so voller Fehler, das glaubst du gar nicht. Also das, was da hier steht, kennen sowieso nur 0,00001% der Muslime. Die meisten Muslime haben gar keine Ahnung vom Islam. Null. Null. Ja. Beispiel, wo dieser arrogante hier war, arrogante Pater und so weiter, der hat auch gesagt, ich hab Ahnung von Islam, ne? Und so weiter. Und dann frag ich ihn, Mohammed mit Aisha, sechs Jahre alt und so, der hat mich beleidigt. Der hat mich einfach beleidigt, so. Der hat so, ich lüge, der andere sagt auch, ich lüge. Was ist das denn? Und das sagen immer alle, die haben Ahnung. Musst du dir mal vorstellen, das sind erwachsene Männer. Ja, ey, der hat mich wirklich hart beleidigt, ne? Aber was machen Christen? Segnet. Die Tatsache, die verlorene Menschen, die eben den Herrn Jesus brauchen, damit die errettet werden, ne? Die sind noch alle in der Sünde, in der Welt, leben in der Sünde, ja. Und deswegen brauchen die den Herrn Jesus, damit die errettet werden, ne? Also meiner Meinung nach ist für diese Kandidaten schon zu spät, die haben ihre Seele an TikTok verkauft schon, kann man sagen. Die machen das nur noch wegen Geld und sind da, ja. Wisst ihr? Ja, der Meinung nach auch. Der King-O kannte ich nicht, keine Ahnung, was der macht. Aber arrogante Part auf jeden Fall. Der Kötibo ist ja auch so. King-O ist auch so. Ja, der Kötibo kann doch nicht einfach so mit Barello die ganze Zeit live sein, nein, nein, nein. Ah, der Kötibo, ich meine den King-O, es gab ja noch einen dritten. Also, den kenne ich nicht. Der sollte angeblich auch richtig bekannt sein und so weiter, aber ich kenne den nicht. Ja. Kötibo auf jeden Fall, der hat mich wirklich geschaut und so weiter. Ja. Der war schon neftig. Der ist einfach rausgekommen. Der Kötibo hat mir einfach gesagt, warum lüge ich, warum mache ich hier, warum ich das? Und was mache ich? Es gibt wirklich nur eine Sache, habe ich gefragt, der ist sofort rausgekommen. Das ist das, die kommen hoch, sagen ihre Meinung. Ja, sie kriegen das zu schwach eben, weil sie auch Angst haben, dass wenn es zum Beispiel so eine Diskussion kommt, dass die auf einmal da stehen und die auch kein Wissen und auf einmal fliegen dann die Argumente ihnen um die Ohren und die Beweise aus den islamischen Quellen und dann stehen die da und verlieren ihr Gesicht. Deswegen gehen die raus. Und die haben schon eigentlich alle ihr Gesicht verloren, indem die schon alle beleidigt haben. Kötibo hat mich auch beleidigt. Die haben alle schon eigentlich ihr Gesicht damit verloren. Ja. Ja. Das verloren Menschen, ne? Verloren. Aber Laroc, wie das zu dir, guck mal, der Islam, du siehst ja, mit Schienbein und so weiter, das ist wirklich Katastrophe. Aber nicht nur das, der Islam war wirklich, wirklich Widersprüche. Sei doch ehrlich mit dir selber. Du bist auch ein intelligenter Junge. Na, du, wenn du doch nur nach der Weisruhe bist, wo wirst du die auch finden? Die Bibel ist älter als der Koran. Die Bibel warnt uns doch vor dem Koran. Ja. Laroc, komm, du bist ein guter Junge. Du bist wirklich einer, der bestimmt so mehr nachdenkt. Beispiel. Ich kann dir sagen, geh heute ins Gebet und betest du Gott und frag Gott, wer willst du? Was ist jetzt wirklich die Wahrheit? Ist es jetzt der Islam? Ist es jetzt der Christentum? Also, beziehungsweise der Jesus Christus und so weiter. Frag dieses Gebet. Was ist die Wahrheit? Meinst du, Gott wird sich verstecken? Gott wird sich die offenbaren. Wer sucht, der findet. Also, ich wünsche, du wolltest ja rausgehen. Ich wünsche auf jeden Fall gesegnete Nacht. Gottes Segen. Später für dich. Ja. Also, wenn der will, kann er auch drinbleiben und zuhören. Also, ja, wie er möchte, der kann auch weiter mit uns reden. Also, der wollte ja nicht gehen. Ach so, okay. Dann, wenn du gehen möchtest, dann zu Freien. Natürlich. Ja, okay. Danke für die Erklärung. Jesus Christus gibt dich, Larock. Ja. Ich weiß. Ich bin Gott nicht. Ich bin Gott nicht. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und... Ich bin Gott nicht. 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 Man merkt diese Unterschiede, Bruder Riesa, ne? Ja, das ist unsuchende Menschen. Ja, auch ihr Lieben, bitte direkt jetzt für Larock. Larocki beten jetzt nicht vergessen. Direkt jetzt. Direkt jetzt. Ich komme gleich. Also, ich bin wieder da. Ich bin doch wieder da, Bruder Riesa. Ja, ich bin wieder da. So, holen wir mal den nächsten hoch. Albana. Ich glaube, du kennst den, Bruder Riesa. Wir kennen uns bestimmt, wie immer. Alles gut. Das kann sein, ja. Hallo, grüß dich, Albana. Grüß euch. Alles gut bei euch? Ja. Dank Gott. Ja, bei dir auch? Alles bestens, Gott sei Dank. Super. Hier, um was geht es heute? Wir reden über den Gott der Bibel, über den Gott des Islams. Wir wollen, dass die Menschen, den Herrn Jesus, den Gott Israels kennenlernen und zu ihr kommen. Achso, okay, gut. Da weiß ich Bescheid. Was bist du? Bist du Muslim? Ja, gerne. Dann haben wir da, ich bin Muslim. Ah, okay. Mein Bahner. Guck mal, wir machen das mal anders. Hast du dein Koran bei dir? Nein, habe ich nicht. Okay. Aber du kannst doch auf den Koran zugreifen, Google oder so, oder nicht? Was meinst du? Also mit Google und so weiter kannst du doch auf den Koran zugreifen. Ich denke mal schon, ja. Ja. Guck mal, was wäre, wenn ich dir jetzt ein paar Widersprüche zeige im Koran, die sich komplett widersprechen? Wenn doch nur ein Widerspruch ist, ist es doch schon nicht mehr Gottes Wort. Nach deiner Aussage, ja, vielleicht. Bei mir nicht. Also ich meine es damit, dass es für mich kein Widerspruch ist, aber für dich schon. Also so gesagt. Lass doch prüfen. Was meinst du? Lass das prüfen. Ich will dir jetzt ein Koran anstelle geben, ja? Guck mal, ich gebe dir jetzt eine Koranstelle. Kontrollier das bitte sofort. Warte. Ich habe... Warte, bitte. Zum Beispiel fangen wir... Fangen wir damit an. Was hat Allah zuerst geschaffen? Himmel oder die Erde? Was sagst du? Der hat auf jeden Fall die Welt geschaffen, erstmal. Aber was als erstes? Himmel oder die Erde? Das muss ich mal nachschauen. Einer schreibt die Erde. Suche 2, Vers 29. Erst die Erde, dann der Himmel. Der hatte recht gehabt, der Neil. Kannst du Suche 2, Vers 29 lesen? Warte, wie heißt nochmal? Suche 2, Vers 29. Vers 29. Lies das einmal bitte, äh, einmal durch. Also, für laut. Einen Moment. Warte mal, ich suche es gerade. Meinst du die Verse mit den Q? Ja. Suche 2, Vers 29. Okay, gut, das meinst du. Warte mal, weil gerade... Er ist, der euch alles erschaffen hat, was auf der Erde ist, dann richtet er sich auf den Himmel, Klammer auf, sein Sein über der ganzen Erschöpfung, Klammer zu, und machte sie zum sieben Himmel und er weiß alles. Meinst du das? Ja. Was steht da? Sagt nochmal, ich hab das Anfang nicht verstanden. Ein Moment. Vers 29. Er ist, er ist es, der euch alles erschaffen hat, was auf der Erde ist. Dann richtet er sich auf den Himmel, Klammer auf, sein Sein über der ganzen Schöpfung, Klammer zu, und machte sie zu sieben Himmel und weiß alles. Okay. Also, er hat sich erst die Erde gemacht und dann wandte er ja zu dem Himmel zu, ne? Laut Vers, ja. Genau. Jetzt lies doch bitte, Suche 79. Suche 79 meinst du? Nein, 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 nein. Suche in Kapitel 79, Vers 27, 30. Okay. Jetzt lies ich mal da aus. Warte mal, weil ich gerade suche, was du meinst jetzt. Also, Suche 79. 79, 27, ne? Ja, bis 30. Bis 30 meinst du? Ja. Er hat die Höhe gehoben und hat ihn vollkommen gemacht, und er machte seine Nacht finster und ließ sein Tageslicht hervorgehen. Und er verbreite nach die Erde aus. Ah. Er hat erst den Himmel gemacht, dann nach die Erde. Richtig? Dort im Vers. Da kann ich dir wirklich nicht weiterhelfen, was ich damit sagen möchte. Na, lies nochmal laut vor. Was neu nochmal? Ja, 27 bis 30 lies. Seid ihr dann schwerer zu erschaffen, oder der Himmel, den er gebaut hat? Er hat seine Höhe gehoben und ihn dann vollkommen gemacht. Und er machte sein Nacht finster und ließ seine Tageslicht hervorgehen. Und er breite nach die Erde aus. Siehst du? Was hat er erst gemacht? Den Himmel und danach die Erde. Laut dem Vers, richtig? So, wie ich das lese, ja. Genau. Aber war nicht so, oder 29, erst die Erde, dann der Himmel? Was ja selber auch zugegeben. Richtig? Ganz genau. Also widerspricht sich jetzt Allah. Und seinen eigenen Koran. Das Ding ist, du musst wissen, was damit gemeint wird. Was ist damit gemeint? Du hast doch Intelligenz, oder nicht? Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich will nicht ohne Wissen reden. Das ist der erste Punkt. Aber du, nein, du, das ist doch nicht so, da ist doch keine große Interpretation. Ja. Als erstes das gemacht, danach das. Dann das andere als erstes gemacht, danach das. Was meinst du? Das ist doch keine Interpretation. Was hat er als erstes gemacht? Das ist doch ganz klar. Einer schreibt, er hat nach der Erde erschaffen, hat er den Himmel gemacht. Warum legst du ihm den Mund dazu in den Mund? Ja, und was hast du aber, Suche 79, 27, 30 Grad gelesen? Die Erde. Er ist der Himmel und die Erde. Bei Suche 2, 29, er ist die Erde der Himmel. Das macht doch keinen Sinn, dass, ähm, das so, so ein Vers, so ein Vers, weiß ich meine, weil, guck mal, ich will jetzt nicht sagen, dass so und so ist, weil, guck mal, ich hab jetzt auch nicht so. Der Rieser kann sowas dazu sagen. Der ist nicht aber schon. Achso, die ist nicht mehr da? Ja, okay. Ja, also, wie soll ich sagen, ne, guck mal, das ist doch einfache Mathematik. Wenn wir jetzt anschauen, Suche 2, 29, erst die Erde, dann der Himmel, suche 79, 27, 30, erst der Himmel, dann die Erde. Das ist doch ganz einfach. Du hast es doch selber gelesen, du hast es mit deinen eigenen Worten sogar gesagt, deinen eigenen Worten. Ich hab es dir doch gerade sogar bewiesen, du hast doch gerade gesagt, in Suche 2, 29, ja, erst die Erde, das waren deine Worte, weißt du noch? Erst die Erde hat Allah erschaffen. Und dann bei Suche 79, Vers 27, 30, erst der Himmel, dann die Erde. Das waren doch deine Worte, Al-Bana. Moment. Lies nur mal, guck mal, bitte, lies nur mal Suche 2, 29, ganz laut und langsam. Gottes Segen haben wir, Gottes Segen, Obern. Gottes Segen, ihr Lieben, Gottes Segen euch, ihr Wunderbar. Ich wollte eigentlich, ich wollte meinen Livestream abhalten, ich hab's nicht geschafft, das ist so viel, mein Kopf ist nur am Rauchen, ey, das ist krass. Das glaube ich dir. Ich bin auch den ganzen Tag schon, ich wollte ihn schon längst beenden. Den ganzen Tag bin ich schon. Ich wollte ja heute meinen YouTube-Stream abhalten um 20.15 Uhr, aber ich hab's nicht geschafft, ne, alles zusammenzufinden, alles zusammenzukratzen. Es ist so ein riesenkomplexes Thema, es ist wahnsinnig, da brauche ich Zeit, das geht. Ja, glaube ich dir, ist bestimmt viel, ne? Ja. Weil mir fällt dann immer wieder was ein, was ich noch einbauen will und dann finde ich das nicht, dann suche ich, suche ich, suche ich. Und ja, das ist das Problem. Guck, es wurde erst die Erde erschaffen, der Himmel. Genau. Suche 2, 29, siehst du? Ganz genau. Und was wurde dann als erstes erschaffen? Guck, hör zu. Hört zuerst, was wurde denn als erstes erschaffen? Zuerst wurde die Erde erschaffen, dann der Himmel. Das stimmt nicht. Was hat Allah als erstes erschaffen? Jetzt nicht schon mal, bitte, suche 79, Vers 27, 30. Warte mal, ich lese gerade was. Ich lese doch gerade, alles gut, warte mal kurz. Ich lasse die Hochzeit, lasse alles gut, ich mache dir keinen Druck gerade. Ach, Gott. Das ist ja voll geworden, Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, Gottes Segen. Guck mal, Albander, du hast du selber gerade zugegeben. Erst die Erde, dann der Himmel. Suche 79, Vers 27, 30 sagt, erst der Himmel, dann die Erde. Allah widerspricht sich. Albander? Ja? Lest doch bitte ganz laut, Suche 79, Vers 27, 30. Einmal ganz laut. 79, Suche 79, ne, ne, warte mal noch. Ja, Suche 79. Ein Vers 30, meinst du? Ein Vers 27 bis 30. Ja, aber das erste, was Allah erschaffen hat, war nicht die Welt, sondern etwas anderes. Wer weiß das von euch? Was anderes? Ja, genau. Sein Bein oder wie jetzt? Ich weiß nicht. Das ist so wie es war. Er hat es nämlich abgehärtet. Ah, er ist Mohammed? Also, das ist ja genau, den Stift sehr gut, sehr gut, den Stift sehr, sehr gut, da hat jemand aufgepasst. Was hat Obern gesagt, ich habe den nicht verstanden erzählt? Das war ich nicht, ich habe gesagt, er hat die zwölf Imame zuerst erschaffen. Ja, das waren die Schiiten. Ja, die waren ja präexistent. Deren Kot und Urin wundervoll ist und man sich nicht schämen muss, man kann es ruhig essen. Boah, wie eklig, das ist so eklig. Mutter Danny. Das ist wundervoll. Brügel, wie kannst du dagegen sprechen? Wenn da Kartoffeln drin sind, willst du auch essen. Vielleicht gibt es irgendwann mal die Soda-Kack. Das Essen, die Muslime, steht das in Hadith drin? Könnt ihr das, kannst du es mal zeigen? Was? Du hast ja das gesagt, mit Kot. Ich habe da gerade was mit Kot verstanden. Ja, natürlich habe ich doch gestern vorgelesen. Sowohl die Sunniten als auch die Schiiten verehren den Kot und den Urin ihrer Imam und Mohammed. Stimmt, genau. Ja, genau. Al-Bana, hast du Suche 79 gefunden? Al-Bana. Al-Bana. Wir sind nicht mal alle weg, oder wie? Al-Bana. Und du musst das Stream singen, damit er das besser hört. Al-Bana, Al-Bana. Al-Bana, Al-Bana. Der singt eigentlich schon. Al-Bana, Al-Bana. Ich bin so halb tot, halb müde, der kommt mit Gesamt. Hallo, Al-Bana, Al-Bana, Al-Bana. Al-Bana, entstumm dich. Hallo, bist du noch da? Ja, hi, ich bin auch da. Oh, der singt jetzt. Ex-Muslim, was geht, Amir? Ja, ich wollte ja einen Livestream machen heute, aber ich habe es nicht geschafft. Amir, was geht, Mann? Ich habe dich voll vermisst, Mann. Al-Bana, Al-Bana, komm, nächste Suche 79, Vers 7, 20, 30. Einmal laut vor. Du kannst das aber auch singen, wenn du willst. Nee, ich sing so was nicht. Ich bin nicht... Du hast den ganzen Tag dran, Leute, die gedacht haben, dass heute wieder Volk-Termine kommt. Guck mal, guck mal, es macht keinen Sinn, dass du mir sagst, es ist der Himmel und dann die Erde. Lies doch bitte vor. Ich habe es dir auch vor im Volk vorlesen. Ich habe es dir auch vor im Volk vorlesen. Ja, lies doch jetzt nochmal. Also, ich habe es dir auch nicht. Bruder, haben wir mal schon, ob du es weißt, bist du, bist der Herr Hoth. Wer ist der erste Muslim laut Islam? Äh, ja, ich weiß, entweder Mose, Mohammed oder Adam oder so, ne? Nee, Adam ist der erste. Ja, stark, stark. Adam ist der erste. Ja, aber in Surah 7, ich komme zu Surah 7, war das, ich muss gleich gucken, Vers 149, ich muss gleich kontrollieren nochmal, steht erst Mohammed. Da sagt er, ich bin der erste Ergebene, Allah-Ergebene. Aber da gehen wir gleich drauf an. Wusstet ihr eigentlich, wusstet ihr eigentlich, dass die Kaaba, dieser Stein der Kaaba, die rechte Hand von Allah ist? Die rechte Hand, wie? Ja, deswegen küssen sie auch, den Stein der Kaaba, das ist die rechte Hand von Allah. Erste Frage, woher willst du es wissen? Und zweite Frage, wo hast du den Wissen eigentlich dafür? Hier, ich habe das von deinen sonnitischen Quellen. Ich sage es immer wieder, die Kaaba ist für dich ein Jesus-Ersatz, mehr ist es nicht. Ja, wegen dem Eckstein. Bei dieser Steinchen, was so weiß war wie Schnee, wurde ja schwarz wegen der Sünden der Menschen. Und die haben ja diesen Stein geküsst, ne? Und das ist der Eckstein. Und Bruder Amir, wer ist der Eckstein laut der Bibel und nimmt die Sünden auf sich? Der Jesus. Amen. Seht ihr? Ich habe eine Frage an euch. Es war auch eine Bitte. Nein, nein, ich habe jetzt mal eine Frage an euch. Ich bin auf was zu fragen. Ja, bitte liest doch einmal kurz, ne? Der Urban hat doch gemeint, der ist den ganzen Tag müde gewesen wegen Rauchen und so. Ist das eigentlich eine Sünde, oder nicht bei euch? Bei was? Er meinte, er hat den ganzen Tag geraucht, glaube ich, oder? Diese Sünden muss er mit Gott klären. Wer? Wer hat das gesagt? Zum Beispiel, guck mal, bei euch ist doch Zirkettenrauchen verboten, oder nicht? Na, die Sünde muss er jetzt mit Gott klären. Was hat das jetzt damit zu tun? Komm mal, bei mir nicht ablenken. Suche 79, Vers 27, 30, lesen. Oh, Mann. Liest du einfach, schimm dich nicht. Ist doch dein Koran, ich würde mit Liebe gelesen. Warte. Er ist, er ist der euch alles auf... Warte mal, ich lese es gerade. Damit du mehr verstehst, als ich damit sagen möchte. Er ist der für euch alles, was er auf der Erde erschuf und sich herauf dem Himmel zur Wand und dann zu sieben Himmeln formt. Er weist über alles Bescheid. Das war doch Suche... Das war doch die andere Suche. Ja. Ich rede aber von Suche 79, Vers 27, 30. Sicher. Suche 79, Vers 27, 30, liest doch. 79? Ja, weil warum ist das... Wohin dauert das immer so lange? Was ist der Wunsch? Ja, weil ich es gerade suche, weil ich es nicht verstanden habe, was du jetzt auf und sagen würdest. Suche 79, Vers 27, 30, liest doch einfach. Ist das zu viel verdammt? Vers? 27. Warten mal, stehe es jetzt vor. Also bei mir kommt nichts raus bei. Es gibt es doch, wenn ich es doch einfach. Immer die... Ich verstehe nicht, was da los ist. Gerade hat es doch die Suche gehabt. Und jetzt findest du die nicht mehr oder wie? Ich finde die nicht gerade, weil ich war gerade was am Machen. Jetzt ist mir mal geduldig. Ich muss es auf Deutsch suchen. Ja, da hattest du das doch. Hä? Du hattest es doch gerade gehabt. Ich weiß, ich habe es gerade im Moment was gesucht. Hey, Moment. Immer mit der Uhr. Weil hier das irgendwelche Virus-Anfälle kommen. So. Er hat sie hin verbreitet und die Erde, er hat sie danach hingebreitet, warte, und die Erde danach dehnt er aus. Okay, weiter. Steht, steht nicht mehr. Mal, lest auch richtig. 27 bis 30. Ey, gerade die ist da richtig, jetzt die ist da so, oder wie zum Beispiel? Ich sag dir echt, war billig. Ich glaube, es hat keinen Sinn. Albana. Ja? Wir machen das so schnell, ja. Da ist erst der Himmel gemeint, dann die Erde. Das andere erst die Erde, dann der Himmel. Es ist ein Widerspruch. Ja, aber es macht... Albana, du hast selber sogar davor zugegeben, dass es erst so und dann so ist, ja. Es ist ein Widerspruch. Ja, aber er sagt das jetzt, dass ich Widerspruch habe. Das ist ja kein Sinn. Egal, Albana, ist okay. Du kannst... Guck mal, Albana, ich wünsche dir Gottes Segen, ja. Ich gehe in BDG. Ja, ist okay. In Chima kam ich nicht recht ein. Bitte geh ins Gebet. Na, frag nach der Wahrheit. Weil du siehst das selber. Du schämst dich gerade für diesen Widerspruch. Deswegen verschwendest du einfach meine Zeit. Nee, aber guck mal, ich habe jetzt auch noch eine Frage. Doch, ich habe jetzt noch... Nein, 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 nein. Du willst meine Fragen gar nicht beantworten. Er hat einfach sich Zeit nehmen. Er hatte gerade alle Suchen vor sich. Und jetzt macht er so. Das ist wirklich Zeitverschön. Das ist doch heftig. Ja, Urban. Du hast verpasst heute, ey. Schade, dass du später konntest. Ja, ich war mit Familie unterwegs. Ich wollte so gerne, aber es hat nicht geklappt. Ja, bei Muslimen ist es schon traurig. Das ist ganz, ganz traurig. Ganz traurig. Ich war heute auch kurz live. Ein Muslim sagt Jana und Mohammed war vom Satan besessen. Er war nur ein einfacher Mensch. Und ich sage, Allah hat aber versprochen, ihn zu beschützen. Ja, er ist ja nur ein Mensch. Er kann ja auch mal krank werden. Da zeige ich dem, dass man Mohammed seine Unterwäsche gewaschen hat und das Wasser an die Kranken verteilt hat. Ist das dann nur noch ein einfacher Mensch, wenn man ihn zu Gott macht? Oder es ist alles. Wacht du den Hadith, wo Mohammed das Wasser getrunken hat, wo voll mit Dreck war? Nee, den habe ich nicht, nein. Schade. Schade, ja. Aber das ist leicht zu finden. Du musst so diese Stichwörter bei so einem Programm anbieten. Aber der Hadith interessiert mich nicht. Also der geht zu meinen Themen, die ich mache. Aber Fashion Face, das sind deine Schriften. Und so präsentiert es auf TikTok. Allah verflucht die Frauen, die ihre Gesichtsbehaarung entfernen. Allah schickt dich 500 Jahre in die Hölle oder 600 Jahre, wenn du keine Bedeckung trägst. Und du sagst, wir sind schlimmer als der Teufel. In Allahs Augen bist du schlimmer als der Teufel. Allah verflucht dich für deine Entfernung der Gesichtsbehaarung. Und das Sahih Muslim Buch der Kleidung steht drin, der Mann hat die Unterwäsche des Propheten gewaschen, das Wasser an die Kranken verteilt. Das ist von Satan. Oder sie ist eingeschrieben da. Ja, aber es gibt eine Lösung. Das ist der Jesus Christus. Es gibt nur Jesus, Bruder. Es gibt keinen anderen Weg auf die Erde. Es gibt es nicht. Es gibt nur... Guck mal, weißt du was? Die ganzen Tag sehen doch die Leute doch den Stream. Die sehen die ganze Zeit. Der Islam widerspricht sich. Aber die Bibel nur. Die ganze Zeit. Die auf jeder Frage eine Antwort. Eine präzise Antwort. Der Islam aber nie eine präzise Antwort, wenn wir was fragen. Richtig. Also ohne Spaß. Heute kann man gar nicht mehr verleugnen, dass der Islam eigentlich so Katastrophe ist. Das kann man gar nicht. Aber man weiß noch, wie gewalttätig die sind. Guck mal. Man sieht das doch einfach. Egal in welchem Stream. In allen Streams, wo du dann mit Muslimen redest. Guck dir mal einfach die Kommentare an. Dann siehst du einfach, wie verhasst diese Menschen eigentlich sind. Und dann machen die immer die... Die spielen ja gerne diese Rolle, diese Unschuldsrolle. So die Opferrolle, weißt du? Ja. Das macht immer. Das ist der Geist, den sie in sich haben. Und du weißt, es ist nur die Lüge, die man mit Gewalt verteidigen muss. Die Wahrheit kann sich selber verteidigen. Ja, genau. Nur die Lüge musst du mit Gewalt verteidigen. Und deswegen... Guck mal, der Rusti, der das Buch geschrieben hat, die satanischen Verse im Koran. Man hat ihn versucht umzubringen. Mehrfach. Warum hat man nicht versucht, einfach ein Buch zu schreiben und ihn lächerlich zu machen und ihn zu widerlegen und sagen, guck mal, das stimmt gar nicht. Nein, sie können das nicht widerlegen. Weil im Koran steht, Allah hebt das auf, was Satan dazwischen geworfen hat. Also das heißt, für die Wahrheit wird man dann getötet. TikTok, sportlich. Das musst du dir mal geben. Richtig. Wer die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Wert. Ihr kennt ja diesen Spruch. Weißt du, was die größte Ungerechtigkeit von Muslimen ist? Die Muslime können von morgens bis abends, ob in der Schule, ob auf der Arbeit, sagen, die Bibel ist verfälscht. Jesus ist nicht Gott, er wurde nicht gekreuzigt. Sobald du aber sagst, der Koran ist das Wort Gottes nicht, alles klar, wenn wir dich sehen, dann warte ab, was mit dir machen. Da ist ein Geist dahinter. 100 Prozent. Die müssen dämonisch beeinflusst sein und besessen sein. Weil woher kommt diese Gewalt, diese Aggressivität her? Das ist der Geist des Satans. Bruder, ich mache seit zwei Wochen immer denselben Stream. Der Koran ist verfälscht, kommt hoch. Kein Muslim traut sich hoch, weil die genau wissen, ich habe recht. Ich kriege nur Moddrohungen. So Hacker-E-Mails, Nachrichten, wo sie meine IP-Adresse rausfinden wollen und und und. Aber es kommt keiner hoch, wenn ich überlegen. Bei mir auch. Bei mir auch. Wir werden dich bei der Arbeit kriegen und dies und das bei dir bei der Arbeit machen. Du zeigst dir noch dein Gesicht, bei dir ist es noch schlimmer. Ich bin ja ohne Gesicht, obwohl ich mich zweimal ausversichtlich schon gezeigt habe. Wer weiß, vielleicht hat das jemand getroffen. Weil es ist mir egal, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, weil ich bin mit den Herren. Bruder, mir geht es nicht um Angst, aber ich könnte nicht ertragen, wenn jemand mein Gesicht als Hintergrund im Live hat oder Profile von mir macht. Ja, mir ist es egal. Pablos ist auch schon egal. Ja, das könnte ich nicht ertragen. Nee, Mann, da wäre ich... Was hast du gesagt? Bruder, dir ist es doch auch egal, was die Muslime mit dir machen. Ja, das ist mega. Guck mal, die Schützland des Herrn ist bei uns und wenn die Schützland weg ist, ist sie weg. Ja, und sterben, guck mal, die Bibel steht auch, sterben ist ein Gewinn. Ja, Bruder, Bruder, schau mal, schau mal, wenn dir was passiert, aber wenn du Kinder hast, Familie hast und deinen Kindern was passiert wegen dem, was du im Internet machst, das ist was anderes. Ja, aber du darfst nicht vergessen, der Herr bewahrt auch seine, natürlich, es kann passieren, ich weiß, was du meinst. Guck mal, wir müssen so denken, der Herr sagt immer auf Gott, egal was passiert. Richtig, Bruder, aber Gott sagt auch, prüft mich nicht, stell mich nicht auf die Probe. Genau, aber ich wollte noch mal was sagen, ich wollte noch mal was sagen, ihr müsst euch das mal geben. Und seine Leute, die können von morgens bis abends, und ich habe einige Sachen gehört, wo ich so fleischlich fast geworden bin, ich konnte das nicht mehr ertragen, die sind live und sagen, jetzt lesen wir mal aus der PORN-Bibel vor, wo ich mir dachte, alles klar, ihr Ungerechten, ihr Ungerechten, da wollte ich schon fluchen, konnte mich kaum noch zusammenreißen. Und da machen die so Witze über den Heiligen Geist, Witze über den Satan und den Herrn Jesus, dass die Schakalaka in der Wüste so gemacht haben, und ich dachte mir, die werden hier nicht gesperrt. Kein Christ droht, die Christen segnen noch und sagen, der Herr segne euch, mach das mal mit dem Islam. Da kriegst du 20, 30 Morddrohungen. Ja, das stimmt, sofort. Ja, Bruder, weil der Satan Angst um seine Religion hat, weil der Islam ist zerstört, Bruder, der Islam ist am Ende. Egal was sie sagen, der Islam ist am Ende. Niemand will die Muslime, Leute, die wollen, die Leute, die wollen die Muslime nicht. Die einfache Bevölkerung hat die Schnauze voll. Es reicht den Menschen, die wollen keine Terroranschläge, die wollen nicht in Angst leben. Guck mal, hast du jemals gehört, dass eine jüdische Gruppe auf die Straße geht und Leute bedroht und Leute verbrügelt? Wer sind denn die? Nein, 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 das machen auch keine Christen. Guck mal, wer sind denn die? Die Leute haben die Schnauze voll. Guck mal, ich kenne keine christliche Terrorgruppe, die so Panzers haben mit Kreuzfahren und sagen, Jeschua Hamashi ist der Größte und dann so Kampfgeschreie machen. Und es kommt immer nur von den Muslimen, immer nur von den Muslimen. Das siehst du auch, wenn die dann zum Beispiel eine Kalaschnik-Kopf in der Hand haben, den Koran in der Hand. Worauf beziehen sie sich? Warum machen die das? Warum gibt es so viele Terrorgruppen? Ja, Mohammed sagt doch, ich wurde durch Terror siegreich. Sie haben den Geist, wo du sprichst die Schade und der Satan geht in die Reihen. Guck mal, ich kenne auch einen, der war damals so ganz normal, das war so ein Euro-Shisha-Moslem, ganz normaler Moslem, der auch ganz normal so wie Europäer, also ganz normal. Und irgendwann hat er sich intensiv mit dem Koran und Hadisen beschäftigt. Und dann auf einmal wurde er immer radikaler und immer radikaler, bis ich selber nicht mehr mit ihm klargekommen bin. Und ich musste dann Abstand halten, weil er war mir zu radikal. Das war mir schon zu gefährlich dann. Bruder, es gibt zwei Wege, wenn du dich mit dem Islam auseinandersetzt. Entweder du wirst zu einem Terroristen oder du wirst zu einem Muhtad. Da steht im Koran, Soldier of Chris, da steht im Koran, das ist nicht mal nativ. Das ist so heftig. Aber auch Christian Prince, siehst du ja, wenn einmal Christian Prince in so islamischen Ländern fahren, wird es vorbei mit ihm. Er kommt dann nicht mehr lebendig raus. Niemals. Es ist vorbei. David Wood genauso. Würde David Wood in so islamischen Ländern fliegen, ist es vorbei mit ihm. Das stimmt nicht, Wali. Der Islam schrumpft. Der Islam macht höchstens Geboten-Djihad. Aber die meisten Leute, die die Religion verlassen, sind aus dem Islam. Die Zahl der Christen ist seit Jahrzehnten sehr stabil. Die Iraner haben die Schnauze voll. Ich sehe das doch, die ganzen Frauen, die haben die Schnauze voll. Zum Beispiel auch in den anderen Ländern. Man sieht ja auch, Türkei, die wollen immer mehr moderner leben und haben auch keine Lust mehr. Ich habe auch Videos gesehen, so von Türken, die so... Hey, hallo? Hallo? Ja, Gottes Segen. Was soll ich sagen? Was denn? Sag doch. Was denn? Kann man nicht um was geht's, wenn du sagst? Israel gehört den Juden. Ja. Was wolltest du... Also Israel gehört den Juden ist jetzt deine Frage, oder was ist jetzt... Was willst du jetzt sagen? Ich wollte fragen, ähm, also, ähm, Palästina hat doch, ähm, an Israel das Land verkauft, war? Nein. Nein? Israel gehört immer den Juden. Du bist schon Muslima, ne? Nein. Was bist du dann? Ähm, ich bin, also... Eigentlich nix, also mein Vater, äh, ist so halb Jude, ähm, und deswegen bin ich reingekommen, weil mein Vater meinte mir, äh, Palästina hat damals Israel das Land ein bisschen verkauft und deswegen hat Israel jetzt auch so viel Land. Ach, das Stück meinst du, was wir da in Gaza? Ja. Ach, das meinst du. Ja, das ist ja wieder andere Geschichte, aber was man da sagen kann, ist Israel, ne? Die echten Juden aber natürlich, nur die echten Juden gehört Israel, ne? Ähm, also, guck mal, also, wir sind hier zwei Personen, aber, guck mal, ich sag dir ehrlich, wie es ist, ähm, Israel und, äh, Palästina hatten ja oft, ähm, Krieg und sowas. Und natürlich, Palästina hat auch sehr oft das Land verloren im Krieg, aber die haben auch, ähm, deren, die haben auch deren Land immer ein Stück verkauft an Israel, weißt du? Ja, es war so, eigentlich hat Palästina das gar nicht so richtig gehört, die waren so ein besetztes Land von anderen, äh, Gebieten und so weiter, Großbritannien und so. So, aber Israel gibt es nicht seit 1945, wie alle behaupten, nur weil ein Staat sich da wieder gegründet hat, ne? Hä, haben wir nicht Israel? Nein, was lauf schon? Israel gibt es ja seit am Beginn der Zeit. Aber woher, woher weißt du das denn? Ja, die Bibel lesen, da musst du die Tora lesen, ne? Die Tora. Tora? Ja, die Tora. Und die musst du einfach nur lesen, dann steht es noch drin. Na, nach der Tora, was kommt? Ach so, hat Israel nie gehört, das war immer Palästina. Ach so, was ich sagen wollte, äh... Hast du schon mal der Tandach gelesen? Wie bitte, was? Der Tandach. Nein, hab ich nicht. Was kommt denn nach Tora? Rot, ne? Das Buch Rot. Äh, keine Ahnung, ich kenne mich nicht so gut aus. Ja, und da wird schon die Geschichte erzählt, wie Israel dann komplett, äh, den Juden gehört. Ja, weil Gott es so befohlen hat, dass es denen gehört, das verheizte Land, mit den zwölf Stämmen. Du kennst doch bestimmt die zwölf Stämme, äh, es ist ja Judea, Bethlehem, äh, und so weiter. Es sind ja zwölf Stämme, es sind viele Städte. Und diese zwölf Stämme hat eine gewisse Maße, das hat Gott so bestimmt die Maße, und das gehört Israel. Ja, und was ich sagen wollte, guck mal, ich finde das so respektlos, ach so, warte, ganz kurz, ich wollte fragen, was bringt eigentlich diese Demonstration in, äh, Deutschland, also für Palästina, ich meine, ähm, was, äh, was, äh, wollen die damit bewirken, also in Deutschland? Ja, die Muslime, die wollen natürlich, also der Islam, nein, nicht die Muslime, ich sag jetzt anders, der Islam, will einfach nur Gewalt demonstrieren, ne? Das sind wir ja ganz klar. Ja, also der Islam, der ist auf eine ganz andere Ebene, das ist auch wirklich nicht so Spaß, die, die wollen, die wollen ja auch, da steht in deren Büchern, Nesaya al-Bukhari, 29, 26, steht drin, dass sie die letzten Juden schlachten wollen, die letzten Juden. Dann kommt der jüngste Tag, laut Islam. Ach so. Die wollen Juden abschlachten, aber nicht nur Juden, also Christen. Ja, also ich hab ja gehört, äh, also Hamas hat ja, äh, irgendwie gesagt, dass die alle Juden töten wollen, so auch auf der ganzen Welt. TikTok-sportlich, du musst, du musst aufpassen, was du immer sagst. Ach so, ja, TikTok-sportlich. Ähm, ähm, und, ähm, ich wollte sagen, ähm, ich meine, was bringt ihn das, ich meine, was können die denn dafür, dass die jetzt aus Israel kommen? Ähm, also Hamas, ne, ist eine Terror-Einheit, von Muslimen stark unterstützt, andere Länder haben sie auch davon unterstützt, muslimische Länder, wo die Scharia herrscht. Und Hamas hat wirklich eine schreckliche Tat bekannt. Aber die Regierung und den Juden, ne, also die jetzt gerade an der Macht ist, das sind ja keine richtigen Juden, die nennen sich ja immer jüdisch-orthodox. Ja, die sind Zionisten, ne, die echten Juden ist wirklich ein kleiner Teil. Aber die Zionisten sind auch nicht ohne, weil die Politiker, die sind auch alle nicht ohne. Die sind schon in Machenschaften drin, das ist wirklich nicht schön. Aber es ist nicht schlimm, die Bibel hat alles prophezeit, wie es kommen wird in Zukunft. Bist du Christ? Ich bin Christ, ja. Okay. Die Bibel hat es prophezeit, was alles kommen wird. Äh, der dritte Tempel der Juden wird auch kommen. Da, wo die Al-Aqsa-Moschee ist, die wird auch weggehen, die wird abgerissen werden, bombardiert werden oder, keine Ahnung, Naturkatastrophe wird die wegmachen, eins von den dreien so. Und dann wird die dritte Tempel wiederkommen, der wunderschöne Tempel. Und dann wird auch der jüngste Tag so gesehen kommen. Weil in diesen Tempel wird sich der Antichrist reinsetzen. Ne, und der Antichrist wird dann ein Jude sein. Weil in den Tempel wird kein Jude einen Nicht-Juden reinlassen. Also wird der, der sich reinsetzt, ein Jude sein. Also er gibt sich als Jude aus. Na, und dann wird der jüngste Tag schon längst da. Dann ist komplett Weltuntergang. So nah sind wir schon. So nah, dass der Jesus Christus jede Sekunde kommt. So nah sind wir schon. Ah. Ach so. Glaubst du an gar nichts? Also doch, ich glaub schon so an den Judentum und so, wegen meinem Vater und so. Aber ich bin jetzt keine Jüdin oder so. Also eigentlich nicht so. Ist dein Vater Jude wegen der Religion Jude oder kommt er wirklich aus dem, also ist er ein Israelit? Also meine Oma, es kommt aus Marokko und mein Opa kommt aus Irak. Und also, und mein, aber meine Oma und mein Opa sind in Israel geboren, aber kommen halt aus Irak und Marokko. Und mein Vater wurde auch in Israel geboren. Und also meine Oma und Opa sind jetzt aber trotzdem Juden. Und mein Vater halt auch jetzt. Aber dann sind das keine Israeliten. Also klar, die sind geboren, aber die haben nicht das Blut des Israeliten. Doch, doch, doch. Ja, du meinst wegen, wegen Abraham, weil Ismail, na, natürlich der halb der Güpte, halb der Israelit, dann nach Jordanien da gegangen ist, na. Also keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Weil darum stammen ja die Ost-Euro, also im östlichen Teil, da wo die ganzen Muslime sind, da stammen die ja alle ab. Von Ismail, von Isak ist natürlich die Juden, von Isak. Okay, und was ich sagen wollte ist, dass, also Israel hat ja ganz viele Kinder ge-, ne. Aber nicht nur Israel, also Hamas ist nicht ohne, ne. Nein, ich wollte, warte, ähm, aber Israel macht das ja nicht mit Absicht. Ich meine, die greifen ja Palästina an, aber die, die Kinder nicht. Mit Absicht. Äh, also Hamas, guck mal, es ist auch viel Islampropaganda hier, ne. Das darf man auch nicht vergessen. Islampropaganda bedeutet, die haben sehr viel Lügen reingetan. Wer, Israel oder Palästina? Ne, ne, Palästina, also Palästina, die behaupten Sachen, die gar nicht stimmen, was Israel getan hat. Ne, gibt's ja auch. Das nennt sich Islampropaganda. Ja. Die Bild zum Beispiel, die hat das wirklich aufgedeckt, das hab ich mir angeschaut. Achso, das mit Krankenhaus? Und so weiter, das, das hat nicht stattgefunden. Das gab es nicht. Na, so gewisse, klar sind's gewisse, die Zionisten, die sind nicht ohne, die darf man jetzt auch nicht einfach so in Schutz nehmen. Die sind ja wirklich nicht ohne, aber. Ey, die schreiben alle, die haben Krankenhaus bombardiert, aber es gibt doch Videos, ähm, wo, äh, Palästina, also Hamas, hat aus Versehen, also die, äh, Rakete war kaputt und hat dann, ähm, das Krankenhaus, also das, äh, äh, wie nennt man das, äh, Parkplatz von Krankenhaus bombardiert, das war ja gar nicht Israel. Ja, du, das, Islampropaganda ist sehr gefährlich, man muss wirklich prüfen, weil die, die hauen einfach was raus, was manchmal gar nicht stimmt. Na, Hauptsache rauskauen, Hauptsache gegen Israel. Aber, beide Parteien sind nicht ohne, aber Hamas, was die jetzt gemacht haben, ist überhaupt nicht schön, aber es sind alles Prophezeiungen, die sich für uns alle in unsere Augen erfüllen. Stück für Stück, ne, das sind so Vorläufer, was das immer darauf hindeutet, was richtig kommen wird. Und ich glaub schon dran, dass jetzt langsam, dass der dritte Tempel jetzt wirklich langsam kommt, weil, ja, also mit diesem Krieg, ne, was, was jetzt da begangen worden ist, das ist, das ist schon nicht mehr, der schon richtig eskaliert, weil die haben ja schon lange Krieg gehabt, ne, aber das ist eine richtige Eskalation. Es gab mal einen Krieg von Israel, lass mich nicht lügen, da haben alle, fast alle, so sechs muslimische Länder, die waren ja umkreist von Israel, haben Israel angegriffen. In sechs Tagen war es vorbei, bei Israel, die dann alle, ja, fast berichtet hat. Ja, 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 ich weiß. Der sechs Tage Krieg war ja ungefähr. Und, ja, da sehen wir eigentlich, dass die Schütze in der Hand des Herrn über Israel eigentlich noch ist. Aber die Frage noch, wie lange, ne, bald wird ja bald so kommen, dass bald auch Israel komplett den Bach, also den Bach runtergut, wenn der höchste Tag ist. Das wird bald alles kommen, also es sind Prophezeien, es steht sogar drinnen, selbst Gaza, ne, steht in der Tannach drinnen, dass Gaza bald verlassen wird und so öde wird. Das wird komplett wechseln, also, das sehen wir, die Prophezeien, da fühlt sich gerade vor unseren Augen, Zephenia, heißt das, ne, von den Propheten, von der Tannach, ich glaube Kapitel 2, Vers 4 war das ungefähr, da steht es drinnen, dass Gaza komplett verlassen wird und öde wird. Genau so steht das drinnen. Okay. Und, was will jetzt Israel machen? Was hat Israel jetzt gesagt, der ganze, der ganze Regierung? Ja, die haben gesagt, die machen jetzt komplett den Boden gleich. Die haben gesagt, ja, das wird jetzt komplett, die wollen die Palästinenser jetzt komplett vernichten. Aber das, der fühlt sich vor unseren Augen, ne, die Bibel spricht davon, also der Tannach, der Tannach, ist ja das alte Testament. Die Juden prophezeien ja den Messias. Okay. Hier, da steht das, ja, einer ist reingeschrieben. Zephania, Kapitel 2, Vers 4 bis 7. Gaza wird verlassen werden und zum Weiderland werden für die Schafe. Ja. Da sehen wir es. Genau so steht es drinnen. Und guck dir jetzt an, was mit Gaza passiert. Aber, was ich sagen wollte noch, es ist doch ein Unterschied, weil Hamas geht ja in Israel rein und trennt Familien und, also, hm, Kinder. Ja, ja, die Hamas hat schon was Schlimmes gemacht, ja. Also, Frauen und so weiter, ähm, trennen Familien, äh, töten, ähm, erwachsene, alte, kleine Babys, erschießen, die, und... Ja, das ist unschön, ja. Und, ich meine, man hat, also, ich weiß nicht genau, aber, äh, Israel ist doch nicht in Palästina reingegangen, hat Frauen, dö, 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 und, äh, kleine Kinder mit Absicht. Nein. Weiß, was hat sogar Israel gemacht, hat? Israel hat sogar Essen und Trinken an Palästina gesendet. Das haben die jetzt abgeschafft, jetzt, vor kurzem, weil Hamas kompletten Angriff gestartet hat. Ja, wieso, wo soll ich mich bilden? Ich sag doch nur, ich sag doch nur, Wahrheiten, oder? Also, die Kommentare brauchst du gar nicht beachten. Ähm, guck mal. Ja, immer das Gleiche, wie das verhasst wird. Das ist unfassbar schreckt. Der Herr segne euch. Ja, das ist, guck mal, was ich sagen kann, ne? Die Bibel spricht so klare Worte, und die Prophezeiungen erfüllen sich, und ohne den Herrn Jesus Christus, ja, gehen die Menschen leider verloren. Wirklich, ne? Das ist so traurig. Hey, diese... Kannst du, kannst du ein bisschen, weil du bist ja, also dein Vater ist ja halb Jude, äh, kannst, kannst du ein bisschen hebräisch? Ja, ich kann hebräisch. Du kannst sogar hebräisch? Ja. Was heißt, Shema Israel Adonai Eloenuch Adonai Echad? Wo stimmst du dich? Ich weiß nicht genau, äh, wie ich, wie ich das übersetzen... Wieso stimmst du dich? Erzähl doch. Wie ich das übersetzen... Hey, meinst du jemanden, Hing-Uter-Sophie? Nein, nein, jemand rufen mich die ganze... Nein, die weiß das, glaube ich, gar nicht. Die glaube ich kann das nicht. Nein, nein, die wird angerufen, sagt die. So, jetzt bist du wieder da. Nein, nein, die wird angerufen, sagt die. Ja, ich werde die ganze Zeit angerufen. Ja. So, jetzt bist du wieder da. Nein, die wird angerufen, sagt die. Ah, Emi, ja, ja, warte, warte. Emi, ich tu dich kurz raus, dann lass bitte eine Einladung. Ja, ja, warte, Emi, ich tu dich kurz raus, dann lass bitte eine Einladung. Ja, okay, okay. Warte, Emi, jetzt tu dich... Doch, die wurde angerufen, man merkt das, sonst wäre das nicht doppelt. Na, die wurde angerufen, deswegen. Guck mal jetzt, wir haben jetzt eine, die hebräisch kann, jetzt hört mal alle zu, wegen das Wort Echad. Also, Emi. Ja? Was heißt Shema Israel, Adonai Eloheinuch, Adonai Echad? Ey, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das übersetzen kann. Also, ich kann zwar hebräisch, aber ich kann nicht so gut, also ich kann... Wie sag mit deinem Wort? Ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das übersetze. Ich dachte, du kannst es hebräisch. Ja, ich kann hebräisch, also, aber ich kann nicht so... Also, früher konnte ich fließen, weil mein Vater und meine Mutter mit mir hebräisch geredet hatten, aber ich hab halt lange nicht... Ich leb ja jetzt in Deutschland, deswegen kann ich jetzt nicht mal so gut. Natürlich kann ich hebräisch. Okay, was soll ich euch sagen? Was soll ich euch auf hebräisch sagen? Nein, dann war einmal anders. Kennst du das Wort Echad? Nein. Kennst du das Wort Yachid? Nein. Ja, da bringt es mal nichts mehr zu Frage. Ja. Guck mal, das heißt, höre Israel, der Herr ist mit uns, der Herr allein. Das ist das Schmai Israel aus der Tora. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4. Und da ist die Trinität. In der Tora ist die Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Weil mit dem Satz, der Herr allein, hat Moses damit bewiesen, dass es die Trinität ist. Wie erkennen wir das? Das ist das Wort allein und das sagt Trinität wegen das Wort Echad. Du kannst mal sogar deinen Vater fragen, wegen das Wort Echad. Warum nutzen die Israeliten das Wort Echad? Oder ich kann dir andere Frauen wieder nützen. Warte, warte, warte. Das Wort Echad heißt eins aus mehreren Elementen. Das Wort Yachid heißt einzig. Das sind die Unterschiede. Und die benutzen nur Echad, die Sprachwissenschaft, die hebräische Sprachwissenschaft der Israeliten. Nur wenn die was erklären möchten aus eins, aus mehreren Elementen. Das ist Trinität. Bruder, die ersten Juden, und da gibt es sehr gute Quellen dazu, haben immer an den Sohn Gottes geglaubt. Die ersten Juden haben auch gewartet, dass ein Sohn Gottes kommen wird. Deswegen finden, die haben das dann entfernt später. Deswegen findest du immer diese einzelnen Elemente. Die haben es nicht mehr entfernt. Die haben das sogar gelassen. Also der Tandach ist wirklich gleich. Die wollen, also es gibt Juden, die haben Kapiteln, die wollen die gar nicht gerne lesen, weil die den Herrn Jesus daran sehen. Beispiel Emi. Emi. Ach, Entschuldigung, Emi. Ja. Kennst du den Prophet Jesaja? Nein. Den Prophet Jesaja, okay. Egal, ich bin nicht so... Ja, nein, nein. Das ist ja kein Problem, Emi. Emi. Emi, Entschuldigung. Mädchen, du bist raus. Guck mal, was ich dir sage, ich habe ein Video gepostet heute. Guck mal. Das ist sogar extra für Juden gewesen. Ein Video gepostet, wo einer, der kann perfekt hebräisch, aber das deutsche Untertitel darunter, wenn du das nicht verstehst. Ähm, der hat mit Israeliten geredet. Das war vor sechs, sieben Jahren war das. Na, ich habe das jetzt gepostet. Wenn du willst, kannst du es dir anschauen. Mhm. Na, und der liest aus der Tandach. Also, der Prophet Jesaja. Der Tandach. Das ist wunderschön, wirklich. Das kannst du dir mal anschauen. Okay. Wirklich, das ist, wenn du das siehst, ne, und davon gehört hast, das ist wirklich heftig. Fangen wir mal an, dass Emi, ähm, was weißt du von, Entschuldigung, Emi, was weißt du von den Herrn Jesus Christus? Oder gar nichts, ey, also, dass Christus so gekreuzigt wurde und so. Männlich? Ey, Männlich, Emi? Emi? Nein, nein, ich heiße Emi. Emi, ja, Entschuldigung. Was weißt du noch über den Herrn Jesus? dass er wurde in jerusalem geboren glaube ich mädchen mädchen ja ja und das so was weißt du über jesus eigentlich schon viel was soll ich denn sagst du aus dem kopf du musst ja nicht alles ist einfach so was du weißt ich weiß nicht ob das stimmt ich habe das alles in der grunde na ja eigentlich wollte ich halt nur sagen dass euch davor gesagt habe und ja es gibt ja nur eine wahrheit in diesem leben diese wahrheit kommt von den juden und die juden ist ja der herr jesus christus wenn du das video gleich siehst du gleich erkennen warum und jesus ist wirklich die wahrheit er ist ja gekommen und das alte testament der tanach zu erfüllen damit wird das gesetz also den alten bund abgestorben also gestorben sind und wieder neu auferstanden sind und neuen bund bekommen das neue testament und so haben wir dann der bund der gnade bekommen die genanzeiten und wenn du im heute noch an den hängen jesus christus glaubst und annimmst damit er weil er für dich am kreuz gestorben ist und du sein blut annimmst was bereinigt hat für alle sünden der welt wirst du heute noch im paradies gehen wenn du sterben solltest in der selbe nach als beispiel in der gott bewahren ist aber im paradies gehen weil du den händen jesus angenommen hast jesus ist gott gott wurde mensch also vater gott sohn gott heiliger geist gott alle drei sind eins ein gott ich empfehle dir wirklich liest die bibel beschäftige ich magie ins gebet fragt doch gott wer bist du das ist die wahrheit wo ist der weg gott wird sich jedoch offenbar warum sollte er sich verstehen wer sind eigentlich diese ganze mitte die auf stumm sind gestern ist der größte hetzer der welt ganz oben der zweite größte hetzer und resa der ist der kopf aller hetzer sind eigentlich berührt ein glaube einfach nur der resa bist du da ich bin schon am schlafen ja ich mein körper schläft aber ich rufe aus dem körper heraus zu dir guck mal schöne worte ab das ist eine jüdin also so eine halb jüdin sage ich jetzt mal ja ja ich bin kein jüdin also die ist nur die jüdin aber die kommt aus ist also ihr vater sie kommen schon aus israel vielleicht ist sie suchen sie geht mal schöne worte ab oder resa ja weil sie hat ja die hat glaubt noch an gar keine religion an nichts die herkunft eines menschen zählt ja vor gott nicht sondern eben dass man mit dem wahrhaftigen gott eine beziehung führt das wünscht sich gott mit jedem menschen auf dieser erde und der gott israels der herr jesus der mensch wurde um israel zu erlösen und auch alle anderen menschen auf der erde zu erlös zu retten und unsere sünden zu sünden mit seinem kostbaren blut und wenn ihr jemand dieses werk was der jesus für ihn getan hat am kreuz für sich in anspruch nimmt und seine sünden dem herr jesus bekennt dann ist er errettet wenn nicht dann bleibt keine sündung kein blutsopfer für die sünden und derjenige muss selber vor gott bestehen und für seine sünden rechenschaft ablegen das heißt du kannst jederzeit gerettet werden wenn du zum herr jesus kommst deine sünden vorhin bereust und von neuem geboren wirst dann bist du errettet wenn du aber mit deinen sünden was du in deinem ganzen leben getan hast zurückkehrst zu gott nach dem tod dann kommst du ins gericht und gott wird mit dir ins gericht also ich bin nicht ich bin ich wirklich gläubig und soll deswegen es wird eine abrechnung geben für alles was du getan hast in deinem leben wird es nach dem tod eine abrechnung geben gott wird mit dir abrechnen das heißt du kannst dich einfach hier lügen betrügen machen was du willst und seine gebote brechen es wird eine abrechnung geben für alle gebote die du gebrochen hast von ihm deswegen gibt gott ihr hier jetzt gnade damit du aufhörst damit zu ihm kommst und dich retten lässt sonst geht er mit dir ins gericht und du wirst in die hölle geschmissen in den ewigen feuersee aber das ist erstaunlich dein vater ist jude aber du glaubst du an gar nichts das höre ich ja nicht zum ersten mal kein jüdischer vater ist das jüge ungewöhnlich viele juden sind sehr klar leider das ist ein jüdischen vater weiß wie streng jüden union sind ja sind nicht alle streng die juden mein vater war früher richtig streng aber meine eltern haben sich getrennt deswegen also wenn mein vater also früher ich durfte nicht mal mit uns raus aber jetzt erst so lockerer gewonnen ist das komplett anders die scheidung alles möglich also und da ist es sehr streng weil die noch nach den alten gesetzten buchstaben ja mein vater ist nicht also krass krass jude zum beispiel seine schwester also meine tante dies krass krass jüdisch also die hat glaubt so an alles also ich meine sie zum beispiel am wochenende zum beispiel macht sie alle alles alles und ja das ist wirklich erstaunlich an sich ungewöhnlich aber das ist jetzt auch eine sicht die ich jetzt nicht kannte mit juden auch kein anscheinend boder ist du kanntest das ja sind gewisse jungen dann lockerer sind ich kannte juden ein nicht sehr streng wirklich ohne sehr streng zum islam kommentieren da wird die schlecht meine mutter ist deutsche sie ist keine jüdinnen ich bin nicht 100 prozent jüdinnen also 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 halb hast du gesagt mir so halb also ich hätte ja konvertiert anderen spieler kennen die wieder ich hätte ja konvertieren müssen also ich bin ja ach so ich darf nicht mehr alter sein aber ich hätte als ich für 14 oder 13 geworden bin hätte ich ja hätte hier eigentlich eine bat mit zwar gehabt und hätte ich eine bat mit zwar gehabt dann wäre ich zu jüden konvertiert aber ich wollte nicht zum judentum konvertieren deswegen das klasse ist diese bar mit zwar und so weiter wo steht das eigentlich in der tor ich kann ich kenne mich wirklich nicht aus ich habe als kind auch nicht torah gelesen oder so also zum beispiel meinen alle meine cousins und so die sind ja jetzt streng gläubig und so und die haben auch die lesen auch die torah und so blablabla und aber ich bin also gar nicht so ich hab ich habe die torah gesehen und so ich war auch immer mit meinen oma und opas und allen beten aber mittlerweile wo ich in deutschland bin jetzt also gar nicht mehr oder so ja okay aber ich empfehle wirklich am ließ die bibel also wenn du die bibel hast hast du automatisch den kompletten die komplette danach die komplette mit das alte testament die 39 bücher aber ist ja töten wenn ich zum christentum kommentieren wie du das hier mit jungs so rausgehen dass okay aber wenn man die bibel hat oder wie ist katastrophe oder was ja also ich darf ja nicht zum islam kommentieren ich darf auch nicht zum zum christentum konventieren meint mein vater ja das ist möglich sein dass da so eine art ist den und mit jungs umhängen ich meine das sind ja nur freunde so aus der grundschule ich mache ich mache ja gesagt du glaubst gar nicht also das ist egal doch ich durfte ich durfte also jetzt darf ich ja ich durfte früher nicht aber jetzt darf ich ja du bist sowieso jetzt nicht jüdisch und da sollte uns eben egal sein verstehst du ob du jetzt gar nicht glaubst du jetzt bist so atheist sich so fast glaubt überhaupt ein gott doch ich glaube an gott du glaubst ein elohim ja okay elohim ist ja der gleich ist ja der gott na der ist ja der vater na also gott und ich kann dir wirklich sagen ließ die du brauchst nur nimmst ein buch von mir aus lade die bibel ab runter hatte die runter dann kannst du direkt mit johannesevangelium anfangen und anfangen zu lesen du wirst es erkennen was wenn du wüsstest was du was alles noch vor dir steht na die ganze erkenntnis die auf dich einige wartet weil der komplette judentum spricht von diesem messias wenn du das prüft ich kann dir jetzt in einen schlag 55 es gibt 300 prophezeiungen nur auf dem messias alte testament 300 prophezeiungen ich war die jungen haben das gerechnet das hat ein christian selber mal gerechnet dass jeden einzelnen berechnet jede einzelne prophezeiung auf dem messias sind der ist 312 prophezeiungen sind das und der hielt jesus christus hat h genau alle prophezeiung also alles angenommen alles erfüllt meine ich jede einzelne prophezeiung und ich kann die jetzt ich selber kann die schon 55 stück ein testament und 90 ich kann die die einfach nennen er aber was gar keinen sinn macht warum alle palästinenser so gegen alle juden was haben oder gegen alle israelis oder so das ist islam islam hat einen hass gegen juden und christen aber sehr viel gegen juden verschieden zwei buchern die 19 26 der letzte jude soll geschlachtet werden glaubt dieser aber wo sie nicht abhängen ist von islam jetzt auf den herrn jesus aber das ist ein freund von mir er kommt also erst jude und er meinte so zu ich weiß nicht er zu muslims er meinte halt dass er aus israel kommt und dann die wollten ihn abstechen und so und er ist raubig und es werden jetzt auch in dings auch diese juden sterne an die türen gemalt und so dass er juden sind damit die kanal und und richtig viele haben ja einen hass gegen israel und so und deswegen ich verstehe das nicht weil ich meine was können die denn dafür woher deren eltern kommen also ich meine die werden ja reingeboren so so checkt ihr das ist der islam das ist der islam und ich sage nicht jede aber ganz viele zum beispiel ist ja auch ganz viele tiktok so ekelhaft dann ist da so eine socken so eine socke und dann oder ekelhaft und dann diese wobei dieser berliner mauer dieses juden flagge die israel flagge da drauf war und so und alle haben so geschrieben ja ekelhaft und so weiter ich verstehe was das heißt das ist antisemitismus nennt sich das ja antisemit und so weiter und das ist aber nicht weil die hassen sondern der islam ist so du musst nur den koran lesen und die hadith und du findest das sofort heraus woher die den hass haben das ist der islam das ist nicht der mensch der islam der gott ist erlaubt ihr auch diesen angriffen auf israel doch du musst ja in bibel lesen denn in der nacht da steht alles drin gott will sogar demnächst das zwei drittel von israel ausgerottet werden und der letzte wird übrig bleiben und der letzte drittel wird gerettet werden aber zwei drittel dass wir eben ausgerottet oder warte mal kurz ja vielleicht ich kurz das an du siehst doch diesen david sternen ja wo steht das in der thora oder der tan nach mit den david sternen wo hat er diesen ursprung weißt du das ich hab keine ahnung ich hab dir doch gesagt ich hab keine ahnung was ich dir vorab sagen kann es gibt wirklich kein ursprung also die es gibt nichts das ist kein damit stern ich frage mich selber wer das david sternen genannt hat weil nicht mal in taimut steht das und nicht in der tan nach steht dass da steht nirgendswo die selbst die rabis sind selbst haben überlegen woher das herr guckt die wissen das nicht das hat es nie gegeben das ist ein hexagramm ist das petagramm oder hexagramm nennt sich das hextag richtig sechs pentagramm hinter die christlichen nicht die mosfans was das stehen in kommentaren es geht um die unterdrückung der palästinenser ach so aber guck mal israel hat doch ähm palästina eingemauert ich bin mir nicht ganz sicher also falls ich was falsches sage dann würde wir uns heute gemacht ja israel hat ja erst so kleine gemacht und palästin palästina eingemauert aber die haben das doch aus einem grund gemacht weil palästina die ganze zeit israel angegriffen hat und die haben wüsste in die luft gedings gebombt nicht weil sie haben immer noch eine grenze zu ägypten ich meine früher bevor die mauer noch nicht da war immer noch sie haben eine freie grenze zu ägypten egal was palästina aber ägypten macht die grenzen für die palästin also die macht ägypten macht die grenzen nicht auf was ich sagen wollte und was ich sagen wollte ich will was sagen ganz kurz und ich wollte und es lagen doch überall ich werde gesperrt auf den boden von israel und so und was hätte denn israel machen sollen ich meine und anstatt palästina anzugreifen haben die einfach eine mauer also nicht mauer sondern zäune darum gemacht damit hat sowas nicht mehr passiert und deswegen haben die sie doch eingezahnt ja aber was man jetzt sagen kann ist es gibt es gibt sehr viel geschichte dahinter aber was man jetzt sagen kann über die jetzt abgesehen ist von der politik du glaubst ja ein gott das hast er selber gesagt ja das heißt dann glaubst du auch dass es die hölle gibt und den himmel gibt und also ein weg eine wahrheit du glaubst doch das ist doch ein weg eine weise wenn du doch an einen gott glaubst ja ja dann gibt es doch eine wahrheit gibt es auch gesetze gebote ja deswegen empfehle ich dir wirklich nach der wahrheit es geht ja auch um dein leben muss bedenken es gibt es gibt nur eine wahrheit wer die wahl verwirft den eckstein ablehnt der wird in die hölle gehen er wird nicht im paradies gehen einer schreibt amira mit isan bayern habe ich schon mal geredet der mir bis heute noch keine quen genannt den habe ich widerlegt also es gibt ja eine wahrheit ein weg und ein leben und ich empfehle die wirklich und nehme den händen jesus christus an die suche nach der wahrheit du wirst es finden die bibel wenn dein vater ist egal wenn dein vater die ich massagieren würde was ich aber nicht glaube aber sagt sogar wenn du tust es für gott es gibt ja nur eine wahrheit schau mal vor die bibel ist die wahrheit aber du willst es nicht wegen deinem vater und so weiter was willst du gott sagen wenn du vor ihm stehst ich weiß also was willst du elohim sagen wenn du vor ihm stehst ich weiß nicht ob ich vor ihm stehe werde ihr wisst doch nicht was nach dem tod passiert er hat ja ein glauben aber das ist ja nicht sprich doch davon dass man wiedergeboren wird dass dies und das passiert und deswegen wiedergeboren wird die meint jetzt den buddhismus ich kommt jetzt auf den buddhismus sie ist ja nicht gläubig sie lässt alles offen ja dies weiß ich glaube noch nichts ja ja noch ein bisschen jüdisch eingeaucht wenn überhaupt aber so sieht es aus nämlich stirbt diese welt ab diese welt wird ich die halte ich von was fest das ist nicht schön die welt ist vergangen du bist nackt gekommen du bist nackt gehen ich werde e mmi geschrieben ja 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 und du bist ja nackt gekommen und nackt wirst du ja gehen verstehst du nur ein leben das ist auch letztendlich wieder probe und du musst eine entscheidung treffen wenn du keine entscheidung triffst ami ja was denkst du was er mit täter macht weiß ich nicht sagen wir mal so es gibt ein gott da haben wir mal so die bibel hat jetzt recht ja du kommst dann in die hölle willst du eigentlich in die hölle gehen weißt du wie es da ist du willst doch im paradies gehen ja dann mach dich doch auf und suche sei nicht v von leute paulat sollte ich nicht hin was hätte ich ab wie sei ehrlich was hätte ich eigentlich habe zu suchen was hätte ich habe was hätte ich hier fest im leben jetzt ja was hätte ich fest dass du nach der wahrheit sucht ich habe keine ahnung oder riesige du paar worte vielleicht habe ich die falsche aus ihrem aus ihre eigene torah lesen was der fahrt daran glaubt ihr sei 95 dann soll die eben wissen was das ist was die torah sagt wenn du keine fragen mehr hast na geh auf mein profil ich habe ja ein video gepostet na nicht die fixierten das sind ja drei fixierte der andere davon habe ich die neuesten video gepostet da ist eine allachse moschee da ist israel du erkennst sofort israel also jerusalem jeder drauf und schau es dir mal wirklich an das ist hebräisch aber deutsche untertitel ich empfehle dir das wirklich vielleicht wenn ich den stream noch habe ich weiß es nicht dann kannst du danach wieder reinkommen gerne wenn du fragen hast ja weiß ich noch nicht kommt drauf an aber wirklich und schaust dir an das empfehle ich dir schaust dir einfach mal an damit deine freundin jetzt die daneben ist die ist ja auch nein die darf man auch nicht vergessen schaust dir zusammen haben die sind beide moslems die sind beide moslems ja also ja so 15 51 dürfen die gar nicht mit dir sein ja so 55 sagt juden und christen sollen die nicht als freunde nehmen ja da sind keine muslima das sind einfach nur namens muss er wieder sind muslima wenn das richtige muslima wären wenn die nicht mit dir sein ok aber die sind jetzt nicht streng gläubig oder so siehst du da aber trotzdem aber trotzdem aber trotzdem sind sie doch muslim ist jemand der den willen von seinem gott tut er sagt dass in dings im koran im koran war im koran steht dass moslems nicht mit christen und nicht mit juden befreundet sein dürfen und deswegen dürfte nicht mit mir befreundet sein dann seid ihr keine echten moslems sagte dann sind das genauso k4 kufas musch riks und dann wie man es nennt aber guck mal die sind ja nicht streng gläubig aber ja also kufas ja und aber ich meine aber also von k4 denn die mehrzahl ist kufa sind ja mehrere dahinter kauf wieder und weibliche ungläubig es ist meine sind alle weltlichen gewissen nicht also weltlich sehr gut was ja 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 das sind menschen die sagen ich bin stolze muslimer schlagen sich am besten sogar noch auf die brust aber diesen diesen koran gar nicht befassen wir dürfen das alles lüge keine ahnung hier steht stimmt nicht ich bin moslem wir dürfen das alles also dass du alles was du sagst hat eine hat einer guck mal hat eine freundin jetzt gerade die handy in der hand kann die einmal bitte den koran öffnen mal den koran war mir öffnen mal den koran öffnen mal den koran wir prüfen jetzt ob ich ein lügner bin ok so zeigt mich an wenn ich jetzt nicht gelogen welche wo genau der ist 51 tragen denn dir deine muslimischen freundinnen kopf tücher auch nicht naja gut dann haben die mit islam gar nichts zu tun ich habe keinen bock also keine lust zu diskutieren ja mit 25 51 haben die das nur diese eine sache und dann runter gehen auf die auf die auf die auf den fern 51 also wenn du nur schreibst suche fünf erster link islam.de hallo ich habe eine frage ich war so letztens auf so einem ausflug meiner klasse und dann waren da so drei mädchen mit kopftüchern aber so moslems halt und die hatten einfach kopftuch getragen und geraucht ist doch auch eine sind oder nicht ja sicher aber in kopftüchern reichen nicht hijabs ja ja die müssen eigentlich voll genau genau im richtigen hijab tragen weil wenn eine frau sein gesicht zeigt ja ich bin nur bei vers 51 ähm und setze neben allah keinen anderen gott ähm gewiss ich bin ne du bist ein falscher vers oder falsche suche suche fünf äh mutter reese kannst du den namen von suche fünf rausholen suche fünf almaida almaida fünf vers 51 hä weißt du mit wem der der reese hier ist ein ex muslim der kennt sich gut aus suche fünf almaida ne das ist ja almaida aber meine hier kommt aber nix hier kommt aber nix gib mal bitte nichts anderes ein in google außer sure fünf nur diese sure s-u-r-e-fünf ja genau und nichts anderes so und dann der erste link ist schon direkt der koran sure fünf dann gehst du drauf drück auf den ersten link ich mach nochmal neun 51 oh ihr die glaubt nehmt nicht die juden und christen zu schutz her und zu freuen genau das steht genauso drinnen meine meine oma ist ja arabisch und türkisch und sie sie sich jetzt auch nicht so ganz bedeckt also sie hat kopfturan aber jetzt nicht ja das sind ja keine richtige muslim richtige muslimer sind mit hijab ich finde nix hier steht nix ich habe das was sie gesagt habe eingeben und hier steht also hier kommt eigentlich die die ich da das war hier mache ich jetzt groß ja dann zeig bitte auf das handy und dann nicht die ich bitte zeigen zeigt bitte das handy google an hat okay was soll ich jetzt eingeben genau ich sehe nichts jetzt schreibt es bitte bei google google ok ist google ok schreibt jetzt suche 5 das sind die suchen von koran nicht suche ach so ich habe die ganze suche verstanden wo das ist ja genau das ist islam.de genau zeig her bitte weiter links bitte weiter links die kamera geht so weit runter bis 150 steht stopp stopp ok ja ja jetzt geh ran geh ran geh ran nenne nicht resum ich sehe das schon du musst du mit deinem handy jetzt ließ mal die ihr glaubt juden und die christen ok ok jetzt was hat wieder gesehen juden und christen sollen die nicht als freundin ja du willst du noch was sehen schreib mal bitte suche 4 nein 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 das ist ich hier du musst einmal raus wieder und dann suche 4 ich versuche 5 und dann suche 4 ich habe meine oma betet jeden tag ja das ist nicht schlimm suche 4 so fährst hast du so wie viel drückt drauf ist ein punkt genau jetzt bitte vers 34 die runter zeig her genau zeigt das zeigt dass man dass die leute sehen die männer stehen im vater ließ mal laut vor ließ mal deine oma betet diesmal diesmal die länder den diesmal bitte laut die männer stehen in verantwortung für die frauen wegen dessen womit die ein von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie vor ihrem besitz für sie aus ausgeben darum sind die rechts rechts schaffenden frauen und diejenigen geben wenn der widersetzlichkeit befürchtet wenn die widersetzlichkeit befürchtet ermahnt sie meint jetzt im e-bett und schlag sie muslimische ehemänner dürfen die muslimische ehe von schlagen wenn sie nicht aller gehorchen wenn sie befürchten sie könnten nicht nicht bei nicht gehorchen nein weil ich fürchte ich also ich habe den verdacht sie könnte mal nicht gehorchen nicht bei nicht gehorchen da ist man schlagen islam erlaubt siehst du der islam ist der katastrophe gesagt viele sachen die sind wirklich katastrophal oder pablo warte gut hätte ich mache die so vor groß hatte wurde ja das ist gesehen im und und die muslimischen frauen entschuldigung hast du das gesehen also was sagt was sagt jetzt also die muslimische mädchen was sagen die es dazu doch so was sagt man mir was sagt so was ich gerade gelesen was ich gerade gelesen haben guck mal du hast ja gerade gesagt dass der islam also was hast du gerade über den islam gesagt muslimische ehemann darf die muslimische ehefrau schlagen wenn man nur befürchtet dass sie allein nicht gehorcht okay aber nein nicht davor du hast deine eigene meinung gerade der andere ich habe keine eigene meinung kennst du kennst du den tafsir kennst du den namen tafsir nein stopp mal warte mal ganz kurz da eine typ hat gerade seine eigene meinung zu dem islam geäußert ich habe kein problem damit aber man sollte man sollte keine religion verurteilen man sollte von jeder religiöse egal was sie sagt was hast du gerade gelesen hast du gerade gelesen ich rede ich rede nicht gerade von von was ihr gelesen habt sondern was der eine gerade gesagt hat so dass der islam was hat er gesagt auf die kommentare bitte nicht bitte bitte nein dieser keine ahnung ich weiß nicht wer das gerade mein ich bin pavlos oder man zur riesen riesen ja was ist mit dem dass das er hat irgendwas also er hat irgendwas über ich glaube das falsch verstanden was er meinte er meinte irgendwas das irgendwas nicht jetzt jetzt guck mal ihr jetzt nicht schwach werden hier was hast du gerade gelesen bei suche 4 vers 37 war bei was hast du bei suche 4 vers 34 gelesen dass man die frauen streichen soll oder dass man sie schlagen soll schlagen findest du das richtig nein dann ist der islam nichts für dich dann würde ich sagen verlass diesen islam was soll ich meine freunde verlassen ich rede ich mit einem muslimer warte nein nein ich rede gerade mit emmy ich rufe die muslimer bitte ok lamia hier hallo ja gottes segen also lamia folgendes ich wollte mal sagen ähm mein vater ist moslem und meine mutter ist thailänderin also ich weiß nicht was ich sehe es gar nicht eigentlich ist eigentlich das ist ja eigentlich wollte ich nur über palästina und israel reden und jetzt reden wir so über das ich zum christentum oder so kommentieren soll und so weiter und muslimischen freunde nicht mehr meine freunde sein dürfen aber eigentlich wollte ich nur über palästina und israel reden also ist ein bisschen ausgeartet oder das kannst du nur ganz kurz groß machen ja bitte ich muss einfach was zeigen ja ich habe einen richtig brutalen faktor gefunden und viele kreier oder so was du zeigst das ist dreck wie bitte warum kann ich denn jetzt nicht live können live zugriff wird benötigt um als gast du kannst die kamera nicht anmachen und warum nicht ja das weiß ich nicht du bist gesperrt hol mal diesen diesen einen jungen rein diesen riad oder so ich wollte noch eine frage stellen also meine lieben meine lieben dass wir jetzt zum punkt kommen damit wir jetzt zum punkt kommen nein ich will das nicht her wann meint sich da kannst du einmal den schulstrich zum kannst du noch was da sagen und schreibt ihr noch 11 minuten was meint ihr damit mit elf minuten noch wieso zählt ihr die zeit hol mal diesen riad rein oder so hallo ich habe nie gesagt dass alle juden abgeschlachtet werden kannst du so schlussworte an die richtern damit die noch das wort gottes noch hören und einmal wach gerüttet werden dieser host hier dieser kanal er kannst du kurz diesen dinge reinholen diesen riad oder so wie ist es hier steht keine einladung von riad nein ich bin kein moslem ich kann den gleich rein und aber jetzt meine lieben was ich jetzt sagen muss ich sagen kann einen schulstrich erzusetzen ja du hast eine frage und zwar nur noch christ mehr wie es ist so also ich habe zu meiner freundin weise geredet und haben wir haben ja so hoch auf dem guckt und manchmal also da werden ja oft so das christentum da wird da immer dargestellt weil die ja so unterschied der namen und das wird der welche frage sollte meinen freunden stellen und es wird doch dann sozusagen in dreck gezogen weil dann diese darstellen wollen dass es nichts bringt wenn man auch wenn man halt jesus oder so einsatz oder so dass trotzdem dämonen oder so kommen zu davon direkt gezogen oder nicht ja warum hast du die frage gestellt warum in den filmen meine freundin die hat eine gute erkenntnis wart erzähl weiter eine starke erkenntnis jetzt gerade gehabt erzählen es ist doch eigentlich dazu wird dass man betet und dass man betet und so aber in horrorfilm ist es ja so dass es dann so nichts bringt oder so und das wird doch dann voll in den dreck gezogen also christentum das ist jetzt bruder der resa da hat der herrlich eingesetzt dass du das gesehen hast dass du das so erkannt hast in den filmen weil die meisten leute die sehen die filme und die nicht die kommentare bitte lesen bitte ich die kommentare bleibt dabei nicht ablenken ja da sieht man eben in den filmen wie der jesus immer wieder verspottet wird und wenn wenn ihr noch weiter tiefer in die materie hinein gucken wollt dann muss dir da meine vorträge dazu anschauen auf youtube da geht ihr auf youtube gibt meinen namen ein resa rapur das ist mein name vollständiger name und dann schaut ihr nach meinen vorträgen zum beispiel wie ich die filme entschlüsselte dass der herr jesus ein bisschen geheim hineingearbeitet wird und so weiter sieht ihr dann wird euch die augen geöffnet ich mache ich mache dich wieder groß machen die kamera wieder öffnen wir youtube wir machen hat jetzt einmal kurz damit es einmal gezeigt wird dann wirst du eine gute erkenntnis bekommen das ist sehr wichtig warte wir finden gerade hin die nicht ja dann gehst du auf youtube warte warte zeig mal wie du reza schreibst das ist ich muss das einmal gucken ok sagt der name das kommt sofort wenn du reza schreibst dann kommt schon mein name direkt eigentlich abstand ja 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 wie geht es weiter da steht es ja das ist so gut du bist nicht auf youtube ist du musst auf google du musst auf youtube gehen du musst auf youtube gehen mache ich jetzt eine minute meintest du bock dann ich bin leicht genau jetzt gibst du noch mal meinen namen ein genau jetzt nur bitte runter und da müssen schon langsam meine vorträge kommen ich muss entschlüsselung reinschreiben nein gehen wir gehen wir wieder ganz hoch geben auf das blaue ganz 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 so das immer ja da drauf wir sind kein halb guter riese ne das ist von der hat die videos hochgeladen da ja genau geh runter 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 weiter runter das kommt gleich also viel tik tok sachen nein nein ah ne das nur tik tok schreib mal reza rapor wo der name noch weiß schreib mal daneben entschlüsselung entschlüsselt das sind entschlüsselung entschlüsselung zeig mal das handy mädchen zeig mal dein handy warte mal schreibs entschlüsselt entschlüsselt schreibe mal ent aber mit denen mit die entschlüsselt das war sind die da zu einmal wieder das handy oder riesen wie heißt das video wenn du auf youtube einfach da richtig ein gibt das abo entschlüsselt filme solche titanik oder matrix und und oder ex muslime klären auf tv ex muslime klären auf tv schreibt mal ein ex muslime klären auf tv es macht darauf zu kommen egal 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 ich gehe jetzt dann geben die leute auf ich wollte doch gar nicht darüber reden jetzt ist eine sache zu kommen und das einzige was gekommen ist und es war nur dieser spinner der versucht hat meine arbeit zu also ins lächerliche zu ziehen das hat youtube schon preis gegeben meine gegner aber danach haben wir ja gar nicht gesucht dann hat ihr nachher meine entschlüsselung gesucht aber es kommt nicht es youtube macht es den leuten sehr schwer meine arbeit zu finden das hat man jetzt live gesehen oder es sollte ich kurz groß machen willst du das sein hol mal jetzt diesen so weit beleidigt in wo ich nicht hoch ich würde das diesen ziel sowieso jetzt langsam wenden ok also die schau das video an was jetzt bei mir hier ist na das ist für dich und und die andere die soll bitte reinschreiben ex muslime klären auf tv schreibt man hier hier machen wir ein screenshot resa arabu entschlüsselt illuminati schreib mal so machen so ein screenshot sucht das sucht das intensiv bis du es findest illuminati entschlüsselt resa arabu dann erkennst du mit dem filmen was das wirklich so bedeuten hat was hollywood eigentlich wirklich macht immer mit den namen des herrn jesus christus du wirst das erkennen die letzte worte bruder resa oder was ist weg ja aber es ist schon krass wie man wenn man meinen namen und noch entschlüsselt hinschreiben so wie meine ganzen vorträge auf youtube sogar heißen aber da seht ihr dass youtube das nicht anzeigt habt ihr es gesehen ja und so sind diese sachen tief im internet versteckt und es muss der herr jesus selbst jemanden da drauf bringen damit ist eine schreibt bei mir kommt gleich auf youtube ja das ist heftig dass das ist die fern ist von youtube da seht ihr dass der satan eben kein interesse daran hat dass die leute in der vorträge seht guck mal einer schreibt bei mir auch seht ihr was denkt ihr über die apokryphen bitte geh in meinen youtube geht bitte in meinen tiktok kanal rein scroll so lange runter da habe ich geschrieben apokryphen auf den prüfstand gestellt apokryphen sind müll und es hat nichts mit der bibel zu tun ich habe die apokryphen komplett aufgedeckt gehe auf meinen tiktok kanal da habe ich so einen blauen polo shirt da steht apokryphen auf den prüfstand gestellt habe ich komplett aufgedeckt ja meine lieben da folgt mir einmal alle damit ihr seht geht auf dem profil rein dann seht ihr auch die videos die aufdeckungsarbeit und dann seht ihr auch was die wahrheit des bruder riese geht mal schön wenn du das wort habe ich bin jetzt wirklich seit 13 uhr live das ist schon heftig gemacht das ist schon gut das ist schon eine gute sache mit schmerzen ich bin auch immer krank also ich war wirklich tot ja der herr gibt die kraft unglaublich ist schon heftig ich bin seit zehn stunden oder so keine ahnung 11 naja super was wird aber frucht bringen nichts ist umsonst was du hier tust es gibt schöne letzte worte bruder riese schöne letzte worte wie man vom neuen geboren wird so dass man bekehrt wird wie man den herrn jesus annimmt also gibt ja die menschen und will dass die menschen eben nach dem tod alle bei ihm sind in der schönheit in der herrlichkeit im himmel mit gott zusammen und aber dafür benötigt der mensch eben eine sündenreinigung hier auf der erde und dann erst kann er im himmel aufgenommen werden und das geht nur durch das opfertod durch das opferblut des herrn jesus christus dass das lamm gottes das sein leben hingegeben hat als opfer als sühne opfer für die ganzen sünden die der mensch getan hat und tut in seinem leben und somit wird der mensch errettet wenn er seine schuld von dem herrn jesus christus in gebet bereut umkehrt von seiner sündigen alten leben und den herrn jesus in sein leben einlädt und ihm sein leben übergibt und ab dem zeitpunkt ist man errettet das sei es biblisch betrachtet wiedergeboren johannes 3 vers 3 sagt der jesus wenn ihr nicht von neuem geboren wird so werdet ihr nicht das reich gottes kommen oder das reich gottes nicht sehen und so seid ihr dann errettet wiedergeboren und habt das ewige leben ab dem zeitpunkt wo ihr wiedergeboren seid habt ihr das ewige leben sicher und macht das wirklich mit ganzem herzen mit ganzer seele und ganzem glauben weil wenn ihr das halbherzig macht dann werdet ihr nicht wiedergeboren ihr müsst das wirklich ganz ernst nehmen und ihr habt dann das ewige leben kommt ihr geschenkt und seid unter gnade gottes und die kommt nicht mehr in das gericht sondern ihr wisst von dem zeitpunkt an dass sie errettet zeit und das ewige leben also sicher deswegen spielt nicht mit eurer ewigkeit es kann jede sekunde leben hier auf der erde heute nacht kann sein dass einer von euch schläft und nicht mehr auf und das war's das heißt also derjenige ist dann einfach so mit seinen sünden in den tod gegangen ohne vergebung seiner schuld und deswegen wird er aufwachen auf der anderen seite im gefängnis im hades im totenreich im feuer und wird dann für das ewige gericht aufbewahrt und dann wird er auch in die hölle geschmissen später spielt da nicht mit das ist sehr sehr gefährlich hoch gefährlich bis heute nacht wenn ihr jetzt die stimme gottes hört der euch zieht kommt zum herrn jesus christus bereut eure sünden vor ihm kehrt um und ab das ewige leben und somit überlasse ich euch jetzt und dem gott die gute nacht euch allen gottes segen euch allen guter nachgaben für alle dass die stream auch geteilt haben unterstützt haben geliked haben dann gerne die geschwister dass ihr gebetet habt für die ganze muslime auch nach dem stream ja jetzt auch nur für alle menschen die den stream gesehen haben und mit mit dabei waren auch noch mal betet dass sie dass der jesus in den ohren augen und herz und geist öffnet dass sie seine herrlichkeit erkennen und errettet werden somit sage ich gute nacht euch allen gute nacht meine Messenger uns liegen mittel nacht, tschau 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 мало jesus beden herein Leute, bitte alle den Stream teilen. Teilt bitte alle den Stream. Mein Weg ist der richtige, weil ich die Weiten erkannt habe. Weil ich ihn noch Gott gefragt habe. Weil ich gesucht habe. Ich habe gesucht. Ich habe den Heiligen Gott gefragt. Ich habe mich gedemütigt. Ich habe keine Angst gehabt. Ich habe ihn gefragt. Wer bist du? Der Gott der Bibel verspricht, es wer mich anruft, der wird gerettet werden. Aber wenn man so dagegen kämpft, gegen die Wahrheit, bin ich der Meinung, man hat sich verhärtet. Man ist dämonisch beeinflusst. Das kann auch gut stark sein. Oder man ist leider besessen. Leute, bitte alle, das kann doch nicht wahr sein. Wo sind die ganzen Leute hin? Oder nicht so. Ja, es ist noch zu früh. Die sind alle wahrscheinlich raus. Mit dem Hund. Mit den Hund. Mit den Chihuahuas. Die sind alle raus. Mit den Chihuahuas. Ja, hier möchte jemand reinkommen. Gut. Ja, ich habe eine Frage. Du hast ja hier draufstehen, der Islam ist falsch, Jesus ist Gott. Gott, wieso siehst du das denn so? Ich kann es nicht ganz kapieren so. Weil die Bibel ist das Wort Gottes. alles ist von Gott eingegeben. Und man sieht das auch eindeutig, wenn wir die Bibel lesen, so wie im Alten Testament und im Neuen Testament, erkennt man eindeutig, dass der Herr Jesus, der wahrhaftige Gott ist. Und wir sehen es auch, wenn wir es lesen in Jesaja, die ganzen Prophezeiungen, es hat sich alles jetzt erfüllt. Also das heißt, die Bibel ist das Wort Gottes, was mit Prophezeiungen sich erfüllt hat. Und wenn sich Prophezeiungen erfüllen, wie kann das sein, dass, wenn Muslime immer sagen, die Bibel ist verfälscht oder die Bibel hat Updates, aber wie kann das sein, wenn die Bibel verfälscht ist, dass Prophezeiungen sich erfüllt haben? Wie kann das sein? Bruder, Gottes Segen, Pablo. Gottes Segen, meine Liebe. Warte ganz kurz, ich muss was trinken und ich habe so einen trockenen Grund. Marlena, du bist, ist das die Marlena von gestern? Ja, ich war gestern auch dabei, genau. Ah, Gottes Segen, wie geht es dir? Danke, wie geht es dir? Ja, Gott sei Dank, gut. Ein bisschen Kopfschmerz, aber geht's? Ja, alles gut. Nee, ich hatte ja nur meine Meinung, weil guck mal, ich bin jetzt zum Beispiel Muslimin. Ah, jetzt ist er weg. Dann kommt er gleich bestimmt nochmal rein. Dann kann ich hier bloß was einstellen. ich bin so geboren und er schreibt ja das ist der falsche weg jesus ist gott also ich sehe jesus als propheten natürlich dass ich jeden seine meinung haben ich akzeptiere alles und es ist auch für mich völlig okay mein land aus dem libanon sind auch 40 prozent christen libanesen und 60 sind muslime also dort haben wir auch keine probleme miteinander so und ja jeder sieht es anders ich akzeptiere das aber ich sehe halt nicht so ganz ein dass er schreibt der islam ist falsch man kann das nicht so sagen so ist es so der islam selber behauptet ja der christ also sagt er mal so christentum ist falsch oder beziehungsweise die bibel ist falsch also es ist ja beide seiten letztendlich der islam sagt dass über die christen die christen sein bis über die muslime sind mal so ein hin und her na jetzt ist nun die große frage wie prüft man das weil es gibt ja nur eine war nicht zwei beispielsweise der koran sagte jesus ist nur ein prophet die bibel sagt jesus ist ein prophet der messias und gott na und jetzt muss man nur prüfen das ist die große sache die man machen muss suchen prüfen liest du den koran ja ich habe den koran schon ich kann kein arabisch lesen ich bin hier in deutschland geboren aber ich habe ihn auf deutsch gelesen übersetzt und meine cousine aus dem libanon hat mir den mal auf arabisch auch vorgelesen genau na ok schön schön und hast den koran komplett durch oder bist du nur dabei nein nicht komplett durch da lüge ich wenn ich das sage also nicht komplett durch ein teil halt auf jeden fall bist du schon angekommen das weiß ich nicht mehr das ist schon so lange her das weiß ich echt nicht mehr ach so also ließ du jetzt nicht mehr den koran heißt nein nein gar nicht mehr also bevor ich schlafen gebete ich halt ne bestimmten sachen halte ich mich noch dran natürlich habe ich auch meine sünden kein mensch ist fehlerfrei genau tradition mäßig heißt das noch na ja also kommen wir leben im jahr 2023 inzwischen ist so vieles modernisiert also nicht mehr alle mit kopftuch oder das ist alles tradition so manche machen es nur tradition ich bin halt modern im libanon sind viele menschen modern auch hier muslime in deutschland sind modern so ja einige sind nach sich quasi man nennt das ja modernisieren es ist es ist aber so der islam hat sich ja nicht verändert der bleibt ja gleich ist ja wohl klar wie die bibel gleich bei der islam spricht klare worte ich weiß nicht ob du das so gelesen hast also der islam ist so laut islam mühtest du schon rausfallen du würdest schon keine muslima mehr sein aufgrund dessen weil man nicht mehr fünf mal am tag betet und nicht so freitagsgebet erscheint das sind schon eigentlich ein grund das sind eine der säulen das ist ja ich glaube die fünf säulen waren das na da ist das fasten dazu warum ich kein kopftuch trage das ist meine sünde zwischen gott und mir da müssen sich andere nicht einmischen es ist ich krieg das gesündigt weißt du was ich meine ich bin nicht fehlerfrei ich bin keine perfekte muslima aber ich versuche wirklich mein bestes zu geben man weiß nicht wie ich ihnen drin bin das wissen die leute nicht die sehen das nur um bla 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 so was wäre wenn ich sag nur ein was wäre wenn ich sag nicht dass es so ist ich sag nur was wäre wenn wenn der islam doch nicht die wahrheit ist und eine andere ich sag jetzt kaum richtig in die wahrheit ich sag jetzt einfach egal welche die wahrheit ist also würde es doch heißen dann würde man nicht im paradies gehen sondern in die hölle gehen aber in die hölle wird es doch niemals landen wollen ja ich weiß nicht was dazu sagen soll also für mich ist der islam die ware also das ware so und ich akzeptiere jede meinung jeder kann machen was er will aber ich mich nicht gänsehaut weißt du was ich so traurig finde wenn ich jetzt mit muslimen rede und ich frage die muslime ja kommst du denn in den himmel ja inschallah ich weiß es nicht und das ist diese hoffnungslosigkeit du tust du machst und du weißt nicht wo du dahin gehst nach dem tod du weißt es nicht aber fragt einen wiedergebogenen nicht weil wir gerecht sind nicht weil wir besser sind sondern weil wir die gnade gottes bekommen haben weil wir an ihn glauben weil aus glauben wärst du gerettet immer es ist immer der glaube der dich rettet und es heißt auch ihr seid teuer erkauft worden weil der lohn der sünde ist der tod und du musst bezahlen du wirst eines tages vor dem richterstuhl gottes stehen und du musst für deine sünden bezahlen wie wirst du bezahlen mit den ewigen tod wirst du bezahlen weil gott ist so heilig er duldet nicht eine einzige sünde und das ist das traurige dass die die krise eifern tun und machen mit ihren werken weil sie wollen rechts gehen sie wollen diese werke sie wollen frauen sein aber sie wissen nicht ob sie ob das reicht ob das dann doch am ende rettet ne ja aber du musst mal überlegen warum konvertieren denn ganz viele deutsche oder allgemein in den islam hinein wenn das so schlecht wäre weil die keine ahnung haben nein das ist der richtige richtige weg vertrauen ich kenne einige muslime die verlassen sogar den islam weißt du warum kenne ich gar nicht bis jetzt aber in deutschland siehst du das nicht in deutschland siehst das nicht so aber weißt du wo du das siehst wo in muslimischen ländern das ist ganz stark iran als beispiel jetzt ich habe mir viel mit iraner warum weiß ich auch nicht aber wir halten hier sicher wirklich nach sondam koran so wie es ja so sein sollte und weiß wie viel da den islam verlassen ich kann ich kann da in iraner schade dass ich kein kontakt mehr mit den amt so kurz wie welchen 1 1 wieder finden da heißt kosthof und er hat mir mit tränen in den augen ins gesicht gesagt wie er da behandelt worden ist weil er den islam verlassen hat und den kristen also er hat den jesus angenommen das finde ich aber auch nicht menschen behandelt ja das tat und das hat mein herz und weißt du warum weiter kein muslim ist und dass sie und das steht aber in islam es ist nicht der mensch hat die sünde begangen darum geht es ja nicht wenn jetzt ein muslim in spielhalle geht sage ich nicht alle muslim sind spielsüchtig nein nein quatschen aber der islam unterdrückt wirklich andere glaubensrichtung wie zum beispiel surah 5 vers 51 steht drin ihr dürft christen und jungen nicht als freunde haben das dürfte nicht aber das ist eine sünde aber das stimmt oder ich sag mal ich will mal was sagen ich habe wirklich mit einigen muslimen geredet die waren auch wirklich ehrlich und die waren auch fair das fand ich auch sehr gut und die meinten auch das stimmt das stimmt das stimmt wir dürfen juden und christen an also wir dürfen sie nicht zu freunden dürfen mit den geschichte machen aber sie nicht zu freunden nehmen da war er nicht also ich habe das noch nie gehört und vor allem ich habe mein freund ist selber deutschpole meine freundinnen sind alle christlich fast also ja schlauer bist ja weil du schlauer bist aber der islam ist oder ändert sich nicht die zeit ändert nicht den islam nicht im originalen koran das kannst du erzählen öffnet doch den koran hast du nicht zu hause habt den jetzt zwar hier aber ich muss erst mal dafür dafür duschen gehen weil das ist sehr wichtig ach so ich verstehe was du meinst die waschung ja das ist für uns ja wichtig dachte ich habe euch den anfassen dann gehe ich duschen erst mal aber es ist so ich kann mir jetzt versprechen du kannst das ja aufschreiben 05 51 du wirst geschockt sein und ich kann dir versprechen wenn du sogar ein tafsier liest das heißt eine erklärung du weißt was interessiert ja ok und da siehst du die werden das genau so erklären aber weiß was noch drinne steht das ist jetzt für dich sehr wichtig du bist ja gerade eine frau kennst du suche 4 vers 34 da bist du bestimmt schon mal zugestuft suche 4 ist nicht weit entfernt meine ja warum was stand denn da noch mal drin dass wenn eine muslimische ehefrau mit der muslimischen ehemann verheiratet ist und der muslimische ehemann befürchtet ich rede nur vom befürchtet dass sie nicht gehorsam gegenüber allah ist nur befürchtet der muslimische gedanken kann ohne die könnte nicht gehorsam sein darf er die frau ermahnen weil die cb bett und schlag sie steckt genau so wörtlich drin in den tafsier von ibn abbas zum beispiel egal welchen tafsier du öffnest aber ich sage jetzt zum beispiel einen guten tafsier was viele kennen die bin abbas der kursen von muhammad da steht drin dass man die sogar geiseln sollen weiß es sogar es gibt sogar ein hadith das hat mir ein muslimisch voller stolz noch gesagt wirklich mir voller stolz da kommen die engel von himmel herab so drei engel und die verfluchen die frau die ganze nacht weil sie die geschäftsherke mit den ehemann bei einer nacht nicht gemacht hat warum auch immer möglich bauchschweißer egal was die verfluchen die frau die ganze nacht allah schickt drei engel aber bei dem mann nicht wenn der mann so was verweigern würde nein da wird allah nicht drei engel schicken wenn die frau sagen die ehefrau damit ich möchte mit ihm und der ehemann sagt ich habe mir geht es nicht so gut da wird aber nicht drei engel schicken und verfluchen nur bei der frau und die frauen darf geschlagen werden da steht wirklich so drin ich lüge nicht prüfe es wenn ich lügen sollte und was da macht mich ab ist fertig von mir zeigt mich an wegen verleugnen und sonstiges alles aber ja das ist so dein wissen was du an erfahrungen gesammelt hast ist auch völlig in ordnung weil jeder mensch hat seine meinung die kann man auch nicht ändern ich akzeptiere auch wirklich alles das war nicht meine meinung ist der islam der wahre weg ich würde auch niemals wechseln ich wollte nur zwei sätze sagen wenn es möglich ist wenn du wenn du und ich und ihr alle an einer krankheit erkrankt seid sagen wir in darm würde das normalisier nur wenn ihr ein blind arm erkrankt seid kommt ihr zu mir dass ich euch operiere oder geht ihr zum arzt wie es für hier ganz kripp und klar gefragt wenn ihr eine operation machen warum sollt ihr zu mir kommen ihr müsst ja zum arzt oder nicht und genau mit dem christentum islam und judentum wenn ihr eine frage habt ja der müsst ihr zum ein richtigen gelehrten wo das gelernt hat und nicht irgendwelche surren nehmen aus dem kontext reißen wie in der bibel zu töten die kinder bla 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 und aha dann geht man mal das machen doch die muslime andauern mit der gottheit von jesus das war ein richtiger ein richtiger muslime weil es gibt muss ein richtiger muslime wenn er was praktizieren will er geht zu einen gelernten und fragt ihn aus wie ist diese sache war ja okay du hast recht man geht doch dahin okay habe ich doch gemacht ja den tafsir von geöffnet denn wer ist höher ibn abbas der kosein von muhammad der einen kompletten tafsir geschrieben hat oder der imam oder muschee es gibt es gibt kein tefsir von ibn abbas siehst du das ist ja fein komm gib mir wenn du ein tefsir von ibn abbas so werde ich heute christ und jude gleichzeitig einverstanden oder denn die wieder mit jaja sofort ich werde ich verlasse den islam ich werde nein komm mal du musst deine sehle retten in christentum und islam und judentum ist es zu lügen okay aljim challenge angenommen warte warte büder dennis warte warte challenge angenommen aljim du bist christ und jude zugleich okay challenge angenommen bitte google jetzt ibn abbas nein nein nicht google nein 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 du musst es doch sehen ich kann doch jetzt nicht so nachhause kommen und dir ein buch geben nein 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 okay ich mache das fairer malena kannst du meinen gefein tun malena nein aljim jetzt warten ich mache jetzt fair play malena hast du jetzt zugriff auf google es gibt es gibt es gibt nein aljim nicht lügen es gibt über die prüfen wir machen doch fackenchecks du hast doch gesagt du bist christin jude zugleich ich möchte faktenchecks hörst du mir nicht zu malena du bist eine neutrale person du bist eine muslima bitte nein aljim schuld dir mal ganz gut hier aljim der soll jetzt geduld haben der soll jetzt keine angst haben zum beispiel ibn cathir also malena tut mir leid aber du musst nochmal unfrechst haben ausreden bitte das ist morgen bitte google jetzt auf sie bin abbas du findest sofort die bücher ich kann das doch hier sonst kriege ich hier raus nein du kannst kurz raus gehen und du bist ja noch drin ja dann google so schnell nicht angst habe nicht angst haben marlena bitte macht das gerne kurz raus schreibt jetzt eben abbas und schreibt darf es hier und du findest sofort die bücher die du kaufen kannst dazwischenreden bitte das ist echt respektlos ich habe ganz klar gesagt wenn ihr meine ich habe jetzt ich jetzt fakten ich habe ein tablet jetzt mal ja das ist das hier google ein moment ich bin doch hergekommen du hast mich nicht angst haben danach kannst du den ag wieder reinholen bitte bitte tu dem haus das ist wirklich respektlos ich bin doch gerade in seinem kopf da ist so die der der kann das nicht der kann auch immer einzeln wie bitte immer einzeln bitte mit den leuten reden sonst wird auch nicht mehr so viele leute hier rein das kann nicht sein der alle so der hat angst jetzt jude und christ zu werden ja genau hier sind wir gespräch mit marlena und deswegen konzentriert euch bitte nur auf die marlena jetzt nicht noch andere leute so moment streben mal hier die kamera so was soll ich jetzt hier eingeben ibn ibn und dann abstand leertaste also ja warte abbas also a b b a s ja und dann schreibt daneben leertaste ja ja okay warte ich bin jetzt da drauf was siehst du macht das könnte das am besten mal groß machen ja wo da denn die manchmal bitte groß moment moment erst mal die kamera drehen kleinen moment du kannst du ganz auf dein gesicht drücken und dann kannst du kamera drehen drücken also moment so jetzt so jetzt muss ich wieder anmachen ja das ist immer haben wir sagen du mal auf amazon bitte machen wir siehst du so alle akzeptieren okay und dann was ist das ist das ein buch der nennt sich das hier ebene was ja stelle sogar was ab 173 euro genau das sind das sind gelehrte sachen also die imame und ihr wissen von tafzieren verstehst du die hunde kathir ibn abbas die holen von solchen tafzieren dann erklären die den koran weil die selber den koran gar nicht erklären können an die enttäuschen und der tafsier ist von die erklärung weil die mit mohammed zusammengelegt ist zusammengelebt haben und den auch fragen gestellt haben und die wissen wie man ein wie ein richter muslim handeln soll und jetzt bitte gehen wir raus ein ein schmieders zurück weil es gibt ein tafzieren von ibn abbas schon im internet ja das ist hier über zwei mal ja diese alter sie also unter amazon unter amazon hier ja bitte da kannst du ihn dass sie selber anschauen dann drücken nicht den den ersten link ganz oben ach so ja ja genau ja der sollte ich bei der seite ok ich muss das ist schon richtige seite gehen wir ein links versteht da da muss man so sachen drücken dann findest du alle tafzieren direkt seht aufs hier siehst du das wird auf saß warte mal hier irgendwo warte mal links 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 in der leiste oben zweite reihe da wo das rote ist also hier ne ja ok ich habe doch dann hast du alle tafzieren die es gibt und ich gebe dir jetzt zeig mal her bitte die mann her jetzt das ist ja einfach ja sagt man da ein gel allein sogar dass sie einer der bekanntesten aber macht man drückt mal auf das und der finet ja kann sie seite auf deutsch machen wenn du auch gerne möchtest ne sony drückt noch mal drückt noch mal okay nein der uni darf jetzt bitte dieses uni hier oben ja da macht es einmal richtig gut drauf da kommt dann der leiste einmal durch einmal durch einmal noch mal noch mal ja jetzt nein der täte runter glaube ich gedrückt nein nein du musst oben drücken oben ja hier warte mal ja ja das ist das ist das doch drückt noch mal ja dann ist das meine verbindung oder die leiste wenn ich auch dass du das doch nicht anfassen so nicht aufs hier so nicht aufs hier so nicht aufs hier solcher traur für die suniten genau jetzt direkt die bin aber es hat man ja das ist die bin aber so jetzt drückt mal in dem mal links 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 jetzt drückst du bei so da der alpha tier drück mal drauf und jetzt die vier das ist die suche vier und jetzt darunter was ist das vers guck mal drunter das ist auch erst wird noch erst 34 drück mal drauf die zahl 34 ja nein 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 du hast aufs suche gedrückt wieder aufs suche drücken aber hier steht doch suche 4 suche 4 suche auf die vierte suche hier hoch ja warte 4 4 an der nissel genau genau jetzt darunter steht wer es da drauf drücken und darunter steht fers fersnummer da wo die 1 ist nein nein du hast so weiter drunter nein ist lieber noch auf den zoom an die rammel an der tablet moment ach scheiße jetzt bin ich komplett raum macht macht dein handy kurz weg mach mal wieder von neu erwarte oder ich mach das verbinden gefunden hat ich bin wieder drauf moment macht wieder großbruder denn jetzt gehen wir hier hast du okay jetzt hat runter geht mach mal ranzoom ranzoom mit den tabletten auf er ist ja hier drücken auf den 1 auf die 1 ja auf dem pfeil neben die 1 34 34 jetzt drückt rechts ein bisschen rechts rechts jetzt drückst du warte display display jetzt kommt das arabische dass das ist ja auch arabisch das hier und das englisch drückt warte zeiten die mann her ganz unten siehst du warte hat sie ganz und nein nein nicht nasen so was steht bei dir da steht auch englisch drücken auf deutsch ganz unten ganz unten ja ich sehe ja ja drück auf deutsch weil dein eigenes internet übersetzt ist auf deutsch jetzt ist auf deutsch jetzt liest mal vor was das steht der erklärt dieses buch ist 34 männer sind für die frauen verantwortlich sie sind dafür verantwortlich das ordnungsgemäß verhalten der frau zu überwachen denn allah hat eine von ihnen erschaffen die männer durch vernunft und die frau durch vernunft und die aufteilung von beute und gütern um die anderen zu übertreffen die frau und weil sie von ihrem eigentum für den ach ja okay jetzt komme ich durcheinander warte nicht schlimm nicht nur ganz langsam die ist einfach die ist einfach davor aber jetzt wo bin ich hier stehen geblieben er sagte jene frauen die freundlich zu ihren ehemänner sind sind die gehorsamen sind alle im bezug von ihrer ehemänner gehorsam und beschützen ihre eigene person und die und den reichtum ihrer männer jetzt weiter im moment er hat ihnen erfolg gegeben hat dies zu tun was diejenigen betrifft die er von ihnen fürchtet er kommt ihn achten so viele würde ich gar nicht kapitel ist ganz so ruhig ganz so ruhe ganz kurz bitte ich bin das nicht was gegenüber im bett erbarmt sie durch heiliges wissen und den koran und verband sie in getrennten betten wendet euer gesichter von ihnen im bett ab und gieseln auf milde über reise weise geisel über der übertriebene weise genau weil man wenn die frauen eine repression sind also nur befürchtet dass die allein nicht also die ehemänner gehorsam sind sind automatisch dann nicht alle gehorsam dann darf der sie ermahnen mit dem koran dann entmeiden im ehebett kein gesicht schenken nichts die strafe und die dritte sache geisel schlagen beim koran steht da drin schlag sie meint sie im ehebett und schlag sie und jetzt dass sie hat das erklärt und ich und er ist erklären ja alle das ihre na so da sehen wir ganz klar die das sie also die imame gewesen diese das ihre und dann erkennt ihr es auch so heftig aber wirst du dass das steht der koran diese hojas haben doch ihr wissen nur aus interessieren die könnte auch den koran doch gar nicht selbst erklären wie denn auch dann sagen die aber arabisch nee ein tafsir guck mal da oben ist auch das arabische ein tafsir kannst du übersetzen das ist doch nicht der heilige koran also kannst du die bekanntesten sowieso ibn abbas al-jahrelein iqtubi das sind die bekanntesten dass ihre eine der bekanntesten und besten sogar ja dann gerade für sunni für schia habe ich auch noch welche aber gerade für die sunni 90 prozent der muslime und ibn abbas ist der kursen von mohammed und bruder danny du kannst dich wieder groß machen und du weißt der andere hat doch gerade gesagt na ja der hat doch gerade gesagt es gibt kein das hier von ibn abbas wenn es ein tafsir von ibn abbas gibt ich werde jetzt christ und jude wo ist er denn ich will jetzt dass der christ und jude wird ich will auch noch mal was sagen du musst dich selbst entscheiden es bringt guck mal wir können dir so viele quälen zeigen dies und das du selber muss dich entscheiden und ich rate dir geh auf deine knie geh noch mal auf nummer sicher öffne dein herz und fragt gott bin ich auf den richtigen weg welcher gott bist du wir können jetzt stundenlang verse zeigen stundenlang aber du selber musst dein herz öffnen bist du eine suchende was passiert wenn du heute sterbst wo gehst du denn hin wenn du heute sterb inshallah ich weiß es nicht wo gehst du hin wenn du heute in den ewigen tod ist und darüber sollten wir gedanken machen denn es geht hier um die ewigkeiten kein muslim kann dir das beantworten frag frag alle muslime die du kennst wo gehst du hin wenn du sterbst inshallah die barmherzigkeit allers ich gehe in den himmel ich gehe nach hause die sagen immer inshallah weil im koran steht so allah will wird er dich recht ein so allah will wird er dich in irre so allah will genau ich werde meine religion nicht wechseln jemand meinte ich soll meine ich würde meine religion wechseln das ist deine entscheidung das ist ja meine entscheidung hast du denn noch irgendwelche fragen weil dann hole ich jetzt mal andere leute rein momentan habe ich jetzt ja alles dann wünsche ich dir gottes segen möge der herz deine augen öffnen und ja gottes segen ja euch auch ja gottes segen wir nicht stunden lang reden pablo und stunden wir müssen das eigentlich das bringt wir wollen auch dass die leute das weil wir jetzt stunden lang mit einer person reden nein das muss schnell gehen zehn minuten zack okay verstanden dann wieder einen neuen rund zehn minuten zack das bringt nichts und da bist du da leute ich möchte was sagen muslime verlassen muslime an alle muslime die jetzt hier drin sind verletzt den islam rettet eure seelen kommt zu den händen an die 240 zuschauer an die ganzen muslime die das jetzt sehen kommt zu den lebendigen gott er wird euch das ewige leben geben aller ist nicht dort und aller wird euch auch nicht das ewige leben geben nur frieden durch den herrn jesus christus muslime und darüber solltet ihr euch gedanken machen ihr habt nur dieses eine leben muslime ihr könnt doch nicht einfach roulette spielen und sagen ja inshallah vielleicht komme ich in den himmel ich will doch wicherheit haben hundertprozentige garantie wenn ich heute in den tod hier dass ich land gottes was für euch stellvertretend am kreuz gegangen ist und am dritten tag auferstanden ist aber ihr muslime ihr glaubt ja nicht dran und deswegen werdet ihr auch verloren gehen gott widersteht den hochmütigen den demütigen den gibt der gnade und es ist einfach traurig muslime dass sie in diesem zustand sterben weil wenn ihr nicht wenn ihr nicht glaubt dass ich es bin sagte jesus christus so werdet ihr in euren sünden sterben punkt fertig aus und es ist einfach und ich sage auch das immer wieder es ist schrecklich in die hände des lebendigen gottes zu fallen sondern ich möchte euch einige verse vorlesen muslime es steht geschrieben in römer herzen 12 zuhören muslime zuhören atheisten so werden nun ein jeglicher für sich selbst gott rechenschaft geben und wir haben einen heiligen gott wir haben einen gerechten gott eure ganzen schimpfwörter die hier die ganze zeit sagt eure bösen gedanken also missetaten trennen euch vor euren gott und darum werdet ihr auch alle gerichtet werden weil ihr müsst bezahlen ihr müsst für diese sünden die ihr getan habt müsst ihr bezahlen aber ihr habt keine gottesfurcht ihr habt euch euren eigenen gott gebastelt aber mein gott in der bibel ist heilig und duldet nicht eine einzige sünde so und deswegen rate ich euch muslime demütigt euch öffnet euer herz ihr geht noch mal auf eure knie gerade an die suchenden an die nicht suchenden die gehen so oder so verloren ich rede an die suchenden an die suchenden die wirklich gott suchen die wirklich auf der suche nach der wahrheit sind nicht die verstockte herzen sind nicht die tausend mal in christlichen streams reingehen und immer wieder die gleiche fragen stellen solche leute sind nicht suchende leute sondern aufrichtige leute die das hinterfragen die suchen die wirklich gemeinschaft haben wollen mit diesem lebendigen gott warum soll ich muslime meinen stream rein holen die bei zigtausend christen reingehen und immer die gleiche frage stellen was habe ich jetzt davon das bringt keine früchte unnützliche streitgespräche meide sie führen zu nix so ich habe es gerade vorgelesen römer römer 14 12 und auch prediger 12 14 denn gott wird alle werke vor gericht bringen das verborgen ist es sei gut oder böse was meinst du was meint ihr muslime oder atheisten jedes wort was ihr hier geredet habt also beleidigung euer hass eure gewalt alles was ihr getan habt dafür werdet ihr gerichtet werden dieser heilige gott duldet nicht eine sünde und ihr werdet dafür rechenschaft ablegen müssen für eure sünden für eure böse taten für eure missetaten und deswegen rate ich euch macht euch darüber gedanken denn es geht hier um die kostbare ewigkeit wie lange lebe ich wie lange habe ich noch zeit das ist eine gute frage und eine berechtigte frage vielleicht erleidest du morgen an ein herzen fach du bist nicht aufrichtig wenn du die ganze zeit gegen die gottheit des jesus ankämpfst und behauptet die bibel sei verfälscht ihr seid nicht aufrichtig ihr seid nicht ehrlich es ist eine verstocktheit in euren herzen und darum werdet ihr zugrunde gehen und wir werden sehen wir werden sehen wir werden eines tages sehen wer der wahrhaftige gott ist und ich sage euch muslime kommt doch rein und traut euch doch und sagt doch wenn ich lüge soll gott mich soll gott meine augen blind machen traut sich das ein muslim zu sagen an alle muslime traut ihr euch das zu sagen kommt jetzt rein und sagt wenn ich lüge wenn ich lüge über die bibel erzählt soll gott meine augen blind machen dass ich nie wieder das tageslicht sehen kann das lässt sich keiner trauen weil du solltest den namen des herrn nicht missbrauchen traut sich das ein muslim hier rein zu gehen und sagen bei den allmächtigen gott wenn ich lügen sollte soll gott mein augenlicht nehmen nein traut euch nicht weil ihr da angst habt deswegen ich würde es auch nicht tun du sollst den namen gottes nicht missbrauchen und gott lässt sich nicht spotten muslime glaubt es mir der jesus christus seit lang gekommen vor 2000 jahren hat es für dich getan weil er dich unendlich liebt er liebt dich unendlich aber er wird wieder kommen um dich zu richten und deswegen muslime ihr könnt auch lachen alles gut lacht ihr könnt die ganze zeit lügen erzählen und täuschungen erzählen hier in eurem chat und die leute verführen die leute täuschen das könnt ihr machen aber dafür wird auch eines tages dann abgerechnet werden und dann haben wir haben einen heiligen gott er euch nicht ungerechte werden das reichgottes nicht erben und da könnt ihr auch lachen lacht mal weiter lacht ich will euer lachen weiterhören ich will dass ihr einfach nur mehr lachen weil ihr werdet weil guck mal dass es das traurige ist dass ihr dann in die hölle geht lacht immer weiter immer weiter lachen weil wir haben einen heiligen gott und dieser heilige gott lässt sich nicht spotten so ich habe es gerade vorgelesen prediger 12 14 denn gott wird alle werke vor gericht bringen das verborgen ist es sei gut oder böse es wird aber ein unbarmherziges gericht über den ergehen der nicht barmherzigkeit getan hat das wird sehr schrecklich sein muslime das wird sehr sehr schrecklich sein feuer hochmut feuer stolz für eure bösen werke und alles was ihr in der finsternis geredet habt das wird im licht offenbart werden und deswegen werden wir sehen du bist gottlos ja ja das sagt einer der selber nicht nach dem islam lebt wir wissen dass da antichristliche geister am werken sind dass da dämonen am werken sind die in die menschen hineingehen und den herrn jesus beleidigen das ist so leute es ist so ruft den nach wenn du das wort gottes predigst kommen auf einmal menschen die auf einmal ein hass auf den herrn jesus haben du redest über buddha alle hören zu über hindu über dies über islam alles schön und gut meinungen runde flache erde dinosaurier aliens alle hören zu sagst du der herr jesus ist gott auf einmal kommen um jede ecke menschen und auf einmal merkt man diese kämpfe auf einmal diesen hass auf einmal diesen sport auf einmal das sind menschen da gehen dämonen rein und ja und die dämonen benutzen das auch ist leider so deswegen ich sage es euch muslime ihr müsst euch darüber gedanken machen ich sage euch aber dass die menschen müssen rechenschaft geben am jüngsten gericht von einem jeglichen unnützlichen wort das sie geredet haben und das wird schrecklich sein das wird ein schreckliches gericht sein das verspreche ich euch so leute noch mal alle den stream teilen und noch mal alle den stream liken so ich nehme jetzt wieder ein anderes bild ich komme gleich eine minute zwei minuten ich bezeuge dass es keinen gott gibt außer allah und ich bezeuge dass niemand mit recht und wahrheit angebetet werden darf außer allah und ich bezeuge dass muhammad sein letzter diner und gesandter ist und dazu bezeuge ich noch dass isa jesus ibn mariam auch der gesandter das bringt deine gebete deine fluchgebete das wird dir alles nichts helfen da kannst du uns verfluchen da kannst du dein gebet machen das wird dir nichts bringen abonaci leider da kannst du sagen wie du willst du hast hast in deinem herzen du hast einfach nur bitterkeit und hass in deinem herzen du meinst wirklich im ernst das kommt von gott dieser hass du hast keine liebe in deinem herzen und du hast das evangelium gehört noch einmal denn ich habe dich nicht verflucht abonaci sag doch mal bei gott abonaci sag doch mal bei gott wenn ich ein lügner bin wenn ich leben über die bibel erzähle dann soll gott mein augenlicht nehmen du sagst doch die bibel ist mal falsch oder natürlich sag doch mal fordere doch mal den allmächtigen gott heraus sag doch mal wenn ich ein lügner bin soll gott mein augenlicht nehmen er soll mich blind machen mach doch ok wenn allah nicht gott ist soll er mir mein augenlicht nehmen nein gott 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 wenn allah nicht gott ist soll er mir mein augenlicht nehmen abonaci ich sage dir komm zu den herrn jesus christus rette lieber deine seele ich sage dir rette deine seele abonaci rette lieber deine seele und bitte den herrn jesus um vergebung abonaci ich sage es dir der herr jesus christus ich sage es dir er wird dich richten 100 prozent und das sage ich euch ihr folgt einen falschen gott und ihr dient einen falschen gott abonaci guck mal jeder gott wurde nur erfunden und der einzig wahre gott ist allah ja ihr christen habt aus jesus selber gott gemacht er hat nie von sich selber behauptet er sei gott und betet mich an vielmehr sagte er ich bin gekommen um den willen des vaters zu erfüllen dessen der mich gesandt hat ja er selber hat nie davon gesagt dass er gott sei bei johannes kapitel lesen wir auch markus kapitel lesen wir auch dass er gesagt hat es gibt keinen wahren gott außer dem einzig außer dem einzig waren außer dem einen ja das ist der teurik den jesus gepredigt hat die kirchenväter haben aus ihnen oder die pharasee haben aus ihnen später die trinität erfunden und gesagt jesus ist gott obwohl im ersten mose kapitel steht ihr sollt keine anderen götter nehmen ja sollt keine anderen götter nehmen außer dem einzig waren gott ja höre israel dein gott ist einer ja und das ist halt die sache das wollt ihr nicht verstehen ihr christen und deswegen werdet ihr für ewigkeit in jahinnem sein allah subhanahu wa ta'ala sagt im koran und für die ungläubigen haben wir schmachvolle strafe bereitet auf ewig daran zu bleiben und das ist euer ausgang und das ist traurig dass ihr allah subhanahu wa ta'ala verleugnet obwohl er euer gott ist obwohl er obwohl jesus ihn angebetet hat im markus kapitel er lief er lief drei schritte nach vorne und fiel auf sein angesicht wer ist laut islam der erste und der letzte du hast behauptet jesus jesus hat nicht gesagt er ist gott ich habe dir jetzt einen beweis gegeben ja ich bin der erste und der letzte und du hast selber gesagt er ist der letzte aller gesunden wenn was machen wir jetzt er sagt doch auch was ist älter der koran oder die bibel das ist wie wenn du mich fragst was ist älter die bibel wir kennen die antwort was älter ist die bibel ist älterste koran richtig aber der koran kam ja 600 Jahre später beziehungsweise 800 Jahre später 640 Jahre nicht 800 ich weiß nicht was ja aber datiert wurde es im 8. jahrhundert und wer hat euch prophezeit gibt es einen archäologischen befund was älter zu können und die hadith sind wer euch prophezeit die einen archäologischen befund und bitte nicht mit der bibel antworten die bibel prophezeit euch nicht musst du anrufen dann ruf nochmal an dann komm zum islam rette deine will niemals komme ich zum islam ich werde niemals zum islam kommen viele sagten niemals und allah hat sich recht geleitet abonaci 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 demütigen du musst dich erstmal demütigen du bist sehr hochmütig ich bin nicht hochmütig es ist auch sehr lustig mit dir zu reden aber ich würde weinen weil ich muss weinen um dich weil du gehst verloren du wirst deine belohnung nicht bekommen du kriegst keine belohnung aber laut koran seid ihrs warte bitte komm ich sag dir ehrlich ich sag dir ganz ehrlich wenn du denn in den ewigen tod gehst da werden nicht 72 frauen auf dich warten da werden 72 da steht ja auch nicht im koran da steht ja auch nicht im koran dass wir 200 schwanken aber egal abonaci 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 nein es ist einfach nur traurig du bist ein sturkopf was ist daran traurig du wirst verloren gehen abonaci ich folge jesus mehr als du ich folge jesus mehr als du jesus jesus hat gefastet wie die muslime hat gebetet wie die muslime seine mutter trug kopftuch er trug bad abonaci hör auf abonaci er hat nun die lehren der gütze und jetzt kommen die christen und sagen wir folgen jesus wo folgt ihr jesus ihr heuchler wo folgt ihr jesus wo wo mit was mit schwein abonaci 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 Wahrlich, dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, eine Rechtsleitung für die Gottesfürchtigen. Es gibt keinen Zweifel an diesem Buch, eine Rechtsleitung für die Gottesfürchtigen. Allah sagt mit dem Koran Abunaji, was machst du denn da? Ich rezitiere dir den Koran, damit du ihn verstehst, vielleicht berührt es dein Herz. Nein, Abunaji. Abunaji, ihr wollt, dass dies seid, aber das Jenseits ist besser für euch. Deswegen folgt dem Weg des Monotheismus, so wie wir die Schriften Ibrahim und Moses gegeben haben. Abunaji, Abunaji, du hast sehr viel Hass in dir, Abunaji. Du musst erst mal gereinigt werden von dem Herrn Jesus Christus. Du hast sehr viel Hass in dir. Ich habe dich nicht einmal beleidigt. Nein, nein, Abunaji, du hast noch ein Bild, du hast ein Bild, wo du dann mit so Pixa gesagt hast, ich bin gekommen, um die Kufat zu... Aber ich habe das gelöst, aber ich habe das gelöst, den ich. Ja, aber warum macht man sowas, Abunaji? Wo kommt das nicht mehr? Auf was beziehst du dich? Wo kommt dieser Hass her? Diese Gewalt, Abunaji. Ich werde täglich von Christen bedroht, deswegen muss ich... Ja, ja, du wirst täglich von Christen bedroht. Wer bedroht dich denn? Es gibt einige Christen, die haben es auf mich abgesehen, aber Alhamdulillah, die kennen mir auch. Einige Christen haben es auf mich abgesehen? Was denn? Was zum Beispiel? Aber können so viele kommen, wie die wollen. Ich bin immer unterwegs, die jeder weiß, wo ich bin. Ja, aber welcher Christ bedroht dich denn, Abunaji? Da gab mal einen, der hat mich bedroht, aber das hat... Kein wiedergeborener Christ würde dich bedrohen. Ich kann dir sogar die Nachricht verändern. Und habe gesagt, Gott, ich will dich kennenlernen. Welcher Gott bist du? Offenbare dich mir. Okay. Jesus ist allmächtig, laut deiner Meinung, oder? Ja, ich bin allmächtig. Okay, Jesus allmächtig. Warum muss er sterben, um Sünden zu vergeben? Weil wir reden hier von Allmacht. Wir reden hier nicht von einem Gott, der begrenzt ist. Das Fleisch, der Sohn, Gott kann doch nicht sterben, Abunaji. Gott ist auch kein Mensch, er wurde Mensch. Er wurde Mensch, okay. Und seine Allmacht hat er abgelegt dann, wenn er Mensch wurde, oder? Philippa 2, ich lese dir das jetzt vor, Abunaji. Hat Allah seine Allmacht abgegeben, Abunaji, Abunaji. Hat Allah seine Allmacht abgegeben, wo er ein Bein wurde. Allah subhanahu wa ta'ala erhaben über seinen Fohn. Philippa 2, bitte zuhören. Ich möchte dir Bibelferse geben. Also, Philippa 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht wie ein Raub festzielt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde, wie die Menschen, in seiner äußeren Entscheidung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Amen, Bruder. Was für eine verfehlschte Schrift. Und in der Suche wissen wir auch, dass da steht, da ist ein Schenkloch von ihm, werden wir uns verbeugen. Ich glaube, Suche 68, Vers 42 war das. Ja, und Allah zeigt sein Bein. Und weiter, wie dieses Bein aussieht, Allah auch. Ja, siehst du, du, gibt es zu, dass jetzt Allah sein Bein zeigt. Also, hat er da seine Einmacht abgegeben, wo er sein Bein entblößte? Wie er aussieht? Ja, warte mal. Dann, wenn du dich über sowas lustig machen willst, ja, dann musst du... Was? Siehst du, Abo Margin, du redest extra so, weil du denkst, wir haben keine Ahnung. Ich habe kein Problem damit, dass Allah... Okay, jetzt, aber ne, davor, vor ein paar Minuten hattest du ein Problem. Zeig mir einen Beweis, wo Allah ein Schienbein ist. Jetzt habe ich dir den Beweis gegeben und du siehst, er ist ein Bein. Jetzt ist die Frage, rasiert oder unrasiert? Dazu, du bist ein Schätan, ja? Rasiert oder unrasiert, was sagst du? Was ist mit Jesus, der Windeln tragt? Warte, rasiert oder unrasiert, der Abo oder Strumpfler? Was hat der? Was hat der? Annalts, zeigt doch sein Bein. Was hat der? Rasiert oder unrasiert? Was sagst du? Was denkst du? Unglaublich. Die beten einen Menschen an, der von Juden geklechtet wurde. Von Juden, von Jürgen, von Jürgen. Abou Margin, warte, Gott. Abou Margin, warte, Gott. Am Kreuz, am Kreuz, am Erd, am Jürgen. Was verstehst du daran nicht, dass wir sagen, Gott wurde Mensch? Warte, bitte, was verstehst du daran nicht, dass wir sagen, Gott wurde Mensch? Das macht keinen Sinn, Gott wurde Mensch. Gott ist nicht wie wir. Warte, bitte, 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 bitte. Hör mal zu, Abou Margin, hör mal zu. Habe ich dich kaputt gemacht, oder? Abou Margin, du hast niemand kaputt gemacht. Hör mal zu, hör mal zu. Du Männchen an, Beta. Hör mal zu. Stein an, Beta. Stein an, Beta. Warte, Stein an, Beta. Nein, 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 Bein an, Beta. Bein an, Beta. Nein, nein, Abou Margin, wir beten wenigstens den allmächtigen Gott an. Du bittest ein Bein an, Abou Margin. Rasiert oder unrasiert. Du bittest ein Bein an, Abou Margin, Abou Margin, Abou Margin, Abou Margin, was verstehst du nicht bei dem, was dir der Bruder vorhin vorgelesen hat, Philippa 2,5? Ich glaube, dass du... Warte, hör doch mal zu, hör doch mal zu. Er wurde Mensch und wurde hundertprozentig Mensch. Und das, was du da sagst, ist alle nur Provokationen, aber ändert nichts daran, dass er Mensch wurde. Du solltest ja mal losgehen und mir die Quelle bringen, wo beweist, dass die Bibel verfälscht ist. Schaut im Koran. Ja, zeig's mir. Mach mal auf. Diejenigen. Diejenigen. Nein, der soll nicht aus dem Koran zählen, er soll nicht aus dem Koran zählen, er soll nicht aus dem Koran zählen. Nein, Bruder, das ist falsch. Er muss dir eine Quelle geben, wo die Bibel verfälscht ist, aber nicht aus dem Koran oder halt diesen zitieren. Und nicht irgendwelche... Die Bibel verfälscht, unter allen muslimischen Konsens gibt es, dass sie sagen... Ja, aber das ist ein Konsens für euch, aber ihr habt keinen Beweis. Zeig mir mal den Beweis, der darauf kommt. Bruder, der nimmt die Nächsten hoch, der ein offenes Ohr hat. Der bietet gerne ein Bein an. Aber Margin, da steht mit dem Mund verfälscht. Da steht nicht, dass die Bibel verfälscht ist. Hör auf, bitte. Was soll ich mit einem reden, der gerne ein Bein anbietet? Hier, Samirikaz hat eine Frage, die ist schon vielleicht suchend. Und dann sollen wir die Chance lieber geben. Samirakz, bitte die auch gleich hoch. Ganz, nur kurz, okay? Also ihr sagt, es macht Jesus Gott, wenn er Blinden heilt und... Nein, er behauptet, er ist Gott. Wie? Er sagt, er ist Gott. Er hat auch selber gesagt, er ist Gott. Er hat gesagt, dass er Gott ist. Und man hat es an seinen Eigenschaften noch gesehen. Er ist Gott. Okay, ich werde euch einen Vers geben, ist gut. Von Koran. Wir wollen den Vers haben. Und dann sagt mir... Und dann sagt mir... Warte, egal welchen Vers du mir gibst, Philippa 2 bis 6 bis 8 dabei, bitte lesen, ja? Das ist die Antwort. Ich kenne schon die Frage, schau es nicht. Bitte lies erst Philippa 6 bis 8. Guck jetzt. Philippa 2, 6 bis 8, bitte lies erst das. Dann geh auf den Bibelvers, den du geben willst, okay? Nein. Guck jetzt, sag mir... Bitte, lass mich jetzt ausreden. Nein, du musst Kontext lesen. Wenn du es ernst meinst und suchen bist, dann bitte Philippa 2, 6 bis 8 lesen und dann erst das lesen. Aber guck mal, ich zeige dir, dass der Islam... Du kannst mir gar nichts zeigen. Du kannst erst Philippa 2, 6 bis 8 lesen und dann die Bibelverschung. Lass mich doch ausreden, Mann. Oder lass mich doch ausreden, Mann. Jemand ist gleich mit dir. Jemand ist gleich mit dir. Du lass nie... Niemands ausreden, guck mal. Ich hab kaum mit dir geredet, also erzählt kein Quatsch. Lass doch ausreden jetzt, was ich sage. Guck mal, der Koran bestätigt... Ihr sagt ja, der Koran ist 600 Jahre später offenbart worden. Und wie kann das sein? Guck mal, im Koran steht, in Surah Al-Aqman... Ja, du kommst in den Koran, was interessiert mich das? Warte, warte, warte. Ja, was im Sinn hat das? Warte, Mann. In Surah Al-Aqman, in Vers 49 steht er, und er wird ihn schicken als einen Gesandten zu den Kindern Israels, zu denen er wird sagen, gewiss, ich bin ja mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen, dass ich euch aus dem Leben etwas schaffe, was so aussieht wie die Gestalt eines Vogels. Und dann werde ich ihm einhauchen, und da wird es ein wirklicher Vogel sein. Und ich werde mit Allahs Erlaubnis den Blindgeborenen und den Weißgefleckten heilen, und werde Tote mit Allahs Erlaubnis wieder lebendig machen. Und ich werde euch kundtun, was ihr esst und was ihr in euren Häusern auffallt. Und was interessiert mich jetzt dein Koran? Darin ist wahrlich ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid. Was interessiert mich jetzt dein Koran? Was hat das jetzt damit zu tun mit der Bibel, dass sie jetzt verfälscht ist? Was hat das jetzt damit zu tun? Woher war es Mohammed? Aus dem Banner, was der Evangelium? Woher weißt du das? Thomas, war das Thomas' Evangelium? Woher weißt du das? Thomas' Evangelium? Das war, glaube ich, Thomas' Evangelium. Und ich sage dir, aus dem Thomas' Evangelium, lest das Thomas' Evangelium, das ist schon 600 Jahre oder ein paar hundert Jahre vorgeschrieben, lest es, oder du sagst, keine Ahnung, musst du gucken, lest es, und dann weißt du es. Der Koran, da, da sagt der Koran. Nein, das sagt das Thomas' Evangelium. Bruder, das ist ja kein Sinn, der ist ja ganz schwer. Das ist ja kein Sinn, Mann. Bruder, lest mal bitte einmal, Hebräer 1.8, lest mal bitte. Was soll ich lesen? Hebräer 1.8. Guck mal, ich brauche eigentlich nichts mehr zu sagen, weil ich habe euch ganz klar gesagt, Du hast gar nichts bewiesen. Gar nichts bewiesen hast du? Gar nichts bewiesen hast du? Thomas' Evangelium? Nein, was hast du zugelegt? Und dieser Paulus hat gesagt, ja, was interessiert mich das? Was interessiert mich das? Ja, was interessiert mich jetzt dein Koran? Wie? Du redest ja kein Beweis, dass die Bibel verfängt dir rauskommt. Du sagst, wir bieten einen Stein an. Ja, du bittest mich. Ja, tust du doch. Nein, mach ich nicht, ich bitte Allah. Aber guck mal, möge der Himmel wirklich sichern. Ja, ich hoffe, eines Tages wird er die Wahrheit erkennt. Nein, bitte, bleib, kein Argument. Aber von den Sohnen, dein Thron, o Gott, wärt von Ewigkeit zu Ewigkeit der Scepter eines Reiches. Warte, warte, warte. Hebräer 1.8, pass auf. Aber von Sohnen, dein Thron, o Gott, wer ist denn damit gemeint, o Gott? Ja. Aber von dem Sohnen, dein Thron, o Gott. Das ist der Herr Jesus. Ja, siehst du. Jetzt haben wir Samiraks. Der Herr Jesus, der Gottes. Ja, hallo, erstmal. Du hast eine richtige Frage. Erstmal eine kurze Frage. Habt ihr die Bibel komplett vollständig gelesen? Ja, wir sind sehr gelesen da drin, ja. Aber wir sind nicht allwissend, ist ja wohl klar, ne? Aber wir sind sehr, sehr gelesen. Okay. So Gott will, kann ich eine Frage beantworten. Okay, also, ähm... Erstens habe ich die Frage, ist die Bibel eins zu eins zu verstehen? Was meinst du eins zu eins? Oder gibt es eine Auslegungsfreiheit? Also kann man die... Äh, ja, Auslegung. Also, weil manche Bibelstellen, die sind wirklich eins zu eins zu verstehen und manche Bibelstellen, die sind mit Metapher geredet. Mhm, okay. Du weißt ja, was eine Metapher ist, ne? Ja. Also, ähm... Also ich habe hier die Bibel hier vor mir. Ja. Und ich habe mir halt so ein paar Stellen markiert. Ja, bitte. Und zwar, äh, Matthäus 27. Ja, was steht? Ähm, also... Kennst du die Apostelgeschichte? Also mit Judas und so? Und da steht zum Beispiel... Wie, wie sagst du das nochmal? ...die Apostelgeschichte mit Judas, also wie er Selbstmord begeht. Ja, ja, genau, ja. Genau, und da steht doch, ähm... Sekunde... Dass er... Sekunde... Dass er sich erhängt hat, ne? Richtig. Dass er das Wort in dem Kumpel war. Richtig. Und sich erhängt hat. Richtig, am Baum. Genau. Und dann gibt es nochmal... Eine Stelle, wo es an den Gedämmen am Boden liegen. Genau. Genau. Die Matthäus ist doch älter als Apostelgeschichte, richtig? Also das Evangelium ist doch älter als Apostelgeschichte. Und da ist doch eine Zeit vergangenen, wo Judas sich erhängt hat. Was passiert mit einem Menschen, wenn er verwest? Der wird brüchig. Und wo er sich erhängt hat, ist er irgendwann... Das sind ja einige Tage, wenn nicht sogar Monate vergangen... Dann zack, geht sein Körper kaputt. Also verwest, ne? Und dann ist dann eine Gedämmen auf dem Boden gelandet. Das ist die Antwort. Aber da steht, dass er kopfüberstürzte. Ja, genau. Der hat seinen Kopf... Der ist ja erhangen, ne? Und das ist alles runtergefallen. Der ist runtergefallen. Seinen Körper verwest. Ja, das muss man so ein bisschen genauer erklären. Es ist ja so, dass ein Toter, ein Hängter oder ein... Jemand, der eben exekutiert wurde in Jerusalem, über die heilige Tage nicht sein darf. Und es war ja damals Passafest. Und dann haben die eben den Judas abgenommen und dann über die Mauer von Jerusalem gefallen lassen. Er musste raus aus Jerusalem, über diese heiligen Tage. Und er wurde gestürzt und seine Gedärme sind dann halt verteilt worden. Weil, wie der Bruder Pablo schon gesagt hat, er hat mehrere Tage schon gehangen und das Gewebe seiner Haut und seiner Muskulatur war schon aufgelöst. Deswegen, wenn du einen Toten, der schon länger verwest ist, einfach irgendwo fallen lässt von der Höhe, dann kommt alles raus. Das ist zerberstet. Das klingt ja beschleunigt. Das ist eine Ergänzung. Kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung zu der anderen Geschichte. Er hängte sich und später wurde er über die Mauer fallen lassen. Die Juden haben ihn runtergeworfen von den Mauern in Jerusalem. Und er ist dann aufgekommen. Auf den Boden und ist dann... Seine Gedärme sind rausgekommen. Aber kurze Geschichte ist ja später passiert. Und da ist ja eine Zeit, die ja vergangen ist. Und Körper vom Frühjahr, und wir reden vor 2000 Jahren zurück, verwesen natürlich viel schneller als die heutigen Körper. Weil das Essen, was wir zu uns nehmen, lässt unser Körper nicht so schnell verwesen, weil ja so viel Chemie drin ist. Aber Körper vom Frühjahr, die haben ja Bio gelebt. Das ist ja klar, die haben ja selber angebaut alle. Und da ist die Verwesungsprozesse deutlich schneller, deutlich. Okay. Und die Hitze macht noch was aus. Jerusalem, also generell, Israel ist ein sehr heißes Land. Also über 50 Grad. Also die Hitze macht einiges auch noch aus. Okay. Und da steht aber auch, bei Matthäus 27, da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Und bei der Apostelgeschichte steht, dass er sich ein Stück Land gekauft hat. Genau. Der Judas hatte ja das Geld bekommen. Die 30 Dinar war das, glaube ich. Oder Silberschenkel, wie man das nennt. Silberlinge, ja. Silberlinge, Entschuldigung. Silberlinge. Und er hat es erstmal angenommen. Es war dann sein Geld. Aber er wollte es nicht mehr. Er hat es den Pharisäern vor den Füßen geschmissen. Die Pharisäer sagten, nehmt dieses Geld nicht an. Das dürfen wir nicht annehmen, weil das Blutgeld ist. Was haben die Pharisäer gemacht? Die haben dann einen Acker gekauft und nannten das, wie nannten das nochmal? Blutland oder Resen? Wie nannten die das Land? Blutacker. Genau. Die nannten das dann Blutacker. Und wer hat das dann letztendlich gekauft? Der Investor war Judas letztendlich. Weil die Pharisäer haben es nicht angenommen und haben es auch nicht in den Topf reingetan. Die durften es auch nicht annehmen, weil es Blutgeld war. Durften die überhaupt nicht. Da haben die einfach ein Land gekauft und nannten das Blutacker. Und ja, so war der Investor Judas und letztendlich hat er es dann gekauft. Genau. Das war immer noch sein Geld. ich investiere dir was und du kaufst es. Aber ich bin der Käufer eigentlich gewesen, weil ich habe investiert. Okay. Dankeschön. Das war's auch schon. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Gottes Segen. Tschüss. Gottes Segen. Tschüss. Sefo, ich tu dich mal raus, ja? Wenn du... Okay, Bruder. Okay. Gottes Segen, Bruder. Siefo. Ich will nicht so viele Leute hier drin haben, weil dann wird das immer so voll, weißt du? Ja, ich weiß. Ich weiß, ich kenne das. Also, äh, willst du nochmal mit den Abo reden? Ich nicht, also... Boah, Abo, Michael. Wenn, wenn keiner da ist, dann können wir den einfach kurz hochlassen. Nein. Nein, es ist immer das Gleiche eigentlich. Es ist immer das Gleiche. ist auch wieder richtig für unsere Zeit. Lass uns Michael Myers hochholen. Lass uns Michael Myers machen. Michael Myers. Michael Myers. Was hat das denn? Ja, Michael Myers. Michael Myers. Michael Myers. Michael Myers. der kämpft gegen Jason von Freitag der 13. Kennt ihr das? Das ist Bruder Reza. Du hast doch bestimmt das Entschlüssel. Sei doch ehrlich. Wer ist denn dieser Michael Myers? Der ist immer auf der Suche nach dieser Frau, um sie zu töten. Und der steht immer wieder von den Toten auf. Man tötet ihn, aber der steht immer wieder von den Toten auf und hat keine Gnade mit dieser Frau. Was ist das? Wer könnte das sein? Hat keine Gnade mit der Frau. Grüß euch, Jungs. Warte mal ganz kurz. Ich habe nur zwei Minuten. Ich wollte nur kurz was ansprechen. Warte, ich muss nachdenken. Der steht immer wieder, der repräsentiert Gott von Israel und der sucht immer Israel. Genau. Das ist der Herr Jesus, der immer von den Toten aufsteht. Die töten Michael Myers, aber er steht immer wieder von den Toten auf. Das ist die Auferstehung vom Herrn Jesus, der vom Toten aufsteht. Ja, wollte ich das sagen, Gott. Genau, und er hat immer seine Frau im Visier, das ist Israel, die er ständig heimsucht und es bestraft. Das ist schon wieder. Ja, Jesus Christus und sein Volk Israel. So, Hammad Vierte. Jungs, ich habe nur eine kurze Frage. Ich habe noch nicht viel Zeit, und zwar, um auf eure Aussage auszugehen, dieses Jesus ist Gott, ne? Ja. Ich habe jetzt die Bibel vor mir. Was sagt ihr denn zu Vers? Ich muss reinkommen, wenn du rausgehst, aus TikTok hört man dich nicht. Wer sucht gerade, glaube ich. Soll ich dir mal den Zahlen vorlesen? Ja, bitte. Oder Rete, ich frage mich manchmal, gibt es so eine Seite, wo die extra Bibelfersen reingetan haben und dann denken, das ist ein Widerspruch? Ja, es gibt solche Internetseiten. Das fand ich jetzt doch heftig. Die vergessen alle, 5, 2, 6, bis 8. Ja. Aber das ist okay. Das sind wir ja auch da, um denen das zu erklären. So gut wie wir natürlich Wissen haben, können wir denen das alles erklären. Ja, klar. Die Bibel gerade, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ich hoffe nur, dass immer ein Suchender dabei ist. Okay, Hammad, erzähl bitte. Hammad? Und Wurz? Internetseite verloren. Wo das alles drin stand, wahrscheinlich. Anstatt mal die Bibel einmal zu lesen, vernünftig, und dann sieht man, dass das der Geist Gottes ist. Ich habe die Bibel weggebracht, gerade deswegen. Also hier steht, ne? Ich kann nichts von mir aus tun. Wir reden gerade von Jesus. Ich kann nichts von mir aus tun, selbst dann, wenn ich richte. Höre ich auf den Vater und mein Gericht ist gerecht, weil es nicht meinem eigenen Willen entspricht, sondern dem meines Vaters, der mich gesandt hat. Ja, genau. Ja. Du musst da verstehen, der Herr Jesus hatte zwei Naturen. Einerseits ist er Mensch und einerseits ist er Gott. Wenn er davon redet, dass er nicht seinen eigenen Willen tun, sondern den Willen des Vaters, da ist er natürlich als Mensch dem Vater unterworfen und muss den Willen des Vaters tun. Sonst wäre er ein Sünder. Zum Beispiel wir. Der Vater sagt uns, du sollst nicht lügen. Das ist ein Gebot von ihm, vom Vater Gott. Aber wir lügen. Wir tun nicht seinen Willen. Aber der Herr Jesus als Sohn Gottes, auch als Mensch, hat natürlich vollkommen den Willen des Gottes, des Vaters getan, weil er ohne Sünde ist. Wir sind Sünder, der Herr Jesus nicht. Deswegen sagt er, meinen Willen als Mensch ordne ich 100% dem Willen des Vaters. Wir sind nicht so. Wir ordnen uns mit unserem Willen nicht den Geboten Gottes unter. Weil sie Sünder sind. Aber der Herr Jesus ist als Mensch vollkommener Mensch und ordnet seinen Willen Gott unter. Als Gottes Sohn, als Gott, ewiger Gott, muss er sich nicht unterordnen. Der ist souverän, wie der Vater souverän ist und der Heilige Geist souverän ist. Wir haben alle drei einen eigenen Willen, aber ihre Wille ist vollkommen übereinstimmend mit dem anderen, mit dem Heiligen Geist. Hast du es verstanden, Hamad? Es geht mir darum, könntest du mir das Wort Gesandter definieren? Ja, jemand sendet einen anderen, es ist entweder ein Engel oder ein Mensch. Genau. Ja. Und Gesandter wird auch übersetzt als Prophet, oder nicht? Ja, der Herr Jesus war als Messias der Prophet, Priester und König. Diese drei Ämter vereint er in sich als Mensch. Der König über Israel, der hohe Priester und eben der Prophet, der eben auch Prophezeiung ausgegangen hat, was auch eingetroffen ist. Das ist der Messias als Mensch. Aber als Gott ist der Herr Jesus natürlich allmächtig, allwissend, ewig und so weiter. Ja, aber wie kann das denn sein, dass er, das ist ja ein Doppelleben, was so gerade aufzählt? Dass der hat, der hatte zwei Naturen der Herr Jesus. Einerseits ist der Mensch und einerseits ist der Gott. Du musst das immer beibehalten. Aus welchem Land kommst du? Ich bin aus Palästina. Palästina, so. Genau. Bist du jetzt, wenn du jetzt die ganze Zeit rumläufst, bist du ein Mann oder bist du ein Palästinenser? 24 Stunden. Ich bin ein Mann, ist die Herkunft scheißegal. Ja, aber bist du nicht mehr Palästinenser, wenn du schläfst, zum Beispiel nah abends? Ja, doch. Das sind zwei Naturen, die du nicht mit dir begleitest. Ja, doch, doch, es ist so, damit du es verstehst. Ja, wir vergleichen ja gerade was ganz anderem. Ein Mensch kann nicht Gott sein. Ein Mensch ist niemals perfekt. Ein Mensch kann auch nicht Gott sein, da hast du recht, aber ein Gott kann Mensch werden, weil er allmächtig ist. Nichts ist ihm unmöglich. Ich gebe dir ein Beispiel, Hamas. Ich gebe dir ein Beispiel, du, mit der Trinität kurz erklärt, du kennst doch den Finger nach oben, ne? Ja. Es gibt doch einen Gott und deswegen den Finger nach oben, richtig? Genau. Genau. Das ist doch ein Unterarm, eine Hand und ein Finger. Ist das richtig? Ja. Drei sind aber eins. Das ist jetzt schon mal die Trinität. Gleiches zu erklären. Wir sehen dann, wie Gott ist ein Mächtig und kann auch Mensch werden. Ohne Probleme. Bedeutet, er kann sich sogar in drei offenbaren, aber eins immer sein. Ist doch kein Problem für ihn. Oder hat Allah diese Hindernisse? Aber warum sollte denn ein Gott Mensch werden? Das musst du jetzt Gott überlassen. Warum er jetzt ein Mensch werden will. Ja, aber warum? Aber dann müssen wir nur einmal lesen. Warum sollte sich Gott das antun und ein Mensch werden? Wenn er die Kraft doch sowieso über allem hat. Ja. Weil Gerechtigkeit und Gnade in einer Sache vollzogen werden müssen. Zum Beispiel, wenn du vor Gericht irgendeine Schandtat getan hast, ja, du hast zum Beispiel jemanden getötet und auf dieser Schandtat steht zum Beispiel lebenslänglich, Gefängnis- oder Todesstrafe. Und der Richter will dir die Todesstrafe geben, so wie es das Gesetz fordert. Dann ist er ein gerechter Richter und muss nach Gesetz gerecht eben strafen. Dann ist er ein gerechter Richter. Du aber fällst ihm auf die Füße und sagst, bitte, bitte vergib mir, hab Gnade mit mir. Und der Richter sagst du dir, Moment mal, wenn ich jetzt Gnade mit dir habe, dann beuge ich das Recht, das Gesetz. Dann verliere ich meine Gerechtigkeit. Dann bin ich kein gerechter Richter, sondern bin ein gnädiger Richter. Aber dazu musste ich das Gesetz das Gesetz übertreten. Sehen, das will ich sehen. Und um diese beiden Sachen gerecht und gnädig zu sein, der ist rausgegangen. Ach so, der meinte, der ist rausgegangen. Ich spüre das mal zu Ende, falls er zuhört. Ja. Und wenn der Richter gerecht und trotzdem barmherzig gnädig sein will, das geht nicht, weil es ein Widerspruch ist. Weil du kannst entweder das Gesetz vollstrecken oder du kannst das Gesetz nicht vollstrecken, aber dann bist du kein gerechter Richter. Und diese beide Systeme in eines zu vereinen, muss der Richter zwar barmherzig sein und demjenigen gehen lassen, der muss dem vergeben und sagen, okay, ich vergebe dir, du kannst gehen nach dem Gesetz, aber gehörst du aber gerichtet, ich übernehme die Strafe für deinen für dein Vergehen. Ja, das ist der Richter, muss gleichzeitig auch selber derjenige sein, der eintritt für die Strafe desjenigen. Und so ist das Gesetz dann vollkommen geworden in der Hinsicht. Es wurde das Gesetz gehalten, die Strafe wurde vollzogen an den Richter und der Richter war trotzdem barmherzig und hat denjenigen Barmherzigkeit gezeigt. So kann der Sünder gehen und das Gesetz wurde trotzdem vollzogen, nämlich mit der Todesstrafe. Bruder Pavlos, ich wollte euch noch mal was zeigen. Bruder Reza, ich habe da ein wirklich, also ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, ich muss es dir einfach zeigen, Pavlos, ich muss es einmal zeigen, vielleicht sollten auch mal die Gemeinde besuchen und guckt euch das einfach mal an, lest einfach. Warte, passt, so setze ich auf das Gesicht der Gläubigen und furze ich, was ist denn jetzt los, ich kann nicht mehr. Ich habe diesen Bericht mal gelesen früher, der ist schon ein paar Jährchen alt. Wollen wir da nicht auch hingehen? Wollen wir da nicht alle hingehen wie krank? Wie laut und zähl willst du sein? Der sagt einfach ja. Wie glücklich der auch aussieht, ne? Guck mal, wie glücklich der jetzt vor aller Helden seine... Guck mal, wie die andere genießen, ne? Der sieht so befreiend und relaxed aus, ne? Ja, warte mal. Guck mal, Dämonaustreibung neu, neu, guck mal. Guck mal, vermacht. So werden jetzt die Dämonen ausgetrieben, guck mal. Achso, so MMA. MMA-Style. So jetzt in der Gemeinde. Ohne Riss. Ja, wenn der Dämon nicht hingehen, dann muss er mit Gewalt. Da hast du Gewalt raus. Was ist das? Das hat einfach John Cena gemacht. Das ist MMA-Kampf, hier, Dämonaustreibung, MMA-Style, UFC. Das ist so unglaublich, dieser Zustand der sogenannten Christenheit, da jetzt. Einfach WWA. Ja, das ist krank. Da war so ein, so kennst du, kennst du diesen perversen Pastor aus Afrika, das ist so ein richtiger perversling, der legt sich so hin, warte mal auf, der legt sich so hin und die Frauen müssen dann mit ihrem Arsch auf sein Gesicht springen und dann so reiben und dann macht er so Halleluja, Halleluja, das ist so wie das, das ist so schlimm. Die nutzen das aus, die Gläubigen, die sind natürlich total verloren und denken, der Pastor, der macht das nun richtig und vertrauen ihm dann und der kann dann mit den Frauen da machen, was er will. wie kann man aber so, so naiv sein und sagt, das ist, das ist richtig. Hä? Was hat die Gewinner hat der das gezeigt? Die sind ja gar nicht wiedergeboren. Ja, die wissen ja gar nicht, was Sache ist. Das ist alles, alles verloren. Der Pastor ist verloren, diese Gläubigen, Frauen, die das alles machen, sind total verloren. Das ist die Laudizea, das ist der Ende der Christenheit, die Laudizea. Und der Herr Hildus sagt eben, dass er die Laudizea ausspuckt aus seinem Mund, also sehr verachtend. Und das ist auch richtig so, wenn man sich das anschaut, was die Christenheit da treibt, momentan, dann ist das die richtige Konsequenz, konsequente Art, mit dem so umzugehen und der Herr Jesus sagt eben, ich pucke euch aus. So einfach ist das. Ja, eine Katastrophe. Ja, ich habe schon so viel kaputte Sachen gesehen, also aber da ist die Krönung, das ist die Krönung. Passt du vor uns die Leute an, um sie zu segnen. Was musst du dir mal geben? Wie kaputt das ist? Wie krank das ist? Ja, ich habe auch sowas gesehen, wo er so seine Hand da, weil die Frauen stehen in Schlange und er tut dann seine Hand da richtig rein von unten und dann sagt er, ich hole jetzt den Dämon raus aus dir, warte mal. Das ist unsere tolle Christenheit. Krissia, Gottes Segen, was liegt auf dem Herz? Was liegt auf dem Herzen? Krissia? Krissia? Hallo? Und du spricht Deutsch? Ja? Entschuldigung. Ja, kein Problem. Gottes Segen, was liegt auf deinem Herzen? ist alles gut alles okay wir reden gerade über dieses thema was war denn das ja und so das war voll komisch der hat ja voll leise auf einmal dann geredet der hat gestöhnt der hat irgendwas gestöhnt habe ich nur gehört ich habe auch so ein gestöhnt ich dachte mir eben was stimmt genau dieses Baby was gestern geschrieben hat dieses Baby was aus dem Nix kam einfach so aus dem Nix kam so ein Geschrei die Dämonen können ja die Stimme nachmachen das sieht man auch im Film Exorzist aus den 70er Jahren sehr gut wie der Dämon eben die Stimme der verstorbenen Mutter von Damien nachahmt auf einmal und der Damien wird plötzlich schwach aber ich muss einmal dazu eine Geschichte erzählen Bruder Resa das war ungefähr knapp ungefähr 10, 12 Jahre warte, warte die Fitzgerald schreibt ich habe mein Handy sauber gemacht ich wollte nicht hoch ja ich wollte einfach mal sagen dazu Bruder Resa ich erzähle dir mal eine Geschichte und zwar ich habe da nachts an meinem PC gespielt und dann auf einmal höre ich mitten in der Nacht wie jemand so am Abwaschen ist aber richtig laut und dann dachte ich mir wer ist das? da mitten um 2 Uhr nachts so da habe ich geguckt und da war auch niemand und dann bin ich in mein Zimmer gegangen und dann hat meine Mutter mich gerufen einfach mitten in der Nacht da habe ich die Tür aufgemacht alles war dunkel Wohnzimmer, Flur, Küche alles war stockdunkel und ich dachte mir das habe ich mir doch gerade eingebildet gehe ich ins Zimmer und meine Mutter ruft mich nochmal aber voll auf in einer lauten Stimme und dann gucke ich so hä? habe ich das wieder eingebildet gucke ich und dann gehe ich zu meiner Mutter und meine Mutter schläft ja das sind Dämonen dann halt die die Stimme deiner Mutter nachmachen können und ja geht das über eine Miebe wenn jemand zartbeseitigt ist bei sowas dann kann er schon ein Trauma kriegen von sowas der Herr weiß ganz genau bei wem er das machen kann ohne dass derjenige traumatisiert wird und bei wem er das nicht macht der Herr weiß das ja wer zartbeseitigt ist der Herr hat dem Apostel Paulus ja auch einen Dämon geschickt damit er ihn eben mit Fäusten schlägt und so weiter wir wissen jetzt nicht ob der Dämon jetzt ob der Dämon jetzt in einen anderen Menschen hineingefahren ist und ihm dann Apostel Paulus mal trittiert hat das kann auch nämlich sein oder einfach aus der unsichtbaren Welt attackiert hat ja 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 genau das ist schon heftig da sage ich mein Bruder vor der Stolettentür aber mein Bruder schläft ja genau genau die können das sehr gut nachmachen die Stimmen die können auch so materialisieren jemanden und so weiter ja das kann das 1 zu 1 den Menschen zu zeigen Achtung da gibt es noch eine andere Welt das ist hier was ihr seht diese Welt diese vergängliche Welt ist nicht alles da gibt es noch eine geistige Welt kümmert euch darum kümmert euch darum ja einfach nicht Zeit verplänt mit der materiellen Welt ja deswegen sind die Dämonen alle in den Händen des Herrn auch der Satan im Buch Hiob zum Beispiel der der Hiob der bekommt ja diese ganzen Angriffe vom Satan dabei war das nur der Herr der dem Satan das erlaubt hat sonst hätte der Satan das nicht machen können der Herr sagte zum Satan okay geh mach das aber nur bis zu einer gewissen Grenze sein Leben darfst du nicht antasten du darfst ihn nicht töten aber alles andere kannst du ihm nehmen und dann geht der Satan und mit seinen Dämonen eben tötet er eben die ganzen Kinder von Hiob seine Tierherde alles nimmt ihm seine Reichtum seine Kinder seine Gesundheit der Satan tastet auch seine Gesundheit an der bekommt dann halt eine schwere Tod also wird der Tod krank man sagt das ist die Pest gewesen und der der Gott prüft dann den Hiob ob der Stand ja hallo du hast einen sehr lauten Geräusch im Hintergrund ja ich bin auch ich sitze im Auto deswegen ach so okay was möchtest du uns sagen ich wollte dich nur mal was fragen bist du auf dem neuesten Stand oder nicht so ganz ich muss noch ein Update machen aber also du schreibst du bist Evangelisch Christ und vor zwei Tagen haben sie eine haben sie eine eine Kirche bombardiert wie ist deine Meinung dazu ja der Gott hat das erlaubt oder weil das orthodox Christen sind bedeuten die nicht zu viel ja wenn der Herr das erlaubt dann ist das nördlich wie bitte wenn Gott das erlaubt es geschieht alles in Gottes Wille wenn Gott das erlaubt dann ist das ich bitte dich was ist das für eine Antwort das ist doch keine richtige Antwort warte 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 Gegenfrage also dann wieso stellst du dann die Hamas als Terroristen dar? ja bitte muslimische Babys sterben was sagst du das? wie bitte? warum erlaubt Allah dass muslimische Babys sterben? welche Babys? ja muslimische Babys äh beispielsweise ja warum erlaubt Allah warum ist Allah schuld oder warum erlaubt Allah das ist nicht Allah schuld das ist nur halb ihre Zeit aber warum erlaubt Allah sowas? ihre Zeit ist gekommen aber warum erlaubt Allah sowas? was ihm fragt ist das? ich 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 antworte ich ich gebe dir nur meine Meinung was da da drauf steht das sagt Hamas sind Terroristen nein warum erlaubt Allah sowas? das ist mega warum erlaubt Allah sowas? ist Allah jetzt ein Terrorist? wie bitte? warum erlaubt Allah sowas? sowas wie Hamas? warum erlaubt Allah das muslimische Babys zu sterben? warum? dass sie durchgeführt werden durchgeführt werden durchgeführt werden warum? da sehen wir schon die Heuchelei haben wir schon gesehen genau du siehst du wo ich dann über das Thema Hiob gesprochen habe mit warum Gott das erlaubt da kommt er rein der Heilige Geist bringt ihn rein und er bestätigt das siehst du in derselben Sekunde so zurück zu dem Thema also Gott erlaubt dann eben dem Satan Hiob komplett sein ganzes Leben zu zerstören seine Kinder zu nehmen seine Kinder zu töten und seine Reichtum zu nehmen und zum Schluss fällt auch noch seine Frau in den Rücken die Frau der Satan geht auch in seine Frau rein und versucht dann Hiob und sagt stirb doch endlich sag Gott auf Wiedersehen siehst du noch nicht was Gott dir antut dann fall jetzt ab von Gott und stirb endlich der Satan will den Hiob durch die Frau eben so zu Versuchungen bringen dass der dass der Hiob eben Selbstmord begehen soll und Gott Adieu auf Wiedersehen sagen soll von Gott abfallen soll und der Hiob sagt zu seiner Frau du redest wie eine törichte Frau sollen wir denn nicht das Schlechte auch annehmen was Gott uns gibt nicht nur das Gute der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen der Name des Herrn sei ewig gelohnt ich wollte einmal was sagen der eine sagt ja hier ehrenhaft dass du mich reinholst weil willst du bin aber nicht zu Hause ja die Frage ist du hast hier du hast hier fast eine halbe Million oder über eine halbe Million Abonnenten ich wollte mal fragen wie hast du da diese Reichweite bekommen hast du da vielleicht einen Vertrag gemacht mit einem gewissen Wesen um diese Reichweite zu bekommen kann das daran dass du die Reichweite bekommen hast wer denn diese eine hier hat eine halbe Million Abonnenten wie heißt sie denn nein das 60.000 60.000 aber das Millionen von Klicks wenn das wirklich J&A ist das sind richtig berühmte Leute in Deutschland also also diese J&A die posten die machen immer so einen Podcast die haben damals immer so Filme gemacht jetzt machen die Podcasts und sind richtig Fan damit und die haben mit Kevin Rock zu tun Kevin Hart zu tun und The Walk und so weiter und die ganz großen Hollywoodstars und der postet jetzt die Podcasts von denen ob das die Person selber ist weiß ich nicht aber wenn das die Person ist dann ist das jetzt heftig das ist eigentlich eine ganz große Nummer also wie du musst bedenken ja der kann heute und den wir haben kontakt zu The Walk Kevin Hart zu den ganz großen Hollywoodstars oh ok oh unser Jonas Jungs unser der gute Muslim ja ist das der der ist der ist nein 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 der ist nicht der ist nicht hier drin aber das ist der der auf andere reagiert hat ja der Typ ist drin der ist richtig hardcore satanist ja das ist auch so heftig der hat seine Seele verkauft ja der hat mit jedem ich glaube jedes zweite dritte video ein Auge jedes zweite dritte video video der ist involvierte typ aber so ist die welt dumm die dummen menschen werden von satan geleitet die masse jungen ja genau hätten die meine arbeit richtig geschaut oder die christen meine arbeit richtig geteilt dann hätten noch viel mehr dummköpfe geben schlau werden können und diese Dinge erkennen können aber weil die christennarsteller auch die meisten alle alle vertraut sind und gute köpfe deswegen geht dieses Thema vor unseren Augen weiter ihr weiß was ich nicht nachvollziehen kann leute die wirklich deine arbeit gesehen haben auch sogenannte viele christen die jetzt in den whatsapp gruppen waren in den whatsapp wo wir sind trotzdem das verleugnen das ist so krank das kann ich mir nicht vorstellen dass man das verleugnet wegen solchen müllhaufen können diese satanisten vor unseren Augen ihre sachen weiter machen ja genau die lachen sich auf tot die wissen ganz genau wo sind die die christ wo sind die richtigen gegner jetzt wo sind die christen die es mit uns auf nehmen im geistigen Kampf das ist das traurige christen sind leider ein schade oder wollen sich da segnen lassen aus afrika das ist das was die wollen nein du brauchst diese menschen nicht mehr zu beten weil die schon ihre entscheidung getroffen haben genau der jesus sagte am kreuz vergebe ihnen denn sie wissen nicht was sie tun ich vergebe ihnen denn sie wissen was sie tun es gibt keine vergebung für diejenigen die wissen was sie tun ich verstehe das nicht warum die menschen das nicht trennen können es gibt menschen die bewusst den herrn jesus abgesagt haben und mit satan jetzt im wunde sind da kannst du nicht zurück und sagen oh ich wusste nicht was Sache ist das ist unglaublich bewusste ist für denjenigen der nicht wusste was Wahrheit ist und umkehrt zur Wahrheit genau das ist so wie die Dämonen die sind doch mit dem herrn die wissen doch dass es gott gibt die können nicht umkehren weil die wissen ja dass es den herrn jesus gibt und die haben sich trotzdem gegen ihn entschieden also 100% weit kennt 100% die ablehnung so wie die pharisäer die wussten ganz genau dass der jesus die wahrheit ist und haben sich bewusst mit der lästerung des heiligen geistes gegen den herrn jesus entschieden und deswegen sagt der herr jesus für euch gibt es keine möglichkeit mehr zu muße lästerung des heiligen geistes du kannst nicht hingehen und er betet für die pharisäer der jesus sagt es gibt keine möglichkeit mehr für die und dann sagt ihr doch betet für die das heißt ihr stellt euch über den gott es ist ja auch ein problem bruder hebräer 6 4 damit haben die christen ein ganz großes problem hebräer 6 4 ein gewaltiges problem ja gut wenn man das nicht ernst nimmt in der bibel ja dann selber schuld ja sol darf f was möchtest uns sagen gottes segen erst mal wir haben ja wir haben ja letztens gesprochen du hast mich darauf hingewiesen mit dem predigen wie geht's dir mir geht's gut ich hoffe euch geht's auch gut alle Ehre dem Herrn oder ich hab eine frage aus dem wort gottes wenn es für dich kein problem ist ja bitte und zwar also ich schließe jetzt mal vor das ist aus dem lukas evangelium da heißt es ja wer dann auf dem dach ist und seine sachen im haus hat der soll nicht hinabsteigen um sie zu holen und wer auf dem feld ist soll nicht zurückkehren denkt an die frau des lot sie hat ja zurückgeguckt und dann war es für sie wer sein leben zu bewahren sucht wird es verlieren wer es verliert um meinen willen wird es gewinnen ist damit jetzt die die entrückung vor der drang sei gemeint das ist für israel wenn eben der könig des nordens und so weiter angreifen dann sagte jesus eben wenn dieses reichen geschieht dass der antichrist eben im tempel setzt und sich zu gott ausgibt und diesen götzen bild aufstellt im tempel dann kommt die drang saal zeit die zweite hälfte der siebzigsten jahrewoche daniels und das ist die schlimmste phase für israel und der herr jesus sagt wenn das geschieht sollt ihr alle fliehen keiner soll zurückschauen jeder der also auf dem dach ist der soll nicht irgendwas machen sondern bleiben oder abhauen also es gibt da keine möglichkeit mehr und deswegen sollen die israeliten nicht mehr zurückschauen sondern das tun was der herr jesus ihnen da jetzt befiehlt damit die ja noch gerettet werden die menschen gehen auf dem dach das ist symbolik dahinter beispielsweise hochwasser sonstiges so eine simpfung dann gehen die auf dem dach und haben feuer wollen sich retten menschen die angst dann gehen die auf dach wo schutz ist dann war und dann gehen die drauf nichts mehr tun einfach davon laufen zum beispiel genau die leute in der drangsalzeit können sich noch retten es gibt welche nicht alle aber es gibt welche und dann gibt es einige die sich auch retten werden weil die dann doch den herrn jesus christus annehmen aber weil die davor ihn noch nie gehört haben die beiden noch nie richtig gehört von nie nie gehört die werden das angehen die davon gehört haben die bleiben mit verhärteten herzen in der drangsalzeit und können nicht gerettet werden 2. Timotheus Kapitel 2 2. Thessalonicher Kapitel 2 Vers 4 oder 11 genau genau die werden die Lüge glauben Gott wird die Lüge glauben lassen also wie gesagt das ist für die drangsalzeit und das ist für Israel diese Pferde sind nicht für uns das ist die endzeit rede des jesus christus auch parallel zum matthäus 24 das ist die endzeit rede des jesus das was Israel betrifft die gemeinde ist schon längst entrückt ok gut ich habe mich schon woche in Israel wenn der Antichrist schon da herrscht ok ok gut ich habe mich schon gewundert ich dachte schon wenn man zurück schaut ich dachte wenn die Entrückung ist dann hat man noch so Gedanken an seine Familie was mit denen ist dass der Herr dann sagt dass man da bleibt habe ich schon komisch gedacht eine falsche auslegung der bibel bringt ein unglaubliches durcheinander wenn du nicht weißt was Gott mit Israel vorhat was Gott mit der Gemeinde vorhat und du das alles vermischst wenn du die Dispensationen also Gottes Haushaltungen nicht fein solberlich auseinander hältst und alles zusammen mischst dann hast du ein Durcheinander im Kopf dann wirst du so bekloppt dass du sogar vom Glauben absehst wenn du nicht gefestigt bist wenn du nicht wieder geboren bist ja deswegen hat der Heilige Geist mich dazu gebracht dich zu fragen ist sehr wichtig auch genau das betrifft uns nicht diese Verse betreffen nicht die Gemeinde weil die Gemeinde schon längst entrückt beginnt der Angriff der Muslime auf Israel der König des Nordens und der König des Südens Daniel 11 Abvers 38 bis 45 ja ich habe ja auch ich habe ja auch am Anfang mal also als ich die Bibel gelesen hab da hieß irgendwie ja wir werden vor dem Gericht Gottes gerettet und das ist ja das letzte Kapitel da habe ich auch für eine Zeit lang gedacht dass wir durch die Drang gehen aber das Antichristen erwarten nicht den Herrn Jesus Christus und das wäre das würde ja keinen Sinn ergeben wir warten auf den Herrn und das heißt auch in der Bibel der der sagt mein Herr kommt noch lange nicht ist ein schlechter Knecht natürlich und das sind die Leute die Entrückung nicht so setzen wie es auch die Bibel sagt nämlich die warten alle auf den Antichristen und die Jesus kommt noch lange nicht erst muss der Antichrist kommen der Tempel kommen das sind genau die jenigen die unter diesem Urteil fallen und solcher in der Bibel steht 5 6 Bibel wir werden vor dem Zorn Gericht Gottes gerettet wir werden entrückt vor dem Zorn Gericht Gottes wir erwarten den Herrn Jesus aus dem Himmel der uns rettet vor dem Zorn Einsatz das ergibt das ergibt ja auch Sinn weil der Herr liebt uns der will ja nicht dass wir durch so eine harte Zeit dadurch die schlimmste Zeit der lässt seine Braut nicht zerschlagen deine Braut ins Höllen Gewege rein lassen wo die ganzen Löwen sind du weißt nicht meiner wo die ganzen Käfige und so deine Frau rein und lässt sie fressen zerschlagen und so weiter nein du bist die schützt du hast gesagt was nicht ganz richtig war du hast gesagt Gott liebt uns und deswegen möchte er nicht dass wir da sterben das ist nicht nicht dass wir da sterben ich meine wenn wir zum Beispiel sterben ich meine auch wenn ich jetzt verkündige und sowas also da kriegt man auch Angriffe und sowas das ist kein Thema so und wir haben ja auch keine Angst mehr zu sterben so weil wie ich schon letztes Mal zu dir gesagt habe das heißt ja in Philippa für uns ist also für einen Wiedergeborenen ist ja Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn wir haben ja keine Angst mehr vor dem Tod das ist ja das Wunderbare an der Wiedergeburt dass diese einzige Sache in deinem Leben wo jeder Mensch egal wie er sagt wie hart er ist jeder Mensch hat Angst vor dem Tod weil ich weiß was danach passiert aber wenn du von neuem geboren bist dann ist diese größte Angst die du in deinem Leben hast die ist weg weil du weißt was mit dir passiert wenn du stirbst und das ist ja auch im Gegensatz zu einem islamischen Märtyrer der so hoch angesehen wird weil er im Krieg stirbt wenn er andere Menschen tötet ist ein Märtyrer ein Christus jemand der für den Herrn stirbt der er leidet für den Herrn und das ist ja eigentlich die größte Ehre so Jesus hat gesetzt dass seine Braut eben bewahrt ist vor der Drangsalz aber der hat nicht gesetzt dass alle Christen bewahrt sind vor der Drangsalz nach der Entrückung werden immer noch Menschen in der Welt in der Drangsalz zum Herrn Jesus kommen und die werden aber verfolgt und enthauptet werden die werden als Märtyrer durchgehen den einen hat die gesetzt zur Errettung den anderen die anderen müssen leider durch die Drangsalz durch und auch sterben das ist Gottes souveräne Wille aber da habe ich mich auch gefragt was ist denn also mit dem Evangelium also es ist doch eigentlich so dass bis zu der Entrückung das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt werden sollte oder nicht also jeder sollte was gehört haben bis zur Entrückung ja genau und das Evangelium wird auch weiter verkündet auch in der Drangsalz nur es wird eine schlimme Verfolgungszeit kommen auf die Christen nach der Entrückung die hier noch überleben werden die werden aber auf die schlimmste Art und Weise verfolgt und eben hingerichtet ja aber guck mal weil du hast ja jetzt auch gerade zugestimmt dass jeder es erstmal gehört haben muss dann kann doch weil es heißt ja auch ein zweiter Thessalonischer dass jeder der das Evangelium gehört hat und es trotzdem abgelehnt hat dass er dann die Lüge glaubt aber dann würde ja jeder also wie kommen dann Menschen nach der Entrückung noch zum Herrn weißt du weil jeder hat es ja dann zu hören ja das sind die Menschen die vor der Entrückung das Evangelium nicht richtig gehört haben die haben die Möglichkeit nach der Entrückung in der Drangsalzzeit noch errettet zu werden aber die gehören nicht zu Braut Christi das sind keine Wiedergeborenen das sind Drangsalgläubige die gerettet werden so wie also die sind dann auch nicht die sind dann nur teilhaftig des Geistes oder wie sieht das ja genau die sind nicht Leute die eben mit dem Heiligen Geist versiegelt werden wie wir also die können auch abfallen die können wieder abfallen ja okay und dann gibt es auch kein Zurück mehr also nicht wie im Alten Testament sondern es dann ist wie also dann gibt es kein Zurück auch mehr weil es ist ja so wenn man das ist ja das ist meine Meinung ist das noch nicht ganz geklärt ob die auch nochmal nach dem Abfall zurückkommen können weil die wiederum nicht zu dieser Braut Christi gehören und es könnte sein dass sie wie im Alten Testament auch nochmal zurück können aber das wird für die sehr schwer werden wenn die einmal abfallen dass das immer schwerer wird für sie dann mehr zurückzukommen aber unmöglich wird es nicht sein nur in der jetzigen Zeit wenn du abfällst dann dann ist schlimm dann wirst du verhentet werden im Alten Testament konntest du abfallen wie zum Beispiel Salomo und konntest du wieder zurückkehren aber einer der jetzt abfällt aber einer der abfällt der war doch gar nicht richtig beim Herrn weil ich meine wenn du den Herrn erstmal wenn du den Herrn so geschmeckt hast wenn du ihn gekostet hast dann weißt du ja dass er echt ist dann erlebst du du erlebst ihn ja ein wahrer ein wahrer Christ also der ihn bekennt und bezeugt mit seinem Mund ist ja einer der nicht unbedingt nur gelesen hat sondern er hat den Herrn erlebt er hat erlebt dass er der Lebendige ist und deswegen bezeugen wir und bekennen wir mit unserem Mund dass Jesus lebt das ist ja keine Fantasie aus unserem Kopf sondern wir ihn erlebt haben dass der Lebendige bezeugt wird ja gut es gibt Bekenner mit dem Mund deswegen sagt der Herr ihr bekennt mich mit dem Mund aber euer Herz ist fern von mir dass es gibt falsche Bekenner die nicht echt sind das ist verrückt man kann es nicht verstehen aber es gibt der Mensch ist so das ist krass das ist unglaublich aber der Mensch ist so sowas fähig heftig ja dann danken wir mal dem Herrn dass wir von neuem geboren sind dass wir diese Gnade erfahren haben ja ich war auch gestern ich war auch gestern evangelisieren mit den Geschwistern und da haben wir auch so eine Frau zum Beispiel gesehen also wir haben so ein bisschen Traktate und so weiter verteilt und ich bin so ein bisschen in Gespräche gegangen mit den Menschen und da haben wir so eine Frau gesehen so eine ältere mit den zwei kleinen Kindern und die meinte so ja ich will in die Hölle kommen und so die hat gar kein die sagt das so locker aber gar keine Ahnung was sie da erwartet die sagt so nee ich will ich will da rein ich will in die Hölle kommen und so und da habe ich dann halt auch aufgehört weil es hat mir weil da kannst du ja nicht du kannst ja nicht zwingen weißt du wenn sie sagt sie will da hat sie ihre Entscheidung getroffen aber aber es hat mir halt leid getan die Kinder die Kinder haben dann auch so gesagt na ich will aber nicht in die Hölle und so das hat mich voll das ey das ist richtig richtig traurig guck mal wie die aufwachsen müssen unter so einem unter so einer Mutter die sagt ich will in die Hölle und diese armen Kinder die sagen noch dann so nee ich will nicht in die Hölle und so das ist sehr sehr schlimm mir ist auch aufgefallen ja und mir ist auch aufgefallen dass diese Menschen also dass sie gar nicht darüber darüber nachdenken wollen ich bin immer so draufgegangen ich habe gesagt ja interessiert sich das gar nicht so warum du hier bist was warum du auf dieser Erde bist was mit dir passiert wenn du stirbst und sowas nee nee merkst du nicht dass da irgendwer was in deinem Fleisch ist was nicht will dass du darüber nachdenkst dass du darüber keine Gedanken machst das immer wieder sagt wenn du anfängst darüber Gedanken zu machen ach egal du lebst doch jetzt gerade in dem Moment und sowas das ist doch nicht wichtig noch bist du nicht tot und sowas so und sie hat das gemerkt die hat mich angeguckt die hat das gemerkt aber dann hat die wieder davon abgelehnt das ist so krass ja sehr hart aber gut diese Frau hat auch natürlich so leichtsinnig ich möchte in die Hölle aber wenn der Herr Jesus mal kurz sie mal in die Hölle versetzen würde für ein paar Sekunden genau dann würde ich mal gucken ob jemand auch so darüber redet so ja genau vor allem wenn man sich so diese Helltestimonis anguckt es gibt ja so so Menschen die auch danach zum Herrn kommen sind die so im Traum oder irgendwie so Nahtoderfahrung hatten wo die kurz mal in der Hölle waren weißt du und da gibt es ja auch ganz viele Videos ich habe mir da auch mal sowas anguckt das ist so heftig ich habe so eine Gänsehaut bekommen wie der das da auch beschreibt so richtig als wäre der immer noch da gewesen und man hat so einen Furcht in seinen Augen gesehen wenn er so sagt ja ich habe geguckt und überall wo ich hingucken konnte Landschaften nur von nur von Menschen nur von so schwarzen Silhouetten und 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 es ist es ist noch nicht mal dieses dieses gegeben wenn du zum Beispiel du bist jetzt im Knast dann hast du ja noch dieses ah ja die anderen sind auch noch da und ich bin nicht alleine so ich muss das nicht allein durchstehen das gibt dir auch noch so ein bisschen so ein bisschen gutes Gefühl dass du nicht der Einzige bist der das machen muss aber da hast du das nicht mal da ist jeder so auf sich fokussiert und so in seinem eigenen Leid dass man gar nicht über sowas nachdenken kann oder sowas wie was du früher von der Familie gehabt hast und so diese ganzen Sachen das ist das ist so krass das ist so heftig das muss so schlimm sein und das für die Ewigkeit ich glaube das Schlimmste das Schlimmste an der ganzen Sache sind nicht mal die Schmerzen sondern einfach diese dieses Gewissen dass du nie wieder da rauskommst so es wird einfach für die für die Ewigkeit es wird nie ein Ende geben so das muss eine Traurigkeit sein die unabhängig von den Schmerzen ja ja unabhängig von den Schmerzen du hast durch das ewige Feuer alleine nur diese Hoffnungslosigkeit Panik Angst Verzweiflung die sich dann multiplizieren und potenzieren bis in Unendlichkeit die dann ausgelöst war die Panik Angst Verzweiflung Hoffnungslosigkeit das alleine das multipliziert sich ja weil die Panik manchmal gibt es keine Grenze wenn du richtig Panik kriegst und die Panik multipliziert sich doch weiter und potenziert sich und hat keine Grenze und die Einsamkeit und dieser Gedanke dass du weißt dass du jetzt ewig ohne Ende da drin bist das ist so krass das ist so krass und der Herr Jesus sagt binde ihm ja Sekunde noch diesen Satz binde ihm Füße und Hände sagt der Herr ja das heißt also du kannst dich noch nicht mal bewegen das ist so als wenn deine Hände und Füße noch gebunden sind ja ja gut das das Zeugnis was ich jetzt also das Testimonie was ich da gesehen habe da hat er jetzt so gesagt zum Beispiel da waren so Leute der ist so in verschiedene Dinger gegangen so da war so eine Höhle zum Beispiel und da waren Leute da stand so drüber das waren die Leute die in Clubs waren und sich abgefeiert haben und die haben so 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 einen Two-Step gemacht so einen leichten Tanz aber dann hat er so in das Gesicht gesehen aber der war der war so der hat diesen Tanz gar nicht enjoyed so der war so dazu gezwungen das zu machen also das hat sich so krass angehört als er das gesagt das war heftig ja und ja die Hölle hat verschiedene Facetten der Feuersee wie derjenige gequält wird natürlich gibt es Unterschiede ich denke es mir mal ja dass wenn jemand jetzt wie ein Adolf Hitler oder eben ein normaler Bürger halt ein paar Mal in seinem Leben gelogen hat so was weiß ich diese normalen Leute halt dass die Unterschiede ausfallen aber Bruder Rieser darfst du einmal was sagen dazu ja weil ich sage ja das ist nicht biblisch ich sage auch immer ich hatte ich hatte ja die hat mal erzählt auch die anderen dass ich äh bei ungefähr sechseinhalb Jahren auch auch sowas gesehen habe äh wie die anderen was er gerade erzählt hat ich bin da immer vorsichtig weil ich da immer äh niemanden damit verwehren möchte aber ich hab das auch äh so erlebt Rieser also wirklich ich kann dir das auch erzählen dann kannst du das ja einmal geistlich beurteilen ja also das war so ähm ich hab mich schlafen gelegt und ich bin dann mitten in der Nacht aufgewacht konnte mich nicht mehr bewegen mein Körper hat sich so angefühlt wie Stein dann hab ich gemerkt so so hab ich es wahrgenommen dass meine Seele so den Körper verlässt ich konnte mich selber im Bett sehen ich wurde dann so in einen Tunnel reingezogen der hat sich unendlich angefühlt und dann bin ich äh aufgeprallt auf dem Boden und dann bin ich bewusstlos gewesen und dann bin ich aufgewacht und dann hatte ich so Ketten an meinen Händen gehabt hier also diese altrömischen Ketten halt auch an den Füßen und ich hatte keine Kleider angehabt ich war nackt ich hatte keine Tattoos gehabt und dann sah ich dieses unendliche ähm das war einfach unendlich und ich sah überall ja so Dunkelheit Feuer und dann hab ich gemerkt auf einmal dass so Maden mich essen dann hab ich Dämonen gesehen mit Speere die mich dann da halt gefoltert haben ne dann hab ich halt Geschreie gesehen absolute Finsternis ich konnte meine eigenen Hände nicht sehen das war so absolute Dunkelheit man konnte nur das Feuer sehen und diese Dämonen haben mich dann gequillt ja und dann bin ich halt aufgewacht schweißgebadet ne ja ja das ist das schönste sein ne so eine kleine Minivision von der Hölle dass der Herr dir so 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 die Augen kurz gesagt Dämonen quillen nicht andere Menschen in der Hölle weil die leiden mit in der Hölle ja genau die sind dann selber auch in der Hölle ne im Feuersee man muss auch sagen das war ja natürlich nicht die echte Hölle da ist so eine eine Warnung ist das ja aber es ist nicht die echte Hölle gewesen und auch nicht weil die Fäule nichts davon weil niemand war in den Totenreich uns wieder hinausgekommen ne das sehen wir in der Bibel ganz klar Lukas Evangelium auch da war doch einer in Lukas 16 war es glaube ich genau der Reich und der Lazarus und der Reiche wollte doch raus da wollte seine Familie warnen und hat er gesagt nein ne die haben die die haben Mos und die Propheten und die Schriften die sollen darauf hören die werden nicht auf jemanden hören der dann raus geht und so weiter wenn die darauf nicht hören dann werden die auf einen Toten auch nicht hören hat das hat Prophet Abraham gesagt oder es gibt doch auch zwei Stufen oder es gibt doch auch also vor der Hölle gibt es doch das Toten ne also Schädel Totenreich ist wo ist das so die echte Hölle ist erstmal niemand außer die Engel also bis zum Gericht nach dem Gericht kommt die richtige Hölle wir sind alle in Totenreich dann gibt es einmal das ich nenne es jetzt so einfach mal es ist kein aber ich nenne es einfach mal Vorstuf Paradies ja so ein Wartraum bis der jüngste Tag gekommen ist und eine Vorstufe Hölle aber es ist Abrahms Schuss oder so nenne ich es einfach Abrahms Schuss wo ist das Paradies im Totenreich und da werden wir dann der Zeit verbringen bis Wartebereich kann man es auch nennen genau bis der jüngste Tag ist dann wird alles gemixt dann wird alles so gemacht die es gibt einmal gewisse Engel die sind auch in einer Vorhölle die sind aber nicht mit den Menschen zusammen erst wenn die jüngste Tag ist dann werden die alle in eine Hölle geschmissen wie ein Mixer und bleiben auch da und die Engel die gerade da drin sind das sind die die Geschlechtserke hatten mit Frauen und der für uns gemacht haben das sind die die sofort reingeworfen worden sind weil die die haben damals ganz Schimpfs gemacht na ja der jüngste Tag wird dann alles passieren und wir sind dann in der richtigen Parallel weil es in der Drangssatzzeit lesen wir auch dass wir dann sagen werden also es gibt ja welche die der Wartraum denn wir wir reden dann zu Gott und sagen dann ja wann rechst du endlich die die so viel Qual und so weiter alles machen wann rechst du uns endlich er sagte Geduld hab Geduld das ist doch nicht so weit na geduldig sein wir beten ja auch dafür und ja dann wird der jüngste Tag dann alles vollendet sein und dann gibt es auch die richtige Paradies und so weiter und wir sehen bei Luca 16 da ist noch eine Kluft diese Vorhülle vor Paradies sag ich jetzt einfach mal die können sich gegenseitig sehen aber wenn das dann wirklich gekommen ist dann sind die komplett einsam und da ist nichts mehr das ist vorbei ach so können wir können wir auch nicht mehr also wenn wir jetzt wenn wir jetzt im Paradies sind können wir die Menschen sehen die in der Hölle sind also haben wir da haben wir irgendwas können wir irgendwas von dem wissen oder genau kann ich das nicht sagen aber so wie es Luca 16 ist die konnten sich sehen und konnten sogar sprechen der Herr hat es vielleicht in dem Moment erlaubt dass die sprechen konnten aber die konnten sich sehen es war eine Kluft zwischen aber wenn dann alles vorbei ist dann ist nichts mehr dann sind die ganz weg komplett weg krass da ist nicht mehr Gott ja genau und da ist es eben wenn wir jetzt sterben vor der Entrückung wenn wir jetzt entschlafen wie Wiedergeborene wir sind ja auch natürlich da im Totenreich Hades im Schoß Abrahams und werden getröstet bis die Entrückung kommt wenn die Entrückung kommt dann schlüpfen wir wieder aus dem Totenreich in dem erdischen Körper wieder rein und dieser erdische Körper wird nach 1. Korinther 15 Vers 51 umgewandelt in eine Millisekunde und dann kommen wir wirklich in den Himmel ach so läuft das ab genau wir schlüpfen aus dem Totenreich die Seele der Geist geht wieder zurück hier in das erdische schlüpft wieder in seinen erdischen Körper dieser Körper wird für eine Millisekunde umgewandelt perfektioniert für das ewige Leben und dann gehen wir in den Himmel zum Herrn Jesus Christus genau wir kriegen einen neuen Körper neue Wesen werden wir wie die Engel so wird es beschrieben wie die Engel so wird es ablaufen mit der Entrückung all die Entschlafenen die jetzt im Paradies sind also im Schoß Abrahams im Totenreich die werden dann halt mit uns wenn wir jetzt zum Beispiel die Entrückung lebendig erleben wenn jetzt die Entrückung kommt und wir werden lebendig entrückt werden die entschlafenen Toten aus dem Totenreich in ihr Körper schlüpfen und mit uns zusammen entrückt werden in einem Augenblick das ist unglaublich das ist so gewalt ich dachte das ist bei denen die schon tot sind dass nur die Seele dann sozusagen entrückt bei der Körper was bringt er dir denn so aber die Menschen wieder mit unserem Körper vereint werden und dieser Körper muss umgewandelt werden es gibt Menschen die behaupten das ist Time Fiction denken dass wir in der Luft entgegentreten das ist Time Fiction denken wir sollen sowas aufhören zu denken in der Bibel steht doch sogar wir gehen bei Entrückung wie kommen Jesus entgegen ja wie soll das denn ablaufen genau in die Luft steht er genauso drin ja gut das sind ja keine Gläubige die sowas sagen doch 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 das sind so ich weiß keine Wiedergeborenen aber sehr nah in meinen Umkreis sehr 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 nah Bruderisa du weißt glaube ich auch wer fängt mit P an du weißt wer ach so ist es wirklich wahr der sagt einfach das ist Time Fiction denken glaubt ihr nicht an der Erdrückung der glaubt an Vorentrückung aber er sagt der nennt das Time Fiction er sagt wir kippen einfach um wir kippen um wer ist das Bruder sag mal den Anfangsbuchstabe P was P aber brauchst du nicht sagen dir nach P du weißt wer ist er so verloren der Mann also das ist ein Fick schlägt ins Abseits manövriert hat er sich selbst aufgrund seiner Hochmut und Stolz ja er steht wortwörtlich drin kann ich den Bibelfers holen wir werden Jesus entgegentreten was ist entgegentreten wir kommen wir werden ihm entgegengerückt entdrückt in die Luft zum Herr und so werden wir beim Herrn ich hole jetzt die Bibelfers damit das einmal geklärt ist aber dann gibt es Menschen die überhaupt einfach nein nein Time Fiction denken das ist so Hollywood der ist nicht ein richtiger Gläubiger deswegen ist er auch abgefallen leider wenn wir da vor der Entrückung werden wir da irgendwas hören so eine Trompete oder irgendwie so also irgend so ein Zeichen es gibt eine ja ich glaube eine Posaune war das ja genau eine Posaune wird erscheinen ob wir diese Posaune hören oder nicht aber es wird eine Posaune erscheinen die Engel werden in die Posaune ja Bruder Riesa Bruder Riesa vor 4-5 Wochen bevor das in Israel passiert ist dann 2 Wochen zurück war eine Schwester im Glauben in Israel in Jerusalem sie hat sie war bei dem Tempelberg da wo Jesus Matthäus 24 da halt war und sie war da sie guckt sich das an auf einmal erscheint eine Posaune sie hat das gefilmt ganz dort und die hat sich richtig erschrocken weil sie dachte jetzt kommt die Entrückung aber in Israel ist das nochmal die hauen einfach eine Posaune rein ja das ist dieser Stofferhorn glaube ich die hat sich im Video hat man gesehen die hat voll in das Handy gezittert und hat sich richtig erschrocken weil sie dachte ja das ist ja das ist wenn Israel bei solchen Kriegsszenarien auf einmal Stoffer zu blasen bei dem Israel das ist das ist heftig ja der hat sich richtig gefreut der hat sich richtig erschrocken und gefreut aber das war nicht so aber wir dürfen es gibt in letzter Zeit vermehrt Videos wo auf einmal Leute verschwinden und sowas das darf man nicht unterstützen es gibt Geschwister die solche Videos habe ich gerade noch gesehen hochladen achso das ist vom Feind da wird auch da wird auch gesagt dass das die Aliens sind das hat natürlich der Feind also damit er dann sagen kann wenn wir alle weg sind ja die Aliens kamen und die haben uns alle mitgenommen damit die so eine Erklärung für die Welt haben ja aber man sieht wirklich Videos wo Leute verschwinden vor der Kamera und dann sagen die das ist die Entrückung aber das stimmt nicht in einem Augenblick in einem Augenblick werden alle verwandelt werden und entrückt werden die Toten und die Lebendigen es gibt nicht eine Entrückung wo zwei Leute in Bangladesch 50 Leute in Amerika in nacheinander Woche für Woche weggehen das ist totaler Quatsch und ich habe meine Geschwister gesehen die das hochgeladen haben also nicht drauf reinfallen und sowas glauben okay weil es kann den Glauben von vielen zerstören weil die denken oh die Entrückung hat stattgefunden und ich bin immer noch hier der Herr Jesus hat mich zurückgelassen das ist sehr gefährlich oh Gott das wäre schlimm Leute können ich möchte das vorlesen 1. Thessalonicher 4,17 danach werden wir die wir leben und übrig bleiben zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit den Herren in die Luft und so werden wir bei den Herren sein allerzeit ja genau und der Mann mit dem P der glaubt das nicht weil er ein Ungläubiger ist ja der sagt einfach das ist ein Fiction das ist ein Hollywood ja genau weil er eben nicht glaubt dass Gott zu sowas imstande ist ja der sagt einfach einfach so du bist tot und der sagt das ist so medizinisch besser so medizinisch halt so wie ich gehört habe auch so ein so ein Haufen in der Brüdergemeinde so ein Müllhaufen der hat auch gesagt ja diese Wundersachen von Jesus Christus dass der Leute also geheilt hat direkt in einem Augenblick das kann man so nicht verstehen der Herr also der Jesus Christus hat diese Leute so gepflegt gesund gepflegt Bruder Reza ich möchte dir einmal ganz kurz ein Video zeigen weil die nicht glauben können diese Wundersachen die können das nur das was sie sehen aus der Medizin was sie sehen können die annehmen alles was sie nicht sehen können die nicht annehmen das sind Unglöbige Unglaubige Bruder Reza ich will Bruder Reza zeigen guck mal Bruder Reza das ist auch so dreist guck mal da habe ich ein bisschen so geguckt und dann habe ich diesen Typen hier gesehen der ist auch sehr bekannt wer ist das neueröffnung dein Laden jetzt pass mal auf das ist gut das ist der dreimauerische Winkelmaß und Zirkel in A beim Laden seht ihr das ja und ein Auge ja aber warte jetzt wird es noch heftiger was auf dir gesagt wer ist das wer ist das wer ist das ja auch so ein bekannter Typ der ist auch so richtig bekannt und jetzt pass mal auf dann habe ich ihn so gefragt und jetzt der gibt es auch zu ja Manuel was ist das 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 63 Kilo 1,68 das heißt ich kann dich 4,5 Mal so hochheben wäre ein gutes Bizeps Training ja wo ich keine Langsamte kaufen Baby äh was Töne seit wann bist du Freimaurer seit seitdem ich 12 bin seitdem ich 12 bin ja ja so die 12 bin bin ich da drin ja ist das heftig ey ja die Leute die Leute finden das cool die Leute finden das richtig cool äh es ist so gestört aber das ist warte pass auf pass auf ich habe ja noch das eine Video von dem Blut Advents diese Blut Advents aber ich suche das gerade raus äh Bruder Reza das hat auch immer ein Bruder also der diesen der Traum hatte der hat gesagt er hat äh den Teufel vor sich gesehen also das war so ein Auge das äh gibt es da irgend so ein so ein Hinweis dass der Teufel so irgendwie wäre oder irgendwelche ähm das ist so ein Auge der Teufel die Pupiller hat so mehrere Farben so ganz ganz viele Farben wie so ein so ein Regenbogen keine Ahnung wie so die Bibel sagt wie der Teufel aussieht der ist ein Cherubin ein Cherubin hat äh also ein Cherub der hat vier Köpfe der Menschenkopf Löwenkopf Adlerkopf und den Cherubkopf das ist der Stierkopf ne und das ist der Teufel weil der steht drinnen in Heseke war da glaube ich der hat ja Musik gemacht im Paradies ne für den Herrn und da steht da der ist ein Cherubin der hat diese Engelstufe ok der hat Musik gemacht für den Herrn ne der war für die Musik zuständig und jetzt weißt du wer heute für die Musik in der Welt zuständig ist ja 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 deswegen ok 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 ist klar deswegen ist auch die Musik so schön und gut ist ja klar der ist ja talentiert für jeden was da damals aber im Paradies hat der für die Musik gesorgt für den Herrn ne da sehen wir es an seiner Haar hat er gespielt alles für den Herrn ne ja der Teufel der war ja nicht ne du musst dir denken der war ein Engel der ist ein Cherubin nur jetzt ist er nicht mehr also der ist jetzt gefallen ne aber er war einer der schönsten und stärksten Engel und klügsten aber der weiß so dass er nur verlieren kann gegen den gegen den Herrn ne sein Stolz also sein Hochmut hat ihn zu Fall gebracht er war hochmütig er dachte wirklich nein sein Hochmut deswegen ist das ja Hochmut wenn du hochmütig bist denkst du boah ich bin jetzt der Größte niemand kann mich aufhalten ne das ist Hochmut Bruder Reza ja hier ist das Video was verloren gegangen ist hier ist das Video was verloren gegangen ist was du damals gepostet hast ich hab's wieder gefunden du musst das du musst das speichern das ist ein wichtiges Video hier hör mal jetzt bitte hört hin hört hin jetzt haben zwei Kinder gegessen die waren so lecker heute werde ich der Nummer zwei Kinder essen das ist so heftig ne das ist so heftig komisch aus zwei Kinder gegessen sagt er das ist schlimm einer schreibt Erzengel und kein Scherubin das ist falsch er ist ein Scherubin ich gebe jetzt den Bibelfers damit die Sache kurz geklärt ist warte wo ist der dass er ein Scherubin ist warte das ist der Bibelfers Hesekiel 28 Vers 12 bis 15 da steht das drin ich muss jetzt selber lesen ich will noch mal ganz kurz ein Video zeigen wie krank das ist das ist so krank Leute guckt euch das mal an bitte ja das ist auch heftig zwei erzähl über die Rituale Rufo wie ihr Blut trinkt zwei ich werde warte ja der Bild hier jetzt das ist heftig ja wer ist da wer zeigt sich in dir aber helft ich guck mal seine Augen guck mal wie seine Augen hier sind warte ich muss noch mal anhalten hier seine Augen guck mal wie seine Augen aufgerissen sind siehst du das Fräser guck dir seine Pupillen mal an und guck mal pass mal auf der kann sich gar nicht dran erinnern pass mal auf das ist heftig pass mal auf jetzt guck mal auf seht ihr das? nein das ist so heftig seht ihr das? nein seht ihr nicht so wie du nicht jetzt weiß er gar nicht dass die grausie sind jetzt ist er wieder da er hat es gar nicht er hat es gesehen Bruder aber das war bei mir hier mit dem besagten Bibelfers Hesekiel 28 Vers 12 bis 15 ich gehe schon mittendrin rein da steht drin du warst du warst gesalbter schützender Scherub ja ich hatte dich dazu eingesetzt du warst auf den heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Stein du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung bis Sünde in die Gefundspur nein das ist der Teufel ich wollte noch einmal nach dir zeigen ey Danny warte ganz kurz warte ganz kurz noch einmal guck mal Bruder Rese guck dir mal diese Augen an das ist so ich weiß das sieht man leider schlecht aber diese besessenen Augen wie aufgerissen die sind und hör dir das mal an ja ja was willst du machen ich würde dich gegen treffen und dann guck dir mal diese aufgerissenen Augen an das ist so krank das siehst du leider sehr schlecht aber komplett dämonisch besessen komplett dämonisch besessen und sie zeigen das den Leuten und die glauben uns nicht die haben gespielt aber Danny wie kannst du dir das eigentlich den ganzen Tag angucken ich kriege da so ein richtig ekliges unwohles Gefühl in meinem Geist es stoßt mir richtig auf wie kannst du dir das den ganzen Tag angeben solche Videos ja ich bin abgehärtet das ist doch das heftig da musst du sehr viel beten am Tag glaube ich und wieder ich bin abgehärtet ich möchte noch was zeigen guck mal hier Bruder Reza dazu kannst du auch noch mal was sagen das ist auch ein sehr bekannter Fall darüber hat Armin aufgeredet hier Jens Rusitzka es ist doch also eindeutig dass da Leute von der Polizei was mit zu tun haben ja das ist doch schlimm das ist ja den Leuten den Hirn ist die da zugucken ins Gesicht dass die Polizei mit drin steckt ja aber das geht so weiter weil der Mensch so ist wie der ist das Leid der Kinder geht so weiter guck mal dann schreibt mir Leute rein du hast deine Seele verkauft an den Teufel so einer der den ganzen Tag am aufdecken ist nichts anderes macht als solche Sachen aufzudecken und dann kommt einer und schreibt du hast deine Seele an den Teufel verkauft du musst mal in der Bibel lesen den Vers wo es heißt wenn Satan gegen sein eigenes Reich kämpfen würde dann wird es nicht aufrechterhalten kann den einen mal reinschreiben oder sagen du musst ja mal lesen die zwei Drittel der Engel die sich gegen Satan entschieden haben die sind treu und die ein Drittel die sich mit Satan zusammen bei der Rebellion mitgemacht haben die sind dann eben verloren es gibt auch keinen Engel mehr der auf den Satan jetzt hereinfällt es ist vorbei weil die Rebellion hat das schon stattgefunden und die Engel die treu waren die waren treu die werden auch ewig treu sein und die untreuen eben auch da wurden beide Engelscharren sichtbar das Spreu von dem Weizen wurde getrennt in guten Zeiten auf denen ist jeder treu aber wenn noch mal schlechte Zeiten kommen dann werden wir sehen ob der wirklich treu ist dann erkennen wir es in den schlechten Zeiten erkennen wir ob die Person wirklich treu ist und dann sehen wir ob das ein Engel auch einen freien Willen hat sich gegen Gott zu entscheiden also die Engel sind nicht wie Roboter geschaffen um nur Gott treu zu sein nein alles was Gott erschaffen hat die Engel und die Menschen die haben einen freien Willen aber wie also wenn wir jetzt wenn wir jetzt mit dem Herrn verherrlicht werden also wenn wir jetzt wie die Engel werden wie ist das dann weil dann gibt es ja den Versucher nicht mehr also dann wird es auch kein dann wird es auch also wir haben doch trotzdem unsere freie Wahl aber wir sind gar nicht mehr daran interessiert irgendwie gegen den wir sind ja unfähig mehr zu sein wir haben ihn ja schon auserwählt hier in dieser Welt so deswegen genau genau da wird es in der Ewigkeit keine Versuche mehr geben dass wir mit dem Herrn Jesus Christus unserem Herrn und Gott in Ewigkeit und dann wird es nur noch schön wird es nur noch schön halt in aller Ewigkeit und es wird nie langweilig werden und alle anderen Menschen nämlich die 8 Milliarden die sind alle in dem Feuersee und es dann streit und dann bleibt ein bisschen in aller Ewigkeit ja sowas am meisten tun mir halt solche Leute leid weißt du die es gibt ja auch Menschen die so richtig gebrochen sind diese Depressionen haben die halt diese Welt hier kaputt gemacht hat ne aber anstatt dass sie halt den Herrn gefunden haben haben sie sich dann halt umgebracht man muss sich mal vorstellen dann landen die direkt also kommen die direkt die gehen dann wieder in den Hades in den Theol und sind auf Wachen auf auf einmal in diesem Gefängnis im Feuer und denken was ist hier jetzt los ich hab mich umgebracht um Ruhe zu haben und dann geht das Leid erst richtig los das ist das ist schon hart also ich weiß der Herr ist gleich recht deswegen der kann ja nicht bei jedem sagen bei dir mach ich so bei dir mach ich so aber trotzdem das tut mir schon schon leid jeder Mensch ist ein Schicksal selbst schnitten guck mal wie lieb der Papst ist guck mal wie nett ein Küsschen da und ein Küsschen da wunderbar guck mal auf den Kratzen auf den Afrikaner du will ich nicht das ist das das stößt mir auch das stößt mir auch noch mal wunderbar der ist wirklich wahrhaftig würdig eine Milliarde Katholiken zu führen schnittbar macht das mit der Hand so weg 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 da weg da das ist die Liebe des Papst das ist die Liebe genau der richtige weißt du was die noch sagen Papst Franziskus ist einer der besten sogar so will ich das sehen so einer muss eine Milliarde Katholiken führen das ist ihr Oberhaupt den haben sie verdient jeder kriegt das was er verdient so ist es der Herr ist gerecht genau guck mal was er hier sagt das ist auch heftig warte hier Bruder wo ich jetzt gerade mit der Schlange das ist doch auch bei der Medizin das ist auch bei der Medizin die Freiheit und die Demokratie das durch Kämpfe für jede meiste Menschen in unserem Land und in der Küche die sind von der Welt wer ist dieser Politiker das ist Lothar Gassmann Lothar Gassmann ach der Lothar Gassmann der Politiker was hat er da gesagt wir sind viele vergiss es nicht hat er gesagt er hat gesagt wir sind viele vergesst es wir sind viele wie die Dämonen die Legionen die gesagt haben wir sind viele das sind die Legionen die aus dem Sprich wir sind viele wir sind viele ja und was hat der Herr dann gemacht er hat er hat gesagt geht die Schweine und er hat sie in die Schweine geschickt die sind alle den Berg und wieso was hat er man darf nicht jetzt irgendwie das Kind mit dem Maler schütten natürlich wenn du einen Unfall hast dann macht die Medizin schon seine gute Arbeit Notoperation und er hilft sie dein Leben zu bewahren rettet dein Leben aber klar sonst die Medizin ist darauf aufgebaut nicht die Ursache zu behandeln sondern die Wirkung ja genau wenn du Schmerzen hast dann genau das hat er gesagt das ist richtig nicht die Ursache zu bekämpfen warum der Körper die Schmerzsignale gibt sondern die Schmerzsignale unterdrücken das wäre so blöd wie wenn du jetzt was soll ich mit dem Auto fährst und da kommt die Öllampe leuchtet und du musst die Öllampe rausschrauben anstatt die Ursache zu bekämpfen warum die Öllampe die ein Signal gibt natürlich wenn du die Öllampe rausschraubst dann hast du Ruhe oder du hast immer so wie lange zum Beispiel ja wie lange geht das gut du fährst am weiter hast dann Ruhe die Öllampe leuchtet nicht mehr auf nervt dich nicht mehr und du hast das unterdrückt das Signal aber die Ursache ist auch immer noch da und da geht es im Auto schaden ja genau das passt perfekt oder wie schaffst du das eigentlich dass du zu jeder Sache immer ein perfektes Beispiel hast egal worüber du redest du kannst immer ein perfektes Beispiel dazu raus ich habe auch ein paar Bücher gelesen von daher war wozu habe ich gar nicht das ja wie lange bist du darf ich dich fragen wie du schon im Glauben bist eigentlich ich bin jetzt neun jahre ungefähr im Glauben neun jahre ok krass was du hast so wie hast du irgendwie was auf so einer Bibelschule oder irgendwie so oder hast du dir einfach selbst die Bibel sehr oft gelesen wie lief das wie hast du dich weitergebildet natürlich höre ich mir halt viele Predigten an und schaue wo die Christen stehen was sie zu sagen haben was ihre Lehrer zu sagen haben und natürlich höre ich mir auch jeden Tag bei der Arbeit auch sehr auf die Bibel an ich habe Gott sei Dank in der Arbeit wo ich eben sehr viel die Bibel hören kann und so kann es sein dass ich zum Beispiel acht Stunden am Tag die Bibel höre und das monatelang jeden Tag ok ja gut da bin ich natürlich im Vorteil lesen ist immer besser als hören ja aber ja ja ich mach das auch ganz gerne wenn ich sowas hier zu Hause mache dann lass ich einfach so ein bisschen Evangelium laufen ja genau aber ich muss sagen ich hab das alte Testament noch gar nicht gelesen ich hab nur das neue Testament ich weiß nicht das alte Testament da war ich noch gar nicht drin so ich kenne natürlich ich kenne so ein bisschen so natürlich die Geschichte der Sündenfall aber auch die wichtigsten Ereignisse und Mose und so weiter aber so richtig gelesen habe ich das noch nicht ein einziges Mal ehrlich gesagt dann wird es höchste Zeit ist zwar jetzt nicht für uns heilsrelevant oder was die Bibel perfekt zu kennen aber trotzdem will er dir auch Erkenntnis geben aber aus dem Alltag schöpft man da auch viel Erkenntnis raus aus dem Alltag natürlich auch sehr viele Prophezeiungen die auch demnächst eintreffen werden Daniel ist voller Prophezeiungen für die Endzeit Saharia Stefania ja das sind alles Prophezien Prophezien da drin die auch für die Endzeit bestimmt sind und ja sehr sehr wichtig ok ok also nachholen dann mach ich das auf jeden Fall ja du erkennst wenn du in einem Testament liest erkennst du einfach Jesus das ist den Tipp die ich dir gibt du kennst ja das habe ich auch das habe ich auch bei also normal diese wichtigen Verse wie Jesaja 53 und Zacharia 12 10 und so diese ganzen Sachen auch die Ankündigung vom Herrn und dass man den Herrn da auch erkennt das habe ich schon aber ja wie gesagt noch nicht noch nicht so viel aber wenn du sagst ich glaube dir das auf jeden Fall dass man den Herrn dann auch erkennen wird du willst das sehen du willst das sehen das ist ja auch der das ist ja auch der Gott im Alten Testament der das gemacht hat ich habe früher früher bevor ich richtig zum Herrn gekommen bin ich war ja vor also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen aber es ist dieses wie soll ich sagen also mein Vater ist nicht gläubig also der glaubt vielleicht dass irgendein Gott gibt aber der ist halt voll in der Welt so Umsatz fixiert und so und Geld machen und mir ist egal wo ich in meiner Ewigkeit hingehe und sowas leider aber meine Mutter die hat schon früher schon als ich ein kleines also als ich ein Kind war hat die mich immer schon näher gebracht zu Gott weil ich so und die wollte auch immer die hat mir auch so Hörspiele so Altes Testament und Neues Testament geschenkt aber sie hat halt dieses das haben viele Mütter auch ist mir aufgefallen dieses Denken ah der liebe Gott so keiner kommt in die Hölle und das auch noch so ein bisschen vermischt mit Buddhismus so ja dass wir auch vielleicht nochmal wiederkommen also wenn wir sterben und wir haben nochmal wiederkommen um alles richtig zu machen und sowas so ein Denken hat die halt und da habe ich halt früher auch gedacht das war auch so eine Lehre bei uns dass im Alten Testament das hat sie irgendwie mal so ausgelegt weil das ja weil da ist ja ein der Gott sehr strafend weil er halt versucht das wird ja auch im Neuen Testament von Paulus erklärt versucht wird ein irdisches Zelt aufzubauen hier und das alles dass es heilig sein soll und deswegen wurden auch Sachen also Sünde wurde auch hart bestraft so das ist ja jetzt nicht weil unser Bürgerrecht ist ja im Himmel und ich stehe auf Erden so aber früher habe ich dann halt auch gedacht Alles Testament ist der Vater und Neues Testament ist der Herr Jesus und das war so auch so eine Irrlehre die man früher geglaubt hat das glauben auch heute noch viele Christen hätte ich gesagt guck mal anhand der ich sehe anhand der Steinigung im Mose das Gesetz Steinigungsgesetz zum Beispiel Tote Strafe sehe ich eine wahre Liebe dahinter weißt du das eine wahre Liebe erkenne ich wenn da eine Steinigung ist warum weil Israel soll heilig sein so und das Böse muss aus der Mitte getilgt sein das heißt wenn was Toxisches da ist vergiftet das andere Menschen damit die auch toxisch sind und die sind die Prophezeiung Jesu Christi in Wege weil das Blut muss rein israelisch sein es darf nicht irgendwas kaputt gehen weil eine Sünde fängt eine Kettenreaktion mit mehreren Sünden Babylon als Beispiel und das und das darf nicht sein und da hat Gott seine Gemeinde beschützt weil Israel ist ja auch die Braut gewesen also die Frau wird die öfters genannt und Frau wird die genannt und da schützt ja Gott seine Frau und das ist so das Böse muss aus der Mitte getilgt sein wie ist es jetzt heute 1. Korinther Kapitel 5 Vers 12 habt ihr nicht die zu richten die in eurer Gemeinde sind weil wir die aus der Mitte tilgen sollen wenn gewisse Ehelehrer zustande sind und so weiter in 1. Testament war es so dass sogar wenn deine Mutter oder dein Vater dich zu einer kompletten Ehelehrer fühlt als Israelit er kennt ja die Wahrheit aber er fühlt sich einfach zu einer Ehelehrer eine komplette feitsche Lehre da ist die Todesstrafe drin und das ist auch richtig so sage ich Amen auch dazu das ist die Liebe des Herrn warum weil es musste heilig sein denn das war heiliges Boden da musst du auf jeden Fall heilig sein und heilig gehandelt werden das Böse muss aus der Mitte getilgt sein und durch das Gesetz haben wir erst die Sünden erkannt gäbe es kein Gesetz so gäbe es auch kein Gericht Amen so und wir sehen aber dass Gott immer einen Plan hatte seit anbeginn der Zeit also ganz Zeit schon dass er den Herrn Jesus schicken schon ganz am Anfang das ist ja schon beim Sündenfall wo er sagt ich werde den Kopf der Schlange entständig da wird das ja schon in Menschen gesagt ganze Zeit schon dass er Mensch wird und sich als Jesus Christus offenbaren wird hat er ganz Zeit schon berufgezeigt damit wir bei Freizeit von einem Testament alter Bund und einen neuen Bund bekommen hier im Jahr 31 Vers 31 da ist der neue Bund berufgezeigt oder Pablo darf ich kurz eine Frage reinstellen und zwar das ist ja also ich habe wie ist das eigentlich mit den Gläubigen aus dem Alten Testament wenn die jetzt errettet werden wollen ist das so dass die jetzt einfach errettet sind in dem die an diese Verheißung geglaubt haben war ja schon damals also wie gesagt also schon direkt nach dem Sündenfall als erstes schon prophezeit wurde ja es wird einer kommen und der wird den Kopf der Schlange zertreten also der Messias wurde schon angekündigt sozusagen ganz am Anfang ist es so dass wenn diese Menschen also wenn die alt Testamentarischen daran geglaubt haben an die Verheißung dass der Messias kommen wird und die Schlange besiegen wird und der Retter sein wird dass sie dann errettet sind auch das ist eine gute Frage es ist so ich will jetzt keine Lüge da hinstellen ich sag mal so die wurden gezüchtigt aber waren gerettet aber es gab wirklich Verfehlungen die sollten wirklich dann in einen Ort der Qual gehen das ist die Vorhöhe der Todenrechte Ort der Qual wird es ja genannt es kommt darauf an was sie gemacht haben jetzt oder Reza wie willst du das sagen also einer der da Unzucht begangen hat der ist da auf jeden Fall gesteinigt worden und so weiter aber gerettet nicht unbedingt nein es gibt verschiedene Klauseln es ist nur bei den Leuten zum Beispiel bei einer Vergewaltigung zum Beispiel wenn die nicht geschrien hat ja oder eben wenn jetzt einer zum Beispiel die Frau genommen hat und einfach bei ihr gelegen hat dann musste sie heiraten weil eben die Frau auch zugestimmt hat und sie nicht geschrien hat zum Beispiel da müssen die beiden heiraten ja das sind verschiedene Klauseln halt im Alten Testament gewesen aber klar da gab es auch eben die Steinigung wenn zum Beispiel wenn die Frau nicht geschrien hat das heißt also sie hat da zugestimmt und da musste sie auch gesteinigt werden das kann man das dritte Buch Mose kann man das alles nachlesen es ist schwer zu sagen davon im Paradies aber nach der Satzung Gottes Wort Gebote sollten die schon handeln es gab auch eine Strafe dafür wenn die es nicht getan haben es ist schwer es ist schwer wirklich zu sagen ich glaube die die Gebote einfach gehalten haben gebetet haben und die Opfer festen alles gemacht haben in der gesunde Lehre geblieben sind die sind im Paradies würde ich jetzt sagen und die die nicht daran wandern wollten die sind nicht im Paradies also war das so dass die diese Opfer die die gebracht haben dass das dann wie die Sünden weggenommen hat oder was weil durch das Gesetz 5. Mose Kapitel 14 zum Beispiel 13 war das da wird beispielsweise ein Lamm oder ein Steher eine Kuh genommen es gab viele Opfer es gab viele verschiedene verschiedene Arten also richtig viele ich kann nicht mal aufziehen für das wenn du das gemacht hast muss das Kopfverkehr wenn du das gemacht hast muss das ein Priester muss das machen nur die Priester dürfen das in den Tempel dürfen nur die und die hin und so weiter es gab verschiedene und beispielsweise ein Opfer ist mir im Kopf geblieben für das ganze Volk Israel einmal im Jahr muss das gemacht werden für die Söhnung ja das ist doch Tag der Versöhnung Tag der Versöhnung das wäre sehr wichtig für die Söhnung da wurde ein ganz großes Opferfest dann gemacht genau das perfekte Opfer war der Herr Jesus Christus der Priester das Allerheiligste und das Opfer zugleich alles drei in eins war der Herr Jesus Christus Jesus hat man ja den offenbaren Opfernamen ja aber es ist auch krass so da wie der das vereint so diese drei Sachen das Allerheiligste und das Opfer vereint er alles in sich wie die Beschneidung deutet auf den neuen bunten wie erstens die Beschneidung war ja im Bund mit Abraham und das deutet auf die zukünftliche Sachen du hast beschnitten im Fleisch achten Tag und die Vorhaut hat man genommen und weggeschmissen heute bist du ein Herzen beschnitten dein altes Leben hast du genommen und weggeschmissen ein neues Leben bekommen die altes Leben wegschmeißen das dreckige Leben weggeschmissen die Vorhaut abgeschnitten die dreckige Vorhaut weggeschmissen die Vorhaut symbolisiert das Allerheiligste und dem Bund den du eingegangen bist mit den Herren und du gehst auch einen Bund mit den Herren ein wenn du die Gnade annimmst dein neues Leben beginnst das ist der neue Bund und das ist die Gnade wenn jetzt jemand die Unzucht und so weiter alles betätigt wird er nicht mehr gesteinigt weil das Gesetz nicht mehr geltend ist aber der wird gezüchtigt von Herrn und der kriegt auch seine was heißt Strafe er wird einfach nur gezüchtigt aber wenn er jetzt nicht wiedergebogen ist an die Früchte wird man es ja auch erkennen dann wird er nicht nur gezüchtigt also schon eine Zucht wird man ertragen aber der wird nicht hören der wird auch in seinem Feuer dann gehen steht ja auch geschrieben die Unzüchtige und die Trunkenbeute Räuber Lügner und so weiter werden das im Bereich nicht erben aber es gibt wiederum Menschen die wo es nun noch nicht in diese bestehenden Sachen leben weil die den Herren richtig folgen wollen das ist wieder was anderes wenn man fällt wenn man aber ständig in diese Sünde ist wir reden schon von einer bestehenden Sünde dass diese Sünde nicht komplett kontrolliert das ist wieder eine andere Geschichte das kommt immer auf die Differenzen an dann erkennt man ah der ist wieder geworden den anscheinend nicht aber nicht anhand der Sünden kann man so festnehmen weil du kannst nicht in den Herzen der Menschen auch noch reinschauen also nicht immer verurteilen aber man soll schon angebisches Urteil treffen und gegenseitig am an und helfen das heißt ja auch an ihrer Frucht werdet ihr sie erkennen ein guter Baum ein guter Früchte und ein schlechter Baum bringt schlechter Früchte was sind denn die Früchte Gelatter 522-23 Freude Enthaltsamkeit Freundlichkeit Liebe Geduld Langmut und so weiter genau so sieht es aus aber guck mal wegen dieser in Sünde verharren also ich muss zum Beispiel bei mir sagen auch nach meiner Wiedergeburt gab es auch Zeiten wo ich dann auch wirklich mal so 2-3 Tage komplett in der Sünde gelebt habe aber dann dann ging es auch gar nicht mehr an das weißt du der Heilige Geiste er hat dann so gesagt du kannst dich weil man kann dann auch gar nicht widerstehen weil sonst kriegt man ja 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 das ist so Paulus hatte dieses Problem genauso es ist normal wir sind auch Sünder und das hat jemand aber bezahlt Römer 7 Lese Römer Kapitel 7 Vers 14 bis 25 steht drin Fleisch liegt noch der Sünde dein Geist dieht aber den Herrn dein Geist ist Sünden frei aber dein dein Fleisch ist noch mit Sünde Amen der Fleisch kriegt den Tod dein Geist kriegt das ewige Leben das sind die Unterschiede Fleisch und Geist streiten sich der Paulus sagte ich tue Sachen die ich nicht will und die Sachen die ich tue tue ich nicht es ist ein Streit die wir sehen ja so sieht es aus Römer 7 Gottes Segen Jules Gottes Segen Hallo Gottes Segen an euch zurück ich wünsche euch einen schönen Sonntag und ihr auch ich habe tatsächlich nur eine Frage weil ich merke ihr seid sehr belesen und ich bin erst seit 5 Monaten Christin ich auch auf jeden Fall ich wollte mal wissen ich habe halt mitbekommen in zum Beispiel afrikanischen Kulturen werden auch Kinder beschnitten also die Jungs und ich frage mich ob ihr eine Antwort darauf habt was eigentlich die Bibel dazu sagt ob das verboten ist oder ob das gemacht werden soll es ist verboten also wenn heute sich jemand bescheidet Beispiel in der Postelgeschichte lesen ja da hat oder Römer auch lesen und so weiter da hat Paulus den Petrus ermahnt weil Petrus der Meinung war die Heiden zu beschneiden da hat Paulus gesagt nein auf keinen Fall das haben wir doch beschlossen in der Postelgeschichte das Konzil das darf nicht sein wir sind den Herzen beschnitten nicht mehr im Fleische wir sind nicht mehr in den alten Bund wie in Israel wir haben den neuen Bund der Gnade von dem Herrn Jesus Christus das ist verboten dann steht in Galater und so weiter drinnen Galater Brief da steht das drinnen und wer das tut der wird dann das Gesetz halten müssen und keiner schafft es die 613G-Unfährbote einzuhalten der wird oder Paulus ja erzähl mal noch weil ich wollte ganz kurz was zeigen ja das ist auch kurz zu Ende wenn einer nur ein Gesetz bricht so hat er alle Gebote letztendlich eigentlich gebrochen weil er das Gesetz komplett schuldig gemacht ist er kann es nicht dann nennt sich das Werksgerechtigkeit das dürfen wir nicht wir schaffen es aus eigener Kraft nicht der ist in die Gnade also die Menschen die es machen beginnt eine Sünde eine große einmal was zeigen danke schön für deine Antwort kein Problem danke mal den Herrn guck mal Bruder Reza warte guck mal Bruder Reza Hollywood zeigt uns jetzt wieder was sehr 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 interessant ist jetzt guckt euch das mal an Leute guck mal jetzt wie heftig was ich das ist ich bin bevor ich koche so wie ich aussehe in deiner Kirche ich hab's gesehen ich hab's gesehen warte 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 hör mal hin hör mal hin was sie sagt guck mal her sie bringen Kinder hierher manche töten sie manche bringen sie ja ich hab sogar ein Auge im Dreieck davor gesehen wenn du zurück gehst war ganz schnell ja das Auge im Dreieck war auch da ja das sind Christen die Christen sagen ja das ist eben das sind Christen christliches Symbol und deswegen diese Kinder mit dem Auge im Dreieck und mit dem Satans Bock das sind alles Christen die da sind diese Kinder Wahnsinn Wahnsinn das ist Christen Jules die sogenannte Christen ja bist du noch da weil kanntest du mir ein Bibelvers geben wo ich das nachlesen kann bei was denn mit dem mit dem achso ja ich hab nämlich einen Sohn und der ist noch sehr klein und ich hatte das schon länger überlegt aber wenn das eine Sünde ist dann mach ich das auf keinen Fall ja auf keinen Fall du machst einen alten Bund ne die Spesession ist ganz groß geschrieben der alte Bund war mit Abraham ne Abraham mit Isaac die Beschneidung die kennen wir ne und das sollen wir nicht unterscheiden wir haben einen neuen Bund Lukas 22 Vers 20 Jesus Christus sagt ähm das ist mein Kelch der Blut den ich vergießen werde für euch für den neuen Bund den ich euch geben werde ja und da muss ich dir was geben warte wegen Bund hast du jetzt gesagt ne warte wegen dem Gesetz warte bitte weil ich das halt nur so mitbekommen habe dass in Afrika halt viele christliche Kulturen trotzdem ihre Jungs das sind keine Christen die nennen sich Christen das sind Wölfe in Schafpäts immer aufpassen ne viele viele Wölfe in Schafpäts sind unterwegs nur die wenigsten sind wirklich von neun geboren nur die wenigsten ja immer aufpassen so warte nicht umsonst sagt die Bibel äh wachsamlei warte ich muss kurz selber lesen bevor er bei den Glauben kam wurden wir unter dem Gesetz verwahrt verschlossen und die Glauben offenbart du bist also unter Lehrmeister geworden Christus sind damit wir Glauben gerecht werden nachdem ihr in Glauben gekommen ist empfehle ich unter den Lehrmeister denn äh okay das ist es ist auch aber ist es nicht warte wo ist das also ich empfehle dir jetzt schon mal dass wir nicht mehr in einem alten Gesetz sind ne Römer Kapitel 7 1 bis 6 lesen und jetzt gebe ich dir das gleich mit dem Beschneiden warte ja okay hier Apostelgeschichte 15 Vers 24 da wir gehört haben dass etliche die von uns ausgegangen sind ne von uns die sagen wir sind Christen von uns ausgegangen sind euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben die waren verwirrt unsicher indem sie sagen man müsse sich beschneiden lassen unter das Gesetz halten ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten das sagt Lukas Lukas hat Apostelgeschichte geschrieben der da redet es war glaube ich sogar Paulus gewesen so und da sehen wir das dürfen wir nicht jetzt müssen wir Römer 7 lesen 1 bis 6 oder wie Apostel Apostelgeschichte 15 15 Vers Vers 24 ok dankeschön und ich gebe dir noch mal Jakobus 2 Vers 10 denn es steht geschrieben denn wer das ganze Gesetz hält sich aber in einem verfehlt der ist in allen schuldig geworden so dann gibt es noch mal Römer 7 Römer Brief Kapitel 7 1 bis 6 ich lese vor damit wir sehen keinen Schabbat halten keine Beschneidung und so weiter brauchen wir nicht die Feiertage von Leitend Testament oder wisst ihr nicht Brüder denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen dass das Gesetz nur so lange über dem Menschen herrscht wie er lebt denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden solange er lebt wenn aber der Mann stirbt so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit so wird sie zum Leben so wird sie nun bei Lebenszeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt wenn sie ein anderer Mann zu eigen wird stirbt aber der Mann so ist sie vom Gesetz frei sodass sie keine Ehebrecherin ist wenn sie ein anderer Mann zu eigen wird also seid auch ihr meine Brüder den Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus damit ihr einen anderen zu eigen seid nämlich dem der aus den Toten auferweckt worden ist damit wir Gott Frucht bringen denn als wir im Fleisch waren da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden die durch das Gesetz sind um den Tod Frucht zu bringen jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden da wir dem gestorben sind worin wir festgehalten wurden so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens wie Paulus genau war wenn es um die wenn es um die alte Gesetz und neue Bund geht ganz 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 genau ich wünsche euch noch ein Warte, 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 ich habe eine Frage an dich ja wie hast du zum Herrn gefunden gib mal dein Zeugnis ab also ich hatte einen Kumpel der hat sehr stark Drogen konsumiert der war auch sehr immer am Rand also so aggressiv er ist immer live gegangen hat sich mit jedem angelegt ganze Gesicht voll tätowiert und so und der hat von wir haben uns halt immer gut verstanden wir waren beide so spirituell und einen Moment wo ist denn dein Schnuller mein Schatz hier auf jeden Fall ist der dann zum Glauben gekommen und das hat mich so stark inspiriert dass er er hat gesagt frag einfach nach Jesus frag einfach ob er in dein Leben wieder kommen kann ob er für dich da sein kann und das habe ich dann gemacht und dann hatte ich auch gleich ein warmes Gefühl in mir eine Gänsehaut ich bin in Tränen ausgebrochen draußen hat es angefangen zu gewittern und ich stand 20 Minuten stand ich am Fenster und dachte mir Gott du bist so mächtig und dann hat alles damit angefangen dann habe ich mich einfach um 180 also 180 Grad gedreht alles verändert und ja die Sündenreue und so weiter liebe Jules wie bitte hast du in dem Moment wo du dich zum Herrn Jesus bekannt hast bekehrt hast hast du auch deine Sünden dein vergangenes falsches Leben was du getan hast alles in deinem Leben die ganzen Sünden vor dem Herrn Jesus bereut ja habe ich auch ich habe auch gleich angefangen zum Beispiel habe ich geraucht ich habe getrunken ich bin fein gegangen ich dachte ich war halt so richtig diese wie die Frauen heutzutage sind so als wäre ich irgendwie die krasseste und müsste mich freizügig anziehen und das mein Kind und das habe ich halt alles gelassen ich konsumiere gar nichts mehr ich rauche nicht mehr ich gehe nicht mehr feiern und ich mache auch keine Tattoos mehr und ich will auch meine Tattoos eigentlich entfernen nein du brauchst sie nicht entfernen lassen diese Lasern ist ja auch also dein Tempel Gottes Lasern ist eine wie nennt sich das auch eine Sünde warum weil dieses Lasern zerstört deine Haut richtig 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 verbrennt es richtig und du sollst dein Kopf ja nicht zerstören ist okay du kannst deine Tattoos dann behalten so ist das nicht du kannst sie ruhig lassen aber jetzt ist die Frage du hast deine ganzen Sünden aber den Herrn abgegeben du hast gesagt Herr ich bin der größte Sünderin also die größte Sünderin überhaupt bitte vergib mir du kannst der Vergebung geben hast du das gemacht ja ich war auch heute also ich habe alles Schritt und Schritt halt versucht zu ändern habe mir dann auch vor ein paar Wochen die Bibel dann zugelegt weil ich nur die Bibel App hatte und heute habe ich war ich auch das erste Mal in meiner neuen Kirchengemeinde welche wie bitte wie heißt die Gemeinde ICF die ist relativ groß in Berlin was ist ICF ich glaube das ist auch so oder Reza ich glaube ICF ist auch so charismatisch angehaucht so Hill Song glaube ich Ableger ich weiß nicht ICF machen die Jonas kennst du kennst du Zungenrede nein nein machen die ok wenn die nicht mal kennt ach ICF Church ja ich glaube da hat ja das ist halt eine relativ große ich glaube ICF Church die hat so gerne so ist das so wie wenn du wenn du die Gemeinde sowieso ist das so wie eine Bühne ja genau da gibt es auch wie so Auftritte ja ja ich empfehle Julis ich empfehle ich kenne mich wirklich damit gut aus gerade in diesen Szenen wirklich gut diese Gemeinden sind charismatisch meine erste Linie denkt man das sind wirklich eine von uns ne erste Linie weil die ja sagen nur die Bibel allein und so weiter Jesus ist Gott die Trinität und dann gibt es aber die Feinheiten machen Zungenrede die machen das hier zum Beispiel das gibt es nicht hat es in der Bibel nie gegeben und die nennen das ein Gebet zwischen Gott und den Menschen die nennen das Zungenrede Engelsgebet das gibt es nicht ok dann werde ich darauf achten falls das mal vorkommt dann werde ich da nicht mehr hingehen aber bis jetzt die machen noch was Menschen heilen die tun Menschen heilen die legen deine Hand auf deinen Kopf oder sonstiges dann sagen die in einem Jesus sollst du geheilt werden und so so reden die das ist aber wiederum falsch die Heilung bleibt für die Apostel die hatten die Vollmacht Matthäus Kapitel 10 Vers 8 steht da drin was die alles konnten sogar Tote auferwecken lassen aber warum können die erste Frage warum können die nicht Tote auferwecken lassen erste Frage kann man sich als Gag so stellen und da muss man Kontext lesen Vers 1 da steht drin er ruft die zwölf Jünger zu sich der Jesus und gab ihnen Vollmacht nicht die Charismatiker das ist wieder ein Unterschied das können die nicht definieren die haben viele Sachen oder Dämonenaustreibung machen die auch auch nicht mehr konform es war damals heute können wir die Dämonen nicht aus dann geht nicht du kannst für jemanden beten so ist das dann nicht aber du kannst nicht deine Hand hinlegen und sagen jetzt gehen die Dämonen aus das geht nicht weißt du warum Julis hast du die Bibel vor dir einen Moment ich gebe dir jetzt den ultimativen Beweis dass ich nicht lüge und alles mit der Bibel konform ist also ich habe jetzt die Bibel bitte öffne mal Matthäus Evangelium Kapitel 7 ich muss jetzt selber denken Vers 21 ja Vers 21 bis 23 Matthäus 7 Vers 21 bis 23 ich bin noch nicht so schnell in der Bibel kein Problem mit der Ruhe ah hier 100 Seiten 31 ja ich habe schon das nachgeschlagen auf Wikipedia das ist eine neue charismatische nachricht wegen dem Namen wegen dem Namen weil die haben immer Englisch dabei ich weiß nicht warum aber die haben immer Englisch dabei die Charismatische ich weiß es nicht warum welcher Vers Matthäus Kapitel 7 Vers 21 bis 23 Kapitel 7 Vers und wie gesagt wir haben es ja in den Trades schon gesagt ich bin kein Grotter was ist das denn nur einen Moment muss man hier sagen Bruder Denny bist du das das ist so klar Bruder Denny ich bin das nicht Bruder Denny kannst du dich kurz stumm ja ich bin leise jetzt ist was wer war es gerade sie war sie war die ganze Zeit schon sie war es auch nicht der andere ist raus ja guck dir das an Wahnsinn so ich bin wieder da ich musste meinem Kind kurz was zu trinken geben ja jetzt hat kein Problem so Bruder Resa wie der wie der wie der wie der stören ist ja Matthäus 7 wo soll ich anfangen Kapitel Kapitel 7 Vers 21 bis 23 21 okay nicht jeder der zu mir sagt Herr Herr wird in das Himmelreich kommen sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut ein Moment wie scherz viele werden an jenem Tag zu mir sagen Herr Herr sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämon ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten gewirkt und weiter ach so ja kümmer dich erst nach ja einen Moment ja kein Problem dann werde ich ihnen antworten ich kenne euch nicht weg von mir ihr Gesetzlosen genau also die sagen Jesus ist Gott die sagen so wie wir ja Jesus ist Gott und so weiter dann machen die prophetische Aussagen die sagen sogar Propheten es gibt keine Propheten mehr und die sagen sogar es gibt trotzdem weiter Propheten oder Traumdeutungen dann machen die sehr gerne und dann machen die auch Heilungen oder Dämonenausheibungen guck mal was Gott zu denen sagt ich kenne euch nicht Gott der jeden kennt sagt zu denen ich kenne euch nicht weicht von mir ihr Gesetzlos warum wohl weil die eine ungesunde Lehre haben das sind Wölfe in Schafbett so Acht geben weil die können so verführen weißt du warum die sind dieser Welt nicht abgestorben die haben so eine Freundschaft mit der Welt weil die feiern wie in eine Disco die tanzen so richtig wie in der Diskothek kein Unterschied wirklich kann ich kann dir Videos du kannst bei mir drauf gehen ich hab da Videos offengelegt es sind keine Unterschiede und die reden immer von Gefühlen von hier die Emotionen daran greifen die die Menschen sehr stark weil die Menschen emotional sind was sagt die Bibel bleibt nüchtern in allen Dingen nüchtern und prüfen nüchtern und prüfen na immer die Bibel als Maßstab und die sagt dir jetzt diese Menschen die könnten so freundlich sein mit einem Lächeln im Gesicht so lieb so verführerisch wo man sich wohlfühlt weil sie so ein Charisma haben die deswegen Charismatiker und die haben eine ganz andere Lehre die sind sehr gefährlich wenn ich du wäre ich würde die Gemeinde gar nicht mehr besuchen du hast deine Bibel du hast deinen Jesus Christus du bist schon gerettet du hast schon den Paradies ich habe mir die Gemeinde auch nicht nur angeguckt weil die haben sehr viele Kindergruppen wo die Kinder noch einen speziellen Gottesdienst und dann dachte ich es ist so schön wenn mein Sohn ich verstehe das bloß nicht schicken bloß nicht schicken weißt du warum ich werde das Video mal suchen ich werde das vielleicht mal in meiner Story mal posten die haben Kinder ich meine da ist Alice so 6-Jährige 7-Jährige genommen und die machen alle so schau mal dann weinen die die Zappen auf dem Boden weil die die Gehirn gewaschen haben das sind das sind echte Sekten das sind ganz gefährliche Buben die Bibel warnt davor Judas Brief Kapitel 1 Vers 4 etliche haben sich in meine Gemeinde eingeschlichen die geben sich als Christen und das sind Wölfe in Schafpels das sind gefährliche Menschen sehr sehr gefährliche gerade als Frischling du kennst es ja du bist ja 5 Monate deswegen wenn ich du wäre geh da nicht hin liest deine Bibel du hast doch deine Bibel das Wort Gottes du hast schon alles die ganze Waffenausrüstung hast du schon drin vertrau auf den Herrn der wird dich immer wenn du auf den Herrn vertraust und das so ist was er sagt so bist du immer am richtigen Weg diese Leute können verführen die können auch gut reden aber wenn die einmal dann mit mir reden dann ist es vorbei mich können die nicht täuschen ich kenne schon die Schrift weil ich denen eine Sache nach ich habe mit Charismatiker geredet mit sehr vielen und keiner von denen kann mal argumentieren die sagen mir die geben mir sogar recht aber die wollen nicht ablegen weil die die Emotionen so sehr lieben immer definieren immer acht geben man muss sich ja schützen Jule sagst du mich noch Jule ja sorry ich bin da nein nein alles gut Jules guck ich folge dir zurück wenn du irgendwie Bibelfragen hast oder so du kannst mich gerne fragen ist kein Problem ja ja gut danke schön ist kein Problem ich so Gott wird ich da alles beantworten King Oh du bist wieder hier na King Oh Oma arrogante Pate ich will mal ein paar Gespräche mit dem führen das Ding ist das Ding ist ich war ja spirituell was nicht gut ist also ich war so eine die manifestiert hat und Kristalle hatte und was weiß ich und dann habe ich gemerkt okay das ist es irgendwie nicht und dann habe ich mich mit Religion beschäftigt und bin zuerst also habe mir erst mal den Islam angeschaut und da ist mir relativ schnell aufgefallen das ist auf jeden Fall nichts für mich und jetzt bin ich halt Christentum gelandet genau Kinder-Ehe und sowas erlaubt das ist ja Einzelpädophilie sowas ich war gestern auch in einem Livestream wo ich mit debattiert habe weil ich mich ja mit dem Islam gut auseinandergesetzt habe und es ist auf jeden Fall ein bisschen eskaliert ja siehst ja gerade einen Kommentar an dieser King Oh keine Ahnung der ist so einer der ist ja mit diesen ganzen Leuten da unterwegs mit diesen arroganten Paten sagt dir der Name was diese ganzen mit Borello und so weiter diese Leute und da sehen wir die Frucht des Islams kein Benehmen nur nur pure Respektlosigkeit nur beleidigen Hass haben keine Liebe das ist Islam es gibt auch ruhige Unliebe von ja man denkt immer aber es gibt wirklich welche die sind sehr sehr ruhig aber in Herzen beleidigen dich und verfluchen dich da brauchst du dir keine Sorgen machen da machen die schon es gibt welche die aber sehr ruhig sind aber das sind auch wiederum die die dann Suchender sind und wenn die einmal die Wahrheit hören und es annehmen dann sind die auch gerettet und dann gibt es welche die sind auch ruhig aber das sind keine Moslems die halten sich auch die sagen so Gott da steht gar nicht drin die prüfen auch nicht die wollen das auch nicht prüfen dann ist das egal den Herzen vielleicht lieb aber sind es keine Moslems meine Meinung darüber ist dass leider also in Europa vor allen Dingen weil der Islam der kommt ja eigentlich von von den Arabern soweit ich weiß die in der Türkei die wurden ja gezwungen in den Islam glaube ich anzunehmen soweit ich weiß sehr sehr viele wurden gezwungen ja genau und dadurch sind ja die Euro-Muslime entstanden und viele da sind sogar die Eltern wissen nicht mal richtig alles darüber und dann werden die unserer Generation einfach da reingeboren und die die haben meistens nicht mal einen Koran und kennen sich gar nicht aus aber nennen sich dann halt stolze Muslime das ist halt einfach voll traurig und die tun mir halt auch leid weil die können nichts dafür die haben sich nicht damit beschäftigt ja die sollen sich beschäftigen die sollen nicht auf der faulen Haut liegen und suchen ne ja und das ah Jules auf jeden Fall gib acht geh da am besten gar nicht mehr hin das sind wirklich gefährliche Momente liest die Bibel Stück für Stück und du wirst es selbst noch erkennen ich habe dir da gefolgt du kannst gerne Fragen stellen ja Bruder Reza predigen da auch Frauen auf der Bühne ich war heute nicht im Gottesdienst drin weil ich erst mal mir den Kinder also diese er war in einem Kinderraum drin das sieht aus wie eine kleine Kita von 1 bis 3 und da war ich erst mal nur mit meinem Sohn drin die haben da ganz normal ein paar schöne Kinderlieder gesungen ein bisschen Obst gegessen gespielt ich wollte mir erst mal nur das anschauen ob mein Kinder gut aufgehoben wäre ja auf jeden Fall nicht auf jeden Fall nicht ja deswegen war ich im Gottesdienst heute nicht drin nein aber sonst wie oft war es denn da ich war heute das erste Mal dort ach das erste Mal ja wie ich das schon gerade gesagt habe ich habe mich jetzt erkundigt und da steht eben dass das eine charismatische Gemeinde ist und die Charismatiker da rate ich dir dringend davon ab ich habe Videos ich weiß nicht ob du die jetzt so schnell findest aber in meinem Profil musst du reingehen ein paar Videos anschauen irgendwann findest du die Videos das ist wirklich heftig es bleiben nicht viele vernünftige Gemeinden das muss ich dir schon sagen wir sind in der Endzeit und der Herr Jesus sagt dann noch immer im Kapitel 3 das Sendschreiben an Laodizeer eben dass die Endzeit Christenheit lauwarm sein werden und nicht echt sind und damit musst du klarkommen dass wir eben in dieser Endzeit Laodizeer sind die lauwarme Christenheit und auch die Gemeinden nahezu alle lauwarm sind und es gibt ganz ganz wenige Wiedergeborene und die sind auf sich alleine gestellt damit musst du klarkommen gut dass ihr mich davon abhaltet weil ich hätte jetzt fast also ich will mich halt taufen lassen weil ich jetzt Baby getauft worden bin ich aber nicht christlich aufgewachsen bin und mich dann ganz erst dazu bekannt habe bekannt habe bekehrt habe wie auch immer in welcher Stadt wohnst du jules in berlin und ich hatte halt gerne eine ganze Körpertaufe und ich wollte dort ein Taufformular ausführen und meine Taufe dort anmelden ich verstehe das aber lass dich nicht von solchen Menschen taufen weißt du warum die machen das anders die sagen durch diese Taufe kriegt man jetzt den Heiligen Geist was gar nicht stimmt und die machen dann so Zungenrede nehmen deinen Kopf tu dich noch runter mit ihrer Zungenrede mit ihren dämonischen Reden hol dich wieder hoch und dann kannst du deinen unheiligen Geist dann empfangen wenn du so offen und ehrlich bist wenn du so frei von diesen spirituellen Sachen da bist und ja dann es gibt da Menschen beispielsweise ich habe Videos gesehen Taufe Videos von denen von Charismatiker die kommen vom Wasser heraus springen auf einmal hüpfen rum und dann machen die so reden die wie Maschinengewehr was ist denn da los ne an den Dings von der Bibel willst du sowas finden und deswegen sehr sehr gefährlich der Herr hat dich da bewahrt aber es ist keine Sorge die Taufe ist was wunderschönes Judas vertrau auf den Herrn du wirst schon getauft vertrau einfach auf den Herrn aber die Taufe rettet dich nicht also nur dein Glaube rettet dich da brauchst du auch keinen Kopf machen ja auf jeden Fall ich bin ja auch gerade dabei die Bibelkompel durchzulesen zu lesen sehr schön vernünftig das ist ja für immer wieder neu auch lesen auch wenn die die durch was man vergisst ja auch manchmal wie in ein spiegel wenn du in einen spiegel rein schaust sie ist ein wunderschönes gesicht schau mal zehn jahre nicht mehr ein du hast vergessen wie du bist na so wie du aussiehst das war dann jeden tag immer rein dann muss man immer wieder lesen genau immer wieder lesen wir sind ja vergessene menschen und deswegen immer wieder lesen sehr sehr wichtig und ich habe auf jeden fall gefolgt ist ja du hast mir auch gefolgt dann kannst du gerne schreiben das ist kein problem ja fragen also stelle jetzt deine fragen auch noch wenn du jetzt so die paar einfallen jetzt gerade nicht ich bin auch gerade hier ich muss schnell aufräumen ich habe hier so eine frei evangelische kirche ne ja und das ist auch sehr schön die sitzen denn da im sommer und dann meinen die so so kinder bilder die erwachsenen würdest du sowas empfehlen kinder bilder die was sind die also die erwachsenen die christen die treffen sich im park und malen so so bilder mit sonne und so findest du das ist doch gut oder ja warum macht man das warum macht man so ich weiß nicht was das für ein gottesdienst wir sind alle film geil das stimmt ein bruder weil sie das auch eben noch mal gesagt hat mit dem bereuen auch das ist auch sehr wichtig dass mir sehr oft aufgefallen auch in amerika da gibt es ja auch auf autobahnen gibt es ja diese schilder was ja eigentlich schön ist so da steht dann auch repent and believe in jesus christ aber eigentlich das ist also die 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 reihenfolge ist irgendwie falsch weil viele menschen denken die müssen erst bereuen und dann zum herrn jesus christus aber du kannst ja erst richtig bereuen wenn du kommst er ist der glaube und dann also gleichzeitig die boos genau genau weil viele menschen die interpretieren das sehr falsch sie denken die müssen irgendwie dann setzen sich dahin und versuchen so auf krampf irgendwie durch ihren kopf da alles durchgehen zu lassen aber es funktioniert nicht und dann denken die alles funktioniert gar nicht weißt du das sehr sehr wichtig ja ohne glaube ist es unmöglich ich glaube dass schon die besitzer greifen ja oder das ist doch diese tolle gemeinde hier guck mal hier der bruder der jetzt hier auch drin ist die ich empfehle die auch so eine tolle gemeinde guck mal so dass ich meine echt gut guck mal hier da ist wirklich der geist am werken jetzt jetzt genau so sind die wirklich das ist echt heftig das wird jetzt echt heftig so pass auf das ist ja alles gut aber was hat das mit dem herrn jesus zu tun gerade diese gemeinde das ist eine gute gemeinde das ist richtig gute disco die fühlt das ganz anders die muss lachen die da hinten die muss selber lachen die kommt doch selber gar nicht drauf schlafen richtig konzert auftritt Was macht die dahinter? Die putzt da die Stühle während der das macht. Aber warte, das wird noch heftiger. Zeit, Zeit. Noch heftiger. Oh, das kreuz. Hey. Roboter. Hammer, das ist Gottesdienst. Das war richtig Gottesdienst gerade. Oh, der fühlts, der fühlts. Sehr gut. Schade, da kann ich ja jemanden um damit. Das war aber ein kleines Gebild auf dem Kopf. Bruder Riefer, jetzt muss ich was sagen, jetzt muss ich was sagen. Was hat denn denn da auf dem Kopf? Ja, aber warte, wie ich dich bedenke? Das ist... Ey. Bedeckung des Hauptes. Bruder Riefer, das ist Gottesfurcht. Hier. Bedeckung des Hauptes, Bruder Riefer, verstehst du das nicht erst unter elf? Ja. Aber Bruder, die Unterordnung... Einzige, die sich bitte... Super Mario Team. Ja. Das macht mich kaputt. Aber ich finde, die Unterordnung ist schon mal sehr, sehr gut da. Guck mal hier, die hat so Pikachu-Mütze auf, die leuchtet sogar noch. Guck mal an. Guck mal an. Ach, der wird sich gekreuzt, oder was? Man weiß nicht, was sie machen. Weißt du was die denken? Die denken nur, weil David damals auch so abgetanzt hat. Weil David auch damals so abgetanzt hat, können die das machen in jedem Gottesdienst. Und das ist so. Der hat immer so getanzt wie die, so psychopathisch hier. Bruder Riefer! Außerdem brauchen wir uns nicht an David zu halten. Das ist alter Bund. Wir haben unsere eigene... Bruder Riefer! Wir haben ihm neu... Ne, ich sag mal das hier nicht. Ja, 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 stimmt. Bruder Riefer! Bruder Riefer! Bruder Riefer! Bruder Riefer! Was macht ihr denn hier, die Frau? Bruder Riefer! Bruder Riefer! Bruder Riefer! Ist das heftig? Ist das Hardcore? Bruder Riefer! Die Predigt und tanzt dabei, die Frau. Bruder Riefer! Das ist der neue Dimension. Das ist der neue Dimension. Der ist ein Selement. Der ist ein Selement. Der ist ein Selement. Der fühlt sich... Das ist einfach Disco. So sind die Discos. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mach mal ein bisschen Song dabei an. Ich will das hören, was die singen. Bruder Riefer! Komm, sag mal ehrlich. Das ist schon eine ordentliche Gemeinde. Da haben die Bruder Gemeinden versagt. Das ist schon echt ultra, ultra heftig. Und der Herr Jesus sagt ja auch, ne? Tut dies zu meinem Gedächtnis. So oft wie das tut, das Brot brechen, so verkündigt ihr meinen Tod. Ja. Und so brauchst ihr machen. Ja. Ja, aber Bruder, die ist Gott. Guck mal Bruder, jetzt mit allen Respekt. Ja. Und dabei müssen sich einige Frauen auf TikTok mal eine Scheibe abschneiden, weil sie bedeckt ihr Haupt. Die anderen machen es nicht. Das ist wenigstens noch... Ja, die bedeckt ihr Haupt mit einem Dämon. Das ist schon mal besser als gar nichts. Das ist schon mal besser als gar nichts bedecken. Das ist schon mal eine erste Stufe. Das ist schon besser als gar nichts. Aber die haben das ja geschafft, ey. Wahnsinn. Da sitzt ein Dämon auf dem Kopf. Das ist eine gute Bedeckung. Aber guck mal, was der jetzt macht, Bruder. Das ist auch richtig krank. Guck mal jetzt. Es geht weiter. Das ist ja unfassbar. Was für ein Gottesdienst. Der macht den besten Gottesdienst. Von allen. Die anderen waren schon gut im Gottesdienst. In Gottesdienst. Das ist so der Professor. Der fühlt sich ganz anders, Bruder Reza. Der spürt es. Ach so, der heilige Ghost floated durch mich. Der Holy Spirit floated voll. Bruder Reza, da würde ich beim Dance so richtig weghauen. Leute, wir beschweren uns. Wo wir nur können. Weil immer was nicht passt und wir merken. Was ist das? Was ist das? Das ist die Frau am Reden da. Die Frau redet da gerade. Hör mal lauf, Bruder. Mach mal laut. Es geht lauter. Hat das kein Ton oder wie? Stammisch. Aber weißt du, wie die auch beten? Guck mal, wie die beten, Reza. Mach laut. Ich hör nichts. Bruder Reza, äh Bruder Denny, ich hör nichts. Verstehst du was Reza? Ne. Bist du leise. Also mir hat das gefallen. Ich hab jetzt gehört. Ich will doch was hören. Was hat die gesagt? H3. 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 Jetzt mal das Video von denen. H3. 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 Der bloatet nicht so durch mich durch, deswegen. Alexa macht jetzt Beatbox, Bruder Danny trommelt so ein bisschen und dann geht es jetzt richtig ab, voll auf der Kamera. Was soll man dazu sagen? Wenn man denkt, die Laodicea ist schon am Ende, dann kommen neue Leute dazu und hauen dann nochmal einen drauf. Das war schon, alles hat man gesehen. Ja, die Super-Sage in der Laodicea erreicht. Wenn die sich dann noch boxen würden, also Boxenkampf veranstalten würden, so Mann gegen Frau und so. Ey, das ist doch heftig, ey, da ist es wirklich heftig. Ich weiß es auch so, heftig. Ja, hast du eine Frage, Marc? Also auf jeden Fall Gottes Segen an alle Leute, die hier drin sind. Also ich finde es super gut, was ihr macht. Also auch Pablos und Reza und Evangelist, wirklich super, dass ihr die Leute so gut wie es geht aufklärt. Also wirklich, das macht nicht jeder und man muss auch Mut haben dafür, das auch irgendwie das zu machen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Alle Ehre der Herr Jesus, der uns dazu befehlstellt. Danke, Herr. Genau. Ja, genau. Amen. Ja, und jetzt kommt wieder, wie soll ich sagen, das Fest des Teufels oder Weihnachten? Genau, Halloween. Ja. Halloween sowieso und auch Weihnachten auch. Gehört auch dazu. Ja, gehört auch. Die Winter-Sonnenwende, 25. Dezember. Die Ägypten haben das gefeiert. Und da haben die ihr Sonnengott Ra, also es gab verschiedene Götter von denen, auch noch, den haben die seinen Geburtstag gefeiert, der 25. Dezember. Kann man nur googeln. 15. Dezember, 15. Dezember, Ursprung, Weihnachten. Genau. Und dann sieht man sofort die ganzen Quellen, die ganzen Sonnengötter, die die alle heißen. 15. Dezember alle geboren. Man sieht so die Geschichte, wie römisch-katholisch die Kirche es dann übernommen hat, weil die es nicht geschafft haben, die Leute in den Griff zu bekommen am 25. Dezember, weil die unbedingt eine Fiesta feiern wollten. Und so sagte sich die römisch-katholische Kirche, komm, wir sagen einfach, Jesus ist geboren, und dann feiern die mit uns. Und unser Geld geht nicht flöten. Dann sieht man es wieder. Winter, Sonnenwende. Da fängt es ja wieder an, wieder heiß zu werden, jeden Tag. Deswegen Sonnen, Winter, Sonnenwende, Sonnentag, also Sonnengott und so weiter. Ja klar, weil Santa kommt ja eigentlich auch von Satan, oder? Ja, warte, muss ich jetzt selber denken. Den Kalender, die wir alle haben, Sonntag ist ja eigentlich, übersetzt sogar der erste, das ist ja der erste Tag eigentlich der Woche, Samstag ist der letzte Tag der Woche. Das ist anders. Wir haben ja, wir haben einen Papst, also einen katholischen Kalender, ne, europäischer. Der echte Kalender ist eigentlich so ein jüdischer, der ist ganz anders. Mhm, mhm. Wir haben auch eine ganz andere Zeit, wenn wir so richtig rechnen, dann ist ja, hey, also ist das eh jetzt sowieso egal, ne, welche Zeitrechnung wir jetzt sowieso sind, bringt ja nichts. Aber, der Sonntag ist eigentlich der erste Tag. Mhm. Nein, ich glaube, das gab so Übersetzungen, dass es dann der erste Tag ist. Muss ich selber mal googeln, ich hab das vergessen. Oder Rezo, weißt du was davon? Was denn, was denn? In den heidnischen Kalender, der Satan hat ja durch die heidnischen Kulturen eben den Menschen beigemacht, darüber einst, eben dass die Menschen die Natur anbeten und die Schöpfung anstatt den Schöpfer, damit sie halt gegen Gott rebellieren, die Menschen. Der Satan hat ihnen deswegen diese falsche Religion gegeben mit Sonnenkult. Das steht ja eigentlich selber dahinter. Das steht dahinter. Wenn die Heiden die Sonne angebetet haben, haben sie zum Beispiel die Azteken, haben ja Menschen geopfert, dem Sonnengott. Und da steckt immer der Satan dahinter, der eben diese Menschenopferungen annimmt und seine Dämonen. Ja. Und so sind alle heidnische Kulturen, auch in Europa zum Teil, die Wikinger, die Kelten, die haben ja auch Menschen geopfert, ihren Göttern. Ja. Das hat alles in der typischen Sonne zu tun. Da ist das. Ja, schon nur wegen dem Stern und so. Ja, die Weihnachtsbaum hat auch eine Bedeutung. Das hat was, dass mich nicht lügen, hat das nicht auch noch was mit den Nikaloiten zu tun? Bruder Resa, wie es da geschrieben steht? Ja, das ist der Baum der Erkenntnis. Und die Früchte, die da dranhängen, sind die, halt das steht ja so da, ne? Das steht ja schon auf dem Bild sehr gut erklärt. Lucifer eben, der Satan, Lucifer als das Pentagramm, ganz an der Spitze, der Satan, die Schlange, die eben Adam und Eva verführt hat und die Schlange benutzt hat, das sind diese, wie nennt man das, man an den Baum hängt, drumherum, so eine Art Schlange. Irgendwie nix lange, diese, diese Schleie, ich sag jetzt mal Schleien. Ja, 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 und diese, diese Bällchen, ne? Die haben das auch gemacht wegen dem Frucht und so weiter, hat was mit der Frucht zu tun. Und dann, nee, das hat glaube ich Ostern, nee, Entschuldigung, habe ich mit dem Ostern verwechselt. Aber Ostern ist ja auch ein heidisches Fest. Also, wenn ja nächstes Jahr Ostern kommt, ist ja auch heidisch, ist ja auch nicht von Gott. Ostern, Ostara. Ja. Das ist auch dieses, diese heidische Gottheit, Ostara, Ishtar, wurden ja auch im alten Babylonischen beziehungsweise kananitischen Völker, haben ja auch diese Gottheiten verehrt. Ostara, Ishtar, Astarot. Das sind verschiedene Namen für denselben Gott. Da steht immer der Satan. Na, das ist, das ist schon krass, schon krass. Es gibt ja auch, es gibt ja auch dieses Fisch-Symbol, das wird ja auch manchmal benutzt, das benutzen auch manchmal Christen, aber das hat auch nichts mit dem Herrn zu tun, das ist auch irgendwas so Götzen-Ding, das kennst du doch, Reza, oder? Und so irgendein Fisch-Gott oder was, keine Ahnung. Ja, die haben da so ein Fisch-Symbol, ne, weil die... Und das ist der Dagon, der Philister-Gott, der Babylonische Philister-Gott Dagon, damals der wurde überregional verehrt. Und die Dagonischen Priester haben eben diesen Fisch-Kopf-Mitra aufgesetzt, was der Papst jetzt hat. Deswegen heißt das ja auch von der katholischen Kirche, das ist die Hure Babylon, weil sie eben mit den Göttern von Babel ins Geheimrum ruhrt. Die Bibel bezeichnet eben die katholische Kirche aus der Hure Babylon von Malm 17, 18. Also ich muss ehrlich sagen, ganz, ganz früher, wo ich nicht wusste, wo ich natürlich klein war, meine Mutter hat immer einen Baum gemacht und seit vielen Jahren macht sie das nicht mehr, weil, keine Ahnung, vielleicht weiss sie, dass es irgendwie nicht gut ist, wahrscheinlich, aber, ähm, also für mich sagt es für mich auch nichts, ja, so ein Baum, und das ist für mich ist nicht, äh, etwas Spezielles und es ist irgendwie, äh, es fühlt sich auch nicht so extrem cool an. Hm. Ist auch nicht so, also schön ist es, aber es ist einfach, ja, es passt einfach nicht. Also ich habe meine Mutter. Das hat ja nichts mit der Bibel zu tun, ne, und so weiter, ne, und, äh, wir sollen ja hier nicht irgendwelche Sachen hier finden, ne, und das hier rein interpretieren auf der Bibel, das ist ja nicht richtig, ne, also nichts hinzufügen hier, irgendwelche Sachen. Ja. Ja, das habe ich nicht vergessen. Ja, viele wissen das gar nicht, ne, es gibt welche so, wie, es gibt sogar Gemeinden, ne, du greifst unser Weihnachten an, ne, ich bin mir so, bestimmt mit dir nicht, so. Ja. Weil das so ganz klar ist, das ist das von Satan. Ja, leider, leider. Ist so, aber auch in den Schulen machen sie auch, sie feiern das, das heidische Fest wird auch richtig extrem gefeiert, sie machen auch einen Baum, so, bla bla bla, das ist richtig, die feiern das hat, also, ja. Ja, ich, auf jeden Fall, die sagen immer, Jesus ist da gewohnt, der ist da nicht gewohnt, keiner weiß, wann er da geboren, also welcher Datum er geboren ist, keiner weiß das. Ich feiere den Herrn jeden Tag, das heißt, ich komme keinen bestimmten Tag, jeder Tag muss es sein. Ja, amen. Genau, so muss es ja auch sein. Und auch immer dankbar sein, jeder Tag, auch in schlechten und in guten Tagen. Genau. Ja, das ist wichtig, ja. Ganz genau. Und Reni, kannst du, da war, glaube ich, jemand hat ein paar Fragen gehabt, der hab ich mal angeschrieben, der wollte einmal live runterkommen. Aber ich finde den nicht mehr. Und ich muss auch... Nein, Leute, ich werde gleich den Stream beenden, erstmal. Leute, ich werde auf jeden Fall heute Abend wieder kommen. Mhm. Dann wollte ich auch so ein bisschen wieder auch aufklären, Bilder zeigen. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt genug gestreamt. Pablo, wenn du willst, mach auch erstmal eine Pause. Ja, ich mache so eine kleine Pause, paar Minuten, ja. Ein bisschen was trinken und essen wieder. Philipp, Philipp, der gerade hier ist, ich mache gleich einen Stream an, dann kannst du dann bei mir hoch, dann kannst du deine Fragen stellen, Bruder Reza, wenn du gerne dabei sein willst, Bruder Danny, wenn du gerne dabei sein willst. Ja, ich mache erstmal Pause, Leute, auf jeden Fall. Ja, eine Pause muss sein. Ich werde heute Abend wieder einen Stream machen, ich werde auch ein Video machen und dann, ja, so Gott will, bin ich dann heute Abend wieder live. Ich gehöre so 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann komme ich. Dann mache ich das nicht mehr. Na gut, Leute, ich werde jetzt den Stream erstmal beenden, ich wünsche euch allen Gottes Segen. Danke dir auch, euch allen auch, Gottes Segen. Alles Gute, mein Gott. Reza, ich beende den Stream erstmal. Na gut, danke, dass ihr alle hier wart, der Herr segne euch, behüte euch und dann bis heute Abend, so Gott sei Dank. Euch allen auch. Bis dann. Ciao.